Irgendwie bin ich schon ja ein bisschen nervös, muss ich schon sagen, aber ich sehe, ich sehe, es leuchtet grün, es leuchtet grün da unten und ihr solltet mich eigentlich hören und ihr solltet eigentlich ein Top-Bild haben. Ich habe jetzt eine Minute vor diesem Stream nochmal einen richtigen Speedtest gemacht und es scheint, dass alles funktioniert. Es hat sich ausgezahlt, dass der Techniker da war und es hat sich ausgezahlt, dass der Router getauscht wurde. Ich wünsche euch alle hier einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder ja, ob es hier gerade schlafen geht, keine Ahnung. Ja, es funktioniert und einen wunderschönen vierten Advent an alle, die hier jetzt gerade eingeschalten haben. Herzlichen Glückwunsch wollte ich an mich selber sagen. Alter, ich freue mich gerade, dass es zumindest einmal grün leuchtet. Digga, wisst ihr wie? Ich war so nervös, Alter. Ich war so nervös jetzt vom Start ohne Scheiß. Ich war gerade richtig nervös. Aber es funktioniert. Ihr habt das Bild, ihr habt das Ton, ihr seid alle da. Der Chat funktioniert ja besser, kann es nicht laufen. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid zu diesem einmaligen Spektakel, wo ich gedacht hätte, dass ich das niemals in meinem Leben mache. Aber heute ist der Tag, wo es passieren wird. Ich werde heute 12 Stunden streamen. Oder bzw. ich habe schon erfahren, dass man nicht 12 Stunden streamen kann auf YouTube. Entweder ich muss es in zwei Teile machen oder ich stream 11 Stunden 59, wobei ich mich entscheiden würde, 11 Stunden 59 zu streamen, weil ich hasse es zu teilen. Ich will keine Pause machen. Ich habe mich da heute hergesetzt, dass ich das durchziehe. Für uns, für euch, für alle. Und wer hier heute dabei ist, der macht jetzt mal eine Einzel-Chat. Ich hoffe, euch allen da draußen geht es gut und ihr seid genauso motiviert wie ich heute auf dieses Spektakel. Das ist ja der Burner. Das ist ja der absolute Burner. So, Freunde der Sonne, ich muss schon mal sagen, Sebastian mit 12 Euro hat er schon vor dem Stream, vor 2 Stunden schon. Sebastian hat vor 2 Stunden 12 Euro gespendet. 1 Euro für jede Minute, der der Stream geht. Kuss, Kuss und ganz viel Spaß euch allen. Und dass alles klappt. Ja, danke schön, lieber Sebastian. Schon vor 2 Stunden. Und bitte, der liebe Ike hat 5 VIPs gesuppt. Herzlichen, herzlichen Dank dafür schon vor dem Stream. Äh, vor dem Stream. Direkt am Streambeginn hat er hier 5 VIPs gegiftet. An alle, die VIP bekommen haben. Bedankt euch bitte bei ihm. Das ist nicht selbstverständlich. Und eine, ja, große Wohltat. Dankeschön an alle. Ja, Freunde. Ähm, ich stehe hier gerade auf RNO. Und das hat, ich wollte den letzten Stream ja auch eigentlich so starten. Ich wollte nämlich mal schauen. Oder euch beziehungsweise zeigen, was auf RNO so abgeht um 12 Uhr an einem Sonntag. Und zwar sind 41 Spieler da, 2 Polizisten und ein Mechaniker. Es sind US-Marschalas da, es ist Taxi da, es ist... Also, für das am Sonntag um Mittag zu Mittag, 41 Leute, es waren gerade vorhin 44, ist es echt gut. Echt gut. Ich will noch mal kurz durchschauen, was die Leute gerade so machen. Und dann werde ich mich wahrscheinlich in den Discord gegeben. Und werde dort mich in ein Büro setzen. Und werde dort schauen, ob vielleicht jemand dazukommt. Und dann werden wir aber was zocken. Wir haben ein bisschen an Auswahl. Ich will heute mal auch Spiele probieren, die ich in meinem Leben noch nie gespielt habe. Zum Beispiel Fall Guys, mega Bock drauf auf den Shit. Wir können alles spielen. Wir können Minecraft spielen, Fortnite, äh... Phasmophobia, Pummel Party, habe ich mega Bock mit den Jungs. Wir können Tower Unite Minigames spielen. Wir können auf Videos reacten. Wir können, äh, ich kann Gitarre spielen. Am Abend will ich dann ins RP gehen. Also, Abend wird wahrscheinlich reserviert für RP. Ähm, wir können Geoguesser, Draw Something oder wie das Ding heißt, spielen. You name it. Wir werden nicht einmal alle Spiele dazukommen. Aber wir haben eine Auswahl. Wir können Black Ops Zombie spielen. Es ist scheißegal. Ich habe alles aktualisiert. Und es sollte alles, ähm, funktionieren. Ja, ähm, wir haben da die Riesenauswahl. Und von dem her... Also, ich finde es super. So, wir haben ihn hier. Also, ich finde es super. Kriegst du der Boss mit einem Euro. Guten Morgen, Andl. Auf ein neues. Ja, Dankeschön. Also, ich finde es super. Dankeschön. Andreas? Ja. Ja. Stimmt. Ja. Siehst du, er ist auch schon total motiviert. So wie ich. Man sieht auch... Ich grüße Robert. Kurt ist auch schon sehr, sehr motiviert. Denn, das ist aber gut zu wissen, dass er schon wach ist. Dann können wir nämlich gleich mitreißen. Mit Kurt eine Runde Fortnite, Digga. Sehe ich mich. Aber wahrscheinlich hat er es nicht aktualisiert. Der blöde Sack. So. Christo, der Boss mit einem Euro. Guten Morgen, Andl. Auf ein neues. Ja, Moin. Ähm. Stoffel auch dabei mit einem Euro. Dankeschön. Gamermix TV mit einem Euro zwei Cent. Dankeschön. Tiki Tobi mit einem Euro 90. Herzlichen Dank. Ähm. Daniel jetzt mit einem Euro. Herzlichen Dank. Ähm. Radio Not. Das habe ich nicht. Das müsste ich downloaden. Vielleicht beim nächsten Mal. Habe ich aber nicht. So. Nobody mit 30 Euro. Servus du, als heißen. Grüßt. Ich bin einmal wieder da. Alles klar bei dir. Nobody, du verrückter Dude. Freut mich, dass du da bist. Freut mich, dass du da bist. Und herzlichen Dank für 30 Euro. Und freut mich, äh, ja. Ah, er ist nach mir gejoynt. Warte mal. Ich will nur, ich will nur ganz kurz schauen, was die Leute machen. Und dann will ich eh wieder raus. Was macht denn ein wildes Kurt? Ein wildes Kurt no-kippt gerade um die Insel. Freut mich. Das ist toll. Was macht Sascha? Ein wildes Sascha ist auch Homeland. Matze. Ich schätze mal, dass Matze nicht da ist. Aha, das sind die zwei Streifen, Brüder. Die Insel. Ah, Officer Fox. Das ist auch am Sonntag. Das ist auch am Sonntag hier. Nice. Ah, da haben wir die Richtigen. Da haben wir sie. Da haben wir die Richtigen. Jetzt aber. Da haben wir die Richtigen gefunden. So was wollte ich sehen. Ja, cool. Ich will nur noch schauen. Da sind ein paar am Fischen. Was passiert hier? Roblox. Ah, ja. Alter, das ist smart. Okay, Leute. Das ist smart. Guckt mal hier. Hier anbauen ist keine Überdachung. Das ist smart, Digga. Dafür gibt es 10 von 10 Sterne. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Ja gut, dann habe ich mir das mal angeschaut. Jetzt können wir mal schauen, welches Game. Ich werde mich jetzt mal in Discord hocken. Und werde mich da mal in ein Büro schwingen. Und dann schaue ich ja mal, welche Leute da schon dazustoßen. Ah, da warten ja. Sie warten ja schon auf mich. Warte mal. Ich werde ja jetzt einfach mal auf Krampf reinplatzen. Ob sie wollen oder nicht. Sie werden jetzt einfach live sein. Das werden wir jetzt machen. Alter, Dankeschön an alle, die hier gerade rein subben, wie die irren. Warte mal. Sie sind hier subben. Bille, Dankeschön fürs subben. Ich bin mit der HD. Dankeschön fürs subben. Julian schon dreimal. Julian, 107. Drei Monate ist resuppen. Herzlichen Dank. Dankeschön fürs subben. Ähm. Amat Hammer. Amat Ritz. Amat und dann R-I-Z-K. Ritz. Ritz. Kann ich nicht aussprechen, Digga. Was ist das? Ähm. Einfach Joshua mit einem Euro. Herzlichen Dank. GFC Dark mit 25 Euro. Hiwi wäre es mit Fortnite Community zocken. Mal schauen. Mal schauen, was wir da heute alles auf die Beine stellen. Ich bin da komplett offen für alles. Wirklich. Ich bin komplett offen für alles. Äh. Ja. Sollte nur funktionieren. So. Der Orange Boss mit 20 Euro. Viel Spaß beim 12 Stunden Stream. Ja. Herzlichen Dank. Meine Lieben. Herzlichen Dank. Ähm. Anubis. Äh. Alter, der Gute. Eins. Eins. Hier kommt die Sonne. So. Herzlichen Dank. Für 25 Euro lieber. Ähm. Anubis. Der Marsha Stone. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn der Gute wieder los? Herzregen. Herzregen, liebe Freunde. Alter, da schallert es gerade durch. Ich brauche da gar nicht gerade reingehen. Warte mal. Ich muss jetzt gerade mal. Also ich finde es super. Ich muss jetzt gerade mal. Ich muss jetzt einmal abklingen lassen hier das Ganze. Alter Schwede. Ihr seid ja schon wieder. Ey. Da gemacht. Achso. Das sind ja die üblichen Verdächtigen. Ähm. Ja. Oh mein Gott. Freunde. Haut es mal einen dicken, dicken Herzregen raus. Hierfür. DJ. Ey. Evil. Oder Dejavel. So heißt Dejavel. Wahrscheinlich. So spricht man es eher aus. Dejavel. Oder Chevelle. Dankeschön für 100 Euro. Herzlichen, herzlichen Dank. Ähm. Wobei ich jetzt nicht lassen kann, einen hier, einen hier zu pranken. Sag mal. Ich muss, ich muss gerade mal kurz, bevor ich da jemanden, ich muss da jemanden ganz kurz pranken. Sag mal. Ich muss da mal Eigenschaften. So, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt dort, ich fliege jetzt dorthin und gehe jetzt einfach dort bedeppert herumhupen. Goldene G-Klasse a la Habub, Digga. What the fuck are you doing? Sag mal. Hast du gehupt? Hast du gehupt? Das wäre, direkt ein Meter nehmen, wenn du hochkommst. Warte mal, jetzt gehe ich zum anderen drüber. Ich bin es nicht. Ach Deja, was ist das denn? Das ist mein Auto, das Hub, willst du mich verarschen? Warte mal. Warte mal. Wer rupt denn hier? Also ich finde es super. Warte, jetzt gehe ich wieder zum anderen. Rückwärtsgang. Ich muss nur ganz kurz... Was sind wir denn mit meinem Auto los? Also ich finde es super. Ich steige doch jetzt nicht aus wegen... Wie soll denn hier die Alarmanlage angehen? Also ich sitze im Auto und hier ist keine Sau. Oh Mann. Warte mal. Okay. Freunde, ich lasse es mal. Das war gerade einfach nur für mich. Ihr hört sich so denken. What the fuck, Bro? Okay. Passt. Dann werde ich mich jetzt gleich in den Discord setzen. Warte, ich muss jetzt nochmal kurz auf die Donis hier eingehen. Ich muss jetzt erstmal kurz schauen. Also Dankeschön und nochmal Kuss, Kuss, Kuss vom ganzen Herzen an. Also ich stelle mich an den Weihnachtsmarkt. Das hat mehr Idylle. An der Weihnachtsmarkt. An DJ Elever. DJ Elever. Siehst du schon wieder falsch? Oh mein Gott. Schau, der Weihnachtsmarkt von oben. Ist schon schön, oder? Oh, oje, oje, oje. Okay. Da läuft Mucker. Ähm. So, ich stelle mich jetzt hier im Weihnachtsmarkt. Äh. An DJ Avel. Dankeschön nochmal für 100 Euro. Und Matthias Rulitz für's Zappen. Dankeschön. Äh. Schoki Gaming. Hallo Andl. Auf einen geilen 12 Stunden Stream. Vielleicht jeden Char 2 Stunden. Den Rest was anderes. Mal schauen. Mal schauen. Ich werde jetzt mal definitiv jetzt am Nachmittag werde ich einmal mehr damit verbringen, andere Games zu zocken und gegen Abend wahrscheinlich mehr ins AP gehen. Mal schauen. Vielleicht zockt. Mach am Abend noch was anderes. Wir werden es alles. Es ist alles offen. Vielleicht werden wir auch schon früher ins AP gehen. So wie es bockt, Freunde. So wie es bockt. Dass die 12 Stunden so angenehm wie möglich werden. Und so viel Spaß wie möglich bringen. SRL. Haus. B.P. Danke für 5 Euro. Dir einen schönen 4. Advent. Und Grüße an meine Kids. Felix und Liam. Herzlichen Dank an dich und liebe Grüße an deine Kinder. Hier. Jetzt mal hier ein Winke. Winke, Winke. Vom Weihnachtsmarkt. Vom Andl. Herzlichen Darm für 5 Euro. Ramsteiner. Ramstein. 97 mit 599. Servus. Bin nach langer Zeit auch wieder am Start. Feuer frei. Bang. Bang. Danke für 599. Anubis. Bisschen was für dich. Für die ganze Arbeit, die du ins Projekt steckst. Kuss. Freunde. Jetzt kommt der CJ. Für Anubis. Und ein riesen Herzring. Dankeschön. Mit Überweisungsgebühren. Aus. Ey, Dankeschön. Ich muss auch sagen, Anubis ist einer der heftigsten Supporter von mir und diesem Kanal und allgemein hier vom Projekt. Auch ein mega guter RP-Spieler und ein absolut ehrenhafter, korrekter Mensch. Kuss geht raus an dich. Borsti, der Echte mit einem Euro. Moin Andl. Hab heute Geburtstag. Kannst mich grüßen mit freundlichen Grüßen. Dein Mechaniker. Herbst Acker. Borsti. Alles Gute, lieber Borsti. Vielleicht sehen wir uns ja heute noch in der Werkstatt. Und ich wünsche dir einen schönen Geburtstag und einen wunderschönen 4. Advent. Ganz liebe Grüße und Dankeschön. Mr. Nobody. 1. Hier kommt die Sonne. 2. Hier kommt die Sonne. 3. Sie ist der hellste Stern von allen. Danke für 2 Euro. Bestes Lied. Ich hab's mir vor dem Stream, hab ich's mir nochmal reingezogen, um so Kräfte zu sammeln. Der Stream, der kann nicht mehr abschmieren. Egal. Geht gar nicht. So. Ich danke für diesen krassen, krassen Support jetzt schon mal. Ah ja, by the way, falls ihr neu seid und weiterhin nichts verpassen wollt, lasst gerne hier ein Abo da. Und ja, haut auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und checkt Social Media aus. Also Insta und Discord. Links dazu in der Beschreibung. So, Mario. Hey Andel, Kuss auf die Nuss. Bleib so wie du bist auf einem tollen 12-Stunden-Stream. Dankeschön, lieber Mario16. Und dir auch viel Spaß. So, dann werd ich mal rausgehen. Beziehungsweise ich werd jetzt mal in Discord gehen. Und ich werd jetzt mal schauen, was die Jungs da so machen. Jetzt reden sie wahrscheinlich schon über... Ah, das ist gut. Malaka, was stehst du, Alter? Salam aleikum. Salam aleikum. Was geht da, Bibi? Malak aleikum salam. Guten Abend. Tag. Also falls ihr gerade über Privates reden wollt, also ihr seid gerade live. Also deswegen haut ihr euch die. Ja, ich hab heute meinen Eisprung, also... Also wir reden von Geheimnissen, Kurt. Also das ist ja nichts Neues. Ja, gut, das stimmt auch wieder rum in irgendeiner Flur. Nein, ist eh so. Erst was spielen wir? Habt ihr Lust auf Bummelparty oder so? Weil wir sind gerade genug Leute gerade. Dann machen wir das doch. Wenn wir in Pimmelparty spielen, dann machen wir genug Leute da. Das ist Wüftlparty. Aber Pimmelparty ist doch erst ab 22 Uhr. Der Kudl will kekseln. Ich hab keine Ahnung. Oh, mein Gott. Wir lassen nicht so... Hast du das nicht lustig gerade? Was heißt das? Ready or not hab ich noch nicht. Ich hab's auch nicht. Aber es ist lustig, weil wir es nicht lustig werden. Wie viele Leute braucht man dazu? Für Ready or not? Ich glaube, zu viel kann ich auf die Zweite spielen. Aber Ready or not wird ziemlich lustig, weil... Dann würde ich mir ich so Lost vorstellen. Oder wir wären alle Lost, weil wir das erste Mal spielen würden. Ich hab's auch noch nicht. Ready or not. Das gibt's nicht auf Steam, oder? Ja, das kostet, glaube ich, 60 Euro oder was. Na, 35 kostet es aktuell. Das könnte man sich ziehen, eigentlich. Ja. Warte, ich lasse noch, dass ich ein Bild im Hintergrund hab. Da geht's dann wirklich um Geiselnahmen und so. Ich könnte uns so richtig blöd vorstellen, wie wir da reingehen. Ich hätte... Also ich find das super. Ich müsste es mir nur runterladen. Das würde ein bisschen dauern. Das müsste man aber eh wahrscheinlich ein paar... Die Flashback reinschmeißen. In die Geiselnahme rein. Da seh ich mich aber zu 100%. Ja, ja. Das ist eine richtige, echte Polizisten... Ja! Geiselnahme. Ja. Vielleicht gibt's ja ein neues Update auch. Mal gleich. Update. Gut. Dann, warte mal. Ich kaufe mir jetzt auch mal in den Warenkorb. Das schaue ich euch zu. In den Warenkorb. Das können wir ja auch später spielen. Ja, ja. Aber zumindest einmal downloaden. Ja, weil das dauert... Für mich selber. Ja. Das find ich nicht in Ordnung. Absolut. Müssen Sie bedingen der Steam-Nutzungsbedingung. Achso, hab ich nicht zugestimmt. Entschuldigung. Bist denn du, Ferner? Hat sich irgendwer die Steam-Nutzungs-Vertrags-Dings durchgelesen? Alle 10.000 Seiten hab ich mir bis mit der Lupe aufs Detail durchgeschaut. Auch das Kleingedruckte. Auf einmal krieg ich mal ein Klo geliefert und ich weiß nicht warum. Auf Seite 827 Absatz 3, ganz unten im Kleingedruckten, steht das Deuter. Deinen Eisprung hast. Hab ich mir sogar gemerkt. 91 Gigabyte hat er, scheiß, Alter. Oha. Der gute... Hat mehr als GTA, wobei GTA hat mittlerweile 100 mit den ganzen Abkaufs. Kauf abschließen. Ja, ich will nicht wissen, was COD oder so hat. So kaufen. Ich kauf mir das jetzt. Ich hab voll Bock drauf. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dankeschön. 35,99. Stimmt, heute Geburtstag. Ich vergiss das immer. Ja. Das ist doch immer. Nächste Tage vor Weihnachten. Nein. Bitte Inhalte installieren. Warte, ich muss die Matze rein oder was? Alter, 35. Nebenbei streamen und das runterladen. Das ist eine sehr gute Idee, das mach ich. Das hat ja bei der letzten Woche auch gut geklappt mit deinem Abschluss. Das hat super geklappt. Ich bin deswegen sehr stolz drauf. So, ich zieh mir das jetzt nebenbei, Alter. Wenn das die Internetleitung drückt, Alter. Da sehe ich uns, wenn wir das spielen würden. Richtig los. Da hab ich richtig Bock drauf. Ich hab's mir jetzt grad geholed. Ich muss es jetzt nur runterladen. 91 Gigabyte während dem Streamen. Also die Leitung brennt. Wobei der Download ja eben. Wobei das geht voll schnell. Oha. Download ist ja egal. Steam geht relativ schnell. Spielt ja weg. Passt. Nebenbei. Holen wir uns das. Da haben wir alle Bock drauf, denke ich. Ich hab jetzt alle in Chatschreiben alles Gute. Ja, ist doch schön. Leute, ich hab nicht Geburtstag. Ach komm. Bleib doch nicht so schüchtern, Antl. Jetzt ist immer, der Kurt will immer von sich ablenken. Weißt du, die immer alles geheim halten, so was die und jetzt den Geburtstag seinen eigenen auf mich schieben eigentlich. Das ist immer. Aber habt ihr nicht immer am gleichen Tag Geburtstag? Ich erinnere mich. Der Everyday Saturday. Oh Mann. Ich bin mal ganz kurz mute. Möchtest du denn hier den Cock? Ähm. Ja, das taugt mir, dass die Jungs schon am Start sind. Das taugt mir grad richtig. Ähm. So. Ready or not wird sich gezogen. Das war eine geile Idee von Kurt. Das wird auf jeden Fall gezockt. Viel Spaß beim 12-Stunden-Stream am 4. Advent fürs Projekt. Danke für ein geiles Jahr bei euch. Nochmal einen riesen Herzring bitte für den lieben Anubis. 13.37 rein. Gedonnert. Herzlichen, herzlichen Dank. Alter. So ein, so ein ehrenhafter Kerl. Wirklich so ein ehrenhafter Kerl. Nicht weil er, nicht weil er Geld spendet, sondern einfach im RP. Ihr kennt ihn ja eh, Marshall Stone, der Feuerwehrmann. So ein, ein herzensguter Mensch und aktiver RLO-Supporter und Spieler. Ganz, 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 ganz liebe Grüße. So. Dann haben wir hier Daniel Wolf mit 10 Euro. Servus. Und ihr, die wünscht euch einen schönen 4. Advent und geilen Stream und lasst dich nicht ärgern. Mach ich nicht. Ich ärgere heute. Danke schön. Matthias Westraben, danke fürs VIP-Werden. Zocker Mattis mit 10 Euro auf dem geilen 12-Stunden-Stream. Ja, danke schön, danke schön, danke schön. Ihr müsst euch einmal, ah, ihr müsst euch einmal beruhigen. Oh, Syons kleiner Finger mit 2,49. So, meine erste Doni bei dir, schönen 4. Advent. Warte mal, das muss ich gleich mal hier herzlich verkündigen. Mit gerade, äh, Syons kleiner Finger mit 2,49 donatet. Danke, Kurt, ne? Dass dein kleiner Finger so spendabel ist. Der kleine Finger. Aber er hat das erste Mal donatet, gell? Also. Aber, ähm, wir könnten entweder jetzt, wir könnten sowas wie Tower Unite oder sowas spielen, das sind so Partygames, oder Pummelparty. Ich glaube, das haben die meisten da, ne, für der Weile. Tower Unite. Nur Party, definitiv. Ich hatte doch mal Pummelparty, aber ich weiß nicht mehr, in welcher VIP. Wie? Ist bereits ein, ah, Steam, okay, hab ich. Weil, im Moment sind wir gerade einige Leute, ich könnte gerade schauen, was ich in der Bibliothek hätte. Zombies ist zu klein. Das ist das Ghost Exorcist, ist auch zu klein, das geht bis vier, Phasmo geht bis vier, Leute. Pummelparty geht ja bis größere Mengen, also, weiß ich nicht, sieben oder acht, wie viele? Ich glaube, sowas, ne? Ich glaube, acht, ja. Ja, das könnte man nämlich alle spielen, Ready or Not is all, und Tower Unite könnte man auch riesiger spielen, also, die beiden könnte man zocken riesiger. Wie heißt das, das zweite, vor, um Ready or Not, was du heißt? Pummelparty. Pummelparty. Nein, nein. Oder Tower Unite, ja. Das ist sehr lustig, vor allem, da gibt's dieses Quiz, dieses, was weiß ich, Tower Unite. Ich würde auch wieder fühlen, mal so eine Runde durch diesen, also, das Halloween-Ding gibt's wahrscheinlich nicht mehr. Doch, das gibt's immer noch. Geil, weil dieser Shooter hat übel Bock gemacht, da. Wir könnten mit zu viert nämlich drinnen sitzen und fahren. Und richtig farmen, das wäre geil. Ja, und, oder golfen kann man ja zu zwölft, oder so, oder das Zombiespiel. Das kann man machen, das wäre mega lustig. Haufe ich jetzt mal das Power Unite. Also, ich finde, das ist super 16,99 Euro. Was, aber ich hab das damals schon, wenn wir das nicht, vor Jahren gekauft, für ein paar Euro. Tja, wahnsinnig, danke, dass du mir das so reindrückst. Geoguessor oder Scribble gibt's auch noch. Das Zeichenspiel, einfach dumm sind. Gäbe auch Among Us, falls es nicht ausgelutscht ist. Among Us. Das, nein, das hab ich noch nie gespielt, oder? Da kam jetzt ein Update raus, ne? Oh Gott. Morgen, als über VR-Chat spielen. Boah, das macht super Laune. Weil das ist ganz anders. Und es kostet nichts. Zuckerwaffel, danke für 2,49 Euro. Jo, jo, auf Google Stream, ja, dankeschön. Ja, du brauchst ja, VR-Chat ist ja kostenlos. Du brauchst ja nicht mal ein VR-Set dazu, also irgendeine Brille oder sowas. Du kannst es ja auch mit Maus und Dastatur bedienen. Mit Kurt heute noch eine Runde Fortnite, da seh ich mich. Ich hab mir das vorher zogen, das geht aber in ein paar Minuten. Ich hab's auch gerade vorhin gezogen, ziemlich schnell. Ich zieh mir noch ganz schnell einen rein. Treffen sich 2 Jäger, einer kommt nicht. Ich hab's gedacht, Pimmel-Party ist später am Abend. Marci, danke für 5 Euro, dankeschön. Nicht über Berlin, weil Frankfurt ist. Das wär jetzt, weil wir haben jetzt die Spielerzahl dazu, also von dem her, es würd jetzt auch schon gehen. Weil jetzt, wenn ich jetzt was anderes zockt, dann könnten halt die Hälfte, die jetzt da sind, nicht mitmachen, denk ich mir. Und das wär auch kacke. Da würd ich halt weinen, gell, und ich würd das öffnen mit dem Stream machen. Also Tower Unite, Geo-Gesser, dieses Zeichenspiel da, Scribble oder Pimmel-Party. Das wär jetzt gerade gut. Weil bei Radio Notodos oder Fortnite, das sind wir wieder auf 4 limitiert. Oder alles andere. Also Tower Unite braucht bei mir noch der Download. Das Einzige, was dann am Abend zusammen in großen Mengen geht, ist dann eine Homeland-Party. Leute trollen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ich hab, by the way, heute schon Mason Walker, also Page Not Found, mit dem Kocher und mit der Hube getrollen. Bin über ihm geschweben, hab so da an, als ob sein Auto so äh, äh, äh. Also, es geht jetzt die scheiß Alarmanlage an. Nur weil du hupen musst. Ist er weggefahren, Matt. Oh, Mann. Mario, danke für 5 Euro. Kannst du die IC-Person Leo Harry erschrecken, wenn er da ist? Wenn er da ist. Wenn er da ist. Erinnere mich später nochmal dran. Ich bin da gerade jetzt nur noch im, im, im Ding drin, dass ich ein Bild hab, weil sonst wäre es irgendwie ur-weird. Ich kann ein Bild hinten halt, das würde mich gerade wieder mad machen. Aber sobald wir ein Spiel dann haben und alle da sind, ja, weil ich sonst ein Black-Screen hätte und das will ich nicht. Oder ein Bild, das ist fahrt. Da hab ich lieber jetzt gerade noch hinten den Server und fliegt halt einfach deppert herum, weil das ist besser als gar kein Bild. Würdest du das nicht fühlen, wenn dir deine fast 3000 Zuschauer den schwarzen Bildschirm angucken? Ich hab fast 3000 Zuschauer. Nein. Oh mein Gott, Vince. Du hast 27 Zuschauer gerade. Perfekt. Das ist nämlich die Hand. Warte mal. Ich hab, da hinten hab ich schon wieder ein paar Opfer. Warte mal. Du hast 27,72 Zuschauer gerade. Oha. Oha. Musst du noch umrechnen. In Zentimeter. Warte mal. Ich hab da hinten wieder ein paar Opfer. Oh Gott. Nicht schon wieder. Vince und Money. Hier haben wir auch ein Opfer. Oh Katze, geh runter da. Ich tu jetzt so, als ob der Raptor geklaut wird. Die sind da sicher urfertig. Die haben da so einen weißen Raptor da stehen. Wer drückt auch gerne auf Kat Beans? Ja. 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 Kat Beans. Ja. Sehr entspannend. Die Katze sind der Wissenes. Ich hab keine Katze, aber die Lammhauskatze. Kat Beans. Ja. 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 Ich bin noch wach. Ich schlafe nicht, Alter. Der eine ist so, hör auf, die scheiß Salarmanlage. Und der andere ist so, Digger, ich penne gleich ein. Ich bin erst um fünf Uhr schlafen gegangen oder so. Ich bin um fünf schlafen gegangen. Freut mich. Hä? Hä? Ich kriege gleich einen Anfall. Hast du da noch? Ich kriege gleich einen Anfall. Doch, hab ich. Schmutz, Alter. Ich glaube, wir werden hier oben gleich ein bisschen Besuch bekommen. Ihr hupt irgendwas die ganze Zeit. Bis dann. Tschüssi. Von euch ist keiner in der Nähe, oder? Ja, es funken es durch. Wer ist denn hier in der Nähe? Kannst du dich scheiße aufhören? Nein, es ist wirklich hier vorbei und hier ist es ultralaut. Ist aber auch mit ultra nervig. Ja, haltet euch mal bereit. Aber ich denke mal nicht, dass jetzt was kommt. Und wir haben hier ein bisschen Besuch bekommen. Und wir haben hier ein bisschen Besuch bekommen. Oh mein Gott. Die waren grad voll fertig. Also, macht euch bereit, dass wir gleich hochgenommen werden. Da ist irgendwas. Das Gebäude heißt ja schon Bell-Building. Also, da muss es ja fliegen. Also, ich finde das super. Bell-Building? Bell-Building? Also, nicht Bell wie Bellen. Bellinger, Mann. Die Bellinger. Ja, Mann. Wo ist eigentlich? Marco schläft da noch? Nee. Was wollte er denn gerade machen? Das war eine sehr gute Frage. Er wollte nur kurz was machen. Was geht, Mann? Oh mein Gott. Warte mal. Solo, Dankeschön fürs VIP-Werden. Cedric, schönen Sonntag. Dir eine Kleinigkeit. Kannst du in 12 Stunden streamen eine Pizza bestellen? Alter, danke. Mit Überweisungskosten. Ich küsse dein Herz. Dankeschön. Herzlichen, herzlichen Dank. Lucifer mit einem Euro. Moin, was geht? Was habe ich verpasst? Ja, im Moment. Wir suchen gerade ein Spiel. Wir suchen gerade ein Spiel. Also, äh. Spielen wir jetzt dann Pummel-Party oder Tower-United? Eins von den beiden. Oder machen wir Scribble oder Geo-Gerster. Weil wir sind genug Leute. Mach doch eine Umfrage. Ich wäre für Tower-United, aber ich weiß nicht, wie die anderen dazu stehen. Können wir machen? Ich spreche noch 8 Minuten. Ja, dann warten wir die 8 Minuten. 15 Minuten gerade. Okay, du hast 15. Ja, ist ja wurscht. Wir können ja... Ich gehe schon mal ins Game rein. Weil, dann können wir im Moment... Das wird sich ja gut anbieten. Wir werden die anderen halt downloaden. Dann können wir schon mal in diesen Shooter reingehen. Weil den kann man ja nur zu viert spielen im Moment. Ready or not hat 14%. Also, heute glüht die Leitung. 27 tatsächlich. Du streamst ja auch nicht. Ja, trotzdem. So, da bin ich wieder. Ja, aber gut. Ah, ich weiß, glaube ich, warum. Weil du lädst das ja auf eine SSD. Ich habe mein Steam noch auf einer HDD. Das wird sein. Ui. Ja, gut. Ich habe nämlich Steam extra für das Ganze auf einer HDD. Und dann ist dein Download schneller als deine Festplatte. Ja, ist so. Safe. Ja. Wie viel Download hast du? Jetzt gerade 47 MB. Nein, nein. Allgemein deine Leitung. Ach so. 120 bis 150. Aber ich habe nämlich 300 Down und 50 Up. Aber es ist die Festplatte definitiv. Ja, weil Download habe ich 15,1 MB laut Steam gerade. Maximal 19,1. Das limitiert ja Steam. So ein bisschen. Aber die Laufwerk-Auslastung ist auf 42 MB. Der zieht voll rüber halt. Das geht halt schnell. Okay. Ich starte mal hier das Game. Ich mache ein Discord ein bisschen. Besser höher. Discord laut. Entschuldigung. Ich habe es besser gehört. Schade, dass du den Ledersessel nicht mehr hast. Den habe ich schon. Ich habe gerade nur gerübst. Nein, aber ich weiß nicht. Der Ledersessel war das Beste trotzdem. Der Ledersessel. Ja, dann hat jetzt Marius, der ist voll geschießt. Oh mein Gott. Der Ledersessel, der hat aber eine lange Geschichte. Der arme. Der hat einen abgestellten Koffer. Ist doch deppert hier der Sessel. Jetzt werde ich wieder angeflamt. Wer hat denn noch eine HDD im Rechner? Ich? Ich auch. Ich habe sogar noch GTA auf HDD. Ich oute mich mal. Also GTA hat bei mir sogar eine extra SSD, die schnellste. Windows läuft auf einer SSD und HDD habe ich halt für die ganz normalen Games. Und so Bullshit und Bilder und Dateien und Videos. Das brauche ich kein SSD. Ich würde es nicht flexen. Aber ich habe erst vor ein paar Tagen gecheckt, dass ich... Ich habe mir eine 4TB SSD gekauft. Und habe da gar nichts drauf gehabt. Ich habe das gar nicht gecheckt, dass da noch nichts drauf war. Und da kommen jetzt die ganzen Games drauf. Wenn ich heute ein PC... Mein PC ist ja schon 5 Jahre alt oder so. Wenn ich heute ein PC bauen würde, würde ich definitiv... Würde ich alles auf SSD setzen. Aber neuer PC kommt erst irgendwann. Aber jetzt, wo ich die HDD noch habe... Why not? Weil damals war das noch... Da war eine SSD, da hast du 500 GB oder so max. Das war ja nicht noch so. Da hast du Windows drauf geknallt und HDD hast du halt für alles andere genutzt. Ich bin auf... Ich bin in Tower Unite auf Bankreich 4 bin ich, glaube ich. Bin ich auch, ja. Selber Gedanke. Ich stehe da eh schon unten bei dem Shooter. Oh ne, ich weiß nicht, wie ich aussage. Bitte erschreck dich nicht. Ich habe irgendein... Mit Heiligenschein so einen Kaubeugen. Ich bin diese Nico Nico Niple nicht. Was spielst du? Tower Unite. So ein Minigame. Niko, Niko, Niko. Adasha. Bist du der kleine Quitty? Ich identifiziere... Oh, kann ich mich als Klo mal machen? Ich schaue mal, ob es eine Toilette gibt. Ich muss auch mal schauen. Ich muss auch mal schauen, welchen Char ich da habe. Appearance. Tatsächlich kann Klo spielen. Oh mein Gott. Browse Workshop. Komm, komm, komm. Zieh an, zieh an, zieh an. So ein Creepy. Ja, ich bin Klo mit einem Hut. Ich identifiziere mich als Klobrille. Fat Jobber. Was ist denn das, Alter? Der lädt nicht. Jetzt. Tiger. Schau mal, wie mächtig ich bin. Ich bin mächtig. Schau, jetzt kannst du aufs Klo gehen. Warte, der Char schaut richtig dumm aus. Warte, den, den... Warte mal. Schau wieder, Char. Schau das Gesicht vorn. Ich tue das mal unter Favoriten, was ich jetzt gerade habe. Das passt. Wie kann ich den von vorne anschauen? Das Gesicht schaut ja sowas von dumm aus. Das Gesicht... Was ist das, Alter? Ein Riesen-Klo. Was ist das, ey? Warte, ich kann mich noch größer machen. Pass auf. Das ist super big. Ich hatte sonst immer den Char von Duft Punk. Wie das ausschaut. Oh mein Gott. Ein Riesen-Klo. Ein Baby. Barack... Barack Obama. Barack Obama. Ich bin jetzt Barack Obama. Da sehe ich mich. Warte, geh mal in den Shooter runter. Oder ob das zu zocken. Warte, ich muss mich noch mal umkleiden. Ich will doch kein Klo sein. Hast du dich gerade spontan umentschieden, oder was? Ich bin doch kein Klo. Ne, warte. Ich will jetzt ein Pumsklo. Ich habe dich gerade spontan gedacht. So, nee, Digga. Da sehe ich schon, ob es noch ein Stück gibt. Okay, Toilette. Was ist denn? Was ist denn popular? Schauen wir mal. Popular. Barack Obama ist sicher popular. Wundert es euch nicht, dass es manchmal ein bisschen hier und dort laggt. Das ist das Game selber. Das ist nicht der Stream. Nein, das ist der PC. Ich lasse meinen PC. Er ist ja fünf Jahre alt. Der ist ja fünf Jahre alt. Lass meinen PC. Der darf das. Er hat deine ehemalige Grafikkarte drin. Die hast du wahrscheinlich so zusammengerockt. Das ist da, wo ich gesagt habe, der Lüfter quietscht. Quietscht die immer noch? Warte mal, lass mich mal hören. Nein, ab und zu dreh dich aber im PC rein, dann geht's wieder. Mach ich for real. Manchmal hörst du das Lager so, dann hörst du das Lager so, wie so ein Anstoß, dann dreh dich im PC rein, dann geht er wieder. Mike, das macht mein PC nix, weil das mache ich dreimal am Tag. Und das schon seit einem Jahr. Alter, irgendwie laden wir mich gerade die Charakter nicht. Was ist denn da los? Du bist gerade irgendeine Schei. Bist du ein Klo? Ich bin ein Brummsklo jetzt gerade. Du bist ein WC, ja. Ja, du hast nämlich das WC, was unter Favorites ist. Passt schon. Ich bin damit zufrieden. Ich glaube, wie das WC bouncet beim Gehen schon. Das kleine Schaller zu tun. So, ich will da jetzt mal warten, bis das kommt. Ja, da kommt's schon. Wo bist du? Da ist was. Ja, ich bin schon da. Ja, hui. So Leute, wir gehen jetzt richtig schwitzen. Ich brauche einen... Ich brauche so einen Speed-Clicker bei sowas, wirklich. Luke, Web, danke für 2,18 Euro. So, jetzt, 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 jetzt. Freunde, jetzt könntest du mir das Aim anschauen. Das ist der beste Aim-Tester. Wir spielen ja da gar nicht. Wir spielen ja miteinander. Wir müssen zusammen so viele Punkte wie möglich. Auf diese Dinger, die unzerstanden sind, die Punkte, die... Wollten wir das nicht zu viert spielen? Ja, aber wir können ja zwei Runden machen. Wir warten ja nur noch, bis sie kommen. Es ist bei mir fertig mit runterladen. Ja, wurscht. Ich habe noch eine Sekunde. Okay. Möchte ich. Mega, danke. Oh, Tasha, du auch? Ja, klar. Das war aber dann Timing. Ah, Tasha wieder zu. Okay, warum geht das jetzt auf meinen dritten Screen? Was ist denn jetzt los? Ja, bei mir nehme ich auch gerade. Perfekt. Okay. Wie kann ich das umstellen? Beste Aim, Digger. Beste Aim, Digger. Der Aim Assistant. Ah, so geht das perfekt. So geht Aim heute. Aim Boil. Ich hab's. Ich hab's auch gefunden. Was muss ich denn drücken? Plaza und dann Frankreich 4 oder was? Jo. Frankreich 4 zu den Franzosenzimmern rüber. Au revoir. Bonjour. Da fliegen uns die Bilder um die Lose. La Merde. Du kommst ja wieder mit Schiff. Gott, es ist laut. You are AFK. Ich bin überhaupt nicht AFK. Auf diese Dinger können wir voll draufheizen. Ich weiß nicht, was ich für einen Charakter habe. Ich auch nicht. Der Klingbecher. Ah, maskulin. Auto-Klinger voll drauf auf dich. Du Sau. Bist du das, Rasha? Das bin ich, ja. Alle Augen zerschießen hier. Junge. Aim ist spot on, Alter. Für das, dass man kein Fadenkreuz hat. Da kann man überhaupt nicht viel auswählen, sag ich nicht. Du musst du auswählen. Charaktermäßig. Doch, Workshop muss die Öffnung. Workshop muss ich öffnen? Im Workshop kannst du sein, was du willst. Kannst du eine Banane auch sein. Ich bin immer so ein Elefant und setze mich dann ins Casino rein. Und dass die Leute nicht zu sehen. Das sehe ich nämlich nichts. Ich bin immer drin. Genau, meinst du auch. Ich bin los. Der Workshop hört. Ach. Ach. Ach, im Workshop. Sag ich gleich. Hatte ich auch. Ich war los. Peter Mäuse, pisst's euch. Ach, mein Finger. Gibt's schon auf, oder was? Warum kann man da nicht einfach automatisch klicken, dann bleibt er drauf. Das ist ja für Noobs. Autoklicker ist für Noobs. Ach, mein Finger. Du holst da nichts aus. Ein leiser Schandal. Die Jugend kann heizt. Unglaublich. Nächste Map. Let's go. So. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen noch warten, bis wir fertig sind. Minigame Area, okay. Nein, ich möchte da nicht hin. France 4 selber. Spine! Ich kenne mich heute null aus. Sascha, warte auf mich. Ach, Ems. Wo bist du denn? Ich bin der Fuchs. Ah, Spine! Ah, der Fuchs. An Weihnachten voll die Halloween-Vibes. Hier steht zumindest Games. Ja, aber ich muss metern. Nee, da sind wir falsch. Ja. Meter, geh im Band. Beste, an, bahn. Der Matze war ja schon im Chat. Er hat schon alles da im Brüchen. Der Matze! Der Matze hat schon alles im Blick gehabt. Der bahn durch nachher alle raus. Ah, hier unten sind sie. Jetzt sind auch die Line-Starts hier. Das stelle ich mich mal hier an. Nee. Schau die alte da vorne an. Das ist sicher die Dorf-Mattro-Mattro-Mattro-Mattro-Mattro-Mattro. Was hast du geplant im King of Retail zu zocken? Grüße an dich und die Mannschaft vom Bodensee. King of Retail? No, eigentlich nicht. King of Retail. Das ist das Shop-Spiel, was du immer hast, gell? Guck mal, es heißt King of Retail, ja. Ja, Shop-Spiel. Also, in Zukunft, ja. Also, du musst sagen, in Zukunft, ja. Zukunft, ja. Ja. Schauen wir mal, ob das zu viert, dann, ob man den dann da umkriegt. Ah. Hier raus. Uh. Voll die entspannte Mucke, Alter. Der Connection has been. Oh. Gut. Das ist geil. Okay. Wah, Alter, das hat sich gerade richtig gut angehört. Das haugt aus dem Kessel raus. Schießen sie. Das Geräusch erinnert mir an was anderes. Oha. Laufen. Ähm, nix. Schieß einmal rauf auf das Haug, dann lass das immer. Auf die Pfingstfähre. Schieß einmal da ins Maul. Insta. Da ist ein Victor Haxen. Hm. Nee, ich darf es aufschießen. Die Maria. Maria. Amanda. Amanda. Was ist Marie? Wo war die Rosemary? Hm. Alter, ich bin gerade so am schwitzen, Alter. Gut, wie geht's deinem Finger? Vielleicht. Jetzt nix aus. Schau, echte Gitarristen halten das aus. Ja, Alex. Richtig. Ah, entschuldigung. Ja. Okay, wir freuen uns gerade. Meine Damen, das Aim ist aber spot on, ne? Ohne, ohne Aim Assistant. Da gibt's nix. Oha, wir haben sie da angeregt. Die Alte. Oha, das ist einfach nur verpist, ja, ey. Ich weiß nicht. Oha. Das wird dein Burger. Ich bin dein Burger. Ein Katzenburger. Ich bin dein Katzenburger. Oh Gott. Warum fucken du mich, Alter? Das wird dann lustig zu viert, Alter. Vielleicht schaffen wir da alle Downring. Das wäre witzig. Jo. Entbritt's mich nicht auf. Jo. Ich will halt noch nicht in der Pizzerie Wazel zur Pizza fahren. Spinne! Oh, darf man einfach Garfield benutzen? Oder wird man dann aufgeclampt? Was darf man nutzen? Garfield. Oder ist es auch Copyright? Garfield! Ja, bitte ist das ja alles Copyright-geschützt irgendwo, ne? Ich, ich... Ja. Jetzt zeig ich dir jetzt mich gerade zu an die Geisterbahn. Aber man kann hier nicht die Ansicht ändern, sodass ich aus Bürstgrößen rauskomme. C. Rauskollen mit dem Maushal, glaube ich, oder? Ah, oder mit dem Maushal, stimmt. Ich glaube, ich bin immer mit dem Maushal auskomme. So, aber... Fascha! Na ja. Ich bin einfach eine Wursch. Ich bin eine Wursch. Ich bin eine Wursch. Sascha, Alex. Ja? Was seid ihr? Bei... Beim Auto. Ich habe gemetert beim Anto. Ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll. Ja. Ach, tut's halt ihr. Wartet. Ja. Hier steht auch Finn. Das ist ein Bann. Matze! Wer ist denn Finn? Ist Finn? Marco, bist du Finn? Ich bin... Marco ist jetzt Finn. Stopp, stopp. Matze! Das ist gut. Beste Gottmode! Stopp! Ey, wieso machst du den Fuchs einfach hier? Ein Fuchs? Wo ist das? Das ist immer ein Fuchs. Das ist ein Fuchs. Das ist kein Fuchs. Das ist kein Fuchs. Sondern? Das ist ein Shiva. Wir müssen auf Bad Omens schießen. Ja, genau. Ne, wirklich jetzt? Kit tocke. Oh, ich muss die Musik laso machen, ey. Ja, die ist bei mir auf 10% jetzt. Fuchsdich. Na, ist cool. Ich glaube, ich habe gerade einen Nazgul umgebracht. Alter, das fühlt sich gerade an, wie wenn ich irgendwo reinmähtle, Alter. Woo! Holy shit. Kann man da auch IC reden? Kann man da RP drauf machen? Ja, kann man. Ja. Man kann auch Fail-RP machen. Ja, ich bin auf die Gleise. Ich habe letztes Mal mit zwei Töten geredet. Der eine ist... Wo ist das jetzt los? Digga. Zack, weg. Das ist anders. Der eine ist... Jetzt haben wir mit zwei Töten geredet. Der eine ist umgezogen nach Kanada. Voll lustig. Haben wir einfach angefangen zu talken mitten im Hauptplatz. Richtig sozialisiert? Am Hauptplatz, im Wirthelpark. Da kommen sie. Da kommen sie. Wo? Hallo? Da sind sie. Alter, Alex schade. Hallo? Du bist rausgeforst. Oh mein Gott. Ist das der Alex, der Fuchs, Alter? Wir müssen in ein Auto rein, da geht's mit ein. In der Line fahren. Wir sind jetzt zu viert. Jetzt müssen wir schwitzen, Team-Score ist wichtig. Also, ähm, Jungs, Friendly Fire aufpassen. Haha. Du bist wahr. Wie geht das überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Schieß einfach, schieß einfach auf. Ich kann nicht schießen. Du kannst nicht schießen, drück die Maustaste, du hier nie. Ja, mach ich doch. Alex. Hinten Maustaste. Ja. Das ist, weil er schon lange nicht mehr spielt. So ein. So ein. Ich weiß, wie schießen geht, aber ich hab nicht die Ansicht, die ihr habt. Ja, du musst reinzoomen. Ja, du musst reinzoomen. Ja, du musst reinzoomen. Ich bin dabei. Ja, okay. Achso. Eigentlich musst du uns Dinge beibringen. Ich hab nicht. Nein. So. Was müssen wir überhaupt machen? Ja, auf Ziele schießen. Was sind Ziele? Geisterkürbis. Geisterkürbis. Flaschen. Ah, Kürbis. 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 Rainer. 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 Rainer ist fett und matt. Wer ist eigentlich Rainer? Rainer Kibaru, Rainer ist fett und matt. Kevin Spacey, zu deutsch Kevin geräumig. Also es geht wirklich nur um Maus. Ja, du musst einfach aimen und schnell sein. Ja. Ja, das ist mein zweiter Name. Maushersteller lieben diesen Trick. Echt? Dadurch hast du mich mal die linke Maustaste kaputt. Das sag ich dir. Dann hängt sie sich wieder auf. Mit dir geht, glaub ich, eher der Finger hin. Muss ich nur so sagen. Mach mal den Pianisten fertig. Der nervt. Alle auf ihn. Schießen. Jux. Brennt die Fire. Auf die Augen. Ich treff nix, wir werden alles wegnehmen. Mach nix. Geist. Ja und sonst so. Wie geht's euch? Hm, zum Kein Sonst. Man kann sich nicht beschweren, ne? Alter, ich krieg nix dahinten. Das war eine rhetorische Frage. Ich wollte eigentlich keine Antwort. Soll wir da raussteigen irgendwie? Ja, ähm, wenn du alte 4 dritt. Aha, alte 4. Danke. Oh, das geht wirklich, Opola. Äh, ich sehe sogar meinen Score. Wer ist denn eigentlich Player 4? Wer ist denn dieser Finn? Gut. Was, Kurt schießt gar nicht? Nein, ich bin jetzt nicht gleich hier rausgegeben. Das ist ausgesiegen. So ein High Slider. Also, wir gehen. Das wird bestimmt ein Screen Sider-Sniper sein. Das ist okay. Ich bin wieder Finn. Das ist egal. Mitmachen. Mitmachen. Ich habe nicht gewusst, dass ich mit alte 4 wirklich aussteige. Hauptsache, Alex ja keine Ahnung hat. Aber das hat... Was soll das heißen? Anfänger Glück. Ich habe keine Ahnung. Du hast nicht einmal gewusst, wie man schießt am Anfang. Doch, ich wusste es. Ja, genau. Ja. Die Augen brennen an. Ich hole gleich Matze. Hier, Slash-Zubrat. Wir sind, Jet. Matze. Matze, hilf mir mal. Komm mal bitte ins Büro. Ich glaube, es ist ein Screen Sniper, der steht da einfach nur und wartet. Kann schon sein. Dann halte dich doch nicht an den nächsten Schritt zu sehen. Oh, nicht laut. Gut. Doch nicht laut. Wieso hast du 2500 Punkte? Hier, André. Weil ich weiß, wie man schießt. Ach, man nimmt... Ah, so nennt man das. Kill-Deal nennt man das. Ich schnapp alles weg. Bin so richtig, Schattetier. Schnappi das kleine Krokodil. Warte, ich bin so am schwitzen. Ja. Ja. Ich riech's. Ich riech's bis hierher. Dann kommt ein neuer Fahrzeug an. Steck ein, vielleicht holst du uns ein. Wir sind grad mitten hier. Ne, ich bin grad schon... Also, ich fahr' ich hinterher. Echt? Hier oben steht eigentlich ne Dame, die abgeschossen werden möchte. Aber okay. Wir sind die Spiel-Lose auf Monte-Basis. Ach, Kuss, Digga. Letztes Mal, äh, richtig fetter Umsatz gemacht hier. Das war wirklich heftig. Mhm, mhm, mhm. Okay. Ui. Oh, Bibi. Ist das eigentlich FSK 18, oder was ist da los? Das Spiel, ja, dieses. Okay. Ist nix für kleine Alex. Wenn du in gewisse Kondos gehst, auf jeden Fall. Kannst du dich erinnern, das eine, wo wir voll geschwitzt haben, die Treppen hoch? Oh nein. Sag bitte. Dann die Belohnung um. Bitte nicht. Bitte nicht. Wenn ich mit Freddy daran denke, ich sag immer nur Wurstsemmel dazu. Wah, was aber... Na. Das war nicht schön. Also, manche Leute bauen hier Kondos, die sind nicht so toll. Nicht so lecker. Ketschap. Ketschap. Äh, das ist weg, das Ketschap. Okay. Alles ist gar dunkel. Seid ihr eher der Mayonnaise-Fan oder eher der Ketschap-Fan? Mayo. Mayo. Ketschap. Ketschap. Mayo. Ich sehe schon, sehr zwiegespalten hier. Community wird gespalten, kannst. Du kannst Ketschap mit Mayonnaise mischen, dann hast du ne geile Cocktail-Sauce. Okay. Ja, das ist nicht schlecht. Jetzt kommt der... Der kommt Kohl. Ketschap und Zwiebel ist die beste Soße. Ich liebe die. Ketschap, Ketschap und Zwiebel. Stimmt, stimmt. Das ist geil. Okay. Mach ich immer beim Grillen. Grillen, geil. Ja. Grillsoße. Lernt was fürs Leben, Freunde da. Ja, nehmt solche Notizen, holt euch am Block raus, schreibt's mit. Matura werden sie da was. Voll da. Genau für die Matura. Matura. Da ist ein anderes Auto, können wir das erschießen? Drive-By, komm, Jungs, Drive-By. 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 Wir müssen auf die Aldi da oben schießen. Komm. Auf die Aldi. Komm, alle drauf. Amanda. Amanda ist gut. Chat, schreibt's mal rein. Zem, ähm, Ketschap oder Mayu? Zem. Mayu. Schreibt Mayu. Oder Joghurt. Ich mag nicht. Joghurt. Ist vielleicht auch jemand Pommes-Sauce? Pommes-Rot-Weiß-Rot. Pommes-Sauce ist doch einfach. Ist doch einfach. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Was ist das? Ich denke mal. Das ist doch vielleicht glücklich, oder? Ich kenne die nur von so einem hiesigen Fast-Foot-Restodaf. Das ist Weasels Schlachtkeller da unten. Der Riesenspinne. Die Gäste. Haben wir andere Soßen als wir in Deutschland? Ja, echt? Wirklich? In Deutschland habt ihr da eine Sour-Cream-Soße? Habt ihr nicht, oder? Ja, natürlich. Klar. Also bitte. Die Schweiz hat das nicht zum Beispiel. Ja gut, das ist auch die Schweiz. Was wir haben ist diese Spicy-Soße. Die finde ich richtig mega. So sauer habt ihr auch. Das ist richtig. Ja. Aber diese Pommes-Soße hab ich zum ersten Mal gesehen. Da stehen wirklich Pommes-Rot-Sauce drauf. Glauben bei uns nicht, aber das wird sowas sein, sowas. Ich muss irgendein Gemisch. Nein, ich hab. Ja. Ich seh schon, der Chat ist aber auch sehr zwiegespeuten. Scharfer Senf mit Knoblauch. Perfekt. Das ist geil. Ja, das ist verstanden. Wenn du danach deine Freundin dann küsst. Oh, oh, Antl. Doch jetzt doch noch nicht. Aber diese Pause ist fischen. Ja, egal. Küsst. Küsst, Andy. Küsst mich. Ah, wir müssen aufs Omen da oben schießen, Jungs. Mitten rein. Omen. Omen. Omen, da, schau. Ich will, ich bin mal, wenn man voll da zu dritt drauf heißt oder zu viert, ob man das zerstören kann. Kurt, warum bist du ausgestiegen, du Sack? Ja, Kurt, warum? Nicht mit Absicht. Er hat gesagt, es ist gedrückt und ich hab's probiert. Ja. Du hörst auch immer auf jeden Lehrer, ne? Wenn man sagt, springen aus dem Fenster, springst du aus dem Fenster. Er ist ein gehöriger Schüler, Alex. Ja, ich merk's schon. Kann man machen. Senpai. 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 Tja. Ich kenn den versteckten Knopf auf dieser Insel, oder? Was? Ja. Das ist cool. Ja, du kennst den natürlich, ich kennst den. Ich kenn ihn. Alter, ich fahr da grad. Oh, ich fahr da grad in der Bahn. Wie kann man da 6.000 Punkte machen? Hast du kein Leben, Andl? Ich weiß einfach, ich weiß einfach, wie man gut schießt. Andl, Andl cheatet in jedem Spiel, ist das Problem. Du hast keine Chance. 6.300 Punkte. Mach bitte den Inbot und den Wallhack aus. Wir wollten fair spielen. Schau, schau. Ich glaub, ihr Spechteln kommt, oder, Quiddy? Ah. Da ist er. Da ist er, da ist er. Da ist er. Ey, wir müssen, wir müssen, ich weiß, dass ich, ich hab das Klo. Ah. Ja, wie steigt denn hier aus? Automatisch. Alte 4, haben wir doch gelöst, oder? Ah, danke, cool. Alter, ich hab grad so mein Best-Score gehabt. Ich hab Geld verdient. Komm, ich zeig diesen Knopf, den versteckten. Ach so, ihr habt jetzt keinen Chat-Fack, gell? Nee. Also, ist auch irgendwie weird, einem Klo hinterher zu laufen. Dann lauf wenigstens Barack Obama nach. Stopp, ich hab einen Reiztagen. Ich hörst das. Hier ist, dieser geheimen Ort ist hier. Komm, alle mit rein. Das ist ganz lustig. Wer möchte nicht drücken? Ich press, sofort drück ich E. E. Alter, ich spamm grad, da kommt nix. Oh oh. Nee, du musst eh gedrückt halten. Eh gedrückt halten. Ich mach das jetzt, ich kassiert es heftig. Ich bleib mal, ich bleib mal beim Klo. Einfach mal beim Klo bleiben, falls ich mich einstüme. Los, 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 los. Riga, ich drückte. Alter, ich bin high wie ein Raubfisch, Alter. Das war's. Hä? Nee, du kriegst, du kriegst, du kriegst, du kriegst, du kriegst, du kriegst, du kriegst einen Coin, bekommst du gratis. Boah. Hier 80 Sekunden drücken? Ja. Okay, ich grinde das heute noch. Das wird ein 12-Stunden-Stream. Nur den Button pressen. Alter, da fühlt sich so richtig high wie ein Raubfisch. Die Wallpies, danke für 5 Euro, servus aus dem schönen Mittelfall, danke schön, liebe Grüße an euch. Das rentiert sich. Oh, what, Witz? Ich hätte so richtig Lust auf eine Runde Golf. Los geht's. Wow. Ich hab gedacht, wir gehen erstmal Casino, Bruder. Oder gehen wir Casino. Also hier, also mit Carsten, Digga, also, man lasst es nicht vergessen, Carsten war, äh, 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 10 Jahre lang auf dem Bau, Digga. Nee, die, die Spilo reinkommen. Jetzt kriegst du ja gleich einen Strike, weil ich Casino-Stream, Alter. Freunde, willkommen bei meinem Casino-Stream. Du, du machst nur noch einen Monat, so redet eh keiner mehr drüber. Ja, stimmt. Einfach, dass ich eh nochmal... Vielleicht geht's mal Güxrad drehen, da, da krieg ich nie was. Spin, 50. Güxrad. 1.500, let's schwingen. Was seid ihr denn? O'Neill ist fertig bei mir, Jungs. Warte mal, ich muss bei mir schauen. O'Neill spinnt. Was seid ihr denn? Ich habe gewonnen, eine... Ich hab ne Hula-Doll gewonnen. Ich hab ne Hula-Doll gewonnen. Die stell ihm aufs Nachtkastl. Soll ich dir helfen, wo es ist? Ah, ich hab's Casino gefunden. Ich geh grad rein. Warte, die stell ich mir aufs Nachtkastl, Alter. Du kannst das Acholettchen schön. Wo ist denn das Spieligste hier? Warte, kann ich hier innen... Ich geh noch einmal so auf Hula-Doll, Alter. Was ist das? Aua. 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 Alter. Ja, ich wollte mal schauen, ob man das Ingame hören kann. Anscheinend ja... Ja, kann man. Stimmt, kann ich da muten? Settings, Audio, Voice Chat off. Ja, kannst du ja muten. Geil. Voice Chat off. Off. So, jetzt bin ich mal zu zweit. Das ist ja furchtbar. Wollen wir... Kurt hat bei mir grad so reingeschrien, oder? Der hat bei mir so reingeschrien, dass mein Game einfach gelaggt hat. Echt? Ich glaub, bei mir im Stream, du hast reingeschrien, ist er so, uh, dann ist mein Game stehen geblieben komplett, und dann ist er auf einmal weiter, uh. Tatsächlich? Ja, du hast so reingeschrien, dass mein Game sich aufgehangen hat für fünf Sekunden. Ich hab mich geschaut, wie es sich bei dir anhört, auf einmal lenkt alles. Ja, du hast reingeschrien, und alles war für'n Arsch. Was soll denn die Scheiße? Jungs, wollen wir sozialisieren, und wollen wir zusammen am Blacktisch spielen, oder? Der hat da Roulette, Alter, wir haben Roulette gemacht. Aber machen wir Roulette. Darf ich probieren, ob das wirklich daran liegt? Es war ganz irrsinnig. Roulette. Okay. So, ich setze auf Schwarz. Boah, komm mal, machen wir 250 Chips. Du setzt auf Schwarz, let's go. Dann gehe ich 1000 auf Rot. Nicht auf Schwarz setzt, wenn du auf Schwarz setzt, fällt dir alles. Ja. Nee, 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 ich hab auf Rot gesetzt. Alles auf Rot. Ja, ich komm. Zum Glück, zum Glück hab ich das Spiel nicht. Aber bei Roulette, dann. Du sitzt deine ganzen, die nächsten Tage so, Digga. Auf RLO stand im Casino, verweinend. All bets. Das Casino ist mein zweites Zuhause. Ich seh dich immer, wenn ich dich manchmal als Backdate sehe, dich im Casino oder am Spin drehen. Rot muss es werden. Ja, Schwarz, Digga. Ach, komm schon. Was für alles verlieren. Toll. So, jetzt 2000 auf Rot. Darf ich was probieren? Ich will nämlich jetzt folgendes. Ich probiere. Du probierst einen Max Chicken. Ich probiere etwas. Ich mach jetzt richtig, ich skill jetzt voll. Boah, ich kann nicht mitspielen, weil irgendwer die ganze Zeit das sitzt. Wer sitzt denn da? So, Rot. Ich werde auf was setzen. Ich glaube, die 14 kommt. Ich schau bei mir Ready or Not kurz. Ich pay 5000 in Rot. Das braucht noch. Ich pay 2000 in Rot. Was? Ready or Not? Ja. Ja. Das braucht bei mir. Here I go. Bei mir hat es wie viel? Vielleicht kann ich gerade nachschauen. Kuss. Das 61% hat es. 61%. Ich habe 120.000 Dollar gesetzt insgesamt, gell? 100.000? Ich habe nicht mal so viel. Ich habe 5.000. Hey, auf Schwarz, Digga. Schwarz ist einfach das Beste. Rot. Kommt Rot. Rot. Fuck, ja. Und da ist es ja. Ja, Mann. Alter, ich habe gerade den Willen meines Lebens gemacht. Tatsächlich. Krass du. Bruder. 90.000 rein, noch zurück. So, jetzt Cleaning Table. Damit bin ich happy. Wie kann ich da weg? Hilfe. Ich bin weg vom Table. Wie, du bist weg vom Table? Eine Runde geht noch. Eine Runde geht noch. Eine Runde. Der Undertaker schaut uns zu. Der Undertaker. Was denn? Nice. Ich gehe jetzt noch einmal. 15k, Alter. Let's go. Oder nee, 23. 23. 10k. Also, das Casino wäre für Dario nicht der absolute Delle. Scheiße, ich kann nicht mehr playsen. 20. Ich kann nicht mehr playsen. I have your toilet. Shit in me. Shit in me. So, jetzt komm, Schwarz, Digga. Das ist die Beste. Lex has unlocked Casino Addict. Nein. Ja. Ich hab das groß gesagt. 32. Ja, ich hab 32. Ja, Mann. 9000. Jungs. Geil. Ich hab Rot und das Square erwischt. Warte mal. Kann die 32, wie das ist auf Gesetz? Ich hab die 32 gesetzt und die hab ich bekommen, ja. Alter, heftig. Blackjack. Warte mal, wie kann ich das nicht liefen, Alter? Aber macht ihr nichts, Schwarz, Gott? In real life passiert mir das nicht. Ich mach mal ne Golf-Lobby auf, oder so, da hab ich voll Bock drauf. Ich möchte auch in die Golf-Lobby. Wie kann ich denn aufstehen? Er lädt uns ein. Mit Steuerung musst du aufstehen. Ach, danke. Du bist schon so gefixt an das Ding. Ich geh mal Blackjack spielen, ne Runde. Ich bin schon gefixt. Kann der. Ob wir mit spielen Blackjack? Ja, ja, ich komme. Ja, ich komme. Also, ich erscheine. Ich erscheine. Wo ich auf 13 bin. Perfekt, scheiße. Ich muss warten. Meine Karte. Waiting for next game. Okay. Hit. Kurt. Schneller, Kurt. 14. Hit. 21. Uuuuhh. Statt. Wir machen aber schon eine schwere Map, oder? Dass sich jeder direkt aufregt. Gewonnen. Warte mal, welche? Ja. Next game. Dark. Ich hab ja mit 100 gewonnen. Welche Map nehmen wir denn mal? Ich hab mal 1000. Sweet Toad verdrigt sich jeder auf. Die Candy Bar geöffnet. Oh, ich hab 19. Danke für nix. Ich hab 17, Stan. Ich hab 15. Achso, ihr seid mit mir auf Steam nicht befreundet, ne? Na. Außer Kurt. Nee. Der Wolf, ich sag Call of Duty. Dein Renew, beide. Ja, perfekt. Einmal Hit. 17. Uuh, lass mich nicht als Freund an. Das ist, äh, belastet mich meine Seele etwas. Warte, ich muss mich sowieso mal ondrehen. Ah, das ist auch 17. Dreck. Oh, oh. Oder ich mach sie öffentlich. Und, ähm. Nicht mehr setzen irgendwie. Und ihr Joints einfach rein. Wobei öffentlich, ja. Ein Korb, alles klar. 7? Oh, 20. 21, Stan. Uuh, ja. Leck, oh mio. Ich hab 10.000 gesetzt. Ey, Jungs, ich mach die Lobby auf. Chains rein. Jux. Ja, ich bin gleich da. Ich mach Stellen auf die. Ja, noch die letzte Runde. Hit. Hit. Da musst du nur sagen, wie das funktioniert mit der Lobby. Du musst rausgehen. Was ist denn da passiert? Voller Schwitzer, Alter. Musst nämlich rausgehen und dann, äh, musst du mir joinern. Ich hab 3 Millionen Dollar jetzt gemacht. Ich hab 3 Millionen Dollar. Was? Jawohl. Na, ich hab insgesamt das 3 Millionen. So, jetzt gehe ich wohin? Wir gehen jetzt. Du Blaser. Nee, nee, du kannst auf Disconnect. Disconnect, dann musst du in die Game Lobby gehen. Also da gibt's so Game World, oder heißt das? Dann bist du wieder im Main Menu und dann gibt's die Game World. Dort gehst du rein und dann auf Golf und dann suchst du, die Lobby heißt Jo. Jo. Da geh ich halt. Jo, Mann. Eben, gut. Jo. Ja. Jo. Alex hat's schon mal geschafft. Jo. Joining on Ali. On Ali. Oh Gott. Ping von... Okay. Dachte ich schon. Ping von... Ready up. Ich bin schon Rettich, Jungs. Ich bin Rettich. Kommt noch jemand? Ja, ja. Mike. Ach nee, Mike ist da. Mike ist auch da. Sonst ist jeder da. Ein Ready. Ja. Los geht's. Servus, Putti, du Sau. Ich nehm da wieder... Nehmen wir wieder einen Heiligenschein. Passt. Nehmen wir wieder den... Der Zylinder. Na, jetzt bin ich der Heiligenschein. Ja, sowas hab ich noch gar nicht. Leute, Freunde, wir machen mal alle... Zicke, zacke, zicke, zacke. Du hast noch Glases, du hast noch Face. Ich hab kein Face. Karim. Danke für 2 Euro. Moin und schönen 4. Advent euch. Dankeschön. Danke. Okidoki. Wie geht das? Wie geht das? Ich warte jetzt, bis der erste so einen Schritt macht. Ich fahr einfach ab und ab. Kann man eigentlich sein... Aua. Aui. Kann man einen anderen Golfball weg... Kacke. In die verkehrte Richtung. Du hast den Schaust zusammen erst. Aui. Hä? Wie soll ich denn da jetzt rumkommen? Dicke, was? Ach, so rum muss ich. Jetzt der Schwitzshot. Ach, man kann jumpen. Ich sag das doch. Ich hab's geschafft. Man kann jumpen. Aber doch kein Müll. Die Leute glauben das ja noch. Ok, Entschuldigung. Du weißt, hier darf ich lügen. Tja, da ist der Alex drüber rausgeschossen. Nein, ich bin nicht drüber rausgeschossen. Tja, Alex, gib alles, gib alles. Vollspann, vollspann. Ja! Mann! Schau da, Ferlano. Gib alles. Ja, mit. Genuss. Ich hasse den Golf. Ach, komm schon. Matze. Mit weh nicht. Mit weh nicht. Ich muss sie klein werden. Oh Gott. Wenn wir hätt ich haben dürfen, sie macht's drauf. Oh, das ist ein Kalani. Was wär's denn das, Herr Lani? Keine Ahnung. Wulsch. Jetzt kommt sie ja die ganze Zeit. Wo ist es? Nein, eine öffentliche Lobby. Ja, ist wulsch. Ja, ja. Haben wir was zum Lachen? Scheiße. Scheiße. Ja. Ultra-Diamond-Legends, gell? Bist du deppert, wir sind so richtige Schwitzer, Alter. Ja. Ich hab zu viel gespielt. Ah. Ferlano. 15. Oh. Ferlano ist auch Ultra-Diamond und fangt mit 15 Shots an. Hahaha. Trickshot, Alex. Komm, das war's für dich. Ja. Nenn mich Trickshot einfach. Alex. Ja. Was soll ich denn machen? Der kennt ihn nicht. Digga sagt, dass jetzt alles scharfen ist. Ja, gut. Gut, ich bin hinter dir her, gell? Ich mach gleich ein Trick. Ach, okay. Leck in Orsch, Alter. Hol in Orsch. Hol in. 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 Aua. Aui. Au. Was waren das grad für Traöte? Äh. Ich will mir eine Übertragung anmachen. Warte, warum? Eine Übertragung? Was? Hey, Marco, ich stream. Hahaha. Ich stream. Nein. Überzögerung. Kann mich jemand ne Übertragung anmachen? Na, jetzt bin ich nicht ernsthaft. Prima, raus. Komm schon. Ohne Ali. Birdie. Ah. Ja. Grad will ich noch verarschen mit Trickshot. Ich hab ein Birdie. Mhm. Schau, Bugrake ist auch dabei. Baby. Der Mike bleibt. Er bleibt am Rand stehen. Jo. Euch die Karte ist wirklich nicht Bock auf geiler Eis. Mhm. Na. Zitroneneis. Schwarzes Zitroneneis. Schwarzes Zitroneneis. Ja. Geh steppert. Ja. Bin ich. Das ist Zitrone mit Cola. Mit Cola. Mit Cola. Nein. Mit Cola. Mit Cola. Zitrone mit Cola ist urgeil. Zitrone mit Dintenfisch, oder? Ja, ist doch so. Es ist doch so spannend. Farbstoff ist dann sicher Dintenfisch, oder? Oder nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Jungs. Bin ja erfitteln mit Fisch. Hole in second, Arsch, hab ich jetzt. Ist so ein Hacker, oder? Ah. Ich ziehe euch alle. Ach, da oben ist... Ach so, jetzt. Hole in 3. Oh, ich messer dich. Oh, ich messer dich einfach. Oh, ich messer dich einfach. Ja. Nein. Doch. Doch. Nein. Doch. Nein. Nein. Die Ganoso, Alter. Warte mal, wie kann ich den jetzt wirklich for real kicken, Alter? Report. Ja, der im Arsch, weil er gut ist, oder? Was? Also, der ist ein Hacker. Ich weiß auch nicht, woher ging das? Blog? Report? Ich bin da auch schon die ganze Zeit am Suchen. Warte mal. Die Schandl wüsst du das. Warte. Announcements. Ähm. Nee, geht nicht. Das ist doch... Rechn den da raushauen. Scheiße ist das doch. Wir sind alle fertig. Es ist ja nach einer Zeit. Wer hat er Pech gehabt. Report? Nein, dann krieg ich ihn nur so auf Steam Report wegen Hacken. Ich weiß, oder schau. Ah, tut man einfach auf Steam wegen Hacken. Hey. Hey. Warte. You're crazy. You're crazy. You're crazy. Ja. Ja. Ja, geil. Hol den Arsch. Was? Wo sinds Zweiter? Ach, na toll. Oh. Guckt ihr was? Oh. 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 Nein. Wir spielen Lehrer Simulator, Alter. Da seh ich ihn. Da kommt sie rein. Ja. Nein. Den Lehrer Simulator. Hehehe. Lehrer Simulator. Oh, bitte. Oh, na. Der Alex hat am Skin gespart. Der weiße Golfball. Ja. Ja. Merle Shit. Okay. Du verarst mich doch. Oh. Fynn. Gib alles Finn. Skippo. Jetzt. Jetzt. Skippo. Jetzt. Und jetzt. Ja! Ja! Geht's schon wieder. Der Bukrak, der tut ja grad schlafen. Mit einem Goldball. Oh, da geht mir das um Orange. Schau, der kriegt die... Schau, wenn du schlafst, da haben sie eh was eingebaut. Gegen die Schläfer. Ja, ja. Nervt's. War wurscht. Ich bin trotzdem... Der Chocolate Pit. Schau, Pit-Manöver. So wie bei uns letztens. Speed-Manöver. Müssen wir nach links oder rechts? Beides. Links. Einfach geradeaus. Links. Einfach die Schublade. Ich bin der Einzige, der wieder... So, jetzt One-Shot. Direkt einlaufen. Nein! Fuck! Nein! Der Einzige oder der Einstigste. Komm schon, komm schon. Der Einzige! Ja! Oh, komm! Pust! 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 Pum! U-Krack! Ist jetzt so ein Esel der Pend. Habe ich doch gesagt vorher in der Pend. Der Buck-Krack! Ja, bringt der mir eh nix. Puffer. Schau, ich krieg den schlechtestens Tor. Ich will schon wieder rot oben erst. Das gibt's ja gar nicht. Oh mein Gott, warte mal. Kotzi, danke für 50 Euro. Antl am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Antl am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ist das true, Freunde? Hallo. Ist das true? Ich glaube, ich probiere es noch mit ab. Ja. Oder auch nicht. Nein, der Gast von Trick, der geht nicht mehr. Kacke. Ey, danke schön, lieber Kotzi. Liebe alle, wie du hier rauskommst. Der funktioniert leider nicht, weil der Trick so es ausschaut. Ah! Ah! Bin drin. Ha! Zweiter Shot und hole in Arsch. Ach, komm schon. Ah! Bin drin. Du bist drin? I'm in. Hole in Arsch. Warte mal, ein Herzring bitte für den lieben Kotzi. Für 50 Euro mit Überweisungskosten. Mein bester. Danke, 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 danke. Fast hast du es geschuft. Ach, Mann, ey. Den Trick habe ich nie können. Den Winkel nie checkt. Ey, wurscht. Winkel, ein sec. Ah, jetzt ist der Armlauch mal rot, schau. Ah! Bin harm, jetzt ist es aus die Kaut. Ach, komm schon. Es ist mir auch seht zart. Aha. Es ist mir auch seht zart. Was ist das für ein Spiel, ich habe bei dem Chat. Das ist Landwirtschaftssimulator 2021. Na, 2024. Mit dem Farming-Update-Golf. Na, Farming-Update. So entsteht euer Eis zu Hause. Also, wenn ihr mit Gülträgen... Die Raffaello-Schnitten. Alter, das ist ja nur Lack, da der Scheiß. Raffaello-Schnitte. So, ich warte dich mal wieder ab, was man machen muss. Ha, ha, ha. Ja. Oh nein, ich bin in die Kacke. Ja, er ist bei Flutter. Perfekt. Ich hoffe, ich bin langsam scheiße. Ach man, zu lang ist halt viel zu schnell. Oh, langsam. Oh, bitte nicht in die Kacke rein. Oh, hat sich lang nicht in die Kacke. Nein, ich bin in die Kacke. Das ist nur Lack, die Scheiße. Ey, mit drei Stunden. Na, du musst schon, du musst wissen, wie es geht. Das ist schon skillen. Aha. Wissen, wer der Bobo ist. Schieb mich rüber. Ah, na. Ja, schieb mich an. Hubi. Schieb mich an, du Drecksau. Ich häng da fest. Ich häng da fest. Jetzt geht's. Der hat mich aufgehauen. Aua. Aua. Das erste Mal, dass ich im Golf bis zur Halbzeit einen guten Score habe. Da fiel ihn in die Soße. Der Mike tanzt am Rädel herum schon. Ich schaff das. Ich schaff das. Wenn du was machst. So wie die Dev-Skills. Schau. Das wird, glaube ich, ein Mike-Set-Obscore. Schatz, holt er wieder zurück. Sobald du da drin bist, das ist echt scheiße. Du hast es verkackt. Oh, du hast es richtig abgepasst. Ja. Danke, Robert. Ich habe mich das nicht zurückgerollt. Heute mache ich noch eine SWAT-Stürmung. Echte SWATler stürmen. Ein SWAT. Stürmen mit echten SWATen. Alter, da musst du jetzt richtig rein. Mit echten SWATen. Ja, okay. Oh, ich weiß sogar, wie das funktioniert. Ja, du warst dir. Komm, pass auf. Hole. Fick. Scheiße. Na. Okay, ich glaube, es hat komplett verkackt. Einer hat es. Nein, es hat niemand geschafft. Doch, einer hat es geschafft. Na, oder? Na, Gore-Kane. Perfekt, Robert. Das ist ja wieder eine Robertische Meisterleistung ist das. Ah, ich weiß nicht rüberkomme. Ich weiß nicht rüberkomme. Ja. Nein. Nein. Was? Du hast rübergecheatet. Das mache ich jetzt auch. Matze. Das mache ich jetzt auch. Nein, nein. Matze. Das sehe ich so nicht. Ja, man muss es auch können. Ach, komm. Ja, jetzt bin ich da am Raten. Komm, schade. Ja. Das kann doch nicht passen. Ich möchte das ja föhnen. Ich möchte da jetzt rüber. Ja. Das müssen wir oben hängen. Schau, wie dreckig der Ball schon ist, weil es so viel draußen war. Ey, Matze, ich hole jetzt Homeland. Wo ist der Slash-Support oder so? Ich denke, wo Slash-Support eingeben. Haben Sie das MRP gefangen gerade? MRP gefangen. Solange er nicht aktiv ins MRP eingreift. MRP gefangen. So kennt man mich, Alter. Ich habe mich weg gefangen. Was hast du letztens postet? Was habe ich dir eigentlich getan? Ja, ich schaue gern. Aber dieser Xion ist so unsympathisch. Das ist unsympathisch. Das ist auch TikTok. Ich habe was gegen diesen Xion. Ja, und da habe ich halt geschrieben. Was habe ich dir getan? Wahrscheinlich erst zurückgekriegt. Du Haarsohn, Alter. Du Hundesohn. Du Uhrensohn. Uhrensohn. Ricochette? Oh mein Gott. Oh nee, das ist jedes Mal verkackt. Das ist die schlimmste Map von allen. Wo müsste man hin? Ja, ich habe schon verkackt. Ja, ich weiß nicht. Ja! Nein! Ich mache den Weg außen rum. Ich möchte auch, dass die Leute was haben von dem Spiel. Scheiße. Alter, das da hinten schaut aus wie ein Bock an eine Klobapierrolle. Schau. In Pink. Das ist ja lediglich die Map von der Klob... Da, Alex! Bist du in Dort, möchtest du Lebkuchen machen? Ich komme da nicht rein. Das schaut wirklich aus wie ein Klobapierrollen. Schau zum Beispiel. Schau, Alex. Bam. Geht doch. Ja, ist ja in Ordnung. Gerade. Ist doch in Ordnung, Jungs. Schau zu den Klobapierrollen. Jawohl. In Pink, in Grün und in Gelb. Dass Alex immer schwer fällt, das Einlochen. Das fällt dem Alex immer schwer. Ich brauche nur Butter. Oh, okay. Oh, aua. Thanks for playing hard. Butter zum Reinbuttern. Up and under. Up, up and wide and batzen, batzen, beam. Oh mein Gott. Oh, ich habe perfekt aufgelegt, glaube ich. So, und jetzt. Nein, zu schnell! Ah! Das ist nicht fair. Nein! Das ist nicht fair. Jetzt werde ich da wieder ausgeschießen. Schatz, jetzt danke. Das war nicht fair. A birdie? Na, ah, 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 fuck. Das ist wahrlich falsch. Das ist schon wieder. Das war nicht fair. Oh, was ist denn das gekommen? Da hat es gerade ein Mikrofon einsteckt. Ah, Knox. Jetzt hört sich nochmal mit der Wolfi an. Ja, Mann. Schweizer Internet. Na, ah, ah, ah. Sehr gut, Maik. Mit Gefühl, mit Gefühl. Marco ist bei mir gerade im Stream. Metagaming. Ich spiele nicht mit. Ich kann nicht metern. Metagaming. Bann. O, C, Infos, IC verwenden da. Bann. Im RP gefangen. Matze. Kann jemand Matze rufen? Das ist ein klarer Fall von Bann. Matze. Das ist ein klarer Fall von RDM im Discord. ICOC-Vermischung. Wo ist denn eigentlich Erntedankfest? Was? Hörst du, wie im Winter, du Pfluchtl? Bisschen die Stimmung auflockern. Die Stimmung auflockern. Warte, die rufen Butti an. Hey, soll ich einen Butti anrufen und fragen, wann Erntedankfest ist? Der weiß, dass ich... Ah, das scheiß Pfarrding fährt bei mir vorbei. Was ist das für eine Scheiße? Nein, nein. Wo muss ich denn hin? Der hole in one. Bei mir fährt halt jedes Stabendl nur vorbei, so g'schissen. Jetzt fährt einer in die Ruhe, meine ich da. Hole in one. Scheiß, schieß ich mich da aus dem Leben. Jetzt fährt er wieder zurück, Obi. Jetzt sind die Sos. Nein, alle haben keinen hole in one. Alex kriegt's mal wieder nicht gemacht. Ich werde mir gleich die Westen schmeißen. Was heißt da, Alex kriegt's... Was heißt da, Alex kriegt's nicht g'schissen? Ich krieg's auch nach g'schissen. Ich krieg's nicht g'schissen. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Ich rufen Butti jetzt an und frage ihm, wann Erntedankfest ist. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Golf hasse? In jeglicher Form? Ist das Mini-Golf? Achso, jegliche Form ja gut. Ja, auch in Mini-Form. Warte. Okay. Gut wirklich an. Erntedankfest. Ah. Servus. Servus. Alles klar? Jo, alles gut. Warum? Ja, nein, so. Du, wir wollten wissen, wann Erntedankfest ist. Na. Na ja, irgendwann im Sommer. Warum? Ja, ich weiß nicht. Ich hab gedacht, ich meint mich an einen Experten. Ja. Ich glaub, ich weiß das. Ja, schon, oder? Nein. Wieso brauchst du das? Ja, schade. Nein. Ich hab mir gedacht, weil ich kenn's uns keinen, der das besser wissen kann, als du. Also, äh... Alter. Alter, ich war ganz voll schade. Ja, schade. Nein, weil wir wollten zum Erntedankfest nämlich die Irmi Oma besuchen gehen, deswegen. Ach so, na kritisch, na, kann ich leider keine Auswirkungen geben. Müsst, müsst schauen. Okay, na, weil sonst Frau gegen Kurt, den Oberbauern, der kennt das wissen, oder? Was meinst du? Ja, ja, ich glaub, ich kenn's nicht aus. Alter. Okay. Was? Ja, ja, der... Wie hat der das gerade gemacht? Ja, für mich. Na passt. Du, falls du später mit spielen willst, ne? Ich bin schon fertig, was ist mit euch? Na passt. Ich bin auch fertig. Super, passt. Danke, gell, wir sehen uns am Erntedankfest. Oder im Disco-Loco. Mach mal. Bis zum Loco. Bis zum Loco. Er weiß nicht, wann erntedankfest ist. Ach du Scheiße. Wo bin ich hier gelandet? Was weiß ich, im Sommer oder so? Was feiert man... Kannst du nicht fragen, mal anrufen, was feiert man eigentlich im Erntedankfest? Oder frage mal, wann's Thanksgiving ist. Jetzt lass ihn in der Uhr, den armen Buben. Das ist Erntedankfest. Das ist Erntedankfest. Das ist Erntedankfest. Ich hab ein Schwein. Ach, hab ich ein Schwein. Nein. Ich hab heute... Bist du noch nicht vegan? Nein. Ich hab kein Schwein gekriegt. Ich hab kein veganer Schwein. Ich esse gerne... Wieso sollte ich beim Essen das Essen weg essen? Das macht ja gar keinen Sinn. Veganer. Esset beim Essen das Essen weg. Scheiße. Ach, schön. Frühling, heit am Tag. Erster Sonntag im Oktober. Oktober. Fast, Erntedankfest. Jungs, ist im Oktober. Guti hat uns auf jeden Fall gut weitergeholfen. Ist im Oktober? Jo. Bin ich in der großen Zupic gelandet. Nicht raus. Nicht raus. Nein. Oh mein Gott. Ja. Komm, Kurt. Au. Scheiße, der hat wieder gekriegt. Ah. Ist vorbei. Stopp. Wo bleibt's denn du stehen, Alter? Hast du einen Backstopp gemacht? Schau. Jetzt hab ich mir die ganzen Punkte verlagert. Jetzt ist dieser Nosu auf Platz 1. 1. Oktober ist... Bist du vegan für Rosalinde? Was? Jetzt kennst du's nicht. Oh, hast du das? Rosalinde. Achso, ist das die, die was da so extrem ist? Ja, die... Von der hab ich gehört. Du weißt, ich hab kein TikTok. Du weißt, ich hab kein TikTok. Auf der Ansage. Du weißt doch, ich hab kein TikTok. Wie mit Apparat und mit ähm... Wer ist er denn? Ach, egal. Super Mario Party. Das kann man nicht am WC spielen. Der Typ, der die SD-Karte vom Jumi geklaut hat. Wer heißt er nochmal? Marlon? Du Alex, liebe Grüße vom Matze. Was weiß Alex, der Stoppel-Hopser überhaupt? Was ist los? Wurde schon wieder reportet wegen Aktivität. Nein! Ach du kacke, grad noch. Das kann's nicht sein! Wegen Aktivität eingreifen ins RP, Matze! Hole in one! In your face! Gefangen im RP, meine Damen und Herren. Gefangen im RP. Ich wiederhole. Genau. Sind die alle gefangen. Leon Machère. Ja, Alter, glaubst du, ich schau das. Das ist mir... Wenn ich auf YouTube bin, schau ich Gitarren-Videos. Oder einen Rentner, wie er Sempert. Geht's dir noch gut? Was, du schaust einen Matze zu? Aka, ein Rentner. Ein Rentner, wie er Sempert, der Matze! Das hat der Alex gesagt, gell? Das hat er nicht gesagt. Keine Beweise. Rentner-RP. Rentner-RP! Das Rentner-RP ist mir letztes Mal, als das mit dem Kopf war das richtige Semper-RP. Der letzte Raub, da haben wir schon gesempert, oder? Da haben wir ordentlich gestänkert, haben wir da. Ich hab da richtig gesempert in dem Studio. Ich hab's dann belassen, mich kurz aufgeregt und dann weißt du's. Ich fand's so lustig, dass er dann weg warst, danach. Schamiert war einer. Er hat dann reingefurzt, die Dinger einfach weg. Da hab ich nix mehr gehört. Ja, Alter, hätte ihn dann gegangen. Reingestänkert. Es ist einfach ins Bett gegangen. Boah. Bin mir schon reingestänkert, muss ich sagen. Ich hab mich dann mit dem Stritz in den 5 Minuten in den Talk eingesetzt. Da war mein Abendegelaufen. Weil der wollte was wegen dem Weihnachtsmarkt planen. Uff, uff. Da hab ich gleich den Schlag behauen. Na, danke. Matze. 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 Nein. 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 Ja. Alle zurückgeschafft. Alle erwischt. Geh. Aber wie. Ich bin da. Heute Hubkonzert mit 7 Taycans. Ja, da seh ich mich. Was? 1907 Gelände. Ach so. Jetzt gibt's aber schon wieder nix. Wege am Weihnachtsmarkt. Doch. Ja. Nein. Ja. Mit dem Stritzi hab ich mir hingesetzt wegen dem Weihnachtsmarkt. Weil er wollte dann Maroni Stand aufmachen. Wie hast du denn das jetzt geschafft? Ja. Ja. Da müssen wir hin. Ach da. Da runter. Oh. Keine Hilfe mehr. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Och nein. Ja, ich bin mir auch nicht. Oh, die Stand. Jetzt. Jetzt. Oh. 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 Ja, wie sie am Weihnachtsmarkt hinstellen. mit ein paar Leute. Hab ich cool gefunden. Ach du. Ich danke. Ach man ganz arg. Jetzt war auch noch mal. Ne. 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 Der Zockertiger. Tach du alter Hirsch. Dankeschön für 2 Euro. Was ist jetzt? Na 6 Versuchen. Alter, der Finn hat einen 340er Ping, schau Kann sein, dass der Finn einen hohen Ping hat Maik, ja War wieder gut, oder? Schau mal, Maik Den kann man nicht auslassen Maik, ich gebe alles Mit Vollschwung, Maik Jetzt mit Vollschwung hier Und tschüss Du hättest eigentlich von der Ecke direkt rein Dacht schon, Alter, der hat einen Fullspin Da drin Kannst du doch schon wieder gelaufen Schau, ich hab 69 Das ist meine Glückszahl, Alter So, über 1,07 1,07, 69 Klar Ich lass mir jetzt mit dem Willi, dann beim FD Lass ich mir Funknummer 69 noch geben Ich hab eh den Helm 69 dauerhaft drauf Ich weiß Mein Lieblingshelm Wenn ich nicht FD wäre, würde ich den ganzen Tag tragen Jaa, hole in one Na, hole in one Jaa Hol in zwei Albatross Gibt kein Glück, ihr war ein Albatross Ach, Jungs, mich hat schon Oh, Alter, war das gerade knapp Was ist das für Geräusch da hinten? Das hört sich an wie mein Geschirrspüler daheim Es gibt Menschen, die haben sowas nicht Du musst es genau sagen, wie sich das anhört Kannst du es vormachen? Du hast erst ein Neigen gekriegt, oder? Perfekt, den würd ich wieder austauschen, wenn sich der so anhört Scheiße Kann ein Geschirrspüler, kriegt das schon lange So, der Geschirrspüler da Was ist denn neigsten? Der Geschirrspüler WLAN Ey What the fuck? Finn, jetzt streng dich an Meine Überwachungskamera ist halt angegangen Das ist gerade eine Krähe, die sich gerade irgendwas gesnackt hat Die geht gerade da vorne rum Schieße weg, schieße runter Ruft die Polizei, ruft es Hol Homeland Hol Homeland Hol Matze einfach Letztens ist auch Homeland gerufen, weil wir als Krähe über den Hauptplatz geflogen sind Ich habe eine Krähe, die kommt immer zu mir nach Hause Und um irgendeiner Uhrzeit höchert es immer die Kamera Weil ich immer da um die Ecke gehen muss Bist du sicher, dass es ne Krähe ist, oder könnte es auch ne Drohne sein? So schierst du jetzt um mich Ah, ah, jo Oh! Na! Alter, warte, warte, warte Ja! All on one! Ich habe nicht gewusst, dass ich da hin muss Ich habe nicht gewusst, dass es sowas gibt wie ein Hole in Arsch Ich muss wirklich zurück Das ist das, was ich kotzen Zurück zum Ursprung Habe ich beim Hofer letztens gekauft Ich möchte nicht mehr Thomas, gib schon wieder ein Eisprung Zwei Stunden alt Ich habe jetzt schon kaputt Habe ich beim Ding Also Na, ich habe da wirklich beim Hofer letztens Ist so ein Typ mit seinem Schaf Da hat er gesagt, er ist zurück zum Ursprung Euch gekauft Da war ich sofort angetan Bravo Alex Was machst du mit deiner Angst? Was machst du mit deiner Angst? Und rechts Ja Magister, bitte Sehr gut Ach 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 Leute Mann Nervig Ah Ich hasse Gott Zum Kotzen Ich habe Max Golf nicht so sehr, gell Nee Das ist genau eine Pummel-Party Wenn du noch ausdrinkst irgendwie, dann queen ich das Spiel Zum Kotzen Das ist die Candy Bar ist das jetzt Ach ja, geht es um zu gewinnen Da gibt's hier auch den Arsch oder Candy Bar Na 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 gut Das geht an Wie kann sowas wieder passieren, Alter Runtergefallen Falschen Winkel angeschossen Weißt du, ob ich dich da rausgeschmissen hat aus der Bahn Das war sowas von nicht fair Das war gar nicht möglich Schreibt mal Alex überholt Warum ist deine Kugel Warum ist deine schneller als meine Mehr Masse Cheatest doch Du cheatest Mehr Masse Ah, ich Nee Ich steppe an meine Kugel zurück weg Ich steppe an meine Kugel zurück weg Das ist Ey, wie? Einfach wie? Warum? Hä? Ich hol auf Jetzt ist einfach mehr Schwung Hol den Alex ein Ich werde von allen Ich werde von allen Ich werde von allen Alex bleibt mich noch auf das Strecke stehen Ich habe Handicap Wir haben also Ich habe Handicap Ich habe Handicap Ich war schon noch vor mir Ich hab ein Handicap. Das ist unglaublich. Das ist so lustig. Das Ball Race. Da kann ich richtig gut cheaten. Das ist so lustig. Hoffentlich gibt es eine neue Map, die du es nicht kennst. Warte mal, ich geh mal zurück. Ich mach mal eine neue. Na, Spaß. Geht es dann wieder nur ums Geld, gell? Hier geht es wieder nur ums Geld. Nur ums Geld. Es geht um Geld und Casinos. Geld und Casinos. Jetzt sogar mit Lizenz. Lizenz-Casinos. Warte mal, ich mach ein Ball Race auf. Start a game. Ja, ihr könnt schon mal anfangen. Mein Internet ist weg. Ich brauch einen Moment. Ach, mei. Hast du jetzt das Internet vom Handel von letzter Woche bekommen? Mensch, verscheiß nicht. Ich mach so eine richtige Rage-Map auf. Die heißt schon wieder Jo. Du kannst joinern. Ball Race. Kannst du den Namen, äh, den Namen, den Server nächstes mal einen Matze nennen? Dann ist aber nächstes irgendwie indirekt dabei. Oh nein, der hat wirklich eine neue Webkom, die keiner kennt. Das ist scheiße. Ja! Okay. Was muss ich denn hier machen? Kann ich vielleicht... Du musst einfach mit W, A, S, D einen Ball lenken und Hindernisse ausweichen und alles. Das reicht mir schon. In dem Game werden wir jetzt alles so auszucken. Kann man sich gegenseitig wegpitten? Ja. Nein, kann man nicht. Nein. Okay, schade. Das wär geil gewesen. Jetzt roll ich aber bitte. Ihr müsst reincheunen, Birgit. Ja. Ja. An der Zitronenbrüche. Ah. Ah. Seit war das die Kugel jetzt so rot. Wieso hab ich denn überhaupt keine Plattform mehr? Das zieht mir da oben. Let's mit dir da den Arsch. Ah. Er zieht mich rein. Ah. Hilfe. Nein. Ich komm nicht mehr weg. Komm ich da weg? Ah. Alter, ich komm nicht mehr weg. Hilft da jemand? Nein. Ah. Du Hurtl, was ist so doof ist jetzt, sag einmal. Ich komm von diesem Scheißding nicht weg. Ah. Durch, durch, durchschwitzen. Ja, ja. Warte, ich geh kurz zu schauen. Nein. Boah, ist das mies. Schau wieder da drin. Ich hab dafür keine Geduld. Respawnen oder so. Alter, ich komm nicht mehr raus, ist der Scheiß. Da kann ich vielleicht auch nicht letzter werden. Nö. Hallo, kommst du mit? Hä, warum zerschallert's euch und mich nicht? Scheiß, 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 scheiß. Nein. Zerschallert's nicht. Ich soll's da eigentlich zerschallern in der Karte drin. Jede. Das schaut echt doll aus. Ich drück alles. Kann ich da nicht riesen? Ich drück alles. Der Chat. Der Sprachchat. Die Sprachblase oben. Hallo, hört mich jemand? Ähm, probier's mal mit Slash-Support. Mal, Homeland. Hänge in der Matrix fest. Hänge in der Matrix fest. Häh, jetzt hat er das auch noch geschafft. At Homeland, hänge unter der Meter. Alter, aber gestern war's schon heftig mit den Crashers, gell? Aber gestern haben sie ja alles zusammengehackt. Gestern war nicht schön. Oh, komm schon. Ich hab echt ein Handicap. Hey, wie kommt's dir da so schnell? Nicole, was ist mit dir? Untergefallen. Die Nicoletta, oder? Nein. Ich geh doch nicht weiter. Oh, Alter, ich schwitze. Oh, mein. Alter, wie ist die da durchgekommen? Äh. Das ist doch zum Kotzen. Ja. Ich glaube, der Alex ist schon draußen. Oh, ja. Ich auch. Nein, ich bin noch nicht draußen. Jetzt bin ich draußen. Sag mal, welchen Weg bist du überhaupt? Du hättest außen rumgehen. Ist ja Kurt das Klo. Alter, das hat sie alle schon gekägt. Was ist mit euch los? Ja. In die Koller, oder was ist das für ein Schwicks? Alter. Alter, wir waren das durch. Alter, die Nicol rennt da schon wieder durch. So ein Hacker. Wer ist denn die Nicol? Mama. 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 Ja. Mama. Och. Hey, ich hasse es. Das ist einfach Rage-Mode. Können wir eine Pummel-Party? Nein! Der Host-Vorteil. Ja, ja, genau. Das ist der Hover. Nein! Der Sascha! Löst das, weil ich war. Sascha hat die Kontrolle und die Balance, die er braucht. Hab ich gerade verstanden. Sascha hat die... Oh! Oh! Scheiße! Alter, wir sind da so schnell unterwegs mit seiner Kacke. In die k��. Cheat. 烹 dich aus. Nein. 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 Die Nummer. Kuck. Er Productiveus. Oh, Rays. J olm feetĩ longina convince ich hätte einfach macG points. Sticker. Oh mein Gott. Ja, Sticker, du weißt, Sticker. Watz, der hat grad geschrieben, Homelander hat grad Pause. Ich häng hier fest. Ich häng hier fest. Alter. Nein. Ich muss auch mal was trinken, dass das jetzt aussieht. Scheißhaut. Du weißt schon, du kannst auch über die Dings drüber gehen, gell? Naja, wurscht. Schon wie ein Sascha schwitzt, Alter. Komm, du schaffst. Komm, Yoshi. Ja. Geht doch. Jetzt wird der Matze im Chat. Ich hab's, Homelander schläft noch. Wir haben so viele Dinge zu tun heute. Scheiße, warum hast du das geschafft und ich nicht? Da ist irgendwer grad weg, katapultiert worden. Da ist sicher der Alex. Nein. Ich weiß nicht. A berg no shuttle. Wie soll das funktionieren, bitte? Ah. Das ist doch zu kurz. Alter, mich hat grad mich hat grad die Mutter wieder heimgeholt, Alter. Das ist grad zu lost und das zu checken, wie das funktionieren soll. Nein. Traurig. Alter, mich hat grad wieder die Freundin heimzart, Alter. Ja. Ach, komm schon. Jetzt ist das Level erreicht, wo ich... Fuck! Sage, ich geh. Nein, da hinten geht's ja weiter runter. Oh, ich bin tot. Wie? Ah, ah, ah. Mikey, was hast du? Ja. Hab keins Lebens mehr. Ups. Also, ich möcht dir nix sagen, aber... Ah, nein! Gibt es auch schöne Spiele ohne Rage-Mode? Nein, gibt es nicht. Danke. Ach, komm. Du, desert, Alter. Ich weiß nicht, was du... Jetzt wird's wiederholt. Schau, weil's keiner geschafft hat. Wir schaffen's auch, okay. Irgendeiner schafft's jetzt. Jetzt. Ich schaff das. Sag euch jetzt, wie das geht. Du sagst, dann wirst du's nicht schaffen. Fuck! Ah! Ah! Hast grad alle weggeschossen? Ja. Weil ich seh' ich nix, weil's da vorne jemanden zrissen hat. Kein Niesern voll da. Mike! Siesern Niesern. Hinter mir hab ich kurz das Klo. Ist der Sieser, gell? Ganz Sieser. Nein! Jawohl. Ich spür's, Alter. Ich spür's. Juhu! Juhu! Oh, scheiße! Ja! Ich hab gesagt, ich schaff's. Ach, komm schon! Juhu! Juhu! Alex, der Fuchs! Juhu! Juhu! Ich glaub, heute jagt es. Ach, komm. Deswegen fahr ich die ganze Zeit runter. John Bra, dankeschön fürs Witwer. www.mcdonalds.de Heute ist Homeland Sonntag, unser freier Tag. Schau, Metagaming schon wieder. Schau, gefangen im RP. Ja. Linux 3G ist gefangen im RP. Jetzt kommen wir ins RP-Anspiel, kommen wir jetzt über gefangen im RP. Das ist jetzt meine Phrase, Alter. Wenn man jetzt meine RP beschreibt, bin ich einfach drin gefangen, Alter. Na, du spielst schon auf, gell? Jetzt bin ich gespannt, was der Sascha macht. Sascha! Oh! Ja! Ja, geht doch. Alter, was ist denn das? Der Tree of Life, oder was? Wer ist denn dieser Fisch? Thomas Fleischberger. Ich hab die Melonen nicht erwischt. Wer ist denn eigentlich dieser Rainer? Rainer! Alter, ich bin da grad voll niedergedruckt worden, Alter. Hallo? Ich bin unterdrückt worden. Wo müssen wir überhaupt hin? Wer drückt denn da herum, hast du was, ne? Ja, ruhig. Hast du? Okay. Okay, gut. Ach, du musstest nur Melonen einsammeln. Ja, okay. Melonen! Melonen! Gut zu wissen. Einzige Minigamer der Schafftop. Oha! Hey, kann man da springen, oder warum springen, Leute? Oha! Digga! Ich renne da jetzt Full Speed. Ah! Alter, der schiebt... Alter, Hilfe! Au! Wie soll ich denn da weiterkommen? Das schaffst du doch gar nicht. Alter, der schiebt mich weg. Voll der Dreck und voll... Voll der Much ist das. Much ist Much-RP. Schiebt mich an! Schiebt mich an, du Drecksau! Ah! So! Ja, Mann! Ich hab auch mal was... Ach, komm schon. Ich bin raus. Ohne Ali angucken. Schiebt mich an. Ui! Ui! Stark! Ausrutschen. In der... der Galaxy Orb. Sonja, mit 10 gegifteten Subs macht's ein riesen Herzring! Ach, du heilige Scheiße! Ein Herz für die Sonja! Ich seh schon wieder nix. Und? Wir sind alle auf einem... Das ist echt kacke. Du hast einen riesen Herzring da und alle, die VIP bekommen haben, bedankt euch bei der lieben Sonja. Nein! Nein! Ich schaff es nicht! Bedankt euch! Ey Sonja, herzlichen Dank für 10 gegiftete Subs! Na! Schwitze! Und jetzt? Und jetzt? Wo muss ich denn hin? Ich seh nichts! Ich seh nichts! Wo muss ich denn hin? Scheiße! Ah! Das kommt vom Schwitzenhandel. Alter, dass du's auf die Plattform geschafft hast, das hab ich grad nicht checkt. Dass man wieder mehr Glück hast verstaunt. Ah! Die steppert, Alter! Ja! Sieht ihr sowas wie Mario Kart, gell? Da drauf? Die... Ja, gibt's. Auf angehend. Aber wir können ja nicht Ding, ähm, bei Pummel Party gibt's so verschiedene Modus. Das ist wie Mario Party. Ja. Ah! Alter, jetzt muss ich schwitzen, Alter. Jetzt muss ich schnell sein. Siebzehn... Jetzt schaffst du in siebzehn Sekunden. Das kannst du vergessen. Also wenn du das schaffst, esse ich n Besen wirklich. Mit Videobeweis. Ui. Ich setz da 50.000 Euro drauf, das andere nicht geschafft. Fuck! Alter, ich bin grad so schwitzen gegangen. Die erste Map, wo sie nicht geschaffen hat. Alter, ich seh schon wieder nix, weil alle da vorne stehen. Weiß nicht. Ah, ich bin runter drauf schworen. Na. Ich muss da grad viel schwitzen. Just you spin me. Darmgeschäfte und die werden... Mein Darm! Mein Darm juckt und kratzt. Ich spür den innerlich. Weil wir sind da grad rumgesprungen. Die Bier geht. Warte mal. Brigitte? Brigitte! Na, 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 na! Das war so dumm. Das war so dumm. Das war so dumm. Oh, Alter! Alter, ist nur der Fuhren, hörst. Na, na, na! Ich nehme die Melone mit. Melone. Meine Melone. Liebe Melonen. Alter, du bist so reinig. Das ist unglaublich. Was? Es ist nur notgeil. Es ist nur notgeil. Glaub ich es nicht. Hörst, wer ist nicht im Sommer gerne eine kalte Melone? An was du schon wieder denkst, Alter? Haben wir grad Sommer? Kannst du im Winter eine essen? Weißt du, wer ist Melonenais daheim? Du. Melonenais? Das ist eine Melange. Ha, ha, ha. Welches Wesen da? Ha, ha, ha. Wo ist der Duplo, Alter? Ich weiß nicht. Mein Duplo hat auch grad geholt. Ha, ha. Alter, das ist grad Brainfuck. Halt mich weg! Halt mich zusammen! Robert! Robert, halt mich weg! Oh, na, na, na! Ah, Mann! Mike! Wie viel, ey! Hey! Du, warum fragen du so viele im Chat, ob du vegan bist? Was? Da steht, wie, wie bist du vegan? Na, ich hab vorher auch schon wieder gegessen, da hat sich gefragt, ob du schon vegan bist. Ich hab heute zum Mittag Kaviar Steak gegessen, also ich bin voll vegan, ja. Ein veganes Steak. Sehr gut. Ein veganes Steak, Mann! Auf Sojabasis, Mann! Na, ha, ha, ha! Wir hast'n den rausgeschmissen! Ha, 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 ha! Wir hätt'n den grad' rausgeschmissen! Ha, 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 ha! Mann, der bin voll gerade, oh! Gott! Oh, Plattform-Surfing! Juuuuh! 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 Was hab'n da für'n Glosschüssel mit? Ah! Webseiten! Ich glaub'n, die Runde ist so wirklich für'n Hintern. Na! Ha, 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 ha! Wie du keine runterquett sind! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! He, ha, ha, ha! Du sag'n wir mal Kurt, wo bist'n du da grad' hingefahren? Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Hör'n wir gerade aus, weil ich hab' zu gierig. Wo bist denn du gerade irgendwo? Die Gier. Sie giert habe ich schon wieder. Wie will sie gieren? Sonja, wie immer, schön aufgeteilt, Hälfte aus Mitgliedschaften, Hälfte für dich. Ich freue mich, dabei zu sein. Danke dir, meine Liebe. Danke, danke, danke. Schreibt es einmal bitte, ein Hashtag Danke, Sonja. Was ist dein Lieblingses? Pizza auf der Kirmes? Hashtag Danke, Sonja, in den Chat, bitte. Herzlichen Dank. Was ein Anbell ist, aber... Ein Anbell? Ein Anbell. Das ist der Hund, Mann. Das ist ein und, ein stummes Bell. Lieber Anbell. Sascha ist bei mir schon weit draußen. Let's go, Sascha. Vier Sekunden, drei, zwei, eins. Er grindet wie Tony Hawk. Er grindet wie Tony Hawk. Ey, das ist meiner. Habe ich dem einfach mal gelegt? Lektar für den. Lukas Frech ist VIP geworden, ja. Na gut, das war's mit Ball Race. Ich hätte jetzt Bock auf eine Runde. Wir könnten Pummelparty spielen, oder? Ja. So, geil, oder könnte Marco auch mitmachen? Ja. Und wir wissen alle, dass Marco sehr... Leider ist mein Internet ausgekattet. Ja. Hat man gemerkt. Hast du einen Internet-Cutter? Ich habe Internet-Cutter. Ready or not ist bei mir jetzt auch fertig. Bei mir auch, ja. Äh, zwölf Minuten. Dadurch, dass es... Unterbrochen wurde mein Internet. Na, oh, deine Bellen. Oh, deine Bellen. Oh, deine Bellen. Ihr seid so fertig unter euch. Ich grüße deine Blätter. Ich nutze das einmal ganz kurz für Klo-Bauser. Danke, Klobär. Machen wir da kurz, ähm... Ich bin auch schön stinken. Ja. Hast du auch so einen schönen Wartescreen? Wie der, äh, Kurt? Hast du auch so was Schönes? Das heißt, nein. Okay. Danke für das Gespräch. Bitte. Gerne geschehen. Ich bin aber auch nochmal ganz kurz. Bis gleich. Okay. Bist du auch im gleichen Klo? Ja, nee. Schade. Ja, gut. Ja, laden's doch einfach weiter. Ist mir doch egal, ob ich ein Spiel auch habe. Ja. Marco. Ja, bitte. Was hast du dir denn jetzt beim Bäcker geholt? Ähm. Also, was ich mir geholt habe oder was ich bekommen habe? Ähm, fangen wir mal mit dem an. Was hättest du denn gerne gehabt? Ähm, ich hätte gerne drei Laugenstangen gehabt, einen Schnitzelwecken und ein belegtes Baguette mit Salami. Oh mein Gott, ich bin perfekt. Wo die Musik aufgekertet hat, bin ich wieder zurückgekommen. Das ist... Danke. Danke, Robert. Robert? Wie schnell bist du eigentlich? Dieses Klo neben deinem PC. Digga, ich bin im Stream, Alter. Ich bin im Modus. Ich bin im Modus. Fokus. 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 Warte mal. Nutzt das, dass ich meine Facecam wieder neu fokussiere? Fokus. Ja. Danke, Robert. So. Passt. Bummelparty, oder? Let's go. Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie laute Mucke. Manchmal gibt's so Spiele, da gehst rein, Alter. Das ist so die laute Mucke, Alter. David, danke für 5 Euro und 10 Cent. Ja. Ja. Ich rieb so hinten nach. Wichtig ist immer genug trinken. So. Ist er schon wieder zurück? Sicher. So. Bin auch wieder da. Passt. Ähm. Wer macht die Lobby auf? Keine Ahnung von den Einstellungen. Wer kennt sich da am besten aus? Ähm. Oh mein Gott. Robert. Geht der Robert? Tatsächlich Robert. Ich erstelle einfach mal einen. Robert ist nicht da. Oh mein Gott. So, warte mal. Ihr müsst jetzt gleich ein Bild haben, eigentlich. Eigentlich. Erfasst das Spiel. Okay, er hat's erfasst. So. Okay. Also. Wir haben zumindest schon mal eine Lobby. Was spüren wir jetzt? Ja, Pummelparty. Pummelparty. Perfekt. Darf ich kurz was einwerfen? Hm. Bitte. Ach nee, ich zeige euch das. Muss ich euch zeigen. Post ein Admin-Team-Chat. Ich bin gerade. Ich habe mir sowas schon immer gewünscht. Ich meine, ich glaube, das ist mein Weihnachtsgeschenk. Also wenn du zusammenlegen willst, gell. Oha. Heftig. Ich brauche hier. Alcatraz. Alter, da bin ich gekommen. Ich habe einen neuen Job auf RLO. Geil. Easy, da haben wir doch einen. Nein. Das ist das Admin-Gefängnis. Richtig geil. Ich will das nicht haben, weil ich bin da viel zu oft. Das ist das Admin-Gefängnis. Das ist ja mega. Da ist der Matze dann der Werter. Ich habe Helipo-Anschein. Ich habe es mir immer gewünscht, dass jemand so eine Map macht. Ich liebe Alcatraz. Ich liebe Alcatraz. Ja. Das hat was. Du müsstest fast dorthin ziehen, Digga. Geil. Du müsstest fast dorthin ziehen. Wie machst du ein Update? Hat der das jetzt heute released oder? Ja. Gerade eben. Gerade reingeschaut. Ich bin ja so ein Typ. Ich gucke 24-7, was es Neues gibt. Kenn ich. Ey Freunde, danke für schon unglaubliche 25 Likes, Alter. Da waren wir doch mal. Alle Hashtag CJ. Hip-Hip-Hip. What in the fuck's name would you do? Oh, die ist das richtig. Oh. Hip, 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 hip. 20 Zellen. Cyber-Sink. Danke fürs VIP-Werden. Was haben wir hier? Tari hat's auch ein neues Hospital. Danke fürs VIP-Werden auch. Und sogar, da kann man sogar hier ein Hospital, da kannst du sogar einen Alcatraz-Doktor anstellen. Doktor, Doktor, Professor Doktor, mit mir kurz. Und operieren. Oh, da kannst du illegale Fraktionen bilden, die dann illegale Operationen durchführen. Oh. Illegale Fraktionen eigentlich illegal? Nein. Nur wenn sie nicht angekündigt sind. Nee, warte. Also wer fehlt jetzt hier? Danke, Sonja. Irgendwie alle. Ich weiß nur gerade nicht, wie ich sie hinzufügen kann. Weil ich kann nur so Freunde anladen. Hast du mich? Ja, hast du mich auf Steam? Na. Scheiße. Scheiße. Odel hatte ich auch schon mal eine Freundschaftsanfrage gesendet, aber die wurde ja auch gesendet. Also du hast mir eine gesendet, warte mal, dann schau ich mal. Alter, auf Steam, Alter. Ja, aber ich habe so viele. Ich konnte ignorieren. Mike, es sind auch keine Freunde. Sieht man das, wenn ich anfangen, ignoriere? Warte mal. Ich muss gerade schauen. Mr. Adas. Pass auf, ich mache jetzt einfach Folgendes. Alex hat dich eingeladen. Du hast mich eingeladen? Ja. Alex habe ich auch gerade eingeladen. Ich lade ihn noch zweimal ein. Nochmal. Danke, dass ihr mich einladet. Ich habe von Mike keine. Aber ihr müsst mehr Slots machen. Hier sind ja bloß maximal vier Spieler. Mike. Sobald das mehr kommen, äh... Nee, du hast rechts maximale Spielerzahl vier. Du musst mehr. Ah, jetzt, jetzt. Ja. Wie viel kann man reinladen? Acht. Acht. Warte, ich kann schauen, ob ich noch jemanden reinkriege. Warten, so erstmal als Freund hinzufügen. Ah, da, jetzt habe ich eine. So. Anfrage annäher. Kann ich mir einladen? Habe ich sie jetzt angenommen? Wahrscheinlich. Freund online. Bei mir hat sich gerade Steam halb aufgehängt. Ach, scheiße. Oh, nein. Na, wollte ich nicht anrufen. Das mit dem Freund ist... Ich habe sie angenommen, aber du wirst mir nicht das Ding... Warte mal. Annehmen. Vielleicht geht es jetzt. Jetzt. Aber man muss mit Rechtsklick raufgehen. So, da warten wir uns. Freunde einladen. Feinster E-Dama spielt gerade. Bitteschön. Sie haben eine Einladung. Und sie haben auch eine Einladung. Danke, Robert. Danke. Bitte. So, das sollte man eigentlich alles sein, oder? Spiel starten. Was? Sie bleibt gleich so sehlich. Wo nehme ich denn die an, Alter? Handeln? Hä? Zum Zuschauen. Nicht bereit. Anpassen. Warte mal. Wo kann ich denn die annehmen? Die Küchenchen. Hey, Mike. Jungs. Hallo. Erstens kann ich die annehmen, Alter. Ich kann die nicht annehmen. Wie die starten? Die Einladung. Ich habe deine ungelesene Nachricht von Mike. Wenn ich draufklicke. Wo kann ich da annehmen? Ich kann das Spiel zuschauen, starten. Hast du dieses kleine Steam-Fensterchen? Ja, ja. Das mit Steuerung und Tab. Steuerung und Tab. Zum Zuschauen einladen. Remote Play Together. Ist das das? Nee. So. Hey, Mike. Wie kann ich denn das annehmen? Weil das bei anderen Spielen geht das so kommentiert. Theoretisch soll dir dein Chatfenster aufgehen. Und du hast so die Einladung drin. Ja, genau. Aber wenn ich da drei... Jetzt habe ich schon drei, aber ich kann die nicht annehmen. Bin ich gerade lost? Oder mal. Spiel beitreten geht nicht. Ich kann die nicht annehmen. Was ist das? Ich habe da jetzt schon drei Meldungen, aber ich kriege die nicht. Profil Anzeigen? Nee. Sehr interessant. Kriege ich die nicht da auf, Digga. Das ist natürlich schade, Mama Lade. Ich kriege die Einladung nicht auf, Alter. Ich habe jetzt schon drei... Ich habe da drei Ungelesene. Ich kriege die nicht auf. Das Alter. Jetzt tut es dir nicht mehr Angst. Das war sie selber nicht. Warte mal. Ich kann die auch nicht beitreten. Was ist das, Alter? Ähm. Beiständer. Warte mal. Viel beitreten kann ich auch nicht machen. Ja. Hä? Du musst die Freundschaftsabfrage unbedingt annehmen. Ja, ja. Habe ich. Also der werte Herr, äh, Daniel Wolf hat mir gerade geschrieben. Wenn ihr noch Platz habt bei mir, dann wäre ich dabei. Ähm. Ding hat auch noch. Stoffelbär auch noch. Also dann wären wir. Wie viele? Wir müssen nur schauen. Acht können wir sein. Dann zwei. Zwei sind noch. Hier hat, äh. Warte mal. Ist jemand in der Wartehalle unten? Wir können uns auch schon gesagt, das soll mal rein. Wir zwei können noch. No. Dann der Stoffel. Habe ich den nicht sogar? Ne, den habe ich nicht. Wieso kannst du nicht beitreten? Das macht keinen Sinn. Soll ich Stoffel einladen? Kannst du machen, ja. Ja. Da richte ich schon mal ein. Wie mal Daniel Wolf. Ich kann, ich kann, for real, ich kann nicht beitreten. Na dann mal, wenn ich es manuell mache. Servus, grüß euch. Hier kommt es. Mach mal, schließ mal dein Pummelparty. Lass dich mal neu einladen. Genau. Mach ich mal. Stoffel kommt. Drei, zwei, eins. Gerne, so schnell immer hier. Ich war schneller. Entschuldige. Weil, wenn ich aufs Spiel starten gehe oder so, dann macht er gar nichts. Dann macht er gar nichts. Okay. Dann macht gerade. Schön, interessant. So. Ja, Spiel beitreten ist ausgeraust. Ich schätze mal, weil es privat ist. Genau. Und wenn man bei mir, jetzt habe ich eine vierte Einladung gekriegt, aber ich weiß nicht, wo ich die annehmen kann. Da. Da muss ich einen Chat mit öffnen. Doppelklick macht es einen Chatverlauf auf und dort kann ich sie annehmen. Danke, Robert. Das muss ja mal draufkommen, dass du auf die Einladung Doppelklick machst. Warte mal. Slot. Bereit. Ja, das muss. Ja, ja, Chat. Lass es mich loszahlen. Wolf hat mir auch geschrieben, das habe ich jetzt erst gesagt. Er hat bei mir im Stream eingeschrieben. Neu. Was für neu? Ich will keinen neuen Chat. Nein. Aussehen. Indefinit. Haben wir ihn denn da einladen? Gerne. So. Jetzt muss nur noch jemand einen Staffel einladen. Kein. Warte. Habe ich schon. Ist er da schon im Discord? Ja. Na ja, okay. Geht wahrscheinlich nicht so wie immer. Tiger. Da sehe ich mich. Das ist eigentlich nicht so wie immer. Es ist halt for real so bei ihm. Alle zwei Tage schallert es nirgendwas zu haben. Witch. Habe ich nicht. Wie meine Farbe geht nicht. Weiß geht überhaupt. Nein, nicht überhaupt. Dann nehme ich Weiß. Oder edler. Scheiß Deckländer. Bei der Gemein bummeln, oder? Bitte? Jetzt hört man schon jetzt erst den Hinten sudern, den alten Mann. Ganz schön leise. Ja. Das ist normal. Der Alex fühlt sich zum Fuchs sehr hingezogen, gell? Ja, ja. Du, Füchse sind was Schönes. Er ist halt ein Fuchs. Officer Fuchs. Warte mal. Officer Fuchs. Nein, ich bin kein Imposter. Nein, ich bin nicht Among Us. Der Wolf ist auch da. Grüße. Grüße. Guten Tag. Guten Tag. Grüße. Grüße, habadere. Ja, der Kurt ist auch da. Grüße. Der Kurt, der sitzt da unten schon. Der was? Mit seinem Helmchen. Schon laut Helmchen haben wir da unten. Das ist ein Fisch, den ich mir aufgesetzt habe. Okay. Was ist das? Ein Fisch? Ist du depp, oder? Stimmt, das ist ein Fisch. Schaut aus wie ein Helm. Das ist wahrscheinlich ein Helm, nur in einem Fisch. Der Huse. Das ist ein richtiger Fisch, den habe ich mal aufgemacht. Der hat aber einen Riesenmaul. So wärst du nicht aufbereit, der Mike und der Minder. Ich muss ja nicht aufbereit gehen. Schauen wir ja alle. Ich muss aufbereit drücken. Können wir aufbereit machen. Warte, wie viele rum? Wir haben jetzt eingestellt 15. So viel, zu viel. Mit so viel Spiele. Wie viel können wir machen? Was ist das Mindeste? Zehn. Dann machen wir zehn. Dann machen wir zehn. Zehn mit drei Pokalen und ja. Wie lange geht das? Ja, zehn Runden halt. Ja, ja. So eine Stunde. Eine Stunde wird es dauern. Ja, na, mach noch. Ein bis zwei Stunden. Das passt. Passt schon. Gut. Oder hast du keine Zeit mehr, Antl? Nein, ich habe keine Zeit mehr. Ich habe noch zehn Stunden, aber ein Stress. Nein, neun Stunden und 50 Minuten. Einen engen Zeitplan da. Aber die zwei Stunden sind jetzt schnell vergangen. Holy shit. Einen engen Zeitplan. Esst du mich gerade nach? Esst du mich nach? Nein. Ich habe vergessen, wie es geht. Ich habe eine Null gewürfen. Das ist so eine Scheiße. Ich habe auch eine Null. Also scheiße. Ich habe einen falschen Char geschaut. Ich weiß ja, dass ich mir verdammt. Ich habe auf jeden Fall die Null. Es fängt wieder gut an, dieses Dreckspiel. Ich weiß noch, dass der Matze da letztens herumgeschrien hat. Alte vier war das. Alte vier. Kann man denn eine Null würfeln? Warte, wir müssen schon wieder Homeland holen. Lone Wolf, der Meter, der ist bei mir noch im Chat. Matze. Matze. Hat er sich vom Marco abgeschaut? Schlechtes Vorbild, Alter. Ich bin dein schlechtes Vorbild. Doch wer sagt was Schlechtes? So Pferd. Ja. Und wer sagt was Schlechtes? Ich passe nicht in dein Konzept. Egal. Mir geht das prächtig. Passt nur auf. Hör mir zu. Mach es mir nach. Mach es mir nach, du Spinner. Ich bleibe so wie ich bin. Egal, was ihr sagt. Ich scheiße eine Wurst drauf. Ich scheiße eine Wurst drauf. Du schnallst doch auch. Ach, wie gut das jemand weiß. Ich gehe mal in die andere Richtung. Alle gehen in die Richtung. Ich gehe mal in die andere Richtung. Hätte ich auch tatsächlich gemacht. Das ist die goldene Regel des Lebens. Wenn ihr durch seid. Drei. Ich habe anscheinend echt scheiße gewürfelt, weil ich so weit hinten bin. Warte mal. Gehe ich links oder gehe ich rechts? Mal auf die dunkle Seite. Dann eben nicht. Jo. Schau, wie er läuft. Wir haben so ein Ereignisfeld. Ach, scheiße. Tja. Die Regenturgenparade. Hast du Glück. Ja, komm. Schlüssel. Schlüssel. Jetzt bin ich jetzt dran, oder was? Ja, bist du deppert, Alter? Ja, sicher. Was soll ich da machen? Mach Platz, Alter. Super zweit. Baby, sag mir, was du heute magst. Bist du alleine? Auf und ab, auf und ab. Sie will auf und ab. Oh Gott. So. Hey, Kados. Aloha. Schönen vierten Advent. Danke für fünf Euro, Kados. Ich kann nicht würfeln. Ich fühle mich gemobbeln. Das ist kein Würfel. Das ist ein Prisma, oder? Null. Ah, eine zwei. Ist das ein Prisma? Oder bin ich dumm? Wie nennt man diesen Würfel? Weiß ich nicht. Das ist ein... Prisma? Kommt drauf an, wie viele... Oh, nee. Ein Prisma ist ein Körper. Nein. Ein Prisma kann alles sein. Prismatische Form. Was ist das? Kuhduppen. Okay, dann weiß ich Bescheid. Kuh und Springen. Kuh und Springen. Kuh und Springen ist das. Kuh und Ducken. Alter, ich seh mich nicht. Eine Leertaste funktioniert nicht. Eine Leertaste hängt. Oh nein. Alter, ich seh mich nicht. Ah, da bin ich. Ich bin schon fast weg. Alter, ich seh nichts. Alter, ciao. Ah. Ah. Ja, aber ich war klar, dass ich der Erste bin, der schon wieder die Scheiße hat. Na. Ich weiß, wie sie schwitzen da vorne. Oh, ich bin tot. Nein. Ich bin aus dem Rhythmus. Ich auch. Ich auch. Ich war auch aus dem Rhythmus. So eine Scheiße, Alter. Ja, wer schwitzt denn da schon wieder so? Alter, wer schwitzt denn da so heftig? Der Wolfi. Ah. Du Depperts. Bist du Depperts. Ja, Alter. Ich hab mich nicht gesehen am Anfang, Alter. Mit einem solchen. Ich hab' mit einem Medikit gemacht. Das kann man mit einem Medikit machen. Verortzen. Das sind Verbände. Das sind neue, oder? Die gab's davor nicht. Hört mir vor. Das erste Mal. Mit einem Medikit kannst du Verbände. Warte, das ist ein. Junge. Würfel, Würfel, Würfel. Ein Oktagon. Junge. Sag ich doch. Ein Oktagon war's. Ein Oktagon. Ein Oktagon. Ein Oktagon. Äh, äh, ja, scheiße. Oktastisch. Kurtis rechtes Ei. Darf ich verkünden? Kurtis rechtes Ei ist grad VIP worden. Ui. Ui. Das war der Beweis, dass er ein rechtes Ei hat. Jetzt haben wir schon den kleinen Finger und das rechte Ei. Ich will heute den ganzen Körper da zusammengestellt haben. Ui. 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 Bist du so leise, was hast du gemacht? Also, das ist eine kankleisere Stimme. Jeder kommt zu ihm, du bist voll leise. Kurt, zwei Minuten später. Alter, du bist voll leise. Nein, nein, aber warum? Warum? Ist das das Mikrofon? Na, seine Audio-Settings setzen sich immer zurück. Irgendwas hat er. Ach so. Ja, du bist doofs. Also? Ja, ein bisschen. Aber du solltest vom Klo rausgehen. Wie ein Mobbs, Alter. Du bist der. Du bist der. Du bist der. Aber wie ein Mobbs. Wie ist das hinten durchsudern? Schein aber so. Schaffst du das Feld schon? Ich soll ja Stoffe fragen, wie es gerade finanziell läuft. Durfte ja letztes Mal. Was? Bestens, bestens. Nein, letztes Mal. Letztes Mal. Ich soll dich fragen. Ich soll nicht fragen. Insolvenz fragen. Dann hast du Heiße doch noch gefragt. Das war ja super. Wie war das Umschauen auf der Karte? R. R. R für Umschauen. R für richtiges Umsehen. Mike tut schon wieder der Vogelperspektive. Ja, Mike hat typisch Homeländer. Immer von oben drauf gucken. Ja, von oben herab. Ich habe schon das vierte, fünfte Mal heute gefangen im RB. Perfekt, merke ich mir. Hat schon mal einen Counter im Chat. Was soll die Scheiße? Warum wäre ich von einem Cank geschlagen? Ach du Scheiße, was muss man da machen? Oh mein, nein. Nein. Das ist so, wie gibt der Hero. Du musst die richtigen. Oh nein. Oh nein. Nein. Ja. Ich bin bereit. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich werde so reinscheißen. Ich mache mir jetzt schon depperte Musik an dafür. Wo bin ich überhaupt? Wo bin ich überhaupt? In der Farbenmerkung. Schau, wie ich dance hinten behindert. Also, S, D, A. Hörst du auf? Runter, links. Oh, ich verkack alles. Alter, Aufschreißung. Geil. Oh mein Gott. Wie sich alle konzentrieren. Nein. Hey, jetzt wird das Gorbitz rücksetzt. Ist doch nicht fair. Jungs, nur noch 30 Sekunden. Nein. Nein. Oh mein Gott. Scheiße. Ich fick. Ich fick dein Leben. Ja. Alles. Wie kackt eh mal der Gitar-Hiro-Zocker hier. Was? Wie geht das? Oh, es geht. Ja, gut. Ich kenne mich halt gar nicht raus, aber okay. Ja, war ja wieder klar, dass ich wieder letzter bin, Alter. Ist das eh klar. Du letzter macht die Kiel zu. Geh, Alter. Möchte ich denn für Gegenstände, möchte ich das noch nicht? Nee, ich möchte noch keine Feinde. Alter, ich bin so schlecht, ich kann einfach gar nichts. Alex, du weißt, gell, wir beiden sind in der Nationalbank. Ja, ja. Ich, ich, ähm, bin ich. Tschö. Güte. Scheiße. Jetzt weiß ich, warum ich bei GTA San Andreas zwei Stunden für die Mission mit Lowrider braucht habe. Könntest du dich noch erinnern auf die Mission, wo du zu dem Treffen fährst und dann musst du in den Lowrider. Digga. Beste Mission. Aber das Beste ist in, in, ähm, Tau Unite, dieses Spiel, wo du Tasten, äh, Wörter eingeben musst. Was? Ach so, ja, Alter, gut, da bin ich auch immer, wo du auf schnell tippen, ne? Digga. Da, da schwitze ich immer übelst. Das kann ich nicht, ey. Der hätte auch noch spielen müssen. Ich bin keine Bürofrau, kann das nicht. Kannst du deine Highheels anziehen und dein Rockerl und das Spiel spielen, das mache ich nicht. Ey, wie viel Schlüssel braucht man eigentlich nochmal für eine Ding? In der Ruhe? In der Ruhe, glaube ich. Bei Mario Party ist immer der, was das Letzte ist, der gewinnt immer. Habe ich gehört. Der, der am besten und Scheiß spielt, der gewinnt, oder? Aber bei Mario Party, wenn ich eins gelernt habe, ist, dass du immer am schlechtesten warst und du immer gewonnen hast am Ende. Das habe ich bei Mario Party gelernt. Zwei. Ich bin so kurz vor dem Ziel und er gibt mir eine Zwei. Das ist D. Du bist schon einmal um 100 Felder weit, dass ich auf ein Bechfeld. Das wäre für sich ein Null oder so. Boom. Boom. Jetzt darf ich wieder. Jetzt kriege ich eins wahrscheinlich aufs Todesfeld. Ah, Null. Acht, Schade. Null wäre es so lustig gewesen jetzt. Warte mal, wo muss ich denn da überhaupt hin? Ich gehe mal da rum. Vielleicht auf Full-Res geht sicher auf ein Bechfeld auf. Ja, sicher, Schade. Ja, plus 10 hast du geblickt. Über Rode sind wir so düster. Oh ja. Was ist denn das schon? Nein. Oh nein. Ich hasse. Okay, das könnte wieder... Das könnte was sein, was ich gern habe. Ach ja. Okay. Wenn ich mich am Anfang finde... Und man sieht nicht, wo wer fährt. Ah, jetzt. Schleicht sich alle. Weiter, das verwirrt mich da in der Leutfahne. Gibt es das auch in der Ego-Paspektive? Das ist eben das Problem, die Leid verwirren. Nein. Nein, ich bin runtergefallen. Warum seid ihr so fucking schnell, Alter? Alter, was ist denn mit mir los? Hä? Was? Ich war voll der Bug. Ich war erster. Voll der Bug? Was kommt da? Ich bin gerade am Rand gefahren. Alter, Fick. Alter. Fick Marie. Ach, kacke. Jetzt habe ich den Erdenplatz verloren. Warum ist denn der Vierte? So schnell da hinten, Hacker? Wie höre ich bin ich? Ja, siehst du, da ist das Karma, du Sau. Stoffel, du Sack. Ich bin runtergefallen, Alter. Ich hasse jetzt in der Schadil. Ja, Dritter. Letzter. Ja. Vorletzter. Vernetzter. Die Kuddel da am Rett nicht verschissen, wäre er erst der Größen. Ja, das ist hängen geblieben am Rand. Das ist wie bei den Verfolgungsjagden. Er wird da länger dranbleiben, wenn er nicht in die Pilonen reinfährt. Ach komm, schleich dich doch einfach mit dem doofen Würfel da. Nicht der Überschlag. Mit dem gelben Mustang, die Pilonen. Und dann bei mir im Stream damals, Ed mit Kurt hat sie überschlagen. Ich denke mir so, streamt er nicht erst seit einer halben Stunde? Das waren keine Pilonen und das war das Häuschen, was da gestanden ist. Das Häuschen? Das habe ich ausgebildet. Links so ein Bordstein, da bin ich reingekommen. Das war der Bullshit in der Sache. Das Labyrinth verstört. Oha, darf ich jetzt mal würfeln? Achso, weil ich nicht mehr so schlecht bin. Null. Was für Null, Alter, ihr Null. Was für ein Lack, Alter. Wo gibt es da mein Honigkuchenpferd? Wie kann ich auf die Map schauen? Ich muss schwitzen. Du musst zurück. Was zurück? Du musst auf den R-Muskel drücken. Du musst auf den R-Muskel. Auf den R-Muskel. So, und dann kann ich schwitzen. Wo muss ich hin? Da muss ich hin, gell? Ja, aber da muss ich auch hin. Okay, passt. Dann gehe ich geradeaus. Nee, nee, nur ich. Rechts drücken. So. Gefangen immer für den Fünften oder Sechsten. Es wird schon wieder geändert, das Labyrinth. Ich weiß aber, wo ich raus muss. Zum Glück. Hört ja Kühsaun, Alter. Warum? Warum kriege ich nichts vor? Gibt's doch nicht. Doch, bei Holla. Kurz in der Scheißkiste der Würfel, das ist mit Absicht eine 203. Alter, da hat es ja gerade richtig die Knochen geraucht. Doch, zerspracht der Mann, ne? Die 504. Was hast du da? Wört. Ich glaube, die Knochen geraucht. Ich bin leid, es ist aber die wenigsten Schlüssel, ob das ist Mobbing. Auf den Runden wird das dann nix, gell? Bei der vierten Runde ist das noch kein Schlüssel. Nein, das geht schon. Kommen ja dann erst die Items. Die Items. Sascha. Mach langsam. Oh, shit. Danke. Aus dem Leben gesetzt. Alter, bitte mal aus dem Leben, Alter. Und? Ich fange die Marpe die sechste, glaube ich, mittlerweile aus siebter. Wieso kann ich nicht gerade aus? Was ist das denn für erschreut? Also, irgendjemand muss das mitziehen, oder? Einer muss das machen. Ach, nee. Ach, nee. Was ist denn das für ein Schmutz? Ach, nee. Wenn Wörter über deinen Kopf und man buchstabiere sie in dem... Ach. Ich glaube, wenn du aufs falsche Ding gehst, das ist übelst du. Nein. Alter, das check ich nicht gerade. Das habe ich auch nicht checkt. Du hast ein Wort über den Kopf, musst auf die Buchstaben drauflaufen und aktivieren. Aber das bringt eh nix, weil du wirst eh geschlagen und dann bleibst du stehen. Richtig. Das stimmt. Ja, wenn du geschlagen wirst, dann bist du kurz bewusst. Ach so, deswegen. Ich war gerade zwischen Schlagen und Drückhit war ich verwirrt. Ach so, ich kann meine Mitspieler weg. Genau, du kannst schon alle Niederboxen spielen. Aber merkt euch eins, Blackout ist FT-Ruf. Alter, ich bin schon wieder stoned. Hä, warum geht das nicht bei mir, wenn ich da auf P gehe? Hä? Warum hat er mich jetzt geschlagen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Ach, Digga. Leider geht es mit Fisch. Was ist das mit Schlagen, oder was? Ich weiß nicht, wo ich... Hä? Auf mich zu hauen. Alter, ich renne jetzt einfach durch den Schlag. Hä? Bei mir geht es aber auch nicht. Also ich finde es super. Ja, ich habe das nicht gecheckt, das Spiel. Ich habe das letzte Mal gespielt und bin auf M und es hat dann auch nichts gemacht. Aua! Ihr müsst dann schon die Leertaste drücken, ne? Ja, ja. Oh, ich habe gleich. Mein Gott, Alter. Leertaste drücken. Ich kann mich die ganze Zeit nicht bewegen. Ich werde die ganze Zeit geschlagen. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Aua! Wo ist das U? Seh mich nicht. Ach, dort unten bin ich. Ah! Ich hasse dieses Spiel. Ey, wir sind zu viele Leute, Alter. Ach, komm, jetzt. Einfach dieses Schauen. Alter, ich bin die ganze Zeit starrnd, Alter. Venus. Jetzt hau ich auch noch mehr. Ich habe nicht mal ein Wort. Oh! Digga, ich kriege die Krise hier. So. Oh, wie ein Foul überhaupt da oben. Fucking Foul. Ey, ich werde nur geschlagen. I'm your Venus. I'm your fire. Your desire. Your desire. Nein! Nein! Your anus! Your anus! Uranus. Ur anus. Alter, ich bin die ganze Zeit starrnd. Ich sehe mich. Ja, ich auch. Alter, ich hau jetzt auch noch mehr deppert um. Das ist das beschittenste Minigame. Alter, ich hau. Ich bin zum Schluss noch nicht rumgerandet. Alter, wie geht denn das, Alter? Ab links, Tasten. Guttel, was ist denn da passiert? Nein, eine Rakete. Ähm, äh, Wolfi. Ich glaube, ich bin zu weit weg für das. Ah, okay. Du musst nicht eingesetzt werden. Bist du nicht? Bist du nicht? Das könntest rausgehen. Ja, stimmt. Das könntest nicht rausgehen. Ach, du Scheiße. Wir hatten den Wolfi eingekommen. Purti, die Fußraumspinne. Danke für zwei Euro. Ja, wir haben jetzt eine Eins. Jetzt eine Eins. Ich gönne dir eine Eins. Oh, Mann. Ich bin jetzt der Arsch der Welt, die nächste Kiste. Natürlich. Na klar, am Berg oben. Was wird da gelacht? Na, nix. Schau, die Flinten. Können wir dann hinten eine stecken. Die Flinten, Ochi. Wo ist denn jetzt die scheiß Kiste? Hinter euch. Keine Ahnung. Hinter uns. Ja, was bringt jetzt? Ich kann ja wieder die ganze Runde laufen. Siehst du diesen, 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 diesen goldenen Schimmer? Das ist der nächste Weg zur Kiste. Ja, passt. Das ist ein goldenen Schimmer. Da musst du nicht drücken. Ich hab kein Item. Ich bin einfach arm. Ein Item. Ich hab nix tun. Passt. Drücke ich meinen Würfel. Hier, äh, Schrägstrich Gif-Item und so, ne? Ja. Gefangen im AP. Ja, sens mich. Warte mal. Ja, du kannst auswählen. Nimm, nimm Schlüssel. Dass du sofort zur Kiste kommst. Und zwar 1, 4. Das ist ein Cheat, oder? Dann kommst du sofort zur Kiste. Drücke 1, 4. Wissen Sie, das ist Skipo. Ja. Ski, Skipo. Bede? Bede. Skipo. Schau, was macht denn der schon wieder? Dein Spielautomaten? Er ist spielsüchtig. Spielsüchtig. Wieder Casino-Stream, ja? Blut, ich seh's. Blut. Linux ist am Zug. Komm mit. Was ist das unten? Da kommst du auf ein Piratenfeld. Keine Ahnung. Da wird irgendein Pirat kommen, der wird dich mitnehmen und dann. War eigentlich, war eigentlich gewischt. War eigentlich gewischt. So die Senserei. Oh. Oh Gott. Also wirklich FSK 18 Stream. Hey, das ist mein Schlüssel. Mike, du hörst du jetzt hin, oder? Du hörst du jetzt hin. Du hörst irgendwie fest. Ah. Cool. Gefangen. Im RP. Gefangen im RP. Im Labyrinth RP online. Ja. Wissen. Null. Und jetzt bleibt er am Feld und geht nochmal um. den Werkzeugkoffer. Cheat. Das gibt's im Mechaniker. Bitte. LRP. Danke. Danke. Was ist denn das? Oh na, schon wieder so eine Scheiße. Also ihr könnt springen und doppelstrüge. Was macht denn das? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Junge, Alter. Mike hat die Lobby gemacht. Junge, Mike. Mike, das ist echt nicht lustig. Ja, ich bin schon hin, Alter. Ich bin schon im Arsch daheim. Doppelsprünge. Ich bin schon im Arsch daheim. Zweimal Leertaste. Ich bin schon wieder tot. Wo bin ich denn? Ich bin im Arsch daheim, Alter. Wo muss ich denn überhaupt so weit nach unten schauen, Alter? Sicher bin ich natürlich schon wieder kaputt. Ja, ich auch. Ja, ich auch schon tot. Du Adler, wo wirst du hinfahren? Ja, sicher gekommen. Leck mich am Arsch. Die sind schon wieder im Arsch daheim, Alter. Fuck. Scheiße. Fuck. Wieder im Arsch daheim, Alter. Ach, Wolfi, komm. Wir sind auch in der gleichen Zeit. Alter. Wolfi hat mich nicht einladen dürfen. Der schwitzt, Alter. Ich hab's euch gleich gesagt. Einfach ignorieren. Ja, echt, Alter. Der schwitzt. Wir wollen Spaß haben. Und dass ich gewinne. Da schießen weg, den Trauto. Nein, nein. Wir haben ja gar zu Schlüssel. Ist er aus dem Arsch gezogen, oder was? Warum hat er so viele Items? Weil ich die ganze Zeit auf Items fällt. Also jetzt sind alle da. Nach dem Game machen wir einen Ausruf. Add Lone Wolf einmal ins Büro. Ja. Einen Ausruf rein. Ich hab Angst. Nein. Wo ich nicht sein möchte. Das war so klar. Das war so klar. Das war... Oh, ja. Ja, schrumpf. Da ist der Kaktus. Der Kaktus. Hast du Kaktus zu mir gesagt? Der Kaktus kriegst Paket am Schädel. Oh, nee. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ciao. Hi. Aus dem Leben gepittet. Bitte aus dem Leben, Alter. Und 10. Ach, komm schon. Wow. Bombe. Abreservierende. Hat er da riesige Bombe hier reingeschmissen? La Bombe. Ich hab noch immer kein Gegenstand. Ich bin so arm, Alter. Weg. Na, jetzt krieg ich einen auf die Ohrspacken. Geh kommen. Ah. Schreib dann allein bei mir, Yo, wie's leckt. Digga, ich würd mal bei dir einmal das Internetkabel nicht annagen, währenddessen du in den Stream schaust. Das Internetkabel? Ja, das LAN-Kabel ist das Internetkabel. Das WLAN-Kabel. Das WLAN-Lan-Kabel. Ja, ich würd nicht am Kabel herumnagen, währenddessen du in den Stream schaust. Vielleicht geht's dann besser. Das Beste ist, wenn Leute reinschreiben, kein Ton, kein Ton. Hallo? Er will mich ja nur fuchsen. Aber ich weiß ganz genau, dass er an seinem LAN-Kabel nagt. van dessa. Was weiß ich eigentlich noch? Ach, was weiß ich eigentlich noch. WLAN-Kabel. Ein LAN-Kabel. Bin ich letzte Woche drüber gestolpert, oder? Du was? WLAN-Kabel? Ja. Sehr gut. Geschenke. 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 Gut, das linke Nasenloch hat einen Euro gespendet. Dankeschön. Jetzt haben wir schon das Nasenloch. Schon, wir haben schon... Ach, nö. Was ist denn das jetzt schon wieder? Was ist denn das jetzt schon wieder? Wirklich. Mike, muss das sein? Mike. Ich habe nur auf Spiel starten gedrückt, ja. Mike, musst du da die blödesten Spiele rein? Oha, bin ich überhaupt. Ich bin es eins unschuldig. Mit Q. Bin ich überhaupt. Was soll ich? Du musst wieder nicht spielen, oder? Warte, was ist denn das für ein Scheit? Ich drehe dich. Warte. Warte mal. Hä? Ah, wo ist kein... Okay. Wo ist Wüsten? Wo ist Wüsten, hä? Alter, ich check's grad geworden, gell? Fertig. Wüsten verorschen. Nee. Was? Ich verstehe nicht, wo ich das... Ah, da muss es hin. Erst wüsten verorschen. Ich kann mal jetzt schon fertig sein. Was ist mit dir los? Erst tust du nichts anderes den ganzen Tag? Hä? Äh. Oli, da bist du auch fertig. Ich bin auch fertig. Ich bin auch fertig. Ich bin auch fertig. Das ist so der Schädel. Das schaut nach dem Schädel aus. Ich habe ihn fertig. Ich check das gerade noch. Ah, nee, ich habe ihn nicht. Ich bin auch das andere Kinder. So, jetzt habe ich ihn fertig. Ha! Fertig. Oha. Ich war glaube ich der Langsamste. Na. Na. Na, na, mal. Schau, er quint jedes Spiel. Merkst du das? Jetzt sag er den Ausruf. Auf die Karte zu betrachten. Das ist Mobbing. Jetzt schießt er schon wieder. Schon wieder ist die zweite Rakete. Ich habe ihn auch. Ich habe ihn im Arsch vor. Schau hier. Wir weggefahren. Oh, eins nur wenig. Wir weggefahren ist gerade. Hast du gesehen? Wir haben gerade ab. Wir weggefahren. Alter. Houston, einmal zur ISS bitte. Wir haben gerade den Berg rauf geflogen. Adieu. Goodbye. Auf jeden Fall. Ich war gerade auf dem Weg zur ISS. Mir ist bloß das Sprit ausgegangen. Auf halbem Wege. Er hat mich stehen geblieben. Er hat zuerst schaut, wie der Holger wohl im Berg runter geflogen ist. Gut. Davies größte Kammer kassiert. Ich lache ihn voll aus, wie es mir einen Schlitten aufs Maul kaut hat. Und währenddessen springt mir der andere im Kopf, haut es mich runter im Berg. Dann scheiße. Also ich finde das super geil. Wolfi steht auf haarige Ärsche, schreibt der Matze. Matze! Du schießt mir jetzt nicht zusammen, du Sauschwedel. Halt! Jetzt bin ich gestorben wegen dir. Ja, sicher. Weiter, wenn ich ein Paket habe, hau ich es da am Schädel. Wir haben Spaß. Ja. Firefighter, danke für den Euro. Grüß dich endlich mal zwölf Stunden. Liebe Grüße an Xyron, bitte. Würde mich freuen, wenn du es machst. Null. Oh, oh, sag doch was. Gut, liebe Grüße von Firefighter. 1, 1, 2. Ja, Firefighter 1, 2, ja. Ja. Lieber der Mensch. Das ist dein persönlicher Robert? Das ist mein Robert. Skippo, Skippo, Bann, Bann, Metagaming, hab ich schon gesehen. Wolf und Skippo, beide in meinem Chat. Matze. Ja. Wie, ja. Ich wünsche dir gerade Zeit in deinem Chat, aber irgendwie ist es noch gepannt. Ich würde sagen, was schmeckt gepannt. Hä? Matze ist auch im Chat. Bann sie beide raus. Weste rauf. Alex auch Metagaming. Weste, Gottmode, rausziehen. Flughafen bringen, das geht so nicht weiter. Ich fange schon wieder von vorne an in dem Kack. Oh, Labyrinth. Gesundheit. Gesundheit. Mike, du spielst eigentlich nur an Labyrinth-RP, oder? Ich bin tatsächlich... Ich bin gefangen im Labyrinth. Leute, ich bin am... Ich huck am Friedhof fest. Das ist ein Blödel ist auf dem Haus auch nicht. Wenn du raus bist, dann ist es wieder eine B-Flucht. Ich gehe vom Friedhof raus, dann kriegst du wieder eine aufs Maul. Da ist unser Raketen-Boy. Ja, hi. Rocketen-Boy, Rocketen-Boy. I'm a rocket man. Komm mit. Komm, da lieg ich doch. Reih dich ein. Was ist denn das jetzt schon wieder? Was ist das denn jetzt? Oh mein Gott. Ach Gott, was muss man da machen? Oh mein, nee. Das ist ein bisschen tricky, das Spiel. Das ist... Oh mein Gott. Wenn du da zwei Pfeile hast, sagen wir, du hast einen Pfeil nach oben und einen Pfeil nach links. Dann musst du eins rauf geben, Explosion abwarten, links gehen Explosion abwarten. Geil. Ciao. Ciao. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich bin raus. Also du hast einen Pfeil und dann gehst du, bewegst du dich. Es kommen zum Beispiel am Bildschirm, am Bildschirm kommen jetzt ein Pfeil nach oben und der Pfeil nach links. Okay. Einen Pfeil nach oben, bumm, ein Pfeil nach links, bumm. Ja, okay. Da war's dir was. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ah, da. Wo bin ich denn? Ich hab gedacht, es kommt zuerst eine Explosion und dann gehe ich. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, scheiß. Oh mein Gott. Ich bin auch... Ja, ich hab auch nichts gesehen. Matze. Matze. Matze, kannst du mal bitte den Chat verlassen? Oh mein Gott. Ansel, du hast doch so gute Mods. Nein. Einfach bomben. Ansel hat gerade zugegeben, er hat keine guten Mods. Er hat gerade Nein gesagt. Man ist beim ersten Mal schon raus, wisst mich... Ja, beim ersten Mal tut's mir weh. Ich dachte mir, ich hab gerade irgendwas geschafft. Ich hab vergessen, da rüber zu gehen. Also wenn der Wolf das nächste Mal nochmal gewinnt, wird er bitte rausgeschmissen. Ja, ich hab... Ich hab... Ich hab einfach vergessen, rüber zu gehen. Der Gruppenharmonie ist jetzt nicht dienlich. Musst du jetzt mal auf dem Tisch haben. Ja, direkt hinter mir. Ja, danke. Ja, jetzt vor dem Pokal. Schau, was ist das? Ja, natürlich. Wie gesagt, das ist nicht dienlich. Ja, komm, pack mal ein Geschenk noch aus, komm. Nee, jetzt... Woher kriegt man so viele Items? Ich hab gar keine. Wenn man gewinnt. Also das nächste Mal spielen, wollen wir nicht mit. Ja. Ja. Okay, ja. Ich werd dann auf RLO jetzt nur noch verfolgen als Homeland und nur noch freezen. Einfach freezen. Nee, ich werd dann jetzt zahmhupen den ganzen Tag am H1 und 7 Gelände am Hauptplatz steh. Ich bin jetzt seine Hupe, Alter, wo ich den ganzen Tag zuhub. Einfach als Homeland. Und ich weiß, ich geh mal nimmer anbauen und nimmer kochen in nächster Zeit. Werd ich trotzdem freezen. Du wirst nicht am Server kommen. Du wirst deine Nachricht lesen, du hast noch 7 Tage wann. Werd ich am Flughafen freezen. Du wirst deine Nachricht lesen, du hast noch 7 Tage wann. Also ehrlich. Hab ich überhaupt Eier? Hast du Eier? Wow. Hast du Eier? Ja. Du Andl, was sagst du dazu, dass du eigentlich nur weibliche Mods hast? Bist neidisch? Statement? Bist neidisch? Na, letztes Mal wurde ich darauf angesprochen, warum du nur weibliche Mods hast. Bist neidisch? Einer hat einer, na pass auf, da hat einer geschrieben, dass der, wie heißt dann der, ähm, David? Na, wie heißt dann? Einen hast du, der immer dabei ist. Patrick. Patrick, genau wie ich gesagt habe, der Patrick ist insgesamt auch ein Mädel. Ui. Patrick Statement? Ui. Patrizia nämlich. Statement, Patrick. Ui. Insgeheime. Ihr habt interessante Themen, mit denen ihr euch beschäftigt, gell? Ey, willst du nicht fetzen oder was? Komm her. Oh, jetzt will ich auch. Die Sonja, Mina. Und sie noch haben Patrizia, kommt gleich noch dazu. Was ist denn das jetzt? Sascha, du musst jetzt den Wolf fetzen. Eigentlich wüsste ich. Ja, du musst den Antl. Du musst den Antl fetzen. Komm, komm. Fetz ihn. Alter, was ist denn das jetzt? Patrizia. Spiel Ping. Was heißt, du warst mich dem Motz, du Heißel? In dem Paddel. Patrizia, passt schon. Sascha und ich jetzt. Oh mein Gott. Das wird ein, das wird ein Ekstase-Game. Guckt euch an, wie sie hustlen. Alter. Und Sascha über die rechte Außenbande und Antl hat ihn abgewehrt. Zurück. Ja, Tor. Ja. Tor. 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 Dieser Jubel, diese aufbrausende Menge. Unglaublich. Der hat ihn auf der Linie geklärt. Was ist ein Safe, Digga. Das geht ein hin und her, ein hin und her. Das ist ja wie die Weltmeisterschaft in Brüssel. Die Weltmeisterschaft in Brüssel. Nein. Ich habe gerade so lachen müssen. Die letzten 15 Sekunden. Und wird es noch gelesen? Nein, ich bin Sascha. 10 Sekunden. Der Schiedsrichter, der schaut schon auf die Uhr. Er hat die Pfeife schon im Mund. Er hat den Matze im Mund. Und wird er erschaffen? Ja. Ja. Oh, den Schüter. Ich musste lachen. Ich musste so lachen. Er hat die Pfeife. Er hat den Matze im Mund. Du bist so ein Arsch, Alter. Ich weiß. Aber Marc muss tagtäglich hier. Jetzt wieder alles zurück. Er hat den Matze im Mund. Sorry, Alter. Das hat mich jetzt so rausgehauen. Oh mein Gott. Hat er nicht gesagt. Auch wenn einer nur gewinnen kann. Ich bin nicht. Das ist so ein Arsch, Alter. Das ist jetzt wie ein Kaktus. Ich wachs jetzt weg. Willkommen zum Lach-Simulator 3.0. Ich wöre, ich baxe. Was soll das? Was mache ich denn? Du machst gar nichts. Außer lachen. Ach, komm. Alter. Ich kann nicht mehr. Du hast erst drei Stunden geschafft, gell? Alter, ich baxe echt schon nicht mehr. Mir kommen die Tränen. Und dabei war ja kein Homeless-Team dabei. Ich habe gerade... Immer noch zwei und drei. Das Scheißspiel geht mir am Arsch. Immer noch zwei und drei. Wie will ich da weiterkommen? Ähm, gut. Ja, hauen wir gerne eine rein. Ja, nimmst du meine Freundschafts- und Frauke an? Oh, ja. Nee. Die habe ich noch mal angemeldet. Nein. Von, von. Mir ist wurscht. Ja. Das Problem ist, ich... Hast du mal eine gesendet gerade eben? Äh, schon. Ja. Gerade eben. Ich lehne mich sonst immer... Ich schaue, weil ich mich annenne. Ich lehne immer alles ab. Oh mein Gott. Was ist denn das? Danke, dass du das machst. Das ist ein Scheißspiel. Wie nehm ich das was? Okay. Mit der linken Maustaste. Und wer in der Kürze unten landet, der ist im Arsch. Für die, die mit Gamepad spielen... Was für Gamepad? Was für Gamepad? Auto-Aim. Auto-Aim? Ich habe einen Wallhack. A-Mod. Ich habe Godmode. Ich habe Fly. Hallo? Hallo? Fass. Ah, Fass. Phasmophobia. Weg mit euch. Oha. Wir müssen zusammenarbeiten, Jungs. Wir müssen zusammenarbeiten hier drüben. Jungs. Wir müssen zusammenarbeiten hier. Gegen die Andelskruppe drüben. Jungs. Einfach wegschmeißen. Einfach wegschmeißen. Einfach wegschmeißen. Nein. Oh, ich habe es nicht überlebt. Ich habe es nicht überlebt. Verdammt. Ah. Andel? 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 Weg weg! Andel? Geh weg! Andel, geh weg! Andel weg! Andel weg! Andel weg! Geh weg! Oh Mann! Oh. Oh, das ist intens. Einfach die Ruhe bewahrt. Das ist so intens. Ich habe alle weggehofft. Ja, ich habe eine Bohne gekriegt. Marianne Fischi, die weibliche Moderatorin ist auch am Start. Was kann ich mit der Aubergine? Die kannst du essen. Es ist Veggie. Lauf, lauf um die Kurve, lauf. Schnell zu einem Spieler, da ist ja gar keiner. Ich glaube, du hast da gerade was verschwendet. Ja, du schaffst es, da stehen bleiben. Stopp. Nein, in die Mitte. Ja, sehr gut. Okay, Moment. Wieder aus, ey. Das ist unbequ... Nein, da komme ich... Fuck, da komme ich jetzt auf sein Todesfeld. Nein, ich gehe da her. Ja, da. Kommen Sie noch. Sehr gut. Wiedergeschehen. Ah, nein, noch nicht. Schlecks. Schaut hier Hallo Marianne im Chat. So ein Scheiß, ey. Ich glaube, ich habe die Form von Mario. Es gibt ja nur Marianne, oder? Dass er als nächstes kommt. Jetzt ist der schon wieder auf der Raketen rum. Schau. Geh'n Arsch. Und jetzt ein Nuller. Jetzt eine Null. Zeit zu dir passt. Danke. Danke, Arne. Besser eine Null als eine Doppel-Null. Schnauze. Das ist laut. Schon wieder er. Nein, doch nicht. Dann wäre das Spiel jetzt vorbei. Schon wieder er. Nein, doch nicht. Jetzt bin ich gerade an der Kisten vorbeigerennt. Mich doch verorschen, oder was? Arsch. Ja, oah. Danke. Okay. Ja, ich bin die Letzter. Ich bin eben Arsch daheim, Alter. Du hast dir viel Wein bauen, gell? Ich habe eine erlesene Ernte, habe ich. Rückens. Wir wollten da nicht spielen. Ach so. Kurt, falls heute bei mir im Stream durchschallert, ich habe heute einen Magen-Darm-Shot trunken. Eine, fünf Dosis statt eine, weil ich es nicht checkt habe, dass man die in einzelnen Schlücken trinken muss. Eine Frage, warum trinkst du sowas überhaupt? Kommst du schon ins Renten? Das war in meinem Adventskalender drin und da war von hohes C war ein Magen-Darm-Shot und die Flasche sind fünf Shots und ich habe die ganze Flasche gegst. Dabei darf ich nur einen Schluck nehmen. Jetzt habe ich den ganzen Magen-Darm-Shot trunken. Also falls mich heute zerschallert, heute Abend ist die was. Er hat einen hohes C Adventskalender, das ist halt eine andere Frage. Das ist kein hohes. Ein Adventskalender von der Apothekenumschau. Das, nein. Haben Sie einen Adventskalender gegen Darm-Probleme? Ja, von hohes C. Absolut. Nicht voll Kofan. Ich spüre den Arm bis Weihnachten so richtig durch. Ich brauche einen Scheibenwischer für die Augen. Ich habe noch nie gehört, dass wir einen das letzte Kalender haben. Du wolltest den Arm-Darm-Kalender haben. Ihr seid solche Vollidioten, oder? Woher ist dann die Hämorrhoiden-Creme drin? Ich nehme so einen Opa-Kalender-Kauf, wo so für alte Menschen Sachen drin sind. So Nagelklipper. Du bist ein Frühkofer, oder? Du. Das ist das 24. Türchen. Dein Nagelklipper. Das ist ein Türchen im Jahr oder sowas drin. Das schenke ich dir dann. Sandal mit Tennis-Socken. Ah! Sandal mit Tennis-Socken. Vergiss nicht die Rheuma. Ah! Boah, Leute. OST-Abentskalender. OST-Sing. Ich bin auch in der kurzen Minute. Du suchst. Ich habe so was zu lieben. Ich habe alles zu verhauen. Ich habe alles zu verhauen. OST-Abfüllmittel. Einer schreibt gerade rein für beschissene Weihnachten. Ich freue mich auf dieses Jahr, was da in einem Adventskalender drin ist, bitte. Nein, tatsächlich ist das der geilste Adventskalender ever. OST-Abfüll-Adventskalender. Gestern war zum Beispiel eine Jogginghose drin. Alter, war das für Adventskalender. Ich sage ja, den besten Adventskalender der Welt, Alter. Abfüllmittel. Nein, es ist zu viele. Ich kann nicht mehr. Na, vorgestern war die Jogginghose drin. Das ist der beste Adventskalender, den ich jemals hatte. Natürlich haben sie wieder alle bis zum Gäden. Oh, da geht's. Soll den Weg erst, weiß nicht. Toll. Cool. Toll, da hat jemand oben was mitgenommen. Und oben ist hier der Schatz. Ja, der Schatz wurde schon gefunden. Ja, das ist alle erst einmal gewonnen. Ja. Letzter. Zweiter. Mario schreibt, also da bevorzugt lieber den Eiskalender. Meint er damit, das wirklich Eis.de? Nein, Eis.de. Oder meint er den Andeln? Der hat den Eis.de-Kalender. Jetzt kommt die Raketen raus. Machen wir hier Werbung für sowas? Wir sind sicher wieder ein Arsch aufs Spiel. Wobei es anders ist, da dürfen wir Werbung für alles machen. Was? Wir machen Werbung für Apfelmittel. Von Hohes 10. Hämorrhiden-Creme. Eine Eichel-Creme, Dekka. Gut, aber das ist Darius, sein Adventskalender. Das ist der Sex-Eiskalender. So eine Scheiße. Okay, jetzt bin ich wieder in der falsche Richtung gelasht. Bruder, da hast du die Creme. Dekka, du beheißt. Bruder, ich dachte, ich habe jetzt vier Tage Ständer. Der Weihnachtsständer. Der Klingelständer. Du musst mir dann schreiben, was bitte dann am nächsten Tag drin ist. Das wäre echt lustig zu wissen. Das ist der beste Adventskalender ever. Und nein, es ist kein HOSC. Ja, sagt es drei Mal. Schaut mal ein Admin-Touch. Lass mich gerade... Ich glaube, den hat er. Den hat er, Ansel. Warte, lass mich schauen. Der doofe Sau, Alter. Rotbäckchen. Der blöde Sau. 24 Minis, 125 Milliliter. Mich hat es zerrissen. USC. Darmspülung. Darmkur. Au. Ach, herrlich. Bei Tario ist es einfach nur ein Besen. Das ist ein Besen-Kalender. Der hat Verträge, jeden Tag einen neuen. In jedem Türchen. Warum auf mich? Warum? Weil du Erster bist mit zwei Karten. Hau ihn, Wazel weg. Was? Er hat noch fünf Leben. Er hat noch fünf Leben. Ich habe ihn gar nicht gemacht. Gar nicht. Irgendeiner hat doch die Würfel gezinkt können. Das sei. Michael. Nee. Der Wolf, Alter. Ich kriege ja selber nur beschissen. Das sei. Ich schaue mich da unten an. Ich gucke da herum. Ich will gar nicht mehr. Habe ich irgendeinen Gegenstand überhaupt? Nein. Gar nichts. Das ist ja wurscht. Zwei. Ah, vier. Ich gucke mich wieder verarscht. Oder so. Nicht einmal. Let's go, Alter. Hala, danke für 5,99. Auf noch geile neun Stunden. Auf noch geile neun Stunden. Alter, neun Stunden noch. Holy shit. Drei Stunden sind schon echt heftig vergangen. Es ist schon ein Viertel. Was ich denke. Ach, Mensch. No Flags. Ich habe einen eigenen Adventskalender dieses Jahr. Ich habe gar keinen anderen. Meiner ist auch ein eigener. Ist er auch noch gezickert? Lass mich raten, Hansel, das ist der beste Adventskalender. Ne, das ist von meiner Freundin. Und ja, das ist der beste. Und ja, es war heute ein hohes Zeh drin. Aber sonst sind geile auch. Ich, es ist ja auch geil, aber wenn ich nur verschissen habe, das zu trinken. Also falls ich heute die Scheißerei habe, ja dann für den Arsch, oder? Wortwörtlich für den Arsch dann. Aber eigentlich ist es nächstes Mal, dass ich dich einen Schluck Kosten vom Magen und Darm schaue. Bevor du ihn getrunken hast, oder nach dem? Ne, egal. Schau dich. Kriegt der Wolf auch noch was da? Die Bummel-Awards, den kriege ich jetzt, komm. Wer den wohl bekommt? Ich. Ja, komm, Bann. Danke, Wolf. Ausruf, Ausruf. Hol man ins Admin-Büro. Nein, ins Regierungsbüro, das ist zu viel. Im Admin-Büro ist er doch schon. Scheiße. Hol den auf. Ich bin trotzdem aus. Alter, ich bin im Häfen da hinten drin. Was soll denn die Scheiße? Ich komme wieder raus. Schau, komm her, ihr blöden Hund, Alter. Komm her, Alter, ich haue euch alle. Ich habe kurz raus da. Richtiger Knastschläger, Alter. Ich haue euch alle zusammen, da kommt ihr zu mir. Ich kriege es alle auf die Fresse da hinten. Ja, schau. Au. Gut. Da können wir da eigentlich rausgehen, gell? Da kann ich auch gar nicht mehr raus, Alter, aus dem Scheiß hier. Disconnected from the game. Ist einer mit? Ach. War, war schön? Ich weiß, ich weiß. Server Crash, das kenne ich von irgendwoher. Server Shutting Down. Server Shutting Down. Gibt es eigentlich einen Xooker-Kalender? Das könnte ich in Kurt kaufen für nächstes Jahr. Xooker. Hast du mal den Müll? Egal. Was zocken wir jetzt? Mit so vielen Spielern, wir können jetzt noch zocken Geoguesser oder Scribble. Geoguesser. Aber da braucht jemand einen Account, oder? Wie heißt das eigentlich nochmal? Fall Guys? Ja, aber da können wir nicht mit so vielen Leuten spielen, ne? Kein Fall. Ja, Alter, Fall Guys, easy, rein. Das will ich hier spielen. Okay, Fall Guys ist was für ein Spiel? Epic Games. Da kann ich leider nicht mitspielen, ich hab's nicht. Ist gratis. Ist gratis. Alter, Fall Guys ist so, ich will das einmal spielen, es schaut immer so lustig aus. Vor allem der Robert, der schreit da immer extrem. Ich bin das immer sehr amüsant. Das ist heute in deinem Adventskalender gewesen, Fall Guys. Mein Adventskalender war OSC Apfelmittel drin. Du Kofa. Das kann man aktualisieren. Kenn ich. Das ist auf Ende ein Duschback drin, ein Einlauf mit dem weiteren Namen. Alcatraz Video. Jetzt bin ich mal gespannt. Es gibt sogar einen Xooka Adventskalender. Oh mein Gott, den kaufe ich. Den schenke ich hin. Dann stelle ich ihn vor die Tür hin. Jeden Tag kriegst du dann ein Mittel. Kannst dann Vanille-Budding machen, Xooka-frei. Kannst dann vor dem Stream reinlöffeln. Dann kommt der Blick nach 10 Minuten so. Jungs, ich bin mal kurz vor der Highspeed. Ach du Scheiße, es ist laut. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Alter, Chat, trotz leiser. Ich gehe jetzt dann gleich rein. Trotz leiser? Trotz leiser. Wo sind die Ton... Musik aus. Effekte. Einstellungen. Easy Anti-Cheat. Boah, ich muss schon wieder pissen, Alter. Schon wieder einen halben Liter trunken. Der hohe ist C. Das ist der hohe ist C. Da kommt's nach. Da spült's die Blase komplett durch. Oh ja. Ich fühl mich gerade richtig danach. Bitte, ich will jetzt nur nicht, dass es so laut ist. Sei jetzt nicht laut. Komm, mach nicht diesen, Digga. Oh Gott, es ist laut. Please, stop it. Stop. Ich habe ja gar nichts. Die schauen ja echt aus wie ein Opfer. Das liegt aber nicht am Spiel. Ich wollte es nicht sagen. Nachdem ich das ausgesprochen habe, habe ich mir gedacht, scheiße. Steilvorlage. Ich habe nur gewartet. Das war noch in der Luft, so Wolle von der Ecke. Und dann habe ich ihn voll reintreten. Das war in die Kreuzecke rein. Das war sogar so und genau noch Loserzeichen gemacht. Ich habe nicht gedacht, das ist die Dünn, 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 Dünn. Ich habe irgendwas zum Surfen. Aber kein OSC, gell? Ja. Wie viele Leute kann man da einladen? Bei mir ist gerade Black Screen bei dem Scheiß. Ist die Frage? Ich habe da eine bunte Maus, aber ich habe ein Black Screen. Du kannst ja ein komplett privates Spiel machen, das nur deine Leute spielen können. Wie geht das? Ich bin gerade nicht im Spiel dran, ich habe Black Screen. Black Screen Simulator. Habe ich auch. Oh Gott, ist das laut. Sag ich doch. Was schreit denn der mich so? So, so, aah. Ah, ja. Einladen. Also man kann es maximal zu viert machen. Nein, nein, du kannst ja das komplette Eigen herstellen. Wo denn? Einladen. Jetzt fahrt halt kurz. Ich habe doch keine Zeit. Ja, herunterladen von Inhalten. Schau, echte Polizisten. Bitte. Ich will dich nicht kaufen, du sexy Babuschka. Ich will sie kaufen. Ui. Vielleicht so ein bisschen Hintergrundmucke. Du gehst auf Showauswahl und dann auf individuelle Shows. Ich muss einmal kurz aufs Klo. Gut, dann hosten wir mal eine. Ich mache Beiträgen. Ich mache Beiträgen. Sagst du den Code öffnen? Ja, ich sage den Code. Ja, ich sage den Code. Und zwar der Code. Den tue ich mal für alle, die hier anwesend sind, irgendwie anders machen. Schreiben wir doch in den Admin-Chat. Ja. Also in den Admin-1-Büro-Chat. Bei mir ist es eh noch am Aktualisieren. Ja, das könnte ich hier tatsächlich machen in dem. Bitteschön. Okay, R-K-4-L-S. Abschickketten. Ich bin drin. Ich bin drin. So, Auswahl. Auf Beitreten. Und dann den Code eingeben. Warte mal, genau. Individuelle Shows. Warte mal, wo ist denn? Individuelle Shows, genau. Und dann Beitreten und dann den Code. Ach scheiße, warte mal. Da muss ich jetzt, äh, da muss ich den Bildschirm kurz. Wo ist der Code drin? Ja, der hat schon im Büro oder ich hab ihn dir geschickt. Sieht man den Code danach noch? Negativ. Aber sobald du drin bist, sieht man nimmer. Ja gut. Pass dich, weil sonst ist die Lobby gleich voll. So. Wie viel sind wir uns denn eigentlich? Sechs von zwanzig sind wir dazu halt. Da kommt noch jemand. Wir sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun. Achso, na, der Kurt muss es, der spielt ja nicht mit oder was, gell? Nee. Wie gesagt, bei mir ist es noch am Aktualisieren. Okay, ja, ja. Ihr könnt schon mal ruhig machen. Chat in der Zwischenzeit, machen wir mal wieder. Für die 30 Likes. Für die 30 Likes. Funktioniert das? Kurze Einleitung. Was in the fuck's name are you doing? Springen, laufen, los. Bleibe auf der Rolle, um zu überleben. Also da muss ich noch auf der Rolle bleiben, um zu überleben. Oh mein Gott. Ich spiele das zum ersten Mal, ne? Ja, ich auch. Freunde der Sonne, ich spiele das. Das wird das Schlechteste, was ihr jemals gesehen habt. Ich spiele das zum ersten Mal. Oh mein Gott. Ich spiele das, was ich machen muss. Ich bin qualifiziert, ich habe alles geschafft. Wir haben gewonnen. Warte mal, ich muss die Audio-Settings, die Gäste ist laut. Wer hat verloren? Warte mal, kann ich da schon da in die Settings noch einmal rein? Die Gäste ist laut, Alter. Das Nächstes folgt. Sag ich nicht Escape drücken, Alter. Bellaria, könnt ihr Day-C spielen? Das habe ich nicht. Sorry. Garrys Mod. Aber ich will Ready or Not spielen, eventuell. Rettich oder nicht. Was ist denn das jetzt, Alter? Das ist kein Problem. Was muss man hier machen? So lange wie möglich ist es leider. Ja, passt. Geh mal zum Wolf. Wolf ist guscht. Geh mal zum Wolf. Der Wolf ist scherzend. Ja, geil. Das ist wurscht. Verdient. Meta, Peter. Nein. Nein, ich bin runtergefallen. Nein, ich bin runtergefallen. Alter, meine... Ah, ich fliege ja direkt... Ja, geil, Leute. Ich war so gut und fliege gleich 30 Gitarren runter. Alter, ich bin schon wieder im Arsch da haben. Nein, nein! Oh, nö. Warte. Ja. Machen ruhigen. Machen ruhigen hier oben, okay? Alter, meine Mausempfindlichkeit ist viel zu hart. Da ist Ende für dich. Da ist Ende für dich. Da ist Ende. Komm schon. Geh weg. Nein! Leck mich am Arsch! Oh, Mann! Ah, fuck. Oh, oh. Ey, ich bin schon an der letzten Stufe unten. Ich bin so weit runtergefallen. Sie sehen, ich konnte auch der Konsum schon aufkommen. Vielleicht fallen sie durch. Das ist nämlich der Punkt. Hallo, Ante. Tschüss. Mit Ante. Tschüss. Tschüss. Ich muss hier mal kurz abschneiden. Ich glaube, ich bin Naturtalent in dem Game. Nein! Das Spiel ist gerade zum ersten Mal, ne, Chet? Nein! Fuck. Ich war zu übermütig. Nein! Ja, qualifiziert! Ja, qualifiziert! Hab ich einen Dusen. Aber meine Mausempfindlichkeit ist krank hoch. Ja, meine auch. Ich bin jetzt in Ruhe. Jawohl! Piss die jetzt! Was kommt denn jetzt für eine Scheiße? Oh, nee. Fußball? 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 War das gerade nicht irgendwas mit? Ich hab außerirdisches Kacken gelesen. Alter, was ist denn das jetzt? Ich hab's jetzt nicht so schnell lesen können. Ich auch nicht. Das gleiche, nicht unten voll nahm kochen. In Bewegung bleiben. Schon wieder? Schau mal. Nein, ich bin schon glücklicher. Oh, da schwitzt es nicht. Da schwitzt es nicht aus der Hand. Ist er weg? Oh, oh. Ich bin weggegangen. Ja! Bist du es auch? Ja! Erstes Game! Jetzt hat er Neuling! Hype, Hype! Hey, Spieler melden! Hashtag Hype in der Chat! Erstes Game! Jetzt alle Wrecked, Wrecked! Ich würd gern irgendwo meine Settings umstellen. Wo kann ich denn das machen? Ja, ich auch. Ich muss wieder ein Submenu raus. Oh, scheiße. Ja, warte mal, dann muss ich wieder rein. Warte, ich muss das kurz machen. Weil, ah, es ist zu laut. Bleibt die Lobby bestehen und gibt eine neue Lobby. Wenn er erst vor schon nicht rausgeht. Ich bin ja nicht der Haus. Nein. Junge, Alter. Du bist nicht der Was? Ey, das macht halt eben so knapp. Nö. So. Sind jetzt alle wieder raus? Äh, Anson und ich. Ja, Kurt. Kein Storn. Ihr müsst schnell empfindlich der Witterung bestehen. Ah. Alter, das ist ja voll scheiß, dass das nicht im Game... Ich mach jetzt in meinen Chats, werd ich hoff, dass das passt. Ja. Äh, selber Kurt, ne? Ja. Kurt? Welcher Kurt? Kurt oder Kurt? Kurt. Kurt. Ganz schlimm. Kannst du ja nicht die Spiele auch auswählen. Als Hush. Mach ich. Das ist schon mal. Mir ist so weit. Ja, mach mal. Widerlich. Lapper, hol dir auf mich schon. Matze! Matze! Sieh herz. So. Ist du mal so breit? Warte mal. Scheiße. Das ist ja nicht mehr breit. Kein Bild. Jetzt. Breit. Kurte Lina hat das Spiel nicht. Das ist grad... Der mettert grad im Garten draußen rum mit seinem Rasenmäher. Wer ich? Na, Kurte Lina. Ich hab grad Katzenspielzeug ausgepackt. Oha. Yeah. Wie letztens Hundegschirr einkauft. Ja. Und? Wow. Wow. Verbinden mit dem Server. Ist ja schon fast wie RLO. You're banned from the server. Let's go. Im RP gefangen. 107 Mafia. Danke fürs VIP werden. Gibt's mir hilfstig wahrscheinlich, oder? Wer braucht denn das so lange? Verbinde mit dem Server. Das verlauge ich mich auch. Ich will spielen. Ich will spielen. Ich glaub, Server ist gecrashed. Server Crash. Ich will spielen. Starte das Spiel. BANN! Die Tastatur zusammenkaut. Verbindungsfehler. Ja. Abgelaufen. Bitte überprüfen die Einstellung. Mike. BILA Code. Mike ist schuld. Mike. Mike. Der ist ein einzelner Server dran schuld. Verbindungsfehler. Bob. Mike. Das war der Tonnenbäum. Fehler. Wir brauchen eine neue Lobby. Okay. Okay. Dann machen wir das nochmal neu. So, dann ne Bäum. Ballguys RP-Server. Ja, da seh ich mich. Ein bisschen lauter Minions. Kann ich ihn da machen? Schau. Outfits. Hab ich nix. Ja. Golder Mensch. Schon wieder Habub. Filmstar. Da seh ich mich. Am selben Ort. Wie immer. Den Code müsst ihr mir dann bitte wieder weiterleiten. Den Code. Du wirst es dann einschicken. Jetzt dann Rabattcode. Kurz dein Merge. Schaut's vorbei. Kauft auf gar keinen Fall was ein. Sehr gerne. Danke für deinen Support. Bitte. Jetzt würde ich gerne was sagen, aber dann wird das Video gesperrt. Ich wollte das H-Wort sagen. Du. Du hilfsbereiter Mensch, wolltest du sagen. Du hilfsbereiter Mensch. Also in letzter Zeit wird es sehr overused für mich tatsächlich. Ich weiß nicht. Ich kann es wenigstens erklären, wo das herkommt. So viel overused. Ah, den Eintrag, den nehme ich mir wieder weg. Wie geht das? Eintrag, den Eintrag, den nehme ich mir wieder raus. Oh mein Gott. Ich bin denn mit dem Sauer. Also ich finde es super. Komm Mike, sonst müssen wir öffentlich, glaube ich. Die Show beginnt. Ja. Endlich. Ja bitte. Ich rutsche die Bahn hinunter und rase der Ziele liegen. Firefighter 1, 2, ja. Liebe Grüße an die Rasselbande. Das ist wirklich eine Rasselbande. Was muss ich jetzt? Jetzt muss ich rutschen. Ich habe es dir gerade vorgelegt. Ja. Bist du unten bei der Stoppflot G? Hä, wie kann ich rutschen? Ah, jetzt. Hä, wie kann ich rutschen? Steuerung. Ja, du kannst rutschen. Aha. Ah. Natürlich, ich bin schon wieder so dumm, dass ich bergauf rutsche. Ich komme da nicht hoch. Fail AP. Bergauf rutschen. Fail AP. Ja gut, David. Stopp, stopp. Ja, gewusst wie, oder? Auf. Oh, oh. Wuhu. Ah, Bauchklatscher. Dung. Bin ich denn so langsam hier? Ich bin Rase zum Ziehen. Ich Schneckentempo, Mensch. Ja, rein da. Weg. Rein da? Reiner? Komm, rein da. Oh, ich habe einen Boost Trick. Oh, jetzt bin ich der Fasteste ever. Weiter. Ich habe mich qualifiziert. Ihr seid schon drin. Wollt ihr mich picken? Ich bin qualifiziert. Nein. Aber manchmal. Nur wenn wir in deinem Adventskalender sind. Raus, 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 raus. Ja, ich. Ich war ja noch oben. Ich war ja noch oben. Ja, Alter, ich habe nicht gewusst, wie ich das mache. Ist ja nicht fair. Ja, ich auch nicht. Ja. Okay. Schon wieder. Passt. Jetzt hast du von dem Spiel nichts gesehen. Außer zwei Games. Los, GG. Ja, danke, Chat. Danke für euren Support. Ich habe die einfach nur auf Dings hier. Ach, du Scheiße. Ich bin raus. Ich muss raus. Nein, nein. Wer ist Meter, Peter? Ich? Ja, hast du es gerade öffentlich zugegeben, dass du meterst? Nein. Aha. Nein, ich bin im Erdbeer immer noch. Hey. Nein, im Erdbeer. Du. Hundesohn. Du Hundefater. Super. Das war aber knapp. Was macht ihr da eigentlich? Könnte ich mal aufhören. Macht keinen Spaß mehr. Nein, nein. Ha. Ja. Was machst du? Nein. Ich habe ein bisschen schwitzen. Uh. Ich habe keine Einladung. Mach mit. Hast du mich jetzt qualifizierter oder bin ich komplett raus? Ich habe mich jetzt ausgedacht. Wie jetzt? Du hast du vollgeist. Es geht eigentlich vollgeist. Tod ist im Adminbüro. Du musst immer so lange warten, bis du weiterzocken kannst. Roter Nieder ausscheiden. Oder nicht ausscheiden. Hat der scheide gesagt? Ausgescheiden. Hat der scheide gesagt. Wir sind echt im Kindergarten, gell? Ja. Vollgas. Aber bitte lasst mir wenigstens den Space noch, um kindisch zu sein. Bitte. Ne. Ne. Es ist ein Safe Space, den wir nicht angreifen. Es ist mein Safe Space. Es ist der Guilty Pleasure. Der Happy Place. Das ist doch nicht angreifend, den Safe Space. Du kriegst noch Probleme. Lass bin ich in meinem Safe Space. Der Happy Place da. Das Spiel startet, sobald wir es im Spieler haben. Wir sind gerade von 66. Das ist eine Lüge. Mike. Ja, Mike's Code. Wer will jetzt noch jemand mit hinzukommen, oder nicht? Ja, der Matze. 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 Was ist der? Was? Hat der mich dann so an? Mir schlingt's doch gar nicht. Matze. Wir beschauen mir am liebsten gar nicht. Gar nicht. Gott, nur auf, Matze. Du kannst du doch nicht löwen. Du könntest schon mal ein paar gute Spiele einstellen, Mike. Erhol dich doch. Komm, bitte. Ich geh nur auf Showselector und sag Solo-Show. Du kannst du doch nicht löwen, Alter. Wer redet von gutem Spiel? Black Ops 2 Zombies, was? Was? Ein paar übrisch geile. Ein paar gute Spiele, ja. Aber hat wahrscheinlich kaum jemand noch. Ich hab's. Ich hab's auch. Ich müsste es noch wieder runterladen. Aber man kann es nur zu viert spielen. Ich hab's nicht. Easy. Anti-Shi. Beste Zombie-Modus-BO2, finde ich. Immer noch. Transit, Alter. Reinst im Kreis. Wollte ich gerade sagen, war das das mit Transit? Ja. Nachher, ja. Das war richtig geil. Transit war so geil. Das war der beste Zombie-Modus ever. Ja. Ich hätte danach oder irgendwann Bock auf... Entweder wir zocken dann sowas wie Geo-Guess oder sowas. Da können alle nochmal mitzocken. Oder das Scribble. Das wär witzig. Das wär sicher lustig, ey. Und danach... Danach eben so Ready or not oder so. Wär witzig. Was ist das Scribble nochmal? Das, wo du zeichnen musst. Du kriegst ein Wort. Ach so. Okay. Du musst es zeichnen. Was kannst du überhaupt? Ähm... Mobben. Ähm... Na? Nee. Wo gebe ich den Code ein? Du gehst auf Showauswahl, individuelle Show und beitreten. Mike. Mike. Also unten rechts in der Ecke, dann oben in der Mitte. Mike. Ja. Spielen. Spielerliste. Ich bin auch mal dabei. Er ist euch dabei. Wie war das? Wer findet jetzt noch? Matze. Wie gut ist das? Matze. Der untere. Matze. Ich sehe nur den Riesen-Code hier. Oder normal sie im Chat. Du sollst nicht ins Klo gucken. Hier im Admin-Büro der Chat. Ach so. Du sollst nicht ins Klo gucken. Oh dear. Du sollst nicht ins Klo gucken. Wenn er vom Riesen-Code redet. Das ist klar, wenn du ihn bei seinem Stream schaust, dass du mich so hörst und im Stream hörst du Jenny. Okay. Okay. Die Selin, die hinter mir und sagt zu mir, ich hör die zweimal. Eieieie. Ja. Ey Wolf, sag mal lieben Gruß an dem T-Kessel 2.0. Dann kotzt er ab. Gratulation. Ich soll den Gruß an dem T-Kessel 2.0 sagen. Keine Ahnung, warum muss man mal das Matze-Code kommen. Der Watzel-Scheiz. Kommt's gleich wieder. Sie soll ans Mikrofon kommen und so richtig wegdessen, Alter. Du sollst ans Mikrofon kommen und die Matze so richtig wegdessen. Schau ne wieder Speedrutsche. Hat man doch gerade. Auf. So wieder die Scheiße. Ähm, was? Jetzt weiß sie diesmal, wie es funktioniert. Ja. Weiß sie bitte mal, was sie sagen soll. Ja, gut. Ciao, Kakao. Tschüssi, die Müsli. Ey, wir schubsen hier. Matze. Nicht schubsen, ich hab Joghurt im Rucksack. Ich hab Joghurt im Rucksack. Joghurt im Rucksack. Joghurt, wo ganz woanders denn? Wah. 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 Der cheatet, der fährt schon wieder oben auf der Lane. Was ist denn das? Ach, Mann. Sicher fahr hier oben. Und, wir schauen uns doch mal. Ja, Alter, woher soll ich das ließen? Immer die 107er. Die 107er, die cheaten. Im P1 umgestiegen. Halt da oben vom P1 auf P1. Immer die mit ihrem P1, ey. Ja, P1 wird gebannen. Brauchen wir eine ISP-Unit hier. Oh. Jawoll, zieh. Brauchen wir eine ISP-Unit hier. Der vor. Wo ist der Standort? Oh, so gut. Ich bin sogar Erster, oder? Nee, Zweiter. Bist Erster nach dem Wolf. Ich hab mich qualifiziert. Ja, da sind alle qualifiziert. Ja. Warum ausgeschieden? Warum ausgeschieden? Matze. Scheiße, ey. So wie ich mich vorher gefühlt. Richtig scheiße. Richtig scheiße. Das ist Mobbing ersten Grade. Richtig ausgeschieden. Was kommt denn jetzt da für ein Müll? Und Kinder hasse. Ich hasse Kinder. Der Till. Oha. Oh Gott. Nein. Wie kann ich mich ducken? Gar nicht. Du musst drüberspringen. Was? Wie kann ich mich ducken? Achso, das ist so hoch, dass ich... Achso, das Badabas... Oh mein Gott. Warte mal. Aber du kannst jemanden festhalten. Wie mach ich das? Warum hab ich überhaupt die Maus im Screen? Oh Gott. Ich weiß, ich weiß, wie's geht. Ja, ich halte da die ganze Zeit jemanden fest. Eins kippt hoch. Ja. Pisst's euch. Pisst's. Bleib mal da. Pisst's euch. Oh, Boden wackelt. Oh, Boden wackelt. Oh, Boden wackelt. Auf, auf. Ja. Das heißt, der stürzt klar. Oh nein. Nein, nein, nein. Na, komm. Nein, ich hab dich irgendwie gerettet. Verdammt. Aua. Was wär's denn? Du fahr ich jetzt mal runter hier. Lass mich aus. Nein. Gleichzeitig. Du fahr ich, Kofan. Hoffentlich haut's aufs Maul. Ja, super. Ich steh auf einer Plattform. Perfekt. Ja, was soll ich denn sagen? Oh, das ist knapp. Den hab ich nicht geschehen. Schade. Angeln schon wieder mit Antlau auf einer Plattform. Ja. Auß euch runter. Oh, mein Glück. Hey, verpiss dich! Oh, mein Glück. 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 Du blöde Sau. Wie war's? Oh. Oh. Das Spiel zerstört Freundschaften. Du hast übrigens mit Tab die Namen anzeigen lassen. Oh, okay. Oh, okay. Ja, bitte. Oh, okay. Den Helm bei Selina. Wo wär's denn jetzt rausgegangen? Ich? Nö, dem Dach hier. Meine Maus ist zu schnell. Mit einem Tönen Rennrad rein. So ein Maus. Rau. 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 Ja genau, du Cheater! Einmal verloren! Alter, jetzt verstehe ich, warum der Robert immer so herumschreit, Alter. Ist ja zum Kotzen. Unser Robert. Unser Robert. Unser Robert schreit da immer richtig herum. Du kommst oftmals in Talk rein. DON 협 slow weather! Das ist die Wende. Mann ist man,記連 Glük. Du kannst wieder mit rein. Erf leßte im Stream, Matze. Nee. Ich hör zu, Matze, hat sie geschrieben. suddenly sag, du mir dann bitte, wenn ich Angst haben soll. Seilind, du weißt, das is so an die Eiern dann so. Das ist so. ンビ-krisch. Was? Diese Geräusche sollt ihr eigentlich Selin machen, wenn Wolfi... Egal. Was? Das kommt ganz gefährlich. Das wäre lebgefährlich. Das ist der FSR 12 Sendung, ne? Der Stream musste leider zensiert werden. Ja. Ja, genau. Nein, nicht schon wieder die Scheiße. Ja, der Stream. Ja, das ist jetzt eine andere Plattform. Was, was? Was? Ja. Soll das jetzt heißen? Ja. Und nur einer muss runterfallen. Alex, du gehst schon. Weiter Borsch. Bleib da! Hab ich so gehört? Ich hau jetzt ab! Bleib da! Ich hau ab! Pist euch! Du bleibst jetzt da! Ich hab gar keine Zeit. Ich hab gar keine Zeit für dich. Nein! Wo tanzt denn ihr so schön? Nein! 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 Er ist noch raus! aufgemacht am Handy! Und der verlaufen doch schon! Scheiße! Sorry, Antl, aber nur Matzi kann dieses zum Kotzen am besten sagen. Ja, dann sag's! Für die Menge bitte! Für die Fans! Ich hab' den Kotzen, Alter! Ich hab' den Kotzen, Alter! Ja! Schon wieder die Scheiße! Seid ihr zufrieden! Ja! Schon wieder der Rotz! Bleib als Letzte upisch! Ja, das ist jetzt aber das mit den Wackelnböden! Alter, was ist das für ein Schmutz, Alter! Hey! 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 Hey, komm! Verpießt's euch von mir! Da steht's alle deppert bei mir rum! Ja! Gleichzeitig! Gleichzeitig! Lino! Verpieß dich! Verpieß dich! Schraubt! Ihr könnt euch eh quasi unterschutieren! Ist jetzt so viel Pissart! Oh oh! Pissiert! Nein! Du hast... Nein, Matzi! Du hast verloren! Matzi, bitte! Ist das immer! Hallo! Nein! Oh! 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 Oh nein! Ich hab's nicht gesehen! Nein! 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 Oh! Aus den Leben! Geh bitte! Ah! Ja! Ah! 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 Mit dem Schneemann auf dem Kopf! Ah! 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 Oh mein Gott! Ah! 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 Ja. Und jetzt? Schwer dabei? Nein, nein, nein! Jawoll! Ja, ja! Nein! Ja! Ja! Ach komm! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! 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 Oho, so richtig! Nein! Oh, Scheiße! Was? Ja! Ja! Nein! Und jetzt? Und jetzt? Pass auf, pass auf! Du Sau! Ja! Nein! Nein! Oh, hab ich ein Glück! Oh, Stoffel! Ich hab 8-2 gewonnen! Oh, noch eins hier! GG, Alter! GG! Der war echt schön, Alter! Sauber gespielt, Alter! GG, Endless! Alter, für das du den Scheiß zum ersten Mal machst! Das erinnert mich so an Wii damals, irgendwie! Ich hab das letzte Mal Fall Guys mit Stoffel, ich glaub, vor einem halben Jahr gespielt! Easy! Ungefähr! Ja! Ich bin gegen Marco! Ich will gegen Marco! Ich bin absichtlich! Ich mach den Zug! Nein, nicht gegen Wolfy! Nein,ne! Besser! Na komm! Ok! Okay! Du bist doch schlecht, Alex. Ja! Habe ich auch nie behauptet, dass es gut geht. Fuck! Fuck! Alex, bleib einfach streben. Alex macht das von der Lange. Au! Mach ich auch. Ich konnte es gerade auch nicht. Boah, da kommt er ja schon wieder! What? Ja, komm! Also Alex, nur in Erinnerung, da wo es schwarz wird, kommt der Ball runter, gell? Ja, das ist mir schon klar. Sag dir der, der schon ausgeschieden ist. Ich habe gegen Alex 6-6 gespielt, ja? Ja, und du hast schon mal ausgeschieden, ne? Ach komm, ich braue immer den Bunk daneben. Ja! Verdienst! Ach komm, was ist das für eine Scheiße! Ach komm! Ach komm, das kannst du ja nicht einschätzen! Das ist so schwer, Alter! Ach komm, das kannst du ja nicht einschätzen! Ich habe einen beiden ab. Ja! Ja! die denn den haaren also wieder volleyball dahinter sagt ich ja jetzt im finale jetzt wollte ich das passt perfekt eine damen und herren heute sehen wir an zur weltmeisterschaft ja ja ich kann fragen ob der ball überhaupt noch kommt machst du bei deinem körperprozess ein viel essen oder wie ist das na nehm 2 0 spieler melden zum wesel du mal reporten bitte ich setze den zähler auf wesel er hackt oh nein und siehst du schon wird es kürzen schon wird es kürzen na steh auf steh auf guck mal wie Wolfi tryhardet hier hat er bei mir auch schwitzer ja ich sollte in der schweiz wohnen eventuell ich saß doch es ist wirklich so nass geschwitzte hände gleich erstmal in der Hose abreiben ja hab ich gemacht ja oh was tust du aber es bleibt spannend ja 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 9 10 11 11 12 12 14 16 17 Ja, ich hab Radion nie gezeigt. Ich zeig's halt zum ersten Mal. Selber. Ich hab's nicht. Ich bin immer noch beim überlegen, ob ich's kaufen soll oder nicht. Na, man muss das alles haben. Wir müssen nicht, ne? Aber es schadet halt auch nicht. Da mühlt nur den PC zu. Was hieß denn, der sitzt schon wieder? Oh, ne. Das ist auch gut ausgesucht davor. Einmal antippen, danach bricht der Boden weg. Sehr gut. Da haben wir gerade jetzt achtmal gezaufte Spiegel. Oh, ne. Was ist das denn? Ey, da springst du viel höher. Du springst ja viel höher. Ich schicke mein Leben. Oh, ne. Piss dich, Wolf. Warte, ich bin ja nur ganz oben. Ja. Hier im Baden willst du ja auch nur ganz oben. Nimm mal lang. Nimm mal lang. Der Boden unten ist schon sehr durchgelöchert. Oh. Ja. Geh weg. Geh weg von meiner Plattform. Jawohl. Der war geil. Du blöde Sau, Alter. Ach nee. Jetzt fall ich noch weiter runter. Du blöde Sau. Geh weg von meiner Plattform. Jawohl. Jetzt fall ich noch weiter runter. Warum? Dass Sascha ist. Wer als erster so unten ist, gewinnt. Einfach die untere Plattform schon mal zu erstören. Ja, natürlich. Oh Gott. Jetzt irgendwann zwei ausscheiden. Wieviel müssen überhaupt ausscheiden? Zwei. Zwei. Ich werd's nicht sein. Entscheidet mal aus. Er ist schon mal der Erste durch mein Loch. Der Marzen. Stimmt. Bis sie alle durchfliegen. Oh nein. Wer hat denn denn Ray oder not überhaupt? Ich. Ich. Man kann halt eh nur zu viert spielen. Also zumindest. Du fünft? Ja. Ich hab's auch. Halt da mal nur jemand runter, bitte. Ja. Nein, 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 nein. Oh. Ja. Mann. Ich hab grad so geschafft, alter Schede. Huh. Ich auch. Spielt ihr noch Minecraft? Klar. Ich bin doch nach Bus gebaut. Pixel Party. Der ist schon wieder. Der ist schon wieder. Der ist gleich wieder. Ja. Wer stellt denn das ein? Mike. Ich. Ich. Ich drück ja drauf. Was kann ich dafür? Mike. Dann. 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 都. Gebt. Dann. Dann. Alles gut. Scheiße, Stoffel, sie haben doch da. Okay, dann fangen wir an. Tuch dir ein anderes. Tuch dir ein anderes Zuhause. So, dann würde die ein Feld-Taktik mit Sprung. Hau ab! Du blöde, miese Drecksau. Ich mache jetzt alle Felder da unten weg, blöde Drecksschweine. Ich habe euch nie was getan, blöde Sau. Ich renne da jetzt auf zwei Felder, wenn ich da unten flächendeckend. Das 3 pro mein Schritt. Oh Scheiße. Das ist richtig schön da, Merd. Nein! Oh Scheiße, ich habe irgendwas Falsches gekriegt. Nein, 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 nein! Oh fuck, okay, jetzt leg ich los. Verdammt! Ich habe oben nichts mehr. Oh Gott, jetzt wird's... Mal! Der Marco ist bei mir, verdammt! Ja, Wolf, ich komme auch gleich zu dir. Ich bin auch hier! Ich habe oben fast nichts mehr! Alex, heul leise! Danke! Warte, du bist auch noch da? Hast du schon einen aktiven Appling getroffen heute? Ich habe einen aktiven Appling getroffen. Oh, das ist so böse! War nichts vom Dammel vorbei? Perfekt! Jaja, hab ich doch gesagt, ich komme vorbei! Ich bin aber nicht so... Ich bin so ein Arsch! Ich bin so ein Arsch! Ich bin so ein Arsch! Kacke! Ah, aber ganz runter! Nein! Du Arsch! Ich will dir jetzt runterfallen! Arsch! Oh, Arsch! Ich finde es schön, dass wir beide nicht in die Teile liegen. Ja, auf India! Mike, das wird... Das ist lustig hier mit uns! Wollen wir uns aufteilen? Ich geh auf die andere Seite! Bitte! Ach Gott, der Hand ist doch! Es kommt nur in Klaus hin! Geil! Adam! Nein! 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 Ich hab... Wie viel sind wir jetzt noch übrig? So viele! Wir sind ja doch so weit oben! Wie kann man nur so viel Bech haben, Alter! Ja, ich hab verpackt! Nur noch drei übrig! Das ist ja nicht mehr cool, Alter! Aber funny! Sieh mal, Alex! Irgendwas hat's doch Vorteile, wenn man so kleine... Hahahaha! Hahahaha! Machst du eigentlich immer Mobbing bei Sachen, wo man nicht ändern kann? Das bist du immer so? Aus dem Leben auch und so? Ich hab' den Stelzen... Das gibt's doch ganz klar, größer werden! Hahahaha! Aber pass auf! Hey Dummheit kann man ändern! Auuuuuuuuh! Kenne ich mich nicht wieder aus. Ich brauche ihn nicht! Ich weiss schon! Wolfi! Wolfi! Nein! 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 So verdient du blöde! Hallo Marco! So jetzt wird es wirklich ein Rennen zwischen Wolfi und Alex. Ja aber ich muss gucken, wie viele sind denn da oben bei Wolfi? Nicht mehr so viele. Ist ja halt unten auch schon oben dicht durch Löcher, ne? Ja. Hm. Wolfi hat noch easy Platz. Ja gut. So Alex, falls du fragst, was Löcher sind, das ist das, wo die Haare dann rum sind bei dir. Ach ja, du hast ja gar keine Haare, stimmt. Au! Aui! Jawoll! Yes! Bist du Depper, da wird kein Geburnt da drin, Alter. Wir atmen ins Leben uns untereinander, wahrscheinlich. Wolfi ist ein Hacker, Alter. Du mein Bannmann raus, Alter. So Alex, ich lese gerade im Chat, dass du 1,20 mit Arme hoch bist. Ja? Ja. Ich habe wenigstens noch Arme. Likeしゃ. Ja du, äh! Jetzt so ehrenlos. Ja eben, deswegen, ähm... Ja. Sollte man nicht Mobbing encourage'n vor 2.300 Leuten. Hall Ciao. Bei Dingen, die man nicht ändern kann. Ich glaube, ich gehe jetzt dann Radio Nord spielen einer. Ich glaube auch. Das macht viel. Danke. Das geben wir Radio Nord spielen. Was? Wann jetzt? Hä? Jetzt machen wir mal noch eine Runde. Die machen wir jetzt schon fertig, Alter. Oh, jetzt bin ich gerade ausgestiegen, äh. Ja. Haha. Was sind das für eine Scheiße? Schlauer, blauer Bonbons. Wo krieg ich denn die her? Die Bonbons? Funktioniert das? In der Mitte, glaube ich. Leider, ich glaube, ein Teamspiel, oder? Ja. Was muss ich denn tun? Was sind unsere Bonbons? Ach, da! Was muss ich tun? Hä? Diebe schnappen. Diebe schnappen? Ach, wie sollen die Diebe schnappen? Hm. Wer ist denn da? Genau, ich hab... Im Gefängnis? Komm doch. Da, 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 da ist der Oranger da, du Pisser. Jetzt bin ich. Nein. Warum bin ich im Gefängnis? Ja, ich hab das gemacht. Ich bin ganz alleine, Junge. Ach so, weil wir selber waren die Bonbons. Das war so eine Scheiße. Ich dachte mir sowas wie Capture the Flag, Alter. Das war eine Pisse, Alter. Wir hätten von dir einfach weglaufen müssen. Richtig, wir hätten weglaufen müssen. Ach, das war so eine Pissschmatz. Ne, jetzt geh ich, Alter. Jetzt aber. So, ready or not. Das ist nicht mehr das scheiß Spieler-Kern, Alter. Pissen. Da, raus. Benden geh ich jetzt, Alter. Benden. 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 So, ready or not. Ich bin jetzt ready. Jetzt bin ich gespannt. You can die. Die Direkt ist unter Direkt 12. Da bin ich froh, dass ich nicht mit spielen muss. Eigentlich besser, je höher die Direkt X. Wieso? Meistens. Ich hoffe, dass meine... Gehst du? Warum hat er jetzt ein Update geladen? Ich hab da vorhin die Updates... Äh? Ah, ne. Perfekt, Matze. Halt die Kuschen. Matze. Matze kratzt auf Zehenspitzen und Arme hoch, grad so die fünf Äpfel hoch. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. So, schauen wir mal, ready or not, wie das funktioniert, wenn wir da Lobby aufmachen. Ich hab's ja auch noch nie gespielt. Boah, ich bin so müde, Alter. Ich schwöre. Der Schlafrhythmus stellt sich grad um und ich merk einfach, wie es mich schon zusammenzieht um 15 Uhr. Naja, aber ich muss auch sagen, ich bin auch relativ müde. Ich hab die Nacht auch nur irgendwie zwei oder drei... Das freut mich. Ich hab noch acht Stunden Stream vor mir. Wicke. Ja, gut. Aber ich bin hellwach. Ich bin voll dabei. Erstmal ein schönes Schläfchen machen, oder? Ein schönes Niggerschen. Wir machen einfach einen Schlafstream. Boah, welche Taste war das wieder um die Leute? So wie der eine. Wie heißt der? Der Ecki. Wie heißt der schon? Der Exel. Schlafstream. Dann liegt er dort. Die Leute, die sich den Schlafstream anschauen. What the fuck? Gibt's irgendwer bei dir im Chat, der sich sowas gibt zum Schlafstream? Einzelnen Chat, der Schlafstreams anschauen würde. Weil dann hau ich mich jetzt hin. Und der Stream bricht nach 12 Stunden ja sowieso von selber ab. Gibt's das? Hast du gerade den Bar verdingst? Oder hast du den noch? Den Bar. Hast du den noch? Ah, da hast du den noch. Spielen nur Freunde dann wahrscheinlich, oder? Ja, bei mir ist grad Black Screen. Wir sind keine Freunde. Rival. Black Stream Simulator. Ich weiß, wo dein Haus wohnt, ne? Ich weiß, wo dein Klo scheißt, Alter. Ich weiß, wo dein Ben schläft Hause ist. Ich mach dich cool. Schau, da gibt's ein paar Leute schon. Die schreiben einfach rein, weil es jetzt eins in den Chat. Ja, ich fühl... Alter, wenn ich dieses Spiel sehe, dann... Oder machst du schon jemanden? Alter, das laggt bei mir grad. Bei mir... Ich hab grad Black Screen Simulator. Ja. Sehr gut, jetzt geht's grad. Natürlich nicht. Ich kann's nochmal anstarten. So. Mit X kann man Feuermodus ändern. Also bei dem Spiel mach ich fürs Fliegen. Da haben wir volle Kanüle. Und kann Mordisch jetzt installieren. Schau, der Wolfi spielt auch. Der Schwitzer. Oh, wie cool ist das? So, Spiel. Echte Polizisten. Feind. So, Freunde. Ich lad euch ein. Kein Problem. Das mach ich gerne. Ja. Aber das ist doch eh nur begrenzt, ne? Also wie viele können damit machen? Fünf. Fünf. Lass mich kurz mal hier die ganzen Grafikeinstellungen fertig machen. Ich spiel es einfach voll lecker. Ich weiß nicht, wie ich mein Steam-Overlay aufmach. Episch. Lass mal spielen, Alter. Steuerung. Sichtfeld. Das inzwischen durch. Spiel. Textsprache. In Lobby einladen. In Lobby einladen. In Lobby einladen. In Lobby einladen, ne? In Lobby einladen, ne? In Lobby einladen, ne? Wo kann ich die Maus, die Mausempfindlichkeit nehmen? Spiel starten? So. Das frage ich mich auch gerade. Wo kann ich die Mausempfindlichkeit? Ach, da ist sie. Ah, da, da, da. Bei Spiel. Ja. 0,25. Anderle, ich hab dich mal als Point hinzugefügt. Ja, das passt so. Definitiv ablehnen. Definitiv. Ja. Da steht Lobby hundertprozentig. Aber es sehen durch nichts, ne? So. Wer macht noch mit? Kurt, ne? Der Kurt. Ah. Kurt. Ich hab dir auch eine Anfrage gesendet. No. Jo. Ja. Es käme abbrechen. Alter, ich fühl mich gerade wie ein echter Polizist, gell? Echte Polizistin. Echte Polizisten auf dem Weg ins Nirvana. Ja. Habt ihr alle eine Einladung bekommen? Ich hab alle Pippe. Aber ich häng immer Black Screen. Da steht nur Lobby hundertprozentig. Ja, das ist Black Screen Simulator. Das muss so. 2024. Ja, 100 Prozent Hauptquartier. Ja. Da können wir einen Wolfi reinholen, den Oberschwitzer. Die spielen gerade unten selber. Ja, ich weiß. Die Schwitzpartie da unten. Da abgehoben. Die kapseln sich voll ab von uns. Mhm. Ja. Also wie viel seid ihr jetzt? Moment. Ihr seid schon zur fünften, ne? Ja. Sind wir, glaub ich. Ja. Oder? Äh, ja. 100 Prozent irgendwie. Oh mein Gott, Alter. Ja. Black Screen 100 Prozent. Ja. Aber deswegen. Ach, doch. Schaut. Bin ich jetzt mit euch schon in der Lobby? Ja. Wohin? Seid ihr? Ah, hey, buongiorno. Warte mal. Die Empfindlichkeit geht ja gar nicht. Zu niedrig. Ey, das ist ja wirklich extrem. Ne. Kein halt gar nicht. Kann ich auch zielen überhaupt? Das dauert. Das geht ein bisschen. Wollt ich da jetzt rein oder lädt das weiter und ich komm da nicht mehr rein? Ja, so denke ich. Bei mir nämlich gerade auch. Also normalerweise lädt das, dann bleibt das kurz hängen und dann baut es normalerweise. Okay, wir warten schon circa eine Minute im Loading Screen. Na, bei mir bin ich schon drin. Wie kann ich ihn visieren? Kann ich ihn überhaupt visieren? Ähm, ich hier jetzt gerade gar nicht, wenn du die Treppe runter gehst. Ach so. Hast du hier unten auf der rechten Seite. Wie kann ich ihn hier sprinten? Ich spiel's auf 11. Ich spiel's auf 11. Sprienden gibt's nicht. Ich spiel's auf 11. Einmal hier. Das ist extrem laut bei mir. Oh, nicht nur bei dir. Wo ist denn die Lade? Absurd. Die Schüsse seien bei dir im Stream extrem laut. Ich weiß nicht, jetzt müsst's barsten aber. Welcher Tag sagt man die Leute nochmal? Jetzt müsst's aber barsten. Ich hab mir das umgebindet. Die Flitsch gibt's nicht, gell? Du kannst mit X, kannst du. Ja, jetzt geht's größer. Hast du grad mit entschossen? Danke! Ich wusste nicht, dass das geht. Wirklich? Drecks. Geht's jetzt besser, oder, Freunde? Wer hat mich denn jetzt schon wieder umgeschossen? Ich hab einfach mal durch die Wand geschossen. Ich will mal die Spielmechanik ein bisschen anschauen. Du kannst auch diesen Rundkurs machen. Ich weiß nicht, ob du schießen kannst. Ich hab gar kein Voll-Auto. Ja, das ist ein Einzelschuss. Das ist voll ab. Polizei! Polizei! Du schießt's mich um, Alter. Ich heiße nicht. Ich mach grad einen Übungs-Auto. Ich weiß nicht. Ich schüsse, Alter. Ich höre einen Discord-Auto. Ich bin gleich nach. Ist lauter. Es gibt echt kein Sprinken. Oh Mann. Danke! Ähm... Es ist nicht so, wie es aussieht. Sagen sie alle. Es gibt wirklich kein Sprinken? Also unmöglich? Nein. Nee, gibt das nicht. Zu zweit auf mich gehen, äußerst kreativ. Wie kann ich Waffe... Achso, jetzt kann ich switchen. Digga! Außen. Hallo, schießt mich ab! Du Elende! Du Elende, was? Was? Sagen wir das grad mal. Ach, da haben wir mal respawnern. Lass mich mal da Bombe schmeißen irgendwo rein. Hallo, ich will da Bombe schmeißen. Wo kann ich denn die Waffe wechseln? Äh, numm... also die numm... äh, nicht numm... Richtig, ich will mal die Flashbang. Was ist das? Alter Schwede, ich bin grad so benebelt, Alter. Was ist denn das für ein Ding? Ah! Was ist das? Oh, ich hab... Alter, ich bin grad wasted. Junge, Alter, das wird ein Fest. Ich schwöre euch. Alter, hat mich wieder wer umgeschossen. Jetzt lass das kürzlich wieder was schauen. Alles ausprobieren. Alter, das wird dann nicht... Alter, das wird dann nicht... Alter, das wird dann nicht... Genau. Das ist... damit kann man unter die... Ich kenn das doch alles von... von... ähm... Wie heißt das Spiel? Ey, schnitt's mir da ab, Alter! Das kann ich da machen. Das ist zum... Da wollen wir aber... Ey, Alter! Alter, warum? Aber... Ah! Jetzt kriegst du schon wieder so... Jetzt krieg ich die dritte... Hast du mich in den Ruf? Hey! Alter! Irgendwer hat er grad zu mir rein dingst. Er schießt mich die ganze Zeit um. Hast du das? Ich... Nee. Halt's auf zu... Wer schießt denn da? Er haucht... Wie fällt die ganze Zeit was rein auf? Ich hau gar nix! Ich spawn und will einfach nur rein laufen! Ja, schon wieder! Okay, jetzt reicht's. Du grad kämpfst und anwerfen, der kann grad gar nicht rein. Nein! Scheiße! Jetzt hat er mich! Du blöde Sau! Sagst, ich soll nicht schießen! Ich renne die ganze Zeit rein, Alter! Du nix! Schießt mich ab! Polizei! 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 Immer kann sprinten. Wie? Mit W und Entfernen. Das ist zwar nicht effektiv, aber es geht. Entfernen? Warte. Entfernen? Ja. Nein. Wie kann man denn Waffe wechseln? Na doch! Geht's! Stimmt gut! Ah! Nee! Waffe generell! Also eine andere Waffe sich raussuchen! Äh! Aber nee! Er schießt mich doch nicht ab! Was soll das? Der hat reingesprayt! Flashbang! Ich schieß jetzt auch nicht mehr alles zusammen! Ich weiß nicht. Aber wie geht's auf Entfernen? Versteh ich grad nicht! Was ist denn das da? Vielleicht den Typen zusammenschießen? Es ist nicht effektiv, aber ein bisschen schneller ist man! Uhuhuhuhu! 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 Ey, können wir jetzt eine Mission spielen? Ja! Gucken wir mal! Oh, der hört mich da grad niedergeschossen! Du doch grad reingelockt! Das ist weiter! Das ist weiter! Ich sprach's an dem, dass man mit keiner Atemwerfer nichts mehr drin war, ne? Alter! Aua! Erstatt mal meine Mission, aber dürfen wir uns nicht abschließen gegenseitig, bitte! Ja, äh, wir müssen hoch! Oh! Entschuldigung, warum ist das da? Das ist ja leid! Ich hab nur erschrocken! Das war nur ein Schreckschuss! Schreckschuss war das jetzt! Warte, warte mal! Nimm mir ne P90 mit! 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 Ja, ne? Was?! Aber ich könnte dir nen Turn-On geben! Warte, wie?! Ich könnte dir auch mal nen Turn-On geben! Warte, ich hatte Full-Life! Oh! Er hat mich jetzt schon wieder von hinten abbehält, Alter! Ich hör's halt hinten gerannt! Slashbang! Ich war noch bei! Ich war noch bei! Scheiße! Macht aber voll Spaß die Mechanik! Also mir gefällt das Spiel von dem Verhalten der Waffenwert ziemlich! Schon wieder von hinten, Alter! Ich hab's nicht mal geschafft, einen Schuss abzugeben! Ja, Alter, wie?! Ja, das ist geil da drinnen! Kannst nicht einmal die Waffe rausholen, Alter! Schon zusammengeschissen am Spawn! Ey, es macht doch mal voll Spaß! Die Waffe trägt immer sowas! Wie sich so realistisch anfühlt die Waffe! Entweder ich bin einfach nur so schlecht, Alter, oder ich... Ich spiel einfach nur mit Laderspiex! Ey! Digga! Lass uns doch mal mit der Waffe schießen in Ruhe! Richtig am Spawn-Trap hier! Mach das jetzt auch, Alter! Digga! Ne, jetzt ohne... Und weg! So, ich will jetzt eine Mission spielen! Let's go! Ich würd gern mal die Waffe erst mal ausprobieren! Ey, drück dich! One-File-Low-Out! Schieß mich! Vollautomal! Digga! Wir müssen hoch an den Tisch, um die Mission zu starten! Okay, gut! Rotflinten sind ja auch böse, ne? Ja, ich weiß, hab ich nämlich auch mit! Als Preaching! Normale Ausrüstung kann man oben auswählen, gell? Die kann man auch hier unten! Da, Feuerstoß! Ich geb' euch nen Tipp! Macht mal noch die Einstellung bei Steuerung und dann Interaktion! Ja! Und dann Interagieren, Rufen für Kooperation! Legt euch das am besten auf die Maus! Also wieder Interaktion! Genau! Und dann Interagieren! Ah, da oben, ja! Und dann Interagieren, Rufen für Kooperation! Legt euch das irgendwie auf die Maus! Mittlere Maustast oder was? Ja, zur Kooperation auffordern! Ja! Ähm, wenn ihr denn hier runterkommt? Okay, jetzt ist die Geiseln in der Taschenlampe! Ja! Hat er tot! Die Maus! Die Frage, wo? Derzeit an Swords Befehls Interface öffnen gebunden! Wir haben ihren Befehls Interface mit! Hä? Ihr denkt dran, dass ihr eure Waffen auch noch modifiziert, ne? Alter, ich kenn' mich an Schmutz aus! Was soll'n das? Pass auf, Annel, wenn du... Guck mal, wenn du hier unten an dem Waffending bist! Ja, bin ich grad! So, dann hast du dann... Du drückst ja F! Ja! Und dann kannst du ne Waffe auswählen! Ja! Wenn du dann auf der Waffe bist, kannst du rechts Modify Weapon machen! Ja! Welche ist denn zu empfehlen überhaupt? Das ist ne gute Frage! Das letzte Mal hab' ich das G36 genommen, das war ganz gut! Ja, jetzt mal auf den Tip Modify, ja! Und dann kannst du auswählen, was du drauf haben willst! Okay! Schalldämpfer, kein Schalldämpfer, Taschenlampe... Ich würde euch empfehlen, alle einen Schalldämpfer drauf zu machen! Ja! Ähm, wo seid ihr gerade? Wo kann man das machen? Ja, das kannst du entweder... Ja, das kannst du entweder oben am Spind machen, oder unten am Waffending! Äh... Ihr könnt dann auch auswählen, was ihr für ne Wäschte nehmen wollt, und was ihr an der Wäschte... Welcher Schalldämpfer ist denn... Ja, ich nehm' einfach den großen, das wurscht! Oh, es gibt ne MP7, wie geil! P90! Da seh' ich mich! Ja! Da seh' ich mich nämlich auch! Deswegen hab' ich die mir auch schon gekrallt! Ja, ihr müsst auch bei der, ähm, wenn ihr die, äh, Wäschte auswählt, Kevlar, Keramik oder Stahl! Stahl ist natürlich das Beste, ihr werdet aber dadurch langsamer! Und so weiter! Also da muss man nicht aufpassen! Ja, ich... Ja, ich hab' Keramik drin! Ich nehm' nur zwei Granaten mit, dann kann ich ein bisschen mehr Haupt-Munition mitnehmen! Rot-Punkt-Visier kann nicht schaden! Äh, nimmt auf jeden Fall die Gasmaske mit! Was ist das? Rot-Flinte mit! Sag mal, haben die lizenziert, dass die G19 heißen darf? Oder ist das einfach keine... Ne, ich glaub' das ist keine... Warte mal, welche die schwere Panzerung mitnehmen? Also ich hab' eigentlich immer... Wenn du halt ne leichtere Panzerung mitnimmst, hast du mehr Slots, wo du mehr Munition oder sowas... Ich hab' da jetzt die, die schwere Panzerung oder... Genau! Ist die zu empfehlen? Okay! Hast halt nur elf Slots... Material, Kevlar oder was? Oder Stahl? Stahl ist halt ein bisschen langsamer! Aber hält mehr aus, ne? Genau! Ich werd' Keramik nehmen! Ja, ich hab' auch Keramik! Blendschutzbrille und die Gasmaske! Oder? Ähm... Oh mein Gott! Ja, also Gasmaske brauchst du eigentlich nur, wenn mit Gas gespielt wird! Ja! Ja! Spielen wir solche Missionen oder was? Äh, es kommt nach unserem Loadout an! Oder auf unserem Loadout! Ich hab' zum Beispiel, äh, Flashbangs nochmal! Ich hab' äh... Warte, ich hab' mit... Ja, Flashbangs und C2! Mhm! So! Wo seh' ich das für meine Slots? Ja, ich hab' die Kamera dabei, ne? Nur als Info! Ja! Weil ich hab' die Kamera weggelassen, dafür Ballistikschild mitgenommen! Hä? Aber wo seh' ich meine Slots? Das versteh' ich grad' nicht! Äh, unten bei der Munition! Edit Slots! Warte mal! Ich hab' durch die Gasmaske sollen eingeschränkt! Bin ich nochmal schnell! Achso, da ist die Helm-Kamera! Nee, das geht gar nicht! Ah! Da kann ich die Helm-Kamera anschauen! Warte, wie kann ich nochmal zwischen Einzelschuss und Dauerfeuer umstellen? X! X! Schild können du mitnehmen! Komm, ich nehm' kein C-Sprengstoff mit! Ich nehm' lieber drei Mal-Grasse! Ich nehm' den Opti-Wand mit, dass ich unter die Türn schaufe! Ich hab' den Rhein-Stahl kann Schüsse abprallen lassen und Gegner und Verbündete treffen! Wirklich? Ich hab' grad' zurückgesetzt, ich voll drottel! Ich hab' gesagt, ich save so mein Preset! Na gut! So, also wir haben ne Schrotflinte, haben jetzt zwei Schilde! Ne, dann brauch' ich was, kann ich auch was anderes mitnehmen! Ich hab' auch ne Schrot! Ähm... Ich nehm' da, ähm... Mal schauen, ich teste noch schnell die P90! Ich nehm' Rambock mit, ja! Und ich will schon testen die P90, oder? Ich denk' bei Headware alle die Gasmaske mitzunehmen, weil wenn wir alle nachher Gas schmeißen, wär' das scheiße, wenn einer keine Gasmaske dabei hat! Weiß jemand, wenn man den Laser anmacht? Und das gibt mich auch! Aber ich glaub' ich hab's... Ach, scheiße, ich will keine Granate, Entschuldigung! Ich will Absicht! Danke! Zu testen! Wie kriegt man die an, den Laser? Also wenn ihr am C und F drückt, könnt ihr den Leuten dann sagen, sie sollen die Hände hochnehmen? Das ist ja grad' nicht die Frage! Die Frage ist, wie kriegt man den Laser an? War das ne... Mit T kannst du die... Helmkamera aus der anderen schauen? Mike, wie salzig! Ähm... Keine Ahnung, wo das geht... Was ist TMB für ne Maske? Äh, für ne Ding? Kaste? Alter! 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 Was schießt's mich zusammen? Ich krieg den Laser nicht an! Unmöglich! Ach schon! Ach schon! Ach schon! Über H! Über H! Über... Ne! Ich brauch's nicht! wieder schwer wieder wieder ergst der spiel laser tmb was ist tmb findet hast du tmb2 aber mir ist die zweite maustaste ist die zweite maustaste seitentaste bei mir eigentlich funk zeit dass da jetzt auch seitentaste zeitlich wenn du noch vor und vor und zurück tasten für websites zum beispiel habe ich ja gar nicht hast du nicht an der maus ok dann schuld weil die sind frei belegt war warte dann tue ich die mir anders wo sind die trainer unter ausrüstung bestimmt was ich tmb2 es ist hiermit mit dem sturmgewerde gerade ballert was ich hast du das inter interagieren auf eine taste gelegt ich dachte sie sehen mit e oder kommen wir mit wenn ihr t drückt könnt ihr die kameras von den einzelnen spielern durchschauen ja genau ich glaube ich habe falschen leser mit ich glaube ich habe infrarot leser mit gar nicht mal so gut wie sie ja schon laser es gibt zwei laser ich habe jetzt diesen roten ja den normalen leser denn das hieß dann gibt es ein infrarot leser den der halt nur sie ist wenn du auch nachts sichtgeräte wer hat jetzt die shotgun auf dem rücken wenn du im ziel und drückst kannst du zudem kannst du den auch festnehmen auch mit der interaktions taste im ziel und jetzt dann musst du den danach noch reporten wenn du jetzt zum beispiel eingetötet hast wenn es ein gegner ist lässt seine waffe fallen die waffe musst du dann auch reporten wie kann ich auf die secondary wechseln wie kann man den resetten wie resettet sich der ich will kurz probieren wie das geht komm ich wieder zur primärwaffe drückt 1 na ist bei mir nicht die 1 ach so ich habe das namen verwendet na dann passt gut dann los geht's würde ich sagen ich habe die nicht so wie ihr ich habe keine ich bin mit den originalen ich habe auch die originalen wissen wie ich mit dem interagieren kann ich kann nur mit f mehr brauchst du auch nicht doch doch der muss c reporten zum beispiel c ist report ja alles auf f die hands-up ist mit f und c bei c lässt du leuchtstäbe fallen ich wollte gerade sagen stehen die tastenbelegungen drinnen also da wo du so so hands-up damit kannst du auch dann interagieren mit dem der vorhin auch einmal umgebracht ist doch respawn ja keine ahnung ja ja doch doch ist respawn das ist blöd 1 von 5 ready gas station ihr müsst nach oben kommen wieder in den anfangsraum dann an die große tafel stellen gas station ihr könnt euch auch mit e und q in die wand verstecken gibt auch wenn ihr alt gedrückt halt halt haltet könnt ihr euch weiter nach links noch weiter aber da während des kannst du dann halt nicht laufen spiel start von alleine wenn alle dran danke kommen sie wieder barrikadierte verdächtigen ja hast du recht gloria sie findet es super auch in die sekten kann man für attachments machen jetzt müssen wir halt gucken dass wir keine zivilisten umbringen spiel ist aber halt ist relativ schwer also die bots reagieren mega schnell so einfach ist das nicht ladezeiten lang ja ladezeiten sind echt lang mission ready da bin ich noch mission ok ich die polizisten dann scheiße ich mich da noch wartet kurz auf mich mädels ich stehe hier irgendwo in der mitte ich bin eingeklemmt alter der mechanik erinnert mich ein bisschen am payday 2 nur in die umgekehrte richtung bei mir ist gerade den kannst du reporten er lebt noch ins cool dass ich auch ihre laser pointer sehen kann ich ja auch stimmen soll ich mal mit der kamera rein schauen ja also ich sicher darum direkt direkt vor der tür und zivilist der die hände auf dem kopf hat also der hat angst sonst sehe ich jetzt keinen also geradeaus rein links drei gänge rechts zwei gänge gerade in dem sicht fällt keiner also langsam rein also langsam ein tors lockt nach hinten tors lockt ok deswegen habe ich habe eine schrot sonst nicht wenn die hände oben hat und ist der höchstreich geist immer noch hinten links richtig weil wenn die wieder jetzt reingehen ballert er alle nieder drin nicht umsonst die hände oben haben schon mal hier vielleicht hinten hintereingang probieren einfachste weg ist nicht immer der beste ok also mich noch eine tür können auch gucken hat jemand noch das gerät außer mir ich habe auch probieren mach du mal einfach linke maustaste halten drauf bleiben sobald das anzeigt mir blockt steht dann kannst du nicht durchschauen ja ja ok dann lassen lassen wir schauen wir trotzdem noch mal herum schauen wir mal herum noch weiter um genau außen stehen auch gegner hier in der tür können auch leute sein hey david schossen ja ich habe gerade einen erschossen der hat hier die tür aufgemacht wir haben auf der rückseite noch einen eingang wir können da rein short kommst du hierher short kommt mal her zu mir ja warte wir müssen schauen dass wir sich zusammen aufteilen wir teilen uns gerade zu sehr ja na wir müssen zusammenbleiben müssen wir zusammenbleiben der hier zum beispiel der hätte jetzt hier eine waffe gedreht wir stehen vor dem lager wir warten vor dem lager und gehen dann zum hintereingang da kann ich mit dem personen nach vorne oh alter ist ein pub aufsteller du hast dario entdeckt dario ist auch der hallo der pub wie aufsteller links ist sicher rechts steps drin und niemals auf kollegen oder so zielen so das heißt hier einmal kamera beim eingang bitte fasst auf die scheiben auf wenn sie euch durch die scheiben sehen können sie auch schießen dann probiere ich jetzt wenn es ok ist gut for you also nicht ausprobiert also ich sehe nichts von hier weder links noch rechts ist jemand gar keiner ich glaube dann wäre es sicherste wenn wir hier reingehen ja da drin sind garantiert leute ja auf jeden fall aber schauen wir die Tür ist aber offen ja ich sehe einen und wo danke geradeaus durch ist einer ne noch nicht ich gehe gerade wo ist der gerade durch dahinter der theke oder was ich habe hier einen toten hund äh da gibt sich der eine nicht schießen die Tür ich habe eine Gitarre da bin ich zu hause ja für links das ist ein toter waubau das ist eine geisel sauber warte ich gucke einmal hier durch die Tür ich mache aufzug aufschreiben ja ich habe jetzt niemanden gesehen ich bin auch noch da ja warte wir sind jetzt nur zu dritt hier ja bei mir ist rechts ist sicher so ready wir sind jetzt nur zu dritt hier es gibt einmal die und einmal die Seitentür ne ja warte mal da hinten ist so ein Büro ja okay bist du ready ja so wir sind bei in der Küche sind wir Kügelkammer gerade sauber ich gehe gerade erster Gang save ab 1 zweiter Gang clear hast du einen ja down doch deine Waffel down 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 okay der ist down warte ich nehme ihn ich reporte ihn und nehme ihn fest gell sag mal ist schon einer draufgegangen weil wir nur noch zu dritt sind ich habe hier einen zivilisten nein ich glaube nicht auf den Knien ja wir sind ja wir waren ja zu viert jetzt sind wir nur zu dritt hier ist jetzt einen anderen Weg gegangen Mike und ich sind hinten rein ja ich bin ja auch da wo der Zivilist war zivilistisch auf dem Boden alles gut ja ich bin ja bei euch im dreier Team schaut nicht mehr gut aus ich glaube wir sind äh musician complete was ist mit der Tür hier ja komm willst du kicken oder ach du machst du langsam auf den Kopf ja haben wir alles gefunden ok hier sind Zivilien äh also die Gegner sind alle ich gehe ins Büro ok also sind wir da sind wir fertig haben wir alle Objektives äh was ist mit der Front wo der Typ war wo die haben wir schon ne da haben wir schon äh guck mal hier Toiletten haben wir noch nicht gesucht ne wir haben das komplette Gebäude schon gesucht Toiletten auch ja wir sind schon fertig weil der fragt nämlich um schon äh Entmission genau ja ähm ihr müsst Bild nach oben machen nicht Bild runter warte mal welches nach oben was muss ich nach oben stimmen Bild hoch also Bild hoch hier ist noch ne Divilist nicht dumm Bild hoch ja was zeigt er mir noch was zeigt er mir noch er sieht nicht gesund aus er sieht nicht gesund aus er sieht nicht gesund aus Evidence Secure 2 von 4 nur irgendwie F F F in den Chat F in den Chat F in den Chat also irgendjemand hat Zivilisten umgebracht irgendjemand hat einen Zivilisten umgebracht dann wurde ähm wurde geschossen ohne dass ähm dass ihm die Möglichkeit gegeben wurde dass er sich ergibt Nino Dankeschön für den Euro Dankeschön für den Euro Dankeschön für den Euro Nino Servus hoffe dir geht's soweit gut Ja mir geht's mir geht's einigermaßen ne unten rechts mir geht's einigermaßen komm jetzt hab ich da draufgeklickt geht bei mir nicht ich hab hier auch kein Hauptquartier Dankeschön nochmal für den Euro ach Handel direkt wenn die Spende kommt gehst du Guck wie der ganze Chat schon ausrascht F ja weil ich gesagt hab F in den Chat F steht für Freunde Divas Unternehmen U steht für ungerechte Festnahme die besten Homelands auf RLO 2.0 komm her ich bann dich hier ja 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 Weste oben ich bann dich du Sau ja kann nicht jemand hinzufügen wieder aber ich bin raus aus dem Spiel weil der hat den Crash oh mein Gott das ist was achso jetzt ich dachte kurz meine Waffe ist weg und gut bin gleich wieder da ja brauch ja kurz einen Moment end steht für endlich haben wir immer Spaß ganz friedlich und freundschaftlich bist du wieder drin Kurt? ja ich bin schon wieder da drück mal lang R dann zieh ich wieder dann kannst du deine Munition checken was drin ist ok warum sitzen da zwei Leute bei uns drin wo? ein Cop sitzt da und ne drei Cops sind da bei uns ok und was? ähm wo? da ah hier vorne also ich find das super die NPCs was spielst du ja? achso da Sullivan Slope das sieht richtig lustig aus hab ich dabei ready up ready up ready up weißt du das Cop R.B. ja das ist ja das Cop R.B. kann man nicht spielen Mike fehlt noch? der ist gerade irgendwo wasted I don't know und bitte nicht auf Leute schießen immer zuerst schauen ob sie eine Waffe dabei haben und auspacken und ob sie Zivilisten sind ich schieß auf alles was nicht bei drei am Baum ist weil mir kommt vor jemand hat eine Tür aufgemacht und hat schon geschossen ich hab noch auf keinen einzigen geschossen geschossen ich war gleich noch währenddorf wo ich irgendwann den Schmaus holen und dann bei Redli aus und da bei Redli aus oder mit dem Spiel ich fühl mich grad wie ein echter Polizist echter Polizeistream ja kannst du euch in den Titel packen ja eh ist sehr gut ja ihr seid alles echte Polizisten und ich spiel grad SWAT Simulator mit echten Polizisten für live online sind alle Polizisten echte Polizisten gell? ja ja gefangen im RP gefangen im RP gefangen im RP im RP gefangen da seh ich mich gefangen in Radio ich bin schon wieder in der Mitte ohaaa geil okay die Map habe ich bisher noch nicht gespielt boah ist ja richtig warte mal so jetzt müssen wir es mal abchecken ich würde nicht vorne rein gehen warte mal es sind noch einer es steht noch irgendwo depper drum Öffentliche Hinrichtung boah 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 ra ta 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 ra ta 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 ra ta 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 konnte jetzt erst einschalten war mit Freunden und Kindern noch schlitteln nun den Sonntag aus dem ausgehen lassen liebe Grüße von mir und dem Basti danke Makana Lump für 6 Euro ganz liebe Grüße Hubschrauber oder so Hubschrauber? ja aber nicht immer oder Flugzeugwarten wer steht denn da jetzt noch rum? ich weiß nicht wer das ist Mike Robert Robert ist nicht da leider ich gehe jetzt einfach in den Wald tschüss komm wir gehen einrich dankeschön für den Euro liebe Grüße an dich und an Vivi bleib so wie du bist ich schau grad den Stream noch viel Spaß noch dabei Dankeschön mein Lieber viel Spaß beim Zusehen jetzt haben wir jetzt immer wieder ein F-Punkt weil wir wieder geschossen haben ohne dass was war danke wir waren das weiß ich auch nicht warte ich würde mal schauen vielleicht außen ja jetzt ist eh schon wurscht jetzt gehen wir da rein ja jetzt schau grad mal da rein da rein dann da wären wir alle niedergeschossen da drinnen im Haus jo, untere Tür ja hast du das Ding dabei? oh direkt hier drin ist einer mit Waffe ja mit Waffe und Gasmaske echt? dann machen wir mal auf und nicht schießen der Läufe Card weg der Läufe Card weg der Läufe Card weg perfekt oh Gott was ich hab denen ein Headshot drückt ich glaub hier ist ein Sackkasse direkt hingehen reporten festnehmen und die Waffe noch äh snacken aber das macht mich irgendwie stutzig wenn die da drin mit Gasmaske laufen ich hab hier jemanden hinter der Tür wo? äh klein links da hinter der Tür? ja ich hab ich bin auf der Seite also hier hinter der Tür ist keiner ja aber stimmt dann können die oben sein ich hör nur fliegen ja mach auf gelockt wir sind nicht gesichert gell jetzt dann links und rechts warte ich lock sie ok achso ansonsten hätt ich jetzt hier Dings gemacht das sind Stimmen ja Achtung wenn sie jetzt links und rechts von die Tür dann weil ich ich hab Blick von ihnen ich krieg die Tür nicht auf Link safe Achtung Treppe rechts gut schleichen weil die hören noch Steps also einfach Shift gedrückt können nur Bordler ihr müsst auch denken daran die Waffen zu evidenzen ne auch wenn er mich nicht gemacht ist Achtung ich bin tot und wo? Warte 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 direkt links um die Ecke stand ein Sniper der Mg von hinten ja das war's ein Sniper war da drin hast du den von hinten? Flashbang schmeiß nen Flashbang rein sind alle tot? war das auch tot? ich bin Arndl ist alleine Arndl schmeiß ne Flashbang rein genau ich glaub Arzis ist da immer die Presse oder? jetzt rein 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 sie haben doch alle Maske oder? warte die Polizeiarbeit hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir irgendwo hat's nachgeladen das ist der 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 das ist der Beamer ok eww der Gili alter äh du kannst die 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 Waffe noch äh reporten also als Evidence markieren genau kann er später auch machen eigentlich gibt's irgendwie eine Möglichkeit uns achso ich glaub das ist wahrscheinlich ne Geisel oder so draufgegangen oder so ja ja und ob es das Quick Restart machen geht das? ja passt auch B haben wir sogar gekriegt schon aber besser als davor und alles draufgekommen hä warum? weil Arndl überlebt hat wirklich jawohl der hat einfach meine Kompetenz bewertet das wird nicht eure ohhhh oh my god ha 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 ok bist du weh eieieiei merken außen gibt's ne Treppe dort können wir auch hochgehen ne W폰 jetzt hört von außen rein stürmen ja recht ja Wir müssen nicht mehr reden, Alter. Nicht so schnell vorgehen, die ganze Scheiße. Nicht schnell, nicht schnell. Ja, aber echt. Da sind wir gerade alle draufgegangen, dass Heisel nichts gesichert hat. USGS, fuck off. Was ist USGS? US... Also ich habe hier eine Tür. Schleichen bei den Treppen. Ich habe hier eine Tür. Mag jemand reingucken? Ja, aber ich guck rein. B in den Chat. Warte, ich habe die Tür. Sehen tue ich nichts. Okay, dann langsam aufmachen. Geradeaus links, so gesagt. Ja, geradeaus links, da sind wir alle folgen gestorben. Dann geht es rechts, da wo Andel eben gerade war. Und ganz, ganz rechts. Oh, jetzt kommt der Gilly gerade runter. Er ist auf der Tür, äh, bei der Tür auf der rechten Seite. Ich schmeiß eine Flashbang rein. Wir kommen halt so nicht rein, ne? Wieder fast einer Down von uns. Ach du, ich schmeiß Flashbang. Da, gerade, geradezu. Da, gerade, geradezu. Nein, das ist der Geisel, oder? Nein, der hat eine Waffe, der hat eine Waffe, der hat eine Waffe, der hat eine Waffe. Er gibt sich, sichert es rundum Sicherung. Lasst einen das machen und der Rest sichert. Stiege ist sicher. Wow, wow. Ich habe ihn. Wow. Ach, Bombe. Ich habe, was war das? Na, Bombe ist hochgegangen. Your connection to the host has been lost, steht bei mir. Was darfst du denn gerade? Bei mir ist hier eben gerade alles explodiert. Ja, da ist explodiert. Oh, nee, mich hat es rausgehauen. Ja, hast du auch rausgehauen. Oh, nee. Wo haben wir uns jetzt rausgeschmissen? Wer hat denn gehostet von euch? Icke. Wer? Ich. Ah, du. Okay. Ich. Der Icke. Der Icke war es. Icke und er. Er war mitten rausgehauen. Ich habe Adieu auf. Aber mir ist auch alles hochgegangen. Auf einmal scheppert alles. Und rausgeschmissen hat es mich. So, ich schau nochmal in deine Lobby rein. Danke für die Einladung. In the Lobby. Ich. Nochmal die Map? Sascha, willst du mal? Ja, ja. Dann würde ich mal freimachen für jemand anderes. Aber du kannst auch weitermachen, alles gut. Ja, mach du mal, komm. Ich habe hier noch mal ein Preset. Okay, Moment. Sascha mal rein. Gehe ich kurz meine Waffe ändern? Oh, warte, ich will meine Waffe auch ändern. Ich brauche unbedingt eine Flashlight vorne dran. Das ist besser als jeder Laser. Äh, wo ändere ich das nochmal? Die reagieren da auch drauf, gell? Ja. 2 zu 0 Argentinien. Boah. Interessiert. Ich sehe es im Chat. Alle durchrattern. Fußball. Wollte es meine Oma einmal vergessen? Ist es dann das letzte? Das Finale heute, ja. Äh. Dann hat das ein ... Und hat das ein End. Servus. Guten Morgen. Hast du ... Hast du dich ausgerüstet? Äh ... Ne, noch nicht ganz. Ja. Ich fange wieder mit meinem Setup. Ich war damit sehr zufrieden. Ich noch nicht so, deswegen ... Ich nehme jetzt aber mal, da das ja keiner von euch hat. Aber Mods ist in Ordnung, lass das. Es ist ja immer nur beim ... Es ist ja nur beim ... Es ist ja nur beim ... Beim Ding. Wenn irgendwas ist, dann kann er uns ja reinschreiben. Ist jetzt nicht so tragisch. Wenn es so langs dann wieder aufhört, ist alles gut. So, G-Set. Wie war das nochmal mit dem ... Blöde vorbeilunzen? Der Shield. Was mit vorbeilunzen? Äh, E und Q. Ah, Shield. Ne, es gab ja noch das zweite vorbeilunzen. STRG. ALT. A und D. Äh, ALT. AD. Ah. Ah, okay. Holy shit. Holy ... Wir müssen aber trotzdem jetzt taktischer vorgehen und mehr reden. Ja. Wir haben vorhin den einen umgebracht und dann wären fünf Leute den bestätigen gegangen, aber Rundum-Sicherung war niemand. Ich schon. Ich habe Rundum gesichert. Ja, ich habe die Treppe gesichert und alles. Ich bin, ich bin in den Raum gegangen, wo ich gedacht habe, dass jemand drin ist und habe geschaut, dass da keiner drin steht. Und gesichert. Sicherung war, von meiner Seite aus jedenfalls, dass das so wäre ... Zumindest dann auch sagen, sodass du in den Raum reingehst, dass wir wissen, so ne. Warte mal, das stimmt ja auch. Lampen, oder? Man muss im roten Ding sein. So, jetzt ... Gehe ich jetzt ein bisschen den Chat ärgern. Ich glaube, das ist das Lampen. Gehe ich jetzt ein bisschen den Chat ärgern. Du bist ja neid. Perfekt. Immer. Matze. Matze, wir lieben dich. Ja. Hashtag noch Omo. Danke. Matze. Da hast du vollkommen recht, äh, 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 Dings da, wer Omo das gerade gesagt hat. It's Ice Creme. Sorry. Geh ihm den oben rechts. Was ist oben rechts? Ich glaube, er meint die Cam, maybe. Nee, es kam, kam, kam die Frage, was es für ein Game ist. Ach so. Steht oben rechts, ja. Ja. So, easy. Was wir eventuell machen sollten, uns wieder aufteilen. Ja. Weil fünf Leute auf einen Haufen, wir blockieren uns erstens selber. Ja, ja. Alter, wer schießt denn da schon? Die schießen schon. Ah, ich werde angeschossen. Die sind oben. Ja, ich auch. Dreckig. Wir sind da oben auf dem Balkon. Zieht's euch zurück. Ich hab mich selbst geflasht, Alter. Eine unten, eine unten. Danke, du hast mich erwischt mit der Scheiße. Oh. Pass auf, ich hau ne Flash rauf. Oh. Ich krieg Shots ab. Ja, ich auch. Die ganze Zeit. Ach so, das bist du. Jetzt schießt du die auf mich, oder was? Nein, du. Kann die LZ reloaden. Das macht mich nervös. Alter, COD spieler einen Schritt reloaden. Hat jemanden Medikit dabei oder sowas? Ne, das geht's ja nicht. Nein. Also selber. Was? Ja. Wenn du blutest, kannst du mit F gedrückt halten oder sowas. Genau. Die Interaktions-Taster. Geht bei mir nicht F gedrückt halten. Ja, wenn du, dann stark, dann blutest du glaube ich noch nicht zu stark. Ach so. Warte, warte. Ich komm von selber, sie kommt, da wird eine Anzahl. Wo seid's jetzt? Oben rauf, oder was? Wir sind, ich bin mit Wazel oben. Ja. Ich seh's durch die Kamera. Ich hab uns erst geschossen mit dem komplette Schusserlaubnis auf alles da drin. Ja, genau. Kann man keine Frage. DLP. Also ich hab Treppe nach oben, Tür rechts und... Wir sollten... Wir sollten... Wir sollten langsam nachziehen. Ja, die sind schon drinnen. Ja. Wenn du T drückst, dann kannst du... Ich bin down. Ich bin down. Ich bin down. So. Obere Etage. Die Treppe hoch, oder was? Ja. Warte, da kriegt einer am Boden. Au! Hast du mich grad umbracht? Ich hab mich erschrocken. Warum erschießt du mich, du Stück Scheiße? Denk dran. Auf mich erschrocken. So, warte mal. Jungs, denk dran. Downed Officer reporting. Ja, ja. Einer sichert... Okay, sicherst du mich hinter mir? Oder sicherst mich bitte. Ich geh reporten. Er dreht sich um und drückt meinen Header. Ich glaub's halt nicht. Der eigene Kollege. Das war's Karma. Das war's Karma. Aber sei ehrlich. Was? Was hab ich dir getan? Das war... Das war ein schöner 180. Nein, war er nicht so. Nur weil ich dich auf die Stadt. Warte mal langsam. Ich hoffe, du bist drauf da drin. Ich hoffe, du läufst in irgendeine Sprengfalle oder so rein. Oh, hier ist sogar eine Sprengfalle. Hätte ich doch nichts gesagt. Hätte ich doch nichts gesagt. Hättest du nichts gesagt? Ich werd durchgelaufen. Das ist der Hammer eh schon gesichert. Herr Lobb, da ist noch ein Raum. Wo? Das ist der Keller da unten. Wo bist du? Ich hab schon die Treppe runtergegangen. Wer rusht denn da so schnell, Alter? Ja, wer wohl. Wo ist denn? Doktor, ich dreh mich um und baller den Herrn nieder. Was rusht du das, Alter? Es sind doch alle Gegner schon down. Woher weißt du das? Weil sonst wär oben die Abstimmung nicht. Fail-RP. Ah, stimmt. Du darfst dich nicht benutzen. Das ist Meta. Ja. Das ist Meta. Fail-RP. Du musst schon alles absichern und schauen. Oh, hab ich mich... Ich hab mich selber schon... Du könntest nicht bei der Polizei arbeiten. Ich stehst den nieder. So, Alter, oben über die Straße. Ach, Entschuldigung, ich hab mich erschrocken. Erstmal ins Bein geschossen. Ach, Entschuldigung, ich hab mich erschrocken. Ja, lass Pfeil nach oben machen. Haben wir alles? Ja, okay. Wir haben drei Missionen. Ich glaub alle drei Missionen verkackt. Wenn der Start rückt, könnt ihr das sehen. Du hast die jetzt verkackt. Ja. Gut gemacht. Sehr gut. Ich bin Profi. Profischütze. Ich kann das. Ich hab's bewiesen. Ich hab's bewiesen. Eieieiei. Äh, alle Page ab. Hab ich. Ich glaub, ich muss gar nicht. Na doch, wir müssen alle. Hä? Ich kann nicht. Ich bin außer... Ich bin da tot. Sehr gut. Aber schon, ich glaub, wir haben... Oha! 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 Sehr gut. Für was? Nur weil ich dich erschossen hab. Ja! Aber zwei von drei Evidence Secure, da fehlt was. Irgendwas haben wir auch nicht gesehen. Hm. Naja, wir haben das Haus gesehen. Lauf weiter. Irgendeine Waffe nicht aufgeladen, gell? Juhu. Jaaa. Ohohooo. So. Bei mir hängt was hier, ey. Die K... Passt, nimm mal gleich die nächste. Okay. Hat man das? Ich weiß es nicht. Nein! 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 Okay, jetzt nimm mal was schweres, okay? Was schweres? War das leicht bis jetzt? Ja. Ach, scheiße. Nightclub! Digga! Ich finde den Club echt schwer. Mag er jetzt nicht rushen, aber sonst schieße ich dich zusammen, Alter. Gib den 180. Das ist bewiesen, dass ich es kann. Alter, ich halte meine Stahlweste hin, kann es abprallen, Alter. In die Gurgel rein. Kannst du die Stahlweste? Ja. Carsten Stahl Zugriff. Carsten Stahl würde da allein reingehen, Alter, ohne Wester. Zugriff. Die Stahlweste. Okay, ich halte mich jetzt hinten, okay? Ich wollte eigentlich jetzt gerade hinten bleiben. Ja, wenn du wieder nicht in den Rücken schießen könntest, danke. Ich bin nicht der, der vor dir dann steht. Er räumt das Feld von hinten auf. Also ich kann auch gerne als erstes vorlaufen. Warte mal, wir haben... Oh mein Gott, sind da viele... Ach du... Das ist alles Leichen. Das ist glaube ich Active Shooting Problem, gell? Ach du Scheiße, schon wie viele Leichen da liegen. Ja, Active Shooter. Ja, da ist der Amoklauf noch drin. Ja. Warte mal... Achso, da kommen wir nicht durch den Leichen, weil sie werden aus den Seiten... Ich glaube, wir müssen von vorne rein, ne? Ja. Hä, warum ich hier eine Lampe... Aber warte mal, da hinten ist noch eine Tür, schau. Was ist da? Gehen wir mal schauen. Einer schaltet erstmal unter der Tür hier vorne. Geht nicht. Na, die ist... Keine Ahnung. Mit der Tür kann ich nicht interagieren. Wenn ich keine Interaktion habe, dann ist es für einen Arsch, oder? Ne. Genau. Okay. Ich kann halt unter der Tür durchgucken, ne? Äh... Ja, ne geht nicht. Hier ist geblockt. Ah, okay. Dann müssen wir woanders rein. Gehen wir mal. Ja, man kann... Man kann glaube ich nur hier rein. Wenn ich mich nicht täusche. Genau. Toll, und jetzt habe ich kein Rampo. Na, da drüben habe ich schon geschaut. Da ist... Keine Interaktion. Kannst du irgendwie rein. Ich muss gehen. Da ist keine Interaktion bei mir gewesen. Naja, hier kann man nicht. Dann gehen wir hier rein. Sind wir vielleicht nach hinten irgendwie durch. Hallo. Ich bin da. Sollt vielleicht einer mit dem Schild vor? Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Ah, geil. Habts gut gemacht, Jungs. So, Achtung. Ich hab Schild. Ich geh vor. Ja, Schild vor. Und zielt's nicht auf den eigenen. Achtung Fenster links. Alter, rennt's mir nicht vor die... Naja, ich hab das Fenster im Blick. Erstmal gerade frei. Fenster aus so weit. Ok, peak du mal durchs Fenster. Ich sicher auf die lange. Fenster safe. Ich geh weiter. Ich peak. Jetzt geduckt. Person down. Person down. Mehrere Personen down. Kein Täter sichtbar. Tür links. Ja, das ist jeder kleine Raum. Ja, das ist jeder kleine Raum. Warte, ich sicher auf die lange. Die Treppe hoch. Da hinten ist jemand. Da ist einer. Da ist einer. Ja. Schießt der? Ja, schießt. Okay. Warte, wir bleiben hinten und sichern. Falls der rausschaut. Geht's hier vor? Kümmert sich jemand um die Person, die dort auf dem Boden liegen? Kann man mit denen was machen? Nee, ich glaub das sind alle Toter. Das ist uns. Achtung. Warte. Er ist down. Der ist down. Ist down. Kill bestätigen. Rundum sichern. Achtung, hier ist ganz blöd. Bar. Fenster. Mit Tür links. Warte, wir müssen uns da aufstellen. Ich hab die Tür hier zugemacht. Wo der rauskam. Ich sicher da die Neontür. Die große doppelte. Okay, ich guck hier. Einer bestätigt den Kill und nimmt ihn fest. Hab ich. Okay. Wollen wir zuerst den Raum hier safen? Ja. Geh du wieder vor. Dahinten die Bar ist safe oder wie? Gernot. So, ich mach mich. Ja, da ist safe. Duck dich aber, duck dich, duck dich, damit wir schießen können. Warte, die Neontür hinten, falls jemand reinkommt. Gerade sauber. Bestes mit der Flashlight. Ich, ja. Okay, gut. Dann zieh dich nicht auf dich. Telefon. Bar safe. Da ist ne Stimme. Somebody help. Kann sein, dass das ne Fall ist, dass der zwingt, dass er das macht. Kann jemand reinschauen? Achtung, da ist Person. Wie viele? Aber hier ist doch eben grad noch einer gerissen, oder? Warte, ich sehe ja noch hinten. Geht runter. Geht runter. Geht runter. Geht runter. Geht runter. Welche Richtung? Richtung rechts? Gerade. Ja, rechts. Gerade. Ja, rechts. Ja, rechts. Noch ne Stimme, ne? Tut's schleichen. Dann, äh, rechts. Tür. Schild, siehst du was? Ja. Warte, fuck you. Ich glaub da ist grad ne Rangelei. Zivilien. Warte, ich nehm sie fest. Warte, ich nehm sie fest. Ich nehm sie vor uns. Warte, sichert's mich, bitte. Ja. Ab und zu, ähm, ihr müsst auch auf die, auf die Zeichen der, äh, Zivilisten gucken. Ab und zu zeigen die auch in die Richtung, wo die Täter sind. Er hat nur die Hände hochgenommen. So. Wir haben jetzt einmal Doppeltür. Okay, ich, ist sicher die Doppeltür? Die du hier links? Die kleine. Okay, einer sichert die doppelte Tür. Mag jemand unter der Tür mal durchgucken? Kann ich auch machen. Warte, ich kann auch. Wir schauen einmal, einer da, einer da. Mirror blockt, das ist blockiert. Okay. Warte mal, Peak, ähm. Hat jemand Dings, oder? Los hier nochmal. Da seh ich jetzt keinen zur Freizeit. Oh, scheiße. Ist ja egal. Ist ja egal. Wunderlich, er ist natürlich gleich abgeschossen. Also der kleine Raum da hinten ist sicher, oder was? Also der ist blockt, oder was? Der ist blockiert, da kommst du nicht durch. Oh, Alter. Links, links, links. Der down? Ja, ja, ist down, ist down. Doppelt, einmal Tür links und einmal Tür rechts. Ich sicher rechts. Ich sicher links. Nimm's ihn fest. Nimm's ihn fest. Okay, von hier sind wir gekommen. Okay. War die Tür, die vorhin gesichert wurde? Gut. Dann einmal unter der Tür nachschauen, bitte. Ich sicher nach hinten trotzdem noch. Ja. Einer sollte noch den Gang, damit er... Wieder geblockt. Okay. Können wir nicht durch, dann. Können wir probieren, aufmachen. Ich probier's mal. Was geht's? Pieken geht's? Da ist jetzt der Clubraum, da ist... Ja. Da ist laut drin. Ja. Ich denke dann mal, dass da einige drin sind. Was ist mit Leuten, die sich totstellen? Boah, weiß ich grad nicht mehr. Schild vor. Jede Menge Zivile. Wir müssen da irgendwie rein in den Hauptsaal. Hat er Schüsse, Schüsse von links? Die können auch oben sein. Von gerade, von gerade, von gerade. Hab einen, hab einen. Einen hab ich. Sicher doch oben. Oben. Wir spritten uns da auf uns. Der Kill war, der Kill war da drüben, an der Stiege, unter dem Neonschild. Hab ja einen jetzt. Geisel. Geisel. Nehmen wir den Reporten. Er hat sich hingekniet. Achtung, da geht ne Stiege hoch. Da geht auch noch mal hinten Gang weiter. Musst du aufpassen. Achtung, es ging grad die Tür auf. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Der ist wieder aufgestanden, oder? Vielleicht nicht mehr. Achtung, der Spang. Der ist da hinten. Der ist nach hinten abgekaut. Die Tür ist wieder aufgegangen. Achtung, der ist ein Zivile. Der schießt ruhig durch die Küche. Boah, ich bin hier mitten drinne. Warte, Achtung. Geh mal zurück von Tür. Tür zurück, Tür zurück. Der ist nach rechts gerannt, der ist nach rechts gerannt. Da da. Aufpassen. Warte, ich häng da fest. Ab, Alter. Verfickte Scheiße. Links war auch hinten. Ist einer von uns oben? Ist einer von uns oben? Ja, ich bin oben gerade. Oben. Da. Ja. Zwei down. Achtung, ich sehe schon den hier hinten. Ja. Aufpassen, dass er mich nicht gleich abschließt. Ich bin, es wäre oben von euch. Von uns ist keiner mehr oben, glaube ich. Wir sind alle von unten in der Küche. Hier. Oben geht's noch ab. Müsstens schauen oben. Was? Braust du Hilfe? Ja, komm mal raus. Komm mal her zu mir hier. Wir müssen hier noch absichern und dann nochmal hoch. Okay. Sicher tun? Da ist die Toilette. Toilette müssen wir absichern, ja. Ja, warte, wir sollten auf die anderen warten. Ja, wir warten. Ja, wir sichern gerade hier unten auf. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Ja, wir müssen noch ein bisschen aufpassen. Ist wurscht, sonst gut, komm mit. Wir gehen mit denen mit. Wir tun die Küche rein dort, also mitten die zentrale Tür. Ich höre nichts, die Musik ist so laut. Ja, da die zentrale Tür. Wo ist die zentrale Tür? Wenn du in den Raum, wenn wir reingekommen sind, gerade durch die große Tür, wo wir die Schießerei gehabt haben. Ach so. Wir haben eine vom Garten. Ja, da bin ich sicher. Links schießt wieder raus. Ah, ich bin down. Zwischen der Tür, wo wir vorhin waren. Ihr seid schon wieder zu schnell vorgegangen. Wo seid ihr bitte an der Tür, wo wir reingekommen sind? Ich bin auch tot. Hier geht es viel zu schnell vor. Wir sind nicht einmal noch drinnen in dem Raum. Perfekt. Wir haben erst einmal die Clubfläche rundum gesichert, weil da waren noch so viele Leute. Ja, eben nicht. Ja doch, oben waren alles voll und die Toiletten. Und du? Ja. Ich weiß nicht, wo du bist. Wer ist denn jetzt da gestorben? Und wieso? Mein Game ist gecrashed. Ach so, deswegen. Passt auf. Ja, ich bin da diese Riesentür. Dann ist es eine Bar. Genau. Es hilft mir da nicht viel. Die Tanzfläche. Wo ist denn die Tanzfläche bei dir? Ja. Ich war da an der Tür, wo wir reingekommen sind, hast du gesagt. Ja, und da die große gegenüber. Fläche. Warum gegenüber? Ich habe gedacht, da wo wir reingekommen sind, hast du gesagt. Ja, dort die große Tür gegenüber, habe ich schon immer gesagt. Ah, gegenüber. Ja. Die doppelte. Für mich auch nicht die, die gegenüber. Ich stehe da an der Tür. Ich war bei dieser Schießerei nicht dabei, da. Da war ich nicht. Da. Ich war woanders. Ich komme gleich wieder. Genau. Dort habt ihr eine Tür. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr dort dann gleich nach links geht. Dort links bei dir um die Ecke. Oh, jetzt. Da steht einer. Oh, da steht einer. Ne, halt andere Tür. Wir sind gerade ausgegangen. Ja, ihr seid sowieso schon irgendwo gewesen. Funktioniert das nicht? Das ist wichtig. Warte. Jetzt gehen wir mal hier die Stiege nach oben. Jetzt haben wir halt kein Schild mehr. Warte, da oben im Ding ist keiner. Warte, wir müssen so von oben keinen Arsch. Hast du rechts? Ich schau links. Ja. Da hinten ist einer. Rechts. Da oben, ja. Habe ihn, habe ihn, habe ihn. Habe ihn auch schon gehabt. Ihr müsst ihn auf jeden Fall reporten. Ja, warte, warte. Sicherst du mich? Ich muss erstmal schauen, dass hinten alles sicher ist. Ah, Katze ist gerade bei mir. Super, ich sehe nichts. Da ist er. Oh, ich habe einen Klisten, glaube ich. Warte, ich habe ihn. Von hinten. Na, nicht schießen. Ach komm. Geh runter jetzt. Oh, der hat einen Bombengürtel oben. Habe ihn, habe ihn, habe ihn, habe ihn. Der hat einen Bombengürtel oder so. Das ist Security. Ich bin gerade so verwirrt. Ja, das ist ein Security. Der hat einen Bombengürtel oben. Ich habe einen da oben. Der hat einen Bombengürtel oben. Was macht man mit solchen Leuten? Jetzt haben wir ihn mal festgenommen. Ich habe selbst erst checked, dass das wieder ein Bombengürtel ist. Achso, deiner hat einen Bombengürtel. Ja, aber ich habe ihn jetzt festgenommen. Der bei mir da liegt. Ich komme jetzt zu dir wieder. Ja, sicher du mich. Den habe ich geschossen. Ich muss nur schauen hin, dass wir ihn absichern. Komm mal mit. Weil da habe ich den Aufgang ein bisschen abgesichert. Nur, dass von hinten keiner mehr kommt. Fucker. Du musst mir ein bisschen helfen. Ja, ja. Ich komme jetzt mit. Weil ich habe da mit zwei zu kämpfen gehabt. Ich habe gerade Angst vor diesem Typen mit diesem Bombengürtel. Da habe ich Leute gehört. Da drinnen. In dem Raum da. Ja, da werden sicher welche drin sein. Come inside steht auch drin. Come inside. Oder was ist da auf die Länge? Schaut da jetzt noch. Okay, gehts rein. Ja, ja. Die schreien schon. Oder was ist da auf die Länge? Hinter uns sind auch welche. Wir gehen jetzt rein. Todeskommando. Ich stelle mich da mal in die Tür. Okay, da bei mir sicher mal. Das geht, glaube ich, eher auf die Länge. Durch diese Milchglas-Scheiben da. Pass auf, da kannst du durchschießen. Ich tue mal Schleichen mit. Ja, ich lade so oft nach alter COD-Spieler. Da ladet man nach jedem Schritt nach. Oder man darf die... Da ist gerade urstill. Die sind wahrscheinlich da unten. Wo? Wo? Ich hab einen Headshot kassiert. Der hat mich durch die Milchglas-Scheibe da geholt. Scheiße, bin ich allein. Hier unten sind Mike und ich gestorben. Ach du heilige Sch... Alter, ich hab mich gerade erschrocken. Geht ihr da alleine rein? Alter, wie weit war's hier schon, Jungs? So funktioniert das nicht. Wir müssen zahm bleiben. Ja. Wir waren vor uns zu dritt. Also Sascha war noch bei uns. Ja trotzdem, wir müssen da zu 5 dreien, Alter. Oft steht man sich ja beim Weg rum. Ja, aber am besten ist immer von jeder Seite. Einer hinten, einer so, einer so. Ja, aber ich wollt grad sagen. Was für ein Weg. Dann gehen 3 nach vorne, 2 sicher nach hinten. Bist du deppert. Ich hab mich gerade erschrocken. Ja, der hat irgendwo... Was? Mit Alter 4 kann man das Spiel überspringen stattdessen? Ja. Greifst du mich wieder aktiv ein, Matze? Mit einem Rechtskick kann ich dich auch überspringen im Chat. Uuhuhu. Wow. Also gut, ich geh meine OP. Bis später. Jo, viel Spaß, ciao. Ciao. Bis später. Ich bin einmal raus. Schönen Abend euch noch. Ciao, ciao. Halt. Halt. Headshot. Hauptsache, ich seh nicht. Hast du um die Ecke piekt? Ich hab's noch gesehen. Ja, ja. Okay. Unmöglich. Noch mal probieren? Ja, das war geil. Aber wir müssen trotzdem jetzt viel besser... Trifts nicht so schnell vorgehen, oder wo sie schon war? Und so funktioniert es. Ja, ihr seid so gesagt außen rum gelaufen. Wir waren unten bei der Tür. Wir waren so gesagt gar nicht so weit weg von euch. Trotzdem müssen wir halt zusammen. Wir müssen reden, wo wer hingeht, so. Einer dort. Ich würde einfach zusammenbleiben, fertig. Ja, ja. Und halt... Zumindest zusammenbleiben, nicht aufeinander picken, aber zumindest dieselbe Mission haben wir. Wenn einer allein rauf geht, der andere zwei im Keller. Das ist, ja. Matze gefangen im Mechanik-HRB. Okay. Da gehst du immer im Trupp und nie aufgeteilt eigentlich ins Haus. Immer im Trupp. Road to 35. Let's go. Danke, Anubis, für 10 Euro. Wir machen das jetzt wie echte Polizisten und sitzen aufeinander. Flurin oder so mit 10,20 Euro. Dankeschön. Die Engine ist immer anders. Also wir müssen aufpassen, dass uns dann vielleicht schon drei an der Tür warten. Die Tür ist wieder geblockt. Mike? Gut. So, einer macht das Ding auf. Mike hat Schild. Mr. Schild macht's auf. Es ist schwer dafür, dass wir zuerst unten sichern. Machen wir auch. Ich nehme die lange. Ja. Okay, einer nach dem anderen rein. Passt. Safe. Und Fenster. Sind wir jetzt nur mehr zu viert? Achso, Sascha ist nicht mehr da. Safe. Okay. Einer geht auf die Länge und zwei auf die Kürze. Da vorne in dem Fenster war dann gleich jemand. Dort oben. Genau. Kann sich nicht mehr ändern. Das ändert sich immer. Das ändert sich immer. Das ist nicht gleich. Okay. Die eine Tür dort oben im Blick. Achtung. Okay. Mike, nicht zu weit vor. Du bist schon zu weit vorne. Bleib da jetzt. Okay. Da haben wir mal nix. Jetzt da links ist nochmal. Rechts ist ne Bar. Da kann vielleicht wer drin stehen. Wir sichern die Umkleider und alles. Die Tür. Ich pick. Bar safe. Einer schaut bitte noch immer auf Bar Ding. Einer ist Neon. Wir gehen wieder die kleine Tür. Ich schau in die Bar rein. Ob sich irgendwer duckt oder so. Passt. Ist das safe? So. Ich guck hier einmal durchs Fenster hier. Okay. Wir gehen die kleine Tür voran. Ja. Habt ihr schon den Raum denn abgecheckt, die Bar? Den haben wir schon gemacht. Ja. Ja, haben wir schon. Wo geht das hin? Das ist dieser Spiegel. Dieser große Raum da. Das öffnen wir mal von innen. Wir gehen über den kleinen Flur. Okay. Ähm. Einer sichert links. Einer rechts über Kreuz. Recherhöhe. Okay. Achtung. Ich spieke. Ich seh bis jetzt Pelzmäntel. Bleib geduckt, Mike. Okay. Bei mir ist... Rechts ist frei. Links ist Wand. Passt. Pieke. Tür. Links. Es sollte eigentlich keiner sein. Habe ich vorhin gecheckt. Ja. Das ist die Bar. Okay. Wieder Tür. Das ist wieder Telefon. Genau. Diesmal haben wir keine Geisel hinten schreien. Wahrscheinlich werden wir noch kein Schussgefecht gehabt haben. So. Steps. Steps von links. Warte mal. Irgendwas war da. Irgendwer hat da hinten gerade geschrien. Da sind Leute drin. Safe. Der ist links. Warte mal. Kann ich die Flashbang reinschmeißen? Ja. So. Hammern. 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 Warte. Ich reporte. Warte. Ich bin da safe. Ich werfe auf links trotzdem mit Flashbang. Ja. Und los. Ich gehe rechts. Rein, rein, rein. Wir zwei links. Wir zwei rechts. Links safe. Die Tür ist da nach rechts schon offen. Danke. Wer da drin ist. Gut. Rechts ist voll offen dieses Mal. Da sind wir vorher nicht reinkommen. Person. Bewaffnet. Nein. Zivilist. Das ist ehrlich. Ich sehe auf die lange. Ich mache die Tür zu. Ja. Mach die Tür zu. Ich kann die Tür nicht zumachen. Okay. Okay. Warte ich sicher weiter nach. Zwei Zivilisten. Zwei Zivilisten. Ein Gang da. Rechts rein. Ich. Ja. Ich block die Tür. Ja. Ich schaue dir auf die lange zu über der Tür. Danke. Hands up. Drop your knees. Bisse. Gerade. Ja. Ich nehme gerade fest. Kann ich gerade nicht. Eieiei. Der ist da. Rechts die Wand. Rechts die Wand ist der. Okay. Okay. Rechts die Doppeltür. Der gibt da. Der versteckt sich da ganz mies hinterm Tisch. Ja. Achtung. Mike kann du nicht hoch gehen. Feuerschutz. Ne. Feuerschutz. Ich gehe vor. Links safe. Ich habe hier eine Tür gehört bei mir. Mike schaut noch dass da nicht jemand in den Rücken fällt. Ja. Wir gehen jetzt gemeinsam in den Raum rein. Genau. Links rechts safe. Ich gehe weiter vor so dass ihr euch an der Wand links in Deckung begeben könnt. Ich gehe mal hinter den Tisch da. Ich bin jetzt. Es sieht aus als ob der dort vorne down ist. Habe ich ihn getroffen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Ich habe. Bei mir hat er sich geblickt hinten aber. Okay. Wir werden es gleich rausfinden. Ich habe zumindest in die richtige Richtung geschossen. Okay. Oder ist hinter die Tür wieder raus. Oder ist hinter die Tür. Okay. So. Alle fertig? Jeder deckt eine Seite ab. Also. Einer deckt die Tür zentral vorne. Einer deckt die Wand links. Und einer rechts. Gang links. Gang links. Genau ja. Mit Treppe. Warte da ist wieder so eine Loge. Ah. Da redet jemand mit fuck you. Warte mal. Ich gehe da rein. Achtung Treppe. 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 Okay. Das ist ein. Das ist erst unten sichern. Ja ja. Ich dachte das ist so eine Nische. Nische links. Nische links. Sauber. Gang rechts. Achtung da. Gute Person. Ich stelle mich da ins Eck damit ich auf die Länge schaue. Ich gehe an die Tür. Da drin ist Kontakt. Kontakt. Zurück. 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 Wo hast du denn gesichtet? Gerade aus zur Bar. Einmal Flashbang. Einmal Flashbang. Flashbang. Warte ich werfe eine. Gut. Wo bist du? Ah du bist daneben. Oh scheiße. Ach Gott. Gegen die Flashbang ziehen. Gegen die Flashbang ziehen. Was war denn das Alter? Will ich mal eine reinhauen? Ja. Warte ich werfe gerade. Okay. Ich habe sie direkt an die Türkante geworfen. Rein. So dann rein. Der ist weg oder? Der ist ähm links. Verknallt Alter. Digga. Abkommen Kontakt. Rechts. Von rechts. Von rechts. Ich habe eine Flashbang rein. Aufpassen. Ja das ist der ganz große Raum. Zack. Ah. Fuck. Ah ja da haben wir mehr. Ja. Ich bin hinter der Bar. Ich kann bei dem Täter gerade nichts machen. Wieso kannst du nichts machen? Achso. Achso. Von hinten. Von hinten. Von hinten. Von hinten. Von hinten. Hinten. Hab ihn. Hat der irgendwas reingeschmissen? Ah sehr gut. Sehr gut. Ich kann den nicht festnehmen. Die ihn weg. Schnapsen. Warten sie uns noch einmal irgendwas auf. Jetzt gehts. Da ist jemand. Der kommt bei der Tür rein. Ab ihn. Sehr gut. Sehr gut. Ab ihn. Denk dran die Waffen auch zu sichern. Oh da war noch einer. War da noch einer? Oder habe ich mir das jetzt eingebildet? Ne da ist eine Zivilistin hinten. Die kommen da alle gerade durch irgendwie. Kommen gerade ganz viele. Die Schotts. Die Schotts. Ich nehme die mittlerweile. Einer müsste sie festnehmen. Weil da sind gerade so viele gekommen. Dass ich absichern kann. Von der anderen Seite vielleicht. Ja ich bin gerade dabei. Beim festnehmen. Jawohl. Sehr gut. Ich bin da noch hinten in der Bar in der Ecke. Also einer sichert hin. Ja ich auch. Schau links dass keiner kommt. Okay. Ähm. Ich geh wieder zurück. Achtung ich lass dich da hinten einmal kurz allein. Es wäre jetzt nicht schlauer dass wir zuerst über oben gehen. Weil wir oben hätten auch den Überblick über unten. Eigentlich schon ne. Ich weiß nicht wie viele. Wir probieren es einmal da über oben. Weil da waren vorhin auch welche. Okay. Wir gehen jetzt einmal da hoch. Gut. Achtung das sind überall. Von den Niedergeschossen könnt ihr auch die Magazine picken. Ja. So du sicherst oben. Jawohl. Ich geh Treppe. Jetzt kein Kontakt. Aufgang erstmal sicher. Nächster. Ist jetzt kein Kontakt. Da ist auch rüber sicher. Bis dato alles clear bis hierher. Sammeln wir uns einmal da. Ich höre jemanden. Ja das war ich. Echt? Entschuldigung. Achso. Da links. Na links. Links. Habt ihr den gesehen? Hab ihn glaube ich. Hab ihn am clear. Ich glaube ich hab ihn. Na der ist wieder aufgestanden. Negativ. Negativ. Der ist wieder aufgestanden aber er hat nen Hit gekriegt. Macht Dauerfeuer. Ich hab ihn. Habt ihr ihn? Ich hab ihn. Warte. Schild vor. Ah na na na. Der ist noch da. Schmeiß Flashbang. Ich hab keine mehr. Ich hab ihn. Jetzt hab ich ihn safe. Ja. Der ist down. Wir haben jetzt nen Headshot gedrückt. Zivilist links. Zivilist links. Bombengürtel. 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 Einmal jemand nach rechts lang sichern. Hammer. Beide. Ich weiß nicht ob ich den jetzt links gang. Einer bleibt hinten. Ich bleib hinten. Ach der Scheiße. Der hat nen Bombengürtel. Ja. Der Typ mit nem Bombengürtel mal festgenommen. Was denn? Was? Was passiert? Das ist nicht ein eigener. Wir sind alle da. Bis dann zusammen. Mark war alles gut. Das war kein eigener. Das war kein eigener. Ah ah ah. Kontakt. Kontakt. Ich bin schwer getroffen worden. Er ist da hinter dieser Mauer. Ja ich bin auch. Dezent schwer getroffen. Genau da wo du hinschießt. Aber ich habe ihn getroffen glaube ich. Okay. Mein Arm ist verletzt. So Achtung. Kurt lass uns in die Richtung. Lass uns den entgegen kommen. Da 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 Kontakt. Der Gang runter. Ja wir gehen aber in die Richtung. Komm schon jetzt. Dann kommen wir von hinten. Ich glaube ich habe einen Hit gemacht. Da ist Blut gespritzt. Der müsste da liegen. Oder ist der da reingelaufen. Keine Person hier. Da liegt einer ja. Da liegt einer ja. Wer ist denn. Ich gehe durch die Tür. Nein nein nein. Da gehen wir nicht rein. Wir bleiben noch da. Bleib da. Bleib da. Nein. Bleib da. Ich habe gesagt. Du sollst da bleiben Alter. Ich bin ja schon zurück gegangen. Was kann ich denn dafür. Ah man. Wo seid ihr denn jetzt. Ja dort bei der Tür. Wo wir vorhin auch verreckt sind. Ok warte dann. Da stand direkt einer. Da stand direkt einer. Da stand direkt einer. Da Mike ist da und. Ist er da drin. Ja da ist der. Lass mich Flashbang werfen. Ich habe noch. Da ist glaube ich. Links rein. Ja links rein. Links rein. Links rein. Hab ihn. Ich habe hier auf jeden Fall schon mal die Treppe im Blick. Ich bleib hier und sicher die Treppe. Ja. Dann siehst fast nichts. Geh mal den Gang hier. Den. Seid ihr alle da? Ich bin da bei dir. Soll ich zu euch kommen oder hier? Ja komm du zu mir. Komm du zu uns bitte. Gehen jetzt nur zu dritt herum. Wir gehen da den Gang lang. Ja. Da oben. Achtung. Hier unten. Stabilist. Gibi. Achtung nach hinten. Trotzdem sichern. Ich höre Stimmen hinten. Also hinter uns. Ich höre Schritte. Ja ja das sind Stimmen. Aber ich glaube die sind im Nebenraum. Was ist denn da im Chat los? Alter. Achso. Ich habe den Zivilisten festgenommen. Der Gas. Aber Vivi hat alles geholfen. Und schon wieder nur Deathbar. Achtung. Ich gehe auf die andere Flanke. Wo wird davor? Kann auch VIP-Chat anmachen. Ist kein Problem wenn sie mit dem Arsch geht. So. Schauen das rechts auf nichts ist. Links sieht gerade frei aus. Einer gibt links, einer rechts. Ich würde da mal rechts schauen. Ja Stimmen. Rechts. Man sieht da drin so scheiße. Scheiß Blitzlicht. Da schaust du nicht zum Club runter. Ich sehe niemanden. Wir sind. Gegenüber mal abgesichert. Da ist nichts mehr. Von da kommen wir mit dem Blick. Also da ist er mal relativ safe von der Seite. Okay. Ich bin gerade noch mit ihm auf der linken Seite. Ich bin ne Geisel oder? Auf welcher Seite seid ihr jetzt? Hallo? An der Tür. An der Tür. Okay alles klar. Ich finde euch schon wieder nicht. Zurück. Kurt du musst zurück. Jet je mehr ihr reinschreibtst wann er P kommt oder was, desto länger kommt. Genau. Machen wir einfach so. Je mehr erster du es reinschreibst desto weniger kommt. Mega egal. Genau. Wir bleiben zusammen und deshalb. Drück doch mal. Du kannst auf T drücken um die Helmkameraden zu machen. Das siehst du auch wo sie sind. Ja okay. Okay. Das bist du einer da drüben? Das bin ich. Das bin ich. Gut. Das ist sicher da. Jetzt haben wir dann. Was haben wir wenn wir jetzt hier links runter gehen? Da hinter der Tür sind Leute definitiv. Kontakt. Da hast du Stimmen. Die Frage ist sind die oben oder unten? Habt ihr jetzt schon oben alles abgesichert? Unten sind wir normal auch. Unten haben wir das schon gecleared. Da sind wir ja unten gestanden. Ja unten gibt es noch viel viel mehr. Ja ja. Und ich habe das unten gecleared. Also zumindest diese diese. Na gecleared haben wir es nicht. Aber die Küche hinten dort. Habt ihr schon gecleared? Ja das sind wir ja. Ja die Toilette. Da haben wir ja das Schussgefecht gehabt das heftige. Die Toiletten haben wir nicht. Okay. Warte da ist eine Kühlkammer oder sowas. Ja das Toilette. Ich sicher die. Kontakt. Da haben wir eine Toilette oder? Tot, 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 tot. Versteckt sich denn da bitte? Ja. Habt ihr auch alle Toiletten durchgeschaut? Dass da wohl keiner noch irgendwo drin ist? Ja. Passt. Die andere Toilette ist komplett clean. Da ist niemand mehr. Okay. Jetzt haben wir noch die Zentrale die vorne ist. Das ist glaube ich keine Ahnung. Irgendein Art Wickelraum oder irgendwas. Mal schauen. Kontakt. Kontakt. Mal von rechts. Robin. Ich hab keine Munition mehr glaube ich. Versuch's dem wegzunehmen. Ja ja ich probier. Warte. Warte ich sicher dich. Ich sicher. Schau mal. Bin noch ab. Ne. Bin leer geschossen. Warte wie steht da Clear Evidence? Okay ich nehme das mal mit. Aber wie kann ich ihm die Muni abnehmen? Da liegt ja ne Mac am Boden. Ja. Aber ist auch nicht immer. Ah. Ich. Ah. Ich steck da drin. Ich komm immer weg. Irgendwer hat mich da grad eingeklemmt. Hallo. Andl. Andl. Ja. Danke. Du hast mich grad eingeklemmt. Hier könnten wir noch durch ne Tür. Ja ja. Ich muss secondary. Wollte kurz an. Ich muss. Ich mach sie auf. Are you ready? Mhm. Da ist nur Alkohol drin gell. Kann sein. Ja. Ist safe oder? Ja. Ist safe. Passt. Sorgt es mal wenn ihr irgendwo im Magazin findet. Gell. Keine Muni mehr. Nope. Ist schlecht. Ich. Nur noch die secondary Muni. Wie gesagt. Da ähm. Unten die Türe frontal haben wir gesichert. Da hinten drin. Von da kommen wir. Ne. Also wenn wir jetzt hier durch die. Durch die. Durch die. Stage gehen. Grad auf der rechten Seite ist auch nochmal eine Doppeltür. Ja. Auf einmal war ich hier weg. Ich hab nicht einmal atmen können. Also hier. Hier wird es weiter gehen. Wer. Warte mal. Bleib stehen. Bleib stehen. Wir warten wieder. Wir müssen runter. Wo wir vorhin waren. Genau da rein. E da ja. E da wo ihr jetzt seid. Ja ja. Da fehlt was. Das noch eine Evidenz durch oder ne? Ne. Passt. Ok wir gehen jetzt runter. Am Gang ist heftig Zugang. Ah genau. Das ist heftig. Das ist eine Sauna oder so. Japanisches Bad. So. Ok. Du stehst wieder im Weg gell. Ich würd gern Link sichern. Nur nicht vorbei. Danke. Du bist sicher dasselber. Es wird schon gesichert. Jetzt hinten vorbei. Ah. Oben. Hallo. Beim Bad könnte auch jemand kommen gell. Ah Wolfi im Chat. Was denn da los. Hier was. Hier sind zwei Türen offen auf der linken Seite. Ok. Da stimmen. 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 Die Tür im Blick. Jetzt nicht mehr. Ok. Jetzt wieder. Ich glaub eher dass die Stimmen genau gegenüber von uns kommen. Von dieser Tür. Ich glaub dass die von der. Der. Neben dem leave your towels anywhere da die Tür. Ja. Da kommen die. Weil von dort hab ich sie wahrgenommen. Auch. Ja die kommen von dort. Ja die kommen von dort. Ähm. Waren wir hier schon? Weil hier ist eine Zivilisten festgenommen. Unten? Ja ja. Direkt vor mir. Also wenn ihr jetzt rechts geht. Direkt vor mir. Wir gehen einmal gesammelt in den Raum. Ja von da kommen wir. Weil da sind wir die Treppe hochgegangen. Ja ja. Da sind wir dann die Treppe hochgegangen. Wir gehen da weiter. Ah dann kommen wir da. Da jetzt gerade aus. Müsst man dann eh. Richtung glaub ich. In die Küche dort reinkommen. Das da vorne müsste dann wieder die Küche sein. Aber das ist definitiv Kontakt. Da oder bei den beiden Türen. Aber kann ich hier durchschauen? Da ist einer. Er ist lockt. Der ist festgenommen der. Da kommst du in den Club ja. Vielleicht flucht der so deppert herum. Möglich ja. Da waren wir noch nicht. Da war die sich ja. Okay mit uns. Die Glastüren sind extrem fies. Passt auf. Der Gläser. In die lange. Da ist Exit dahinten. Hier bei mir ist noch eine Tür. Da ist nochmal eine Toilette. Changing Room. Falsch geschrieben ey. Alter Verwalter. Was ist falsch geschrieben? Changing Room. Das Schild an der Wand. Okay. Da ist nochmal zwei Toiletten. Hier kann ich nicht durchschauen. Kann ich auch nicht durchschauen. Kann ich auch nicht durchschauen. Dann gehen wir erstmal bei den Damen gucken. Ready? Ja. Ja. Ich bin noch nicht ready. Wo bist du? Ich komme zu euch. Da. Hinter euch jetzt. Nein Kontakt bis jetzt. Safe aus. Vielleicht ist eine. Die Tür nach hinten. Wollte jemand hier der die andere Seite der Toiletten checkt? Ja. Bin da. Erste. Kabine frei bei mir. Erste ist frei. Okay. Zweite Kabine auch frei. Seh ich grad. Warte mal. Deine. 3. Letzte Kabine frei. Letzte auch frei. Schau kurz wegen der Tür ne. Mhm. Wieder geblockt alter. Hier ist alles geblockt. Ja wir können es nur öffnen. Kannst du peaken? Nur lockt. Das heißt wir müssen außen rum. Das heißt ähm. Hier machen wir hier noch die Jungs Toilette. Ja. Einer muss öffnen. Ich schau rein. Wieder. So. Ready? Ja. Tür sicher. Safe. Warte. Wir können ja nicht schauen ob wir Füße sehen. Unten durch. Da seh ich ja mal nix bei mir. Seh auch nichts. Erste Kabine ist irre frei. Bei mir auch. Weiter auch. Weiter auch. Dritte auch. Dritte auch. Passt. Hammer. Was da dahinter ist. Exit. Sehen wir da was? Wollen wir da rausschauen? Zu. Ne ist auch geblockt. Tag Robert. Okay dann müssen wir hier noch checken. Ja. Da hinten ist noch ein Exiten riesiger. Ja. Da hinten ist noch ein Exiten riesiger. Geht erst. Achtung auf das Wasser schauen. Ich sicher weiterhin nach vorne. Nein. Da ist die gelockte Tür von vorne. Ja. Hier ist alles safe. Ja. Hier ist alles safe. Hey. I thought you were gonna stay with me. Pavilion stand by the trailer. Was ist mit der Tür? Diese ist die Damen-Toilette von der Komma. Die war geblockt. Da ist safe da drin. Aber zu der Tür gehe ich mit mir geradeaus noch saven. Ja. Da kann man nicht durch das der Besen. Ne. Vorne. Also jetzt vorne rechts. Haben wir noch nicht geguckt. Hier rechts. Jo. Ich geh mal eins weiter rüber. Robert. Muss oder? Muss. Blurin. Dankeschön für 20 Euro 40 Cent. Dankeschön. Komm mal zu mir. Ich hör Stimmen. Da ist eine Tür offen. Wo bist du? Wo bist denn du? Jetzt bin ich hinter dir. Hinter euch. Ja. Also von der Doppeltür sind wir eben gerade gekommen. Ja. Kann sein dass der Dude immer festgenommen hat schreit. Alter. Ich bin auf den Piss. Ja. Das wird der sein. Dann gehen wir da noch mal weiter. Jesus. Da ist immer ein Schädel weg das einfach mal leise ist. Weil der sitzt da bei der Tür festgenommen. Ja. Der ist. Weißt wo wir vorne noch nicht waren? Kommt ja nicht mehr zurück. Wir haben noch nicht nach vorne abgesichert. Wo? Ja da wo wir dann vorgegangen sind oder? Da wo ich dann weg war. Vorne. Also ich finde das super. Warte. Bis ganz vorne? Ja. Bin ich blöd. Also so gut wie hier. Ja. Ja. Von hier sind wir vorne runter gekommen. Das ist die Treppe. Da ist die Treppe. Okay gut. Dann ist das hier unten relativ safe. Bei der Main Stage. Jetzt direkt gegenüber. Wo seid ihr jetzt hin? Ja. Warte. Wo seid ihr jetzt hin? Ja. Ja. Schau mal. Wenn du hier direkt. Geradeaus rüber guckst ist eine Doppeltür. Da waren wir noch nicht drin. Das ist der lange Gang. Ah ok. Ah ja. Bis jetzt noch aufpassen dass nicht oben einer chillt. Weil jetzt ein bisschen Zeit vergangen ist. Ja der labert die ganze Zeit alter. Was für ein Beginning alter. Für dich ist Ende da. Erstmal schauen ob hinter der Barbe ist. Der Kühlraum hinten. Wollen wir da schauen? Ja da. Da ist ein Kühlraum. Warte Marco. Du bist ja gerade allein auf der Dance Rack. Komm wieder zurück. Ja warte. Ich komm wieder zurück. Weil ich glaube den haben wir noch nicht gemacht. Den Kühlraum da. Oder ist die Tür offen? Ne. Da waren wir noch nicht. Hier. Dann haben wir noch gesichert. Ich sehe hier die lange Tür. Wenn ihr mich durchlasst gehe ich vorne. Ja. Ich habe ihn schon ein bisschen angefrackt. Ich auch. So ein roter Arm und rote Hüfte. Na bei mir ist der Arm. Echt sauber. Ja weiter die Tür. Und da aufmachen. Geblockt. Alter leck mich am Arm. Alles geblockt hier. Ich habe hier auf meiner Seite zwei Türen auf jeden Fall. Gelockt komplett. Aber wir können uns. Warte mal. Wir können uns. L. M. B. T. Was ist L. T. Was ist L. M. B. T. Left Maus. Warte ich kann die lockpicken glaube ich. Ich habe hier auch die Tür gerade gelockpickt. Kann ich die hier auch lockpicken? Ich habe die hier auch schon aufgemacht. Wo seid ihr? Genau gegenüber. Gehen wir zu uns. Wir machen jetzt mal die Kleine. Ja wir machen die Kleine. Ich sehe dich auf die lange. Ready? Ja. Links nicht. Wand. Rechts. Kontakt. Geh nach unten. Geh nach unten. Geh nach unten. Okay das ist die Doppeltür. Passt. Geh nach unten. Geh nach unten. Geh nach unten. Geh nach oben. Hinten nichts mehr? Nein. Die Tür ist blockiert. Ah kommt die Doppeltür. Perfekt. Ok jetzt haben wir hier noch eine Tür. Seid ihr bereit? Ja. das ist wieder die damen toilette da ist die herrn toilette so an dieser wo wir vorne waren auf einer anderen seite abgeschlossen genau okay jetzt müssen wir noch einmal über den floor durch die doppelton den gang es wird es wird mächtig wenigste von allen sachen da siehst du wenig hörst du nichts und kann von allen seiten angewächst werden doppelt ihr dahinten müssen wir gehen über eine seite außen weil das können wir nicht in rücken fallen werden ja auf eine seite außen zusammen ja okay würde ich machen heute bappen wir gehen über der kürzere weg ist rüber wir gehen über rechts über links kommen nämlich nicht weil da müssen wir über den floor laufen ich gehe mal raus ich bin noch mal drin erst das sollte einmal da oben schaut gut aus ja wir waren ja schon oben schießt keiner runter da kann der tür aufkommen also der rehrt da hinten das ist ein geisel der rehrt da hinten am besten irgendwas zum zustopfen wäre super okay wenn jetzt bei der tür nicht durchgucken perfekt weg noch weiter nach hinten ist aufmachen okay zwei 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 piek piek ist unter eingang oder oh von wo war ich alter hat herzenfakt gekriegt alter hast du geschossen alter mein herz ich hab nicht geschossen ich hab die tür eingekickt weil ich keine andere option gehabt hat ich hab das jetzt geschossen na die tür eintreten lockpick hier die tür ja okay da waren wir schon die haben wir festgenommen und das ist glaube ich wieder die der eingang müsste sein ja das ist ja dann würde ich sagen wir gehen noch mal alles durch auf quick irgendwas haben wir vergessen dass wir noch nicht abschließen können ja und wir schauen noch mal alles durch wir checken jetzt noch mal alles ab was fehlt aber nicht zu schnell vorgehen wir werden auch schon zusammenbleiben aber jetzt wissen wir circa wie da alles aufgebaut ist da drin ja ich hab noch nicht alle zivilisten ja das ist ja die gegner sind schon alle down die gegner sind schon alle down ja sonst hätten wir noch irgendwie in kurz schießen wir sind jetzt alle räume abgegangen ja dann muss sein jemand der noch wo sieht man das dass alle gegner down sind äh wenn du escape drückst rechts unten an der seite ne ich denk jetzt grad nur an die logik weil wir alle räume abgegangen sind und keiner mehr geschossen hat also nur die haben wir an die logik wurde micperin reportet ja habe ich gemacht vielleicht noch oben gehen wir noch mal rauf ja gut ich komme ja zur stiege warte mal ich kann die weg droppen ja ja du kannst die mit rum tragen ja du kannst die Ja, ich bin jetzt der Rettende Not, ich trage sie raus. Ich bin der richtige Irren, Mann. Warte, hier hat er nämlich die... Wir haben da oben noch den Bombengürtel. Das stimmt. Was machen wir mit dem überhaupt? Einfach ein Bombengürtel irgendwie abruhen. Was so einfach wäre? Ich bring grad die Kleine zum Krankenwagen. Und die Kleine zum Krankenwagen brucht, ne? Alter, da bist du wahnsinnig da drin. Aber geil ist das, die Map. Geil ist sie schon. Bing, 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 bing. Gut, zwei Damen sind schon mal gesichert. Ich schau oben gerade das älgere Stockwerk komplett durch. Ein Bombengürtel. Ja, der ist da. Ich hab grad ein fucking Bomb an mich. Alter, ich trau mich da nicht angreifen, Alter. Der, wie gesagt, der ist bei mir da oben, der Typ. Da liegt der Mike. Ja, der ist Mike. Servus. Oh, ich glaub da ist einer. Ich hab die beiden gefunden. Da sind noch zwei. Ich hab einen Ort gefunden, da waren wir noch nicht drin anscheinend. Oh mein Gott, ich guck da oben ist Dad-Maus. Mit der Mausmaske mit der beleuchteten. Der war tot. Ich hab zwei gefunden noch. Huiuiuiui. Wir haben einen Raum vergessen, sehe ich grad. Da waren wir noch nicht. Da liegt die Tür noch zu, oder? Na, sie war nicht zu, sie war offen. Aber in dem Raum waren wir anscheinend noch nicht. Wo ich grad drüben bin. Ah, jetzt sind wir fertig. Ja. Aber das ist doch ein Raum, wo wir noch nicht drin waren. Aber wir haben eigentlich alle Ziele jetzt hier. Da haben wir noch nicht gesichert. Und trotzdem zur Sicherheit. Ich check nochmal ab. Ich hab jeden Raum begangen und betreten. Dort lockt. Ich bin grad im Keller unten. Ohpala. Geschlossen. Digga. Hands up! Ich will nicht eintreten, aber jetzt. Ah, ich bin hinter dir, glaub ich. Reg mal um. Ah ja. Eintreten. Schau, da waren wir nicht drin in dem. Ja, ist dran. Den hab ich ja jetzt gar nicht gesehen. Das war da wo ich absich... Ah, hier sind die Zivilisten. Ja, da wollte ich absichern eigentlich und dann seid ihr weg gewesen auf einmal. Und bin jetzt wieder zu euch gegangen. Oh, dann haben wir es, wa? Ja. Absolut. Uno, da haben wir vergessen. Da sind auch noch Zivilisten. Ja, ich denke, das haben wir es wirklich. Aussehto. Super, dann alle einmal patch-up. Heftig geile Mission gewesen, Digga. Ja, die war richtig geil. War richtig angespannt. Elf und zwölf reported. Die war Next Level, die Mission, die war richtig geil. B. Ja, ist aber nicht schlecht. Du hast richtig gemacht. Ist in Ordnung. 40 Minuten haben wir allein für die Mission gebraucht. D. 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 Aber ich muss mich jetzt auch vorerst ausklinken. D. 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 Was ist das? Elfer Argentinien, kann das sein? Nee, Frankreich, Elfer. Mbappé und Tor. Mbappé. Das Spiel war richtig nice, Alter. War richtig nice. Gut, dann bin ich mal gone fürs Erste. Wir hören uns später. Jo. Jo, bis schon. Tschüss. Heide. FNSK. Okay. Es gibt sogar noch Mods, dafür sehe ich sogar gerade. Durch. Was könnte man... Säger. MCX Virtus. Ich schaue mal auf den Server. Ja. Homeland on Duty. Da sehe ich mich. Ja, Mann. Im RP gefangen. Dann schließe ich mich dem an. Nix da. Muchmobil fahren. Oh, ja. Muchmobil fahren, Bester. Anna, seid zwölf dabei. Einfach mega geil. Freue mich auf die nächsten Stunden. Ja, dankeschön. Rumbau. Ich werde gezwungen zu spenden. Liebe Grüße aus Oberösterreich. Viel Spaß noch. Ich muss mich jetzt bewerben. Viel Spaß. Danke. Flurin, dankeschön. Auch nochmal für 20,40 Euro. Dankeschön. Und Florian. Mit 249. 10 Euro. Das Vivi einpernt. Die schläft nicht ein. Die schläft nicht ein. Spielst du heute noch Gitarre? Das habe ich auch noch vor, ja. Tatsächlich. Tatsächlich. 2-2, Mbappé, nochmal Tor. Wie schnell ging das jetzt? Das ging jetzt echt fix. Das war ein starker Angriff gerade. 2-1-1. Jetzt schlitzst du 2-2. Derbe. Matze. Geh, Matze. Mit dem Mbappé gucke ich echt gerne zu. Beim Spielen. Das muss man. Matze. Matze. Matze fliegt mit dem Hubschrauber. Und dann hat er von Matze's Homeland. Matze's Homeland? Das geht gar nicht. Whole Homeland. Geht einfach mal. Matze. Matthew muss kommen. Oder Maddox wurscht. Ja, Maddox. Maddox Matthew kann nicht. Okay. Das ist schon wieder mit dem P1 im Busch, alter. Mann. Mein Bild. Jetzt habt ihr ein Bild. Immer abchecken, was so geht am Server. Linux 3G. Ist gerade gejoint. Ich falle. Ich falle. Das, was ich jetzt. Ich setze mich jetzt mal rein in den Taikan. Ich setze mich mal in den Taikan. Und fahre ein bisschen um die Häuser, Mann. Der Landmann, dieser Taikan. Wäre der kein Elektrowagen, wäre es vielleicht echt ein guter Wagen. Aber dieser Elektrosound gefällt mir nicht so. Aber was mir umso mehr gefällt, ist das ein Hub im Noclip, Mann. So, Florin, danke für das VIP-Wagen. Mad-Brötchen, danke für 5 Euro. Kados, für die letzten 6 Stunden Gruß von der Ostseeküste. Dankeschön. Wir haben die Hälfte schon geschafft, Freunde. Tatsächlich. Wahnsinn. Aber das ging fix, oder? Das ging. Digga, und im RP vergeht es ja noch einmal. Die fangen im RP. Okay, aber ich muss sagen, es hat sich so ausbezahlt, Ready or Not, das hat so Bock gemacht, ne? For real. Ja, das können wir öfters mal spielen. Digga, das hat so Bock gemacht, Alter. Es ist mal wieder ein Game, das mir Bock gemacht hat. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Danke. Yo. Ich bin bei dir im Stream 5 Night at Freddy's. Was? Was? In deinem Stream steht, dass du 5 Night at Freddy's gerade spielst. Echt? Nein, ich habe auf Gaming aber keine Angabe dazu gemacht. Ja, sag dir, du spielst gerade 5 Night at Freddy's. Ich check nochmal ab, aber ich habe definitiv kein Game nämlich angegeben. Weißt du, was sein kann? Vielleicht das, was wir gerade gespielt haben, dass YouTube das erkannt hat als 5 Night at Freddy's. Weil das so Discomäßig war. Disco Loco. Disco Loco. Na, warte mal, ich schaue gerade in meine Settings, aber ich bin mir sehr, sehr sicher. Ja, da, ich habe Kategorie Gaming und Titel des Spiels habe ich gar nichts. Also, nichts angegeben. Perfekt. Ja, YouTube erst mal 5 Night at Freddy's. Also, ich war mir nämlich 100% sicher, dass ich das gemacht habe. Das ist ja ein lustiges Spiel für dich. Garry's Mod, Leute trollen, Alter. So, Jungs, ich bin erstmal raus. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir hören uns später. Bist du im RP, oder was? Ich bin im RP, ja. Okay. Bis später. Ciao. Aber den werde ich nicht anschließen, werde ich euch auch erstmal verlassen. Okay. Jo. Danke fürs Dabeisein. Ciao. 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 Mikey und Alex sind noch da. Der illustriere Kreis. Der Elite. Der Elite-Kreis. Also, ich mache jetzt einen Truckhorn, mache ich mir rein, Alter, in die Hupe. Damit es so richtig knallt. Will jemand mit ins Moog-Mobil? Ich komme. Ich komme. Ich komme. Wie heißt das nochmal? Oh, ne, Arne. Warte mal, wir müssen den Umstieg da, das darf uns keiner sehen. Ach, verdammt. Da sind welche. Ja. Ich laufe. Ich laufe hin. Ich. Bei mir steht DB-Simulator. Vergiss deine Chance. Tag. Ich habe einen Uber bestellt. Kommst du auch mit, Mike, oder bist du im RP? Mike ist auch auf Ordnung. Gut. Ui. Weißt du, was das Ding ist? Hast du gehört? Was denn? Was denn? Ach, die Hupe. Haha. Das ist mies. Warte, wir müssen uns jetzt nochmal unsere ersten Opfer suchen. Pilbara am Oceans. Wie viele Opfer haben wir denn? Was sind da an der Tanke? Da unten. Wie viele Opfer haben wir denn? Warte mal. Ach, ist das eine Frau? Als wenn sie rauskommen von der Tür. Äh, äh, äh. Ja. Gar nicht, Jack-Cher. Die Jack-Cher, der ist einfach null. Hat die da drüben geparkt? Ach, die ignoriert uns. Ach, die ignoriert uns. Ach, die läuft einfach zur Versicherung. Ach, die ignoriert uns. Die läuft einfach zur Versicherung. Die. Ne, I. I. Hört man die Hupe nicht? Wenn sie mal kurz den Ausweis geben. Ja. Okay. Okay. Die ignorieren das gerade so gekonnt. Eiskalt. Eiskalt. Die Metern. In der P gefangen, Alter. Da drüben. Scha, scha, scha. Oh. Oh. Ein bisschen mehr nur. Aber sonst. Ach, du hast die LKW-Hupe. Nö. Ja, jetzt. Wir haben welche. Du hast die LKW-Hupe gehört. Ja, ja. Ich auch. Schon wieder. Die Kacke. Los. Wieder los. Ich bin der Einzige, der das hört. Nö, nö. Was ist denn da los? Scheiße, kann ich schon nicht mehr. Die müssen da stehen. Die sind ratlos, scha. Machen wir eine Schiefshupe rein. Ja, das ist eh so wie eine Schiefshupe. Wie so ein Dampfer. Eiskalt, Alter. Eiskalt. Eiskalt dann ignoriert. Wo, wo gehen wir? Oh mein Gott. Man meinst ein 7 Geländer. Da kann nur Scheiße passieren. Oh ja. So 7. Aber am ehemaligen. Alter, da fliegst du über die Map, Alter. Wie so ein Guard, Alter. Ja, da unten fahren sie schon. Hä? Ja, 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 ja. Das ist ein Marshall. Ach, hier. Da fiel. Hupft einfach zurück. Einfach easy gelöst. Warte mal da hinten. Schau, da an der Küste. Ich glaube, das sind, entweder das sind Kocher oder irgendwas. Entweder die Leute sind jetzt so eiskalt, fallen schon nicht mehr drauf rein. Eiskalt. Oh, da unten. Oh ja. Das sind genau die, was wir brauchen. Wenn da jetzt noch ein Auto steht. Da steht ein Auto. Schau, da steht der Kocher. Da steht ein Auto. Ja. Was machen die? Oh, du weißt es. Sind die überdacht? Warte mal. Wer hat hier gehupt? Schau, 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 schau. Und wechseln sie. Sehr sicher. Aktives Eingreifen ins ERP. Die scheißen sich voll ein, schau. Ja, wissen wir. Die müssen doch nicht gleich fahren, oder? Er hat sich gerade so angeschissen wegen dem. Oh, nee. Das wollte ich jetzt aber nicht. Jetzt hast du aktiv eingegriffen. Jetzt habe ich ins ERP, jetzt habe ich ins ERP eingeriffen. Die haben sich gerade, die waren gerade voll fertig. Ah, beim Boot, beim Fischen. Fischer? Beim Fischen da hinten. Marius? Marius Fischer? Ach, da hinten. Am Boot, das wird lustig. Die kennen sich wahrscheinlich genau null aus jetzt. Warte mal alles. Ach, dann auch FUBU. Ach, dann auch FUBU. Warte, bei beiden. Schau, schau, Kata. Das Kusei. Oh, die Kappe. Weißt du das? Hast du das Dampf? Ja. Ich bin direkt voraus. Woher kam das? Ich weiß das nicht. Hä? Ich glaube wir werden paranoid. Also ich finde das super. Ja. Hä? Tja. Woher kam das? Ja, dann sieht das aus. Eisberg direkt voraus. Jetzt mache ich was anderes. So als ob das Boot von der Schöcher. Rafubu. Bin ich gespannt. Da kommt keine Reaktion. Da kommt. Hundertprozentig keine Reaktion. Warum nicht? Sag ich dir mal. Offscreen. Okay. Ich wusste es. Eiskalter Typ, Alter. Am Eis sind sie gerade alle. Schön. Auja am Eis. Schauen wir ob da vielleicht ein Bus fährt. Pfff. Bist du gesperrt da drin oder? Bus. Bus darf man. Da schauen wir mal. Da fröhlich. Ein Kocher. Oh. Ui. Oh mein Gott. Nicht angreifen. Ja wie geil. Nicht angreifen LAPD. Ruf einfach mal. Nicht eingreifen LAPD. Nicht eingreifen. Ruf einfach mal. Ja jetzt fahr doch mit deinem LKW woanders hin. Wo ist die Erde denn im LKW? Jetzt fahr mit deinem LKW. Eieieiei. Eieieiei. Komplett fertig schon. Eieieiei. Warte. Schau. Super. Da wäre halt jetzt die Kopfhuppe gegangen gewesen. Eieieiei. 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 Schön die Leute am Sack gehen. Bei der Pizzeria. Bei der Pizzeria ist viel los. Fuck you Weasel. Der Fröhlich ist auch dabei. Eieieiei. Der Fröhlich. Der Fröhlich wo? Bei mir im Chat. Wo wo? Bei mir im Chat. Eieieiei Fröhlich. Fröhlich. 50. 50 Euro. Macht's Herz rein für fröhlich. Waisel hat gerade gehupt. Er schreit nach Rache. Waisel? Können wir den bannen? Oh die Pizzeria. Die haben ja heute Weihnachtsfall. Ich glaub die können nicht einsteigen weil das Auto kein einsteigen kann. Aber ich bin dran. Aber ich bin dran. Ja? Eieieiei. Eieieiei. Die meisten Bilder werden nicht. Oh nein. Soll ich das andere als Ergänzungen zuschicken? Jaja. Waisel. Okay nochmal an alle. Wawili. Weil viele mit dem ersten Bild Set. Fuck you Waisel. Schreibt's mir alle rein in den Chat Hashtag Danke fröhlich. Ich weiß gar nicht Junge. Was haben sie vor? Schüsses. Bist mich verarscht? Ah Schlaf. Oh dear. Der Alpha Wolf. Der Lukas frech. Ihr habt Belästigung. Anzeige ist raus. Ähm. Da ist nix los sag ich dir. What the fuck? What the fuck? Wer hat Lärmbelästigung was? Der Alphawolf. Ich glaub da unten wird gekocht. Ich brauch deine LKW-Hupe nicht. Oder auch deine LKW-Hupe nicht. Nichts weiter. Herrgott nochmal. Herrgott nochmal. Das ist zum Teufel. Wisst ihr wie das durchschallert? Die Admin Support, Sascha. Der tippt schon, der tippt schon in die Taste. Der tippt, der tippt. Slash Support. Werde hier belästigt. Ein Admin. Bitte einen Admin. Ey, fröhlich. Dankeschön nochmal. Danke, danke, danke. Danke für 2,49. Der Anderl. Ich bin grad mad. Ey, weißt du, was wir wieder machen? Oh mein Gott, ich hab ne Idee. Aber da brauch ich Leute dazu. Oh mein Gott, auf das ist wurscht. 2 Leute reichen. Weißt du, was geil wär? Wenn ich der Weihnachtsmann wär und ihr meine Rentiere. Jaaaa. Wir spielen dieses. Und wir spielen der SRP wieder. Ey, wär das nicht geil? Ja. Machen wir. Bin ich dabei. Dann können wir die ganzen Insel fahren und, keine Ahnung, Geschenke verteilen oder so. Oh jaaaa. Toller Koffer. Aber das wär doch ne geile Idee, oder? Warte mal, dann mach ich mir ein Weihnachts-Jar. 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 7, 4, 3, 5, 9, 4. Sagen wir mal deine ID, Alex? Ähm, die 3, 7, 1. Oh, nice. Dann mach ich mir Weihnachts-Jar. Ne. Ich geh aber um einen Noclip zu angegriffen. Wenn er sich sein Schar fertig macht. Okay, ich mach mir jetzt da den... Hab ich... Hab keinen Weihnachts-Jar mehr. Warte, da nehm ich mal ein Outfit. Oh nein. Wurscht. Hab ich nicht mehr? Egal. Jaaaa, mit den Rentieren. Und so fahren wir herum in der Gegend. Das hab ich so Bock. Wie macht denn eigentlich ein Rentier? Was macht denn denn wirklich die Geräusche? Es ist... Genau so. Du hast mich getötet. Jaaaa. Ich muss mir jetzt das Outfit samsuchen. Hey, kann man... Weihnachtsmann. Wie kannst du denn Ingame-Geräusche machen? Sie haben wie ne Hirschkuh. Weihnachtsmann. So, jetzt muss ich mir dieses... Outfit zusammensuchen. Ahhhh. Das Rentier. Einen besoffenen Santa machen. Das Rentier macht Miau. Bei Marius zuhause macht's Miau. Ja. Ich hab den Weihnachtsmantel. Jetzt brauch ich ein Untershirt. Also ihr seid das gerade im Laden, ne? Jaaaa. Geil. Und ist es kalt? Ja, ich hab die Hose. Jetzt brauch ich noch die Stiefel. Weihnachtsmann. Das müssten die Stiefel sein. Die Kütte. Die Kütte brauch ich nicht. Vielleicht machen Weihnachts-Gangster. Weihnachts-Gangster. Ahaha. 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 Alter, was ist das für... Ah. 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 Ja, genau. Schau. Nix da. Füll Leon. Hämpfe. Ich häng fest? Nicht fängst. Ja. Ich glaub ich sicht mir gut. ioneh warst worden. interface- Das riecht echt schnell. Können wir da auch, kann das das Rentier? Wildumfall! Ich wurde angefahren! Wildumfall! Kann das das Rentier auch nass schnüffeln? Das Rentier auch nass schnüffeln. Kommt, der Freedie auch ins Stream, das weiß ich nicht. Freedie mit Y-Land? Ein Freedie mit Y-Land. Das sah so komisch aus, Mike, wenn du das machst. Das hat nicht mehr ausgedreht hier. Weihnachtsmann. Jetzt brauche ich noch die Mütze. Ja! Rudolf, du wirst noch der Rentier. Had a very shiny nose. Bin ich doof oder bin ich schon in der Weihnachtsmütze vorbei? Die war doch ganz vorne irgendwo. Die muss vorne irgendwo sein. Das sag ich ja. Ich bin einfach nur doof, da war sie. Da war sie. Hey, Weihnachtsmann. So und jetzt muss ich noch auf der 1. Ah nein, ich brauch jetzt noch ein Bad. Bei der Maske baue ich noch ein Bad. Andere Sonnenbrille gönne ich mir auch noch. Da brauche ich dieses Santa-Glas. Das ist auch gut. Da gibt es diese diese richtigen, diese Oberbrille. Ja, die und jetzt. Ja, genau so. Schön. Sie schaut direkt 30 Jahre älter aus. Oder du schaust dabei aus wie Rufes. Rufes hat auch so eine Brille. Der Sascha stimmt. Dann muss ich noch zur Basken-Store. Zähl. Dann kaufe ich mir noch einen dicken Bart. Einen dicken Bart. Ich muss dann mal Pause machen. Fünf Minuten. Mal Fenster aufmachen und durchlüftet. Atmen. Atmen. Aber zuerst kommt der dicke Bart. Aber es ist zum Atem-Folgen-Machen. Klo muss ich auch wieder machen. Ich gues sie. Als ihr hier noch gespielt habt. War ganz nice mal noch zu gucken. Sehr gut gefühlt. Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Oh mein Gott. Aber wie sagt der Weihnachtsmann keinen weißen Bart? Weil er grau ist. Das ist der feinst auch. Weil er grau ist. Das ist der feinst. Ja. Der Schnee. Der wird auch immer eingefärbt. Ich muss mir den jetzt noch machen. Den Weihnachtsmann muss ich mir nochmal safen. Ich war dann drunk mit dem Weihnachtsmann herum. Das LAPD kommt und der Uhr mad ist. Äh. Santa nenne ich es. So. Ich stelle mich jetzt. Warte. Könnte ich noch einen Schal vertragen auf das Outfit? Ich glaube das wird kacke ausschauen. Man sieht mein Hals-Tattoo. Aber scheißegal. Ich habe Rentiere. Jeder wird mir glauben, dass ich Santa bin. Und das Mobil nehmen wir ein rotes Kochmobil oder so. Das Kochmobil. So Leute. Ähm. Ich mache mal nur kurz. Ein paar Minuten. Nicht ein paar Minuten. Ich gehe aufs Klo. Trinke was. Mach das Fenster kurz auf. Und dann starten wir nochmal durch auf die Halbzeit. Jo. Ist ja schon soweit. Ihr könnt es in der Zwischenzeit mal. Like da lassen. Abo da lassen. Ich bin gleich wieder da. So Freunde der Sonne. Ich bin gleich wieder da. Also wenn aber nichts zu schweren. Ich bin gleich wieder da. So gut. Musik 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 Jetzt wäre es eigentlich so Wie wenn ich reguliert Normal Alle paar Tage mal streame Ja Ich bin auch wieder da Ich bin auch wieder da Keine Sorge Ich habe nochmal kurz Fenster aufgemacht Bisschen Frischluft So Cam So Ich habe mir jetzt einen Kaugummi geholt Für meine Nerven Ich kaufe den nicht lang Aber ich brauche den kurz Nicht dass euch wundert Dass ich manchmal dann Vielleicht komisch rede Beziehungsweise Man meinen Mund Ja Kaugeln sieht Ich hoffe ihr hört es nicht So Was machen wir jetzt mit Santa Wo sind denn meine Lieblingsrentiere Schau mal Guten Tag meine Lieblingsrentiere Guten Tag Homeland Homeland Matze So Passt Wo treffen wir uns Ich brauche jetzt noch Einen Weihnachtsmannmobil Was Was gäbe es da Einen geiles Ähm Es gibt halt Keinen Cabrio Was ein Viersitzer ist Einen roten Pagani Herumfahren Achso nein Wir brauchen einen Viersitzer Ja Keinen Cabrio Ja true Im roten Kalinen herumfahren Das kann man machen Oder Ja Das klingt nach dem Plan Roten Kalinen nehmen wir Den machen wir so richtig mattrot Warte mal Ich packen aus Frage Ja Was ist ein Counter geändert Für das PD Negativ Was ist er Laut TCAD Fünf Pops Mit allem Swankler Ähm Wir haben aber schon Den grünen Balken Ähm Denk dran Die Rookies werden auch Mit reingezählt Ist noch ein Rookie da Deswegen sage ich Ja Dann haben sich welche Nicht eintragen Aber der Balken Hat sich nichts geändert Dann haben sich wirklich welche Nie eingetragen Erstmal alle zum Rapport Ins PD rufen Okay Was ist das denn für eine witzige Warnklinke Sag mal Das ist Kaffee Ciao 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 Matze Bei der Aufklärung Von gewissen Umständen Oh das ist mein Rot Oh Das ist so knallig Das muss so Das muss so Das muss im Schnee Gesehen werden Ja Sonst überfährt mich der Matze noch Er hat nicht bei der Academy Reingeschaut Weil dort sind halt auch noch Ein paar Leute da Es ist der Matze lassen Nein Das ist Maddox Stimmt Fette Felgen drauf Weihnachtsmann Die sind geil Sind sie wirklich Aber die Reifen sind so hässlich Nehmen wir trotzdem Das Rand ist rotes Gessen Schnauze Es gibt nur eins Wo rot gut aussieht Die Sonne gibt's Oh der Diggi Darin von gestern Oh du hast mir den Link geschickt Ich guck mal ob sie noch da ist Ah ja stimmt Lass mal Die kleinen Anzeigen Ist auf jeden Fall noch drin 431 Ausrufe Vielleicht sein meine Freunde Geht nicht Geht schon geschlossen Schlüsselklamm Ach das ist ja deiner Wir müssen jetzt Wir müssen jetzt Geschenke fahren Können sie einsteigen Ne Jetzt Autsch Autsch Was macht's denn ihr Da war es geschlossen wieder Wahrscheinlich Ja Ich glaub das war wieder zugeschlossen Mach nochmal Aufzug Oder so Warte Warte Geh mal raus Ja Oh gehm Aus Alter der schaut mächtig aus da draußen Oh ist das Autsch Weihnachtsmann Jetzt ist er offen Jo Ich bin drin Mein Kopf schaut raus Ja Selbe Oh du hättest dich auch hinten reifte Ja Alter Ich bin Wie es aussieht Wie es aussieht Schau dir wie die Köpfe rausschauen Ich hab gelogen Was Die Anzeige Es ist reserviert Ja war klar Ja Ist das nicht Wenn es da nicht zuschlaut Schäu Haha Oh 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 We müssen jetzt Geschenke einkaufen gehen Warte Warte Waffen verschenken Haha Ja Schnee verschenken Wir verschenken Oh mein Gott Warte mal Wir verschenken Meff Einfach Koks. Oder ja, Kokain, weil wegen Schnee. Ja, ja, Koks. Das ist ja Meth für sie auch, oder? Ne, das sind ja mehr Kristalle. Ja, das weiß ich. Wir nehmen das. Schneekristalle, wir nehmen das. Ich packe mir mal rein, 200 Meth. Passt, ich habe jetzt 200 Meth. Aber es gibt leider kein Rob, oder? LAPD. Der Gmatze, 200 Meth in die Hand drücken. Danke. Warte mal, wir brauchen noch die Weihnachtshuber. Ja. Diese, diese... Den roten Kall in den Rumpf. Das ist das FD. Ui. Fischi, bin dann? Ja. Ist gut bei euch. Sie haben... Sie haben da was... Die sterben, die Katze, ein. Und... Die sterben, die Katze, ein. Ich glaub, die heißt sogar Festiv oder sowas. Welche von den 3 nehmen wir? Die? Die? Oder die? Die erste, weil die ist schon nervig. Die ist nervig. Das ist schon nervig. Guck mir an, der Coca-Cola-Truck. Guck mir an. Ich mach was an 3-0. Ja, Cola. Ich fass es nicht. Oh mein, ich verscheine jetzt Schnee. Schreibt's aus. Herr Officer, frohe Weihnachten! Sie haben sich dieses Jahr ein ganz besonderes Geschenk verdient. Es sind ja gerade zwei Rentiere ausgeschenkt. Ja, das sind meine Rentiere. Der eine ist Heinz und der andere ist Erhard. Hallo Heinz, hallo Erhard. Das sind meine Rentiere und die begleiten mich dieses Jahr bei der frühzeitigen Weihnachtsmission. Oh ey. Ja, wir verschenken dieses Jahr Schnee. Sehen Sie? Die sind sehr standhaft. Die sind sehr standhaft, meine Rentiere. Ja, sicher. Und das da hinten, das ist mein Weihnachtstroll. Weihnachtstroll, finde ich gut. Ich würde Ihnen gerne ein Geschenk überreichen. Sie haben dieses Jahr wundervolle Arbeit geleistet. Jetzt haben Sie sich verdient. Ach, das nehme ich doch gerne an. Wir verschenken dieses Jahr Schnee an alle. Oh Gott. Frohe Weihnachten! Wäre Kokain dann nicht sinnvoller? Oh dear. Wie, was ist das Born dem von... Frohe Weihnachten! Ich weiß es gerade nicht. Coke vielleicht? Wir müssten nachschauen, wie Kokain heißt. Nein, ich komme nicht rein, warte. Alex! Alex! Wer ist jetzt der Heinz und wer ist der Erhard? Die Köpfe hinten rachen! Wie es aussieht, einfach wie die Köpfe rausschauen. Also behindert, da geht es wirklich nicht mehr, oder? Was hast du denn für eine ID? Ähm, 370. Ich arbeite an 3-0. Matze! Jetzt haben wir, ob du Kokain bekommen hast. Matze! Matze! Ja, habe ich, habe ich. Matze! Möööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Bleiben Sie stehen, Herr Batscher. Die wollen uns einbauen. Da wollen wir rechts ran, die, äh... Herr Batscher, bleiben Sie stehen. Tiere. Machen Sie nichts Falsches. Ich bin der Weihnachtsmann. Ähm. Herr Batscher, machen Sie nichts Falsches. Ich bin der Weihnachtsmann. Seh ich. Ich seh hier keine Männer. Herr Batscher, wir sind der Weihnachtsmann. Wollen Sie dieses Spiel mit uns jetzt spielen? Wer Weihnachtsmann oder die Weihnachtsmänner? Nein, das sind Erhard und... Heinz und Erhard sind das. Nein, wir fahren nicht rechts ran. Wir verteilen dieses Jahr Geschenke. Und für den Herrn Batscher haben wir was ganz Besonderes. Ja. Herr Batscher, steigen Sie mal aus. Ich hab was für Sie. Mitten auf der Kreuzung, oder was? Ja, mitten auf der Kreuzung. Wir sind... Das ist... Ah. Fredl. Also der eine hat die Tür gerade zu. Das ist... Herr Batscher, steigen Sie mal her. Ich hab für die... Dieses Jahr an ganz besondere Bürger dieses Staates verschenken wir Schnee. Bitte schön, Herr Batscher. Hier haben Sie Schnee. Ja, damit es einmal... Äh. Aber ich denk mal... Fünfmal Kokain, der Herr. So. Schnee. Und weg ist er. Machen Sie keine Faxen. Hä? 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 Äh? Herr Batscher? Er hat den Zorn... Sag mir, er hat den Zorn des Weihnachtsmanns auf sich geschwört. Sie haben jetzt den Zorn des Weihnachtsmanns auf sich geschwört, Herr Batscher. Äh! Machen Sie das nochmal. Lassen Sie mein Rentier frei. Macht keine Scherze. Einer von euch macht mein Rentier frei. Mein Rentier frei. Aber schnell. Hört. Ich habe einfach nicht... Ich habe einfach nicht... Ich habe einfach nicht reagiert. Oh! 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 Soll ich gar nicht mehr laufen. Ja, du hast ja einen Schellen. Mach dich weg. Ich kann mich nicht weg machen. Ich kann nicht mal in den Blüten, aber ich bin ja gefangen. Ich glaub ich hab... Dann mach ich's eben selber. Das soll ihnen eine Leere gemacht sein. Den Weihnachtsmann stört man nicht bei der Arbeit. Er hat den Weihnachtsmann getasert. Das war ein Fehler. Der nächste mit dem Zorn. Ja, taisst du ihn aus, German Royal Gamer? Ja. Warte. Der Zorn des Weihnachtsmann wird über sie kommen. Und tschüss. Digga, was machen die auch? Ich weiß es nicht. Sind die doof? Was ist denn jetzt mit Alex los? Heinz, steig ein, das ist nichts für uns. Das sind ganz, 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 ganz böse Menschen. Es geht mal wieder nicht, ist offen. Sie haben den Zorn des Weihnachtsmannes ausgelöst. Diese Freunde werden keine Geschenke mehr bekommen. Rookie hat das was mit denen zu tun. Wollen wir drüber vertrieben? Aus dem Fahrzeug steigen sofort. Wollen sie auch den Zorn des Weihnachtsmannes auslösen? Sie steigen jetzt bitte aus dem Fahrzeug. Wow. Was machen die? Warum sind die so mad, Alter? Ich weiß es nicht. Der Matze. Wollen sie wirklich den Zorn des Weihnachtsmannes auslösen? Wollen sie das? Rookie ruf mal bitte einmal das AMR und das FD dazu. Ich hab schon einmal FD gerufen, soll ich AMR nochmal rufen? Ähm. Die Rache von Maddox wird größer sein, hat er mir grad geschrieben. Maddox ist mad. Es ist aber nicht Matze, es ist Maddox. 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 Oh Gott. Haben die nicht mitgespielt, Alter? Sie müssen sich halt fühlen. Die Wolken da. Vermutliche Täter sind in einem roten Rolls Royce unterwegs. Zwei Rentiere plus ein Weihnachtsmann. Deren Scheiß, Ernst? Ah ja, gehen wir umgekehrt. Ja. Kannst du doch um Level 5 machen, ne? Werte Bürger von Los Angeles. Der Weihnachtsmann. Frohe Weihnachten. Ho, ho, ho. Hallo. Das ist ein totes Tier. Die sind nicht tot, das sind meine Gehilfen. Der eine ist Erhard und der andere ist Heinz. Ah, hallo. Wir verschenken dieses Jahr besondere Geschenke an besondere Bürger. Ah, okay. Oh, sorry. Wir verschenken dieses Jahr Schnee. Ah, schön. Ein bisschen Schnee für alle. Ja, das ist aber ungünstig. Ich möchte das nicht. Ein bisschen Schnee für alle. Wo kann ich das denn jetzt wieder verstreuen? Ein bisschen Schnee für alle. Frohe Weihnachten. Am besten Sie nehmen uns. Vielen Dank auch. Ne, dann kann ich nachher nicht mehr arbeiten, das ist ungünstig. Heinz! Gute Fahrt noch. Gute Fahrt. Haha, boh. Ich werde noch einmal dort vorbei fahren. Oh man, die so Akku vorhin. Das kann ich dir nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Normal machen sie immer mit. jetzt kommen sie sicher nach die werkstatt rein wir müssen uns für derweilige ausschreitungen schon müssen uns den zorn des weihnachtsmannes schon in parat halten sie braven mechaniker sie braven mechaniker schönen guten tag hier ist der weihnachtsmann und das sind meine zwei rentiere heinz erhard wir sind nicht zu früh wir sind der voraus weihnachtsmann heute ist der vierte advent wir wollen ihnen schon mal ein vorweihnachtliches geschenk machen sie sind sehr brave bürger und sie sind hier dauerhaft am arbeiten ja sind wir tatsächlich ich habe für ihn besonders ein besonderes geschenk dieses jahr gibt es nämlich schnee was gibt's schnee bitte schön danke will ich eigentlich gar nicht sie kriegen auch ein bisschen schnee ich kann mit dem gar nichts anfangen wir kriegen einen schnee frohe weihnachten kann man geschenke auch zurückgeben das ist unhöflich daher das tut man ist sehr sehr nett probierst zurückzuschicken aber komm heinz komm herhard müssen die müssen die nicht eher ziehen wir sind moderner weihnachtsmann wir sind moderner weihnachtsmann wir sind moderner weihnachtsmann ja wissen sie warum der weihnachtsmann so einen großen sack hat weil er nur einmal im jahr kommt die übelsten probleme drin Kommt rein, meine Tiere! Da Andrea, das ist ein Schneegeben. Kommt rein, meine Tiere! Frohe Weihnachten, frohe Weihnachten! Gleichfalls. Schönen vierten Advent an Sie. Guten Tag, Frau Harris. Hallo. Wir haben uns heute am vierten Advent gedacht, wir verteilen hier in Los Angeles besondere Geschenke. Besondere Geschenke? Ja, wir verteilen Schnee. Schnee? Bitte schön. Sie auch und Ihre Gefolgschaft. Kann man auf dem Wind hier mal reiten? Ich glaube, Ihr Tier ist kaputt. Ich kenne Tierarzt. Ich glaube, wir haben einen guten Einsatz. Sie bekommen auch Schnee. Sind denn die Tiere ordentlich gut versichert? Ich kenne... Sie bekommen auch Schnee. Vielen Dank. Ich kenne Tierarzt. Komm, Heinz. Komm, du nicht zu viel. Du wirst nicht austrinken, Heinz. Jetzt komm. Raven? Wie erwartet? Heinzi! Wie... Darf ich streicheln? Heinzi! Darf ich streicheln? Ja, Sie dürfen sich streicheln. Das ist der Erhard. Das hier? Ja, das ist der Heinzi und da drüben ist der Erhard. Das ist der Erhard? Ja, ja. Ja, ja. Ein Kollege von euch hat mal in der Kanzlei gearbeitet, glaube ich. Kann das bitte seinen Kopf wechseln? Das ist mir... Ja. Heinz, jetzt komm her. Heinz, jetzt komm her. Jetzt komm da her. Du Schlawiner, du. Komm. Erhard, wir gehen. Ich mag das hier lieber. Schönen vierten Advent. Das ist brav. Ja, ja. Das sind beide. Die müssen wir noch, gell? Frohe Weihnachten und schönen vierten Advent. Schussfreigabe. Gleichfalls. Ja, danke. Gleichfalls. Was ist Schussfreigabe? Auf uns. Warte, mach mal alle. Gottmord rein. Die werden keine Tiere töten. Macht alle Gottmord rein. Ja. Ja, ja. Pass auf, ich mach den besten Gottmord überhaupt. Muss ich erstmal hier raus. Runde. Sorry, mach ich den. Was ist mit Bidilos, Alter? Pass auf, den besten Gottmord überhaupt. Magisches Rentier. Ja. Ja. Mein Lieblingsfilm ist Teststreifen. Bin auf dem echt kleben geblieben. Ach du Scheiße. Jetzt blinkt der ja. Warte mal, wo ist denn dieser Mitchell? Da müssen wir hin. Das ist ein Homelandfall. Da müssen wir hin. Ach. Mitchell. Wo war denn der? Ich hab ihn. Ich hab ihn nicht angenommen. Moment. Moment. 415. Äh. Eine Sekunde. Schau mal kurz. Ja, neben der explodierten Tankstelle. East Highway. Kurz vor Womart. Ja, da fahren wir hin. Kurz vor Womart. Jetzt habt ihr mich vergessen. Ach so. Heins. Heins. Heins Erhard. Heins Erhard. Heins Erhard. Wartens. Ich komm zu euch. Heins Erhard. Heins Erhard. Heins Erhard. Heins Erhard. Ja, es kam gerade, dass wir am Supreme Court sind. Dann sind wir aber schon gar nicht mehr. Wo sind wir? Ach so. Ich fahr mal hinschucken. Ich fahr hingucken. Die Marschleinheiten können einmal abrücken Richtung Supreme Court und dann mal schauen, ob alles in Ordnung ist. Die sind aber holzhalzig. Ja. Der Schnüffler. Danke für 5 Euro. Sebastian Hofer. Danke für 2 Euro. Ach, das ist der VIP-Mode. Von dem Auto schon die Autos weiten. Völlig 21 hat sich erledigt. Schön vor. Nur beim Weihnachtsmann bitte nicht mit ins Auto steigen. Nur beim Weihnachtsmann bitte nicht mit ins Auto steigen. Das kriegen wir hin. Nehmen wir einen auf die Schulter von denen. Hört sich dumm an, ist aber er. Und den einfach nicht. Oh, jetzt wird das Re-Pack-Telle. Oh, Gefängnis sind ja auch schon. Da fahren wir nachher hin. Ja. Da. Wie schnell die Hupe jetzt ist. Ich will nichts sagen, aber... Ja, jetzt. In der Nachstiegzeit. Bei 3-2 für Argentinien. Ach du Scheiße. Ich will nicht spoilern. Er steht 3-3. Check. Okay. Guten Tag. Homeland wurde gerufen. Homeland? Ja. Es wurde schon erledigt. Es wurde schon erledigt? Okay. Passt. Schön. Heinz Erhard, wir packen einen. Aber... Gute Arbeit und frohen schönen 4. Advent an alle Einsatzkräfte hier. Gleichfalls. Na? Alles Gute und einen schönen 4. Advent. Ja, danke gleichfalls. Ich habe ein Geschenk für Sie. Ich habe ein Geschenk für Sie. Dieses Jahr verteilen wir Schnee. Ja, das ist schlecht. Einen schönen Abend. Ja. Gerüchte haben wir so einen Eingang auf Sie haben. Oh. Keine Feststellung von Ihnen am Sprengot. Wieso komme ich jetzt nicht mehr rein? Geil. Ix-Fest wenn jetzt muss 10-7. Ich wünsche euch was passen auf mich. Herz. Böse noch rum. Danke sehr. Wie geht's euch jetzt? Wenn einem... Zermatze, oder? das ist anscheinend spannend das bm-finale nachspiel ja ja sicher ausgemacht oder da ist nicht alles so wir wollten ins gefängnis fahren ist der dort weiß ich nicht aber er hat gemein die da drin freuen sie sich über den und mit meiner rentiere ist so fett oder hier gehen wir vorbei hohe weihnachten frohe weihnachten ein rentier zwei rentiere wo ist heins und er hat hallo weihnachten und einen schönen vierten advent wir verteilen heute am vierten advent besondere geschenke nämlich heute verteilen wir schnee das ist ja schön advent kann man kann man kann man die streicheln die kann man streicheln ja bei weiblichen personen sind sie bissl ja ich lasse ja warten sie daher ich komme auch zu ihnen sie kriegen auch schnee die waren zwar nicht der besterzogenste junge aber trotzdem ich weiß sie würden auch gerne meine fähigkeiten können aber ich bin der weihnachtsmann ich mache meinen job jetzt stell sie dir vor den kamer auf es hier ein bisschen schnee schönen vierten advent ebenso eine frage kann man die rentiere essen genau so wer meine rentiere ist der wird den zorn des weihnachtsmannes los treten ok schönen vierten advent sie bekommen auch ein schnee sollten sie jetzt rein zufällig versterben oder so könnte man das vielleicht leben so rein zufällig so heinz erhard wir müssen weiter schieß heinz schieß erhard schönen vierten advent der herr ihr einer der steht irgendwie nicht auf der bleibt noch liegen ach der kommt schon ok wo ist mein fettes rei ein fettes rentier das ist ein bisschen ich kann nicht einsteigen ich wollte mich ja schießen schließen keinen der wird mit frage haben wir jetzt einen auf sich kontakt zu santa claus und sein wenn meine rentiere schießt der wird den zorn des weihnachtsmannes los der weihnachtsmann ist aber er hat keinen schritten der wird auf dem wandschmann und von Rolls Royce sind modern so viele leute seine rentiere sind aber weiblich die sind weiblich bitte was ich denke schon die haben zwei von unseren kollegen angezündet die haben zwei von unseren kollegen angezündet die schupe schneller wird die schupe schneller wird und die cops wo könnte man denn hinfahren ist bei der biker ne am orangen felsen am tomaten felsen welcher wie roten nobody sag einmal ho 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 in den in den pdfunk oh mein gott stimmt ho 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 schönen vierten advent im funk rein wer ist dort da ist der quasi noch ein bisschen mit ein schmucki ein schmucki ein schmucki schau schönen vierten advent in funk rein warte warte vielleicht will er mitmachen der heinz erhardt haben wir drei schon oh guck mal guck mal wer da noch ist ich hab mehr rentiere viel mehr rentiere da ist noch mein da ist noch mein robert robert wer robert muss auch zum rentier werden ich wünsche mir dass robert zum rentier wird und mitmacht das kann doch schon wieder nicht stimmen wie ist denn das das kann doch schon wieder nicht stimmen oder 425 schau wie es im funk gefallen mal ruhig ist 5 einheiten im pc ad eingetragen robert steig ein rechte seite hinten entweder macht die gerade irgendeine bank irgendeine jetzt hat er mich rüber geschoben dieser robert oh was ist denn bei der nationalbank los echt jetzt ja da sind da fahr mal hin da ist da ist gerade da ist gerade wir werden verfolgt wir werden verfolgt und das war knapp servus du bist extrem leise bei mir warte mal keine ahnung woldemore wer fährt mich jetzt hinten rein alter bin ich bei euch wie immer mike alles ja du bist normal laut wie immer ok ist mir da hinten reingefallen war urein haben die schon eine sperrzone bei der nationalbank linken 6 10h genannt linken 6 auf leute die fahren dort rum alter sind dort viele 19 david 19 david 19 mission row schönen vierten advent linken 6 ja dankeschön ist so ist ist nichts positives linken 6 irgendwie hat es geschafft der weihnachtsmann bei uns im funk zu sein dann ist es nicht mehr positiv dass der weihnachtsmann hier ist ja ist nicht wirklich positiv sie haben zwei unserer kollegen angezündet die wollten meine rentiere festnehmen ok glaubt trotzdem nicht dass das ein grund ist die anzuzünden das ist die weihnachtsfeier die weihnachtsmann getasert wechselt 3.33 nächstes Feld 36 wechselt auf 3.33 schönen vierten advent meine freunde schönen vierten advent meine freunde einst er hat konrad kommts mal alle her ist schon wieder so fett da hinten im auto jetzt kommts bewegt dein arsch oh Gott im Himmel, oder was? Hallo, Brüder. Ich bin der Weihnachtsmann und das ist meine Flotte. Okay. Ah, okay. Ich glaube, das knabbert an meinem Schal. Hallo. Da ist nichts dran für dich. Schönen vierten Advent, meine Freunde. Danke, wünsche ich Ihnen auch. Wir verteilen dieses Jahr ganz besondere Geschenke für ganz besondere Bürger. Ich will keine auf die Nuss. Würden Sie bitte dafür sorgen, dass die Hirsche weggehen? Ich habe ein bisschen Angst vor denen. Nein, das sind keine Hirsche, das sind Rentiere. Das ist Heinz, Erhard und Konrad. Wenn Sie nicht dafür sorgen, dass die Hirsche weggehen, dann werde ich... Sie bekommen alle Geschenke. Wie, jetzt? Dieses Jahr verteilen wir Schnee. Jetzt zurück ist sie direkt auf die Pelle. Ja, bitte. Schnee dieses Jahr. Ich glaube, das ist... Nein, Sie beschießen meine Rentiere nicht. Darum kümmern, dass diese Tiere hier verschwinden. Heinz, Erhard, Konrad, lass den Arzt in Ruhe. Komm, lass den Arzt husch. Husch, husch. Herr rüber. Der eine kriegt Bauch. Ich glaube, er ist krank. Ah, Herr Begwazel, Sie bekommen auch ein Geschenk. Oh, danke. Sie bekommen auch Schnee. Ui. Ich habe einfach Schnee bekommen. Sie bekommen alle Schnee. Wer hat noch nicht? Ui, ich habe noch keinen Schnee. Sie bekommen auch Schnee. Schönen vierten Advent. Ich habe auch noch keinen Schnee bekommen. Darf man die Reiten? Schnee im Sommer. Sie bekommen auch Schnee. Haben Sie schon Schnee bekommen? Vielen lieben Dank. Nein, noch nicht. Sie bekommen sich Schnee. Wer hat noch keinen Schnee? Ich? Sie haben noch keinen Schnee. Schnee. Nein, ich glaube, das will man schnell. Schnee. Ah, danke schön. Wer hat keinen Schnee? Ich auch schon Schnee. Ich würde Maschinen übernehmen. Sie brauchen Schnee. Yes. Bitteschön. Hier bekommen Sie Schnee. Schönen vierten Advent. Sie bekommen auch Schnee. Das heilt Sie hoch. Dabei hast du doch gar kein Geweihabfraub. Ich hätte mir eine saurige Hose anziehen. Hier, Sie bekommen auch Schnee. Schönen vierten Advent. Geh weg. Sie sind schon wieder so fett hier alle. Daran liegt das wahrscheinlich. Konrad, Heinz, Erhard. Schau da drüben. Wer hat noch kein Geschenk? Alle. Gut. Wir schauen mal weiter. Schönen vierten Advent. Schöne Feiertage. Und schönen vierten Advent. Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche Ihnen einen schönen vierten Advent. Weihnachtsmann. Das merke ich mir. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich bin der Weihnachtsmann. Und Sie bekommen ein Geschenk. Sie bekommen dieses Jahr Schnee. Jason Müller zugelassen. Versichert. Bitteschön. Sie träumen nicht. Sie träumen nicht. Liebe Freunde, wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Der Weihnachtsmann hat noch viel zu tun. Fürs Weihnachtsmann. Das sieht aber nicht gesund aus. Oh nein. Sie haben Konrad. Lasst meine Keule in Ruhe. Das packen wir auf die Pizza. Das packen wir auf die Pizza. Wollen Sie den Zorn des Weihnachtsmann weiterentfachen, dann lassen Sie mir ein Rentier geben. Nehmen wir ihn mit. Das war unser Geschenk. Wir legen ihn auf die Pizza. Oh ja. Der Weihnachtsmann hat ein neues Geschenk. Warte mal. Wir schenken ihm den Herrn da unten in Klamotten. Herr Walker, Herr Walker, schönen vierten Advent. Wir haben ein Geschenk für Sie. Heinz, leg ihn ab. Heinz, du sollst nicht. Mein Gott. Ich reite ihn. Schauen Sie mal. Schönen vierten Advent. Dieses Jahr bekommen Sie Schnee. Oh, danke schön. So, wir lassen den armen Herrn hier stehen. Danke schön. Tschüss, Weihnachtsmann. Wir auf Crack, Alter. Die Weihnachtsmann rentiert. Chat, schreibt es mal rein. Eins, wenn euch das Stream gefällt. Alter, Alter, komm. Geht nicht. Jetzt. Ein Weihnachtsmann. Schönen Tag. Ey, Weihnachtsmann. Warte mal. Im Mirror Park sind auch noch Leute, die, glaube ich, Geschenke brauchen. Jawohl, da fahre ich gleich hin. Der Weihnachtsmann ist auf dem Weg in Mirror Park. Oh, das ist die. Ganze Kandelte. Oh, wir müssen zum Anwalt. Wir müssen Ihnen zeigen, was das jetzt gleich ist. Das müssen wir im Mirror Park. Hast du Piddy? Oh, dear. Schönen vierten Advent. Haben wir nicht da ein großes Auto, dann könnte Smoke die uns gebrauchen. Wo ich mal Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Der Pool, nee, irgendwelches. Suburban hat sechs Plätze. Ich glaube, es wird wenig. Sie bekommen einen schönen vierten Advent. Ich bin der Weihnachtsmann. Sie bekommen Geschenke. Was? Der Weihnachtsmann oder der Weihnachtsmann? Der Weihnachtsmann. Hier. Sie bekommen ein Geschenk von mir. Oh, merci. Und was sind Ihre drei Besucher? Das ist Heinz, Erhard und Cornflakes. Ist kein Rüdiger dabei. Ich habe die Rehnsehre und der Weihnachtsmann. Kein Rudolf. Drei Rehnsehre. Sie wollen auch Geschenke. Hier, ich bin der Weihnachtsmann. Schönen vierten Advent. Der Weihnachtsmann. Ich verteile dieses Jahr Schnee. Komm mir gerne nach dahinten, Alex. Warte, wir gehen zum Pedi. Der läuft, der weg von uns. Er möchte nicht. Laufen Sie nicht weg von uns. Er fährt. Er macht einen Unfall. Komm, Tempomat 100, Leute. Nee, das ist jetzt. Oh, 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 oh. Hier, kein Überschlag. Ich bin aber nicht der erste Weihnachtsmann, wenn Sie keinen Rudolf. Ich bin der echte Weihnachtsmann. Und ich komme schon rüber. Das sind wilde Tiere. Wild. Steigt ein, meine Freunde. Steigt ein. Steigt ein. Der Weihnachtsmann hat noch viel vor. Aber wir könnten Wolf und so auch mitnehmen. Ja, sag ich ja vielleicht drüber. Warte mal, warte mal. Wir fahren mal. Wir fahren mal rüber. Warte mal. Wir fahren mal rüber. Wir fahren mal rüber. Wir fahren mal rüber und nicht rot lackieren. Ach so. Rappt da hinten rein in die Ladefläche. Victor 10 für Lincoln Six. Victor 10 derzeit im Krankenhaus. Grund, er ist vorher angezündet worden vom Weihnachtsmann. Er ist vorher angezündet worden vom Weihnachtsmann. Er fragt gerade schon, wie es ist in dem Antibüro. Warte mal. Stutz vom Haus. Da gehen wir hin. Da müssen wir hin. Die beiden kommen. Ja. Ja. Da haben wir eine Rentierflotte. Können wir den Matze noch mehr ärgern. Das Krankenhaus abholen. Wolfi macht noch ein bisschen Plan. Wir fahren auch gerade hin. Ja, aber ich glaube Wolfi ist jetzt ein bisschen. Der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann. Wir sind ja schon wieder. Krieg ich noch mal Schnee. Nein. Wollte ich sagen. Der Weihnachtsmann ist hier, um jemanden zu bestrafen. Nein, da hinten. Wolfsherz. Schau mal, sag mal. Sag mal. Wo bist du runtergefallen? Wo bist du runtergefallen? Laut von oben. Wo bist du runtergefallen? Von dem Dach? Von dem Dach? Von dem Dach. Und du hast schmerzhafte Hand? Ich bin nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das weiße Zeug einlein, das der Weihnachtsmann mir gegeben hat. Davor war noch nicht. Da vorne ist mir keine Zeit gegeben, irgendwie zu antworten. Ich weiß es gerade nicht. Ich muss weg. Und du bleibst immer ein bisschen ruhig wie im Atmenfall gerade. Ja, schon. Hast du dazu eine Aufnahme? Ja. Vom Anfang nicht, nur vom Ende. Ja gut, vom Ende bringt es mir nichts. Bisschen Abstand halten, bitte. Bitte Abstand halten. So, glaubst du, dass du, wenn du von dem Dach runterfällst, dass du nur Armschmerzen hast? Nein, natürlich nicht. Aber wenn der Herr sagt, ich bin gerade aufgewacht, gefragt, wo ich Schmerzen habe. Ich sage Arm und dann rennt er weg. Und ich sage, ich weiß es nicht. Und Beuler alert. Argentinien ist weit nach. Hab ich vergessen. Bist du langsam. Ich stand hier, ich habe immer alles gemacht. Ich habe alles gemacht, habe gefragt, Schmerzgala. Verletzungen. Ich habe alles eingetragen. Da bin ich ganz rüber zum Kollegen gegangen, habe alles abgeklärt. Ah, da ist es unterwegs. Da habe ich nochmal gefragt. Müsst den Mats jetzt abholen gehen. Ich habe es gerade gesagt, ich weiß es gerade nicht. Und dann sind sie schon weggelaufen. Der Weihnachtsmann entfernt sich. Ich habe ja schon viel gesehen. Was ist das, Alex? Nimm mal an. Hallo, lieber Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann, bitte. Ich wollte den Weihnachtsmann. Mein Schnee ist anders. Dann müssen sie auf nächstes Jahr warten. Oh Mensch. Haben wir wieder ein Geschenk. Gerhard, steig, komm. Rüdiger. Hier, guck mal. Steig mal hier ein bei deinem Chef. Ho, ho, ho. Martin, der wird wie vorhin auch, bitte sofortige Rückmeldung, falls jemand den roten Rolls-Royce oder den Weihnachtsmann, so wie seine Gefährten sieht. Sofortige Rückmeldung. Gerhard, ich habe dir gesagt, du sollst nicht das Funkgerät klauen. Jetzt hört es sich eher an, als wenn wir bei The Walking Dead. Warte, wir gehen jetzt vom Krankenhaus abholen, Matze. Weil das safe ist und da darf er nichts machen. Ja. Oh mein... Oh mein Gott, Metal! Ich glaube, da ist was passiert. Alter Schwede! Panic, hat Panic gedrückt, hat Panic gedrückt! Nein, den responding. Oh mein Gott. Ja, die sind hier im Osten. Oh mein Gott, Digga! Willst du das wissen? Danke! Der Weihnachtsmann macht nur seine Arbeit. Schönes Ding! Ja, alles gut vorher. Herr Batsch, ich erwarte mir eine Entschuldigung von Ihnen. Für was? Für Ihre äußerst trotz freche Art, den Weihnachtsmann bei seiner Arbeit zu belästigen. Das ist Kokainverteilung am Hauptplatz, oder? Nein, das ist Schnee! Schnee! Wir fließen da noch in den Kofferraum. Gut, dass der Kofferraum leer ist. Der Kofferraum fliegt Ihnen gleich auf den Kopf, Herr Batscher. Herr Street, wollen Sie auch Schnee haben? Nein, danke. Okay, ja, Sie sind auch ein ungezogener Lümmel. Ich fahre weiter einfach den Kofferraum. Ich suche... Ich krieg's Kunden ab. Eieiei. Wie sieht das, was Smoky und Skibo? Oh mein Gott! Er hat sich schon mal ausgesucht. Oh mein Gott! Raffi! Heute leider keine 30 Euro, Doni. Schönen Abend alle und auf einen schönen Stream. Immer ein Genuss. Freude macht's alle! Raffi fällt jetzt auf Richtung West Highway. Werden verfolgen. Glauben auch, wir sehen sie nicht. Gibt's hier aus dem Leben? Gibt's hier aus dem Leben? Gibt's hier aus dem Leben? Guten Tag! Augen nach vorne auf die Straße. Ist grad nicht möglich, weil... Ich kann Ihnen leider... Ich kann Ihnen leider keine Augen schenken zu Weihnachten. Aber ich kann Ihnen Schnee schenken. Wollen Sie Schnee haben? Achso, Sie haben schon bekommen. Sie sind ein ungezogener Lüge. Ich komme leider noch ein bisschen, bis ich in den Auto habe. Gebracht. Er fährt jetzt West Highway. Sitzende Mountain Station. Er fährt weiter Richtung... Oh mein Gott! Lasst alle bitte dicken, 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 dicken Herzring raus für den lieben Raffi. Alter, 500 Euro. Und weil die Leute fragen, was ist denn das für ein Banger? Das ist selber von mir. Fahren wieder Richtung Außen. Liegt rechts ab Richtung Hauptplatz. Schlecht Auto wechseln. Verfolgungsjagd. Vielleicht fünf Studios. Fünf Studios rechts. Wer freut ihr uns denn eigentlich? Ey, weil... Das BD ist heute mad. Chinesisches... Wir haben vorher schon eine Matze umgebracht und alles. Wir sind einspielen worden. Und weil wir halt die ganze Zeit Kokain... Also Schnee... Kokain ihm verschenken. Ich werde dann schon los. Deswegen. Ich werde jetzt auf den innerstädtischen Highway. Ich werde dann schon los. Fahr Richtung LAX. Warte mal, ich sorge für Ablenkung. Wow. Wie gut voll. Er hat ein Reh verloren. Es juckt ihn nicht. Er fährt einfach weiter. Fahr doch mal aus Versehen über das Reh drüber. Fahr doch mal an. Matze! Jetzt bring mich nicht in Versuchung. Warte, wir holen ihn wieder. Sondern erlöse mich von dem Bösen. Warte, wir holen dich wieder. Ich werde jetzt wieder auf den innerstädtischen Fahrrichtungen. Wo bist denn du? Mike? Ja? Hatte schon mal Skippo und Reh machen? Wo bist denn du? Deine Idee. Ich konnte. Wo bist denn du? 4, 3, 1. Ich komme wieder her. Wir suchen meine Freunde. Ich habe gerade einen Freund verloren. Guter Arbeitskollege von mir. Auf der Brücke. Das war Erhard. Ach, ich weiß, wo Erhard ist. Nein, das war Konrad. Bitte, um Erlaubnis, über Reh drüber zu fahren. Wenn sie über mein Reh fahren, dann entfragen sie den Zorn des Weihnachtsmanns. Also ich hätte schon vorgekommen, Herr Spraten heute Abend. Wenn sie meine Reh überfahren, dann mache ich sie zum Wurschtwandel. Er droht schon wieder damit, sich anzuzünden. Mich? Nein, mich. Euch alle. Und jetzt sind es schon vier Rehe. Oder Hirschkühe her. Da steigt ich halt jetzt. Oh, Hirschkuh. Der hat mit Pokeräck. Wo ist denn der Wolfi? Kommt der Sascha noch rein, da bei uns in Tau? Ja, ich hatte mal Lust auf ein Pit-Manöver. Highspeed. Ist das so erlaubt? Ja, der kommt jetzt auch gleich. Schenk mir selber zu Weihnachten ein neues Auto. Abend. Kommande, wir lassen sie am... Lieg's besser, das ist zu cool oder was? Oh, scheiß. Hier doch mal die Kräfte des Weihnachtsmannes. Ich fahre mal deppert in der Weltgeschichte rum. Wir müssen jetzt nur noch auf Wolfi warten. Und schon abgehängt. Und das mit dieser Karre. Und vier, fünf... Neh, nicht dein Ernst. Tschüss, ihr Pister. Nein. Ich hab gesagt, verloren. Nein. Im Anderen von uns reden möchtest du bist du gut im Gespräch. Ich hab gerade gesagt, tschüss, ihr Pister. Nichts, nicht. Lass das Auto wechseln, oder? Nicht mit mir. Ne, wieso Auto wechseln? Die können wir nicht. Nein, wir sind nicht. Ach so, ja, 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 ja. Und Raptor nimmer ist. Wo ist denn der Wolfi? Der kommt auch gleich. Der kommt jetzt gleich. Warte mal, ich bin noch kurz mute. Alter, Raffi, danke schön für 500 Euro. Da geht nochmal ein CJ für die 40 gleich. Oh, Raffi. What the fuck's name you do? Danke, Raffi, Alter. Das ist insane, Alter. Komm mal. Nee, warte, nee. Hab ich gekämpft. Grüße. 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 Hier, hier, mach Joints. Besser. Ich hab's einfach im Mund. Ja. Licken 6 M's, Raffi. Ich bin das coole Rentier. Ich smoke einfach im Joint, Alter. 19 Devils, 19 M's. Mit dem Brennstreifen. Warte mal. Okay, macht's nochmal alle ein Hashtag Danke Raffi in den Chat. Hashtag Danke Raffi. Ich bin schon auf... Äh, Digga. 500 Euro, das ist doch insane. Ja, das macht es. Ja, wir müssen kurz roben. Ja, wir müssen kurz roben. Wie lang denn? Hahaha. Hahaha. Wie was so aussieht. Ja, er steigt nicht in. Ich sitze! Hahaha. Hahaha. Ja, nein. Das war kein Schlag. Das war kein Schlag. Das war kein Schlag. Jetzt kommt nicht rein. Ich würde sagen, wir haben irgendwo eine Entführung. Weil an der Hauptplatztankstelle steht ein weißer BMW. Und der stand schon vor 5 Minuten da. Aber es ist keine Person mehr für Auftrag. Was macht's hier denn? Eier, Raffi. Ich könnte eben... Warte mal. Ich drück G. Ja, drück mal F. Drück mal nicht G. Raum? Wo willst du hin? Ja! Da ist er! Ja komm, setz dich. Ja, geht doch. Hahaha. Ja, hinter uns ist zu fort. Das ist glaube ich der fast Überschlag von der Gendan. Ja, das war aber keiner. Das war nicht der Gendan, das war der Pinky. Aber den hat's nicht überschlagen. Nee. Den hat's nur aus dem Leben rausgekommen. Richtig. Hallo. Guten Tag. Moin. Ähm, wir haben das beobachtet. Gerade zu dem Moment, den hat's kein Überschlag. Der ist nur rauf geflogen und dann aber wieder normal gelandet. Also es war kein Überschlag, gell? Ah, okay. Okay, ja, weil es da noch vor der Fahrzeughal ist. Ja, ja, ich weiß. Aber der ist nur abgekommen, aber wieder auf die Reifen gelandet. Wir haben nämlich extra geschaut. Na, danke. Okay, dann hab ich nichts gesagt. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Oh. Wir müssen ja nicht noch aufmauzen gehen. Ja. Hm. Für Wolfi haben wir dann eh auch noch einen Platz, ne? Ja. Und dann können wir auch den Weihnachtsmann. Oh ja. Wir müssen dann machen am... Was machen wir dann? Weihnachtsmann am Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmann verteilt Schnee am Weihnachtsmarkt. Am Weihnachtsmarkt? Guck mal. Da ist der Pinky. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Ah. Ah. Links links an der Kopf. Haha. Der fährt nicht nach. Schau. Nee, der ist nicht nachgefahren. Der ist parallel. Nein, danke. Pass. Wui-fi. Muss ich jetzt alles komplett der Inventar ausräumen? Nein. Du verlierst nur die Waffen. Ja, zum Glück. Warum verlierst du? Warum die Waffen? Das ist so... Ich weiß, dass wir hier keine Waffen haben können. Ach so. Ja. Warte mal, ich modz uns die Kiste jetzt komplett auf. Ja. 28-108. Ähm. Kommst du mal zu uns? Mach. Ich wollte gerade sagen. 414. Wir sind da Tuning-Werkstatt. So. Bitteschön. King-13-108. Schau, dass dein Puh hängt raus. Moin. Servus. Moin Moin. Ey, wieso sind die Cops so mad? Weiß es nicht. Schauen wir uns auch. Ist keine Ahnung. Smoky, kommst du mit auf die Ladefläche. Wie so ein Stück Fleisch einfach. Perfekt. Ich hab'n Blackout. Jawoll. Uuuuuh. Fär, wieso sitzt das eigentlich? Hahaha. Hahaha. Rekki. Du musst einziehen. Guck mal vor, wie so'n Fietransporter. Ja. Aber warum muss ich laufen? Ah, die Hupe. Die Hupe. Das. Hab' ich auch schon gesehen. Da können wir nicht still bleiben. Keine Ahnung. Guck mal, ich twerke. Ich twerke. Hahaha. 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 Alter, was für eine Scheiße. Twerk, 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 twerk. Alter, aber guck mal, ich bin grad einfach kurz die Zeug-Giraffe montiert, Alter. Hahaha. Hahaha. Ach du Scheiße. Was, wir haben den Festive Loop 1? Festive? 1 geworden. Wieso geht? Festive Hupe geht bei mir nicht mehr. Auch in die letzten 5 Stunden? Ach. Die Festive Hupe geht bei mir nicht mehr. Echt? Was für die letzten 5 Stunden? Äh, ich hab 12 Stunden streamen. Äh, ich hab Blackout. Blackout. Äh, nur ruf mal Support. Matze. Muss man das jetzt noch weiter spielen, wenn ich einen Blackout hab? Ich kann nix dafür. Ich kann nix dafür. Mache Support. Mache ein Ticket auch. Wie zum Bediegen beschweren. Aber meine Festive Hupe geht nicht mehr. Ey, warum lauf ich die ganze Zeit da hin? Ja, ich auch. Ach ne, ist das nicht mehr so. Geht nicht mehr, oder? Ey, wieso? Bin ich zu fett als Rentier, weil ich laufen muss? Uuuuuhhhhhh. In Gottes Willen. Was macht das jetzt? Was macht das jetzt? Reingestuhnt oder was? Hahaha. Ich hab einfach das bei dem Auto, die Klasse T-Fupe nicht steht. Oh na. Die ist auch gut. Oh, der Blackout. Oh, der Blackout. Oh, der Blackout. Geist euch nicht an. Support. Bitte einmal Support. Aber wir sind unterwegs. LAPD reinfahren. Ah. Heee. zw ow. Heeeeee. U uh. Matzeeeee. 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 Ne, no, no. Herr Batscher. Sie brauchen uns nicht jetzt mit einem roten Raptor unterwegs Sie sind ein ungezogenes Kind Sie bekommen keinen Schnee mehr Sie haben der Stichel angezündet Sie wollten mich und meine Tiere festnehmen, okay? Ich bin der Heihnachtsmann Okay? Ich bin gerade dabei meine winterliche Mission hier auszuführen und Sie blockieren mich dabei Ihre Begleitung kommt jetzt Meine Begleitung kommt jetzt Egal wer mich begleitet oder daran hindert wird einfach brennen Wollen Sie brennen Sie ungezogener Lümmel Sie sind ein ungezogener Lümmel Sie kriegen keinen Schnee mehr Gar nicht mehr Das muss auffällig sein Das ist wirklich hässlich Was macht jetzt wen ich hier eigentlich noch? Am Autohaus sind ja ein paar Leute Zack geht's zum Autohaus Natürlich Ich kann meinen Mittelfinger nicht zeigen Welchen Finger? Alfredi, hast du keine Finger? Entschuldige, die Kufe, Mittelkufe Die Kufe oder die Hufe? Hufe, Kufe, egal Ein Heihnachtsmann mit seinen Kufen Wieso Heihnachtsmann? Ja, weil wir Schnee verteilen, Kokain Oh, ich Headbang Probe das Headbangende Rentier Das Rentier hat aber schon öfter mal Kopf geschnitzelt Das Tanzen Das schaut so dumm aus einfach Abschieds, Jungs Schönen vierten Advent Mein lieben Freunde Wie geht es Ihnen heute? Sie sind hier wunderschöne zwei Burschen Bin mir gerade nicht so sicher Das sind meine Freunde Das ist der Carly Das ist der Rüdiger Das ist der Heinzi Das ist der Seppi Und da hinten haben wir noch den Oliver Okay Was ist mit dem Erhard passiert? Das sind meine Tierchen Ich bin der Heihnachtsmann Ich verteile dieses Jahr besondere Geschenke Sie bekommen für mich Schnee Okay Ja, ich brauche keins, danke Ich bekomme einen Schnee Bekommen einen Schnee Bitte schön Eins, danke sehr Eins von Ihren Tierchen ist ungesund unterwegs Na, die sind alle gesund Ich präge die Komm, Robert Achios? 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 Warten Sie daher Warten Sie daher Schönen vierten Advent Sie bekommen Schnee Ich habe schon was bekommen Sie bekommen noch mehr Schnee Äh, ist so Oh, okay Es sind noch einmal mehr Rentiere So, warten Sie mal Wir müssen kurz zur Arbeit Oh, ach Steigt ein, meine Freunde Die Arbeit ruft Ich häng, ich häng Rentiere, es sind jetzt fünf Sorry, jetzt bin ich hinten Oh, ich bin jetzt vorne Robert, Robert, steig ein jetzt Er weiß nicht, wo er hin soll Robert Herrgott im Himmel, Robert, steig jetzt ein Komm schon Was macht er denn? Ich drücke nichts Warte, er braucht Nein Ich will er machen Ah Okay Ah, diese Hufe, Alter Das zerstört er den ganzen Tag Passt du vorbei? Wir müssen jetzt zum Homeland fallen Wo ist eigentlich unsere Begleitung Die, was der Matze gesagt hat Die, was wir bekommen Die Begleitung habe ich gesagt Wenn er sich noch weiter Dann zünde ich ihn an Ich habe zum Matze auch gesagt Wenn er Ich zünde ihn noch an Ich habe Matze schon anzunden Matze und Schmitz Wir waren am Hauptplatz Und haben halt ganz nochmal Dann sind sie schon herkommen Und haben uns tasert Und wollten uns halt festnehmen Obwohl wir gar nichts gemacht haben Dann haben wir es anzunden Ich habe dann nur gesagt Das war ein schwerer Fehler Und jetzt spürt sie den Zorn Des Weihnachtsmannes Anzunden Matze schreibt dann nur so Die Rache vom Maddox ist größer Der ist nämlich in der Stadt Auf die Könnte vielleicht jemand Von der in der Stadt unterwegs Das mal schauen Warte, da vorne fährt Glaub ich, jemand Ja Pity nach dem Leben Da macht sie mal mit Den schon auf den Pazifik schießen Wenn er Support ruft Dann sind wir eh Reflex da Mit Abuse Ab Wuhu Die sind da unten Ja, 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 fahr doch mal runter Fahr doch erst mal runter Fahr doch erst mal runter Fahr doch erst mal runter Da, Matze Fahr doch erst mal runter Genau So, das ist 3, 6, 2 Warte, stopp, bleib stehen Stopp! Wer holt hoch? Ich bin schon dabei Ich bin schon dabei Ja, okay Dann mach doch alles alleine, Herr Developer Machst du das? Ich hab mal den Kaugummi ausgespült Muss sie, glaube ich, noch reviven Soll ich ihn reviven? Ja, ja, reviven Guten Tag! So, beide reviven Hallo! Das ist der Weihnachtsmann Guten Tag Ach! Ein Herr Officer Der Weihnachtsmann Guten Tag Schauen Sie mal Der Weihnachtsmann ist ein guter Mensch Der Weihnachtsmann ist ein guter Mensch Wir haben sie ihnen gerade das Leben gerettet Ja, vielen Dank, Herr Weihnachtsmann Ja, Weihnachtsmann Wenn sie nicht so wie ihr Kollege uns festnehmen wollen Und uns tasern wollen Werden sie ja auch nicht anzünden Sondern sie sind nett zu ihnen Sie bekommen ein Geschenk von uns Ich hab mir sogar Sehntiere dabei Ja, natürlich Sie bekommen ein Geschenk Wir verdienen dieses Jahr Schnee Ich kann nicht aufstehen Vielen Dank Wenn... Wenn... Wenn Tier ist am Arsch Sie kommen irgendwann Schnee Ja, das ist ähm... Der Heinzi ist das Das ist der Seppi da drüben Dann haben wir noch den Oliver Dann haben wir noch den Corli Dann haben wir noch den Wolfi Was? Wolfi, ja So ist doch keiner, gell? Ja, das sind... Das ist die Partner Der Robert ist auch da Hallo, Robert Das ist der Robert Wer von denen ist der Robert? Der Robert ist das da drüben Da ist der Robert Kann man die auch als... Als Haustierrobie kaufen oder so? Das ist der Wolfi So ein Arsch, Alter Das ist der Rüdiger Das ist der Heinzi Wo ist... Wo ist... Wo ist Rudolf? Das ist das Rentier? Das ist der... Das ist der... Das ist der Corli Rudolf... Rudolf... Rudolf ist deine Geschichte Die hat eine Engine von Robert Sollte jemand eine handlose Engine irgendwo finden? Robert ist auch gut im Reiten Gut zu reiten Aber wir müssen wieder weiter Ja, sagen Sie Wäre es noch möglich, dass Sie das unser Polizeiauto vielleicht umdrehen würden? Nö Wieso sollten wir Ihr Polizeiauto umdrehen? Ja, weil jetzt haben Sie uns schon von den Toten wieder zurückgeholt Schauen Sie mal... Ich bin zwar rot wie die Feuerwehr, aber dafür ist die Feuerwehr Okay, alles klar, danke Wie hat sich denn Ihr Auto umgedreht? Ja, also es war ein riesiges Schlagloch und wir sind anscheinend... Jungs, probiert schon mal einzusteigen Ist da auf der Reise Können wir schwimmen? Oh, ich bin tot! Ihr könnt nicht schwimmen Du kannst nicht schwimmen Ausnahmsweise Ausnahmsweise Dankeschön Heinz Erhardt, kommts mal her Kam ich wer zu mir... Ich sterb immer wieder im Wasser Ihr müsst uns mal zurückholen Wir sind sofort wieder tot im Wasser Warte mal, ich probier das Auto drauf, Fahrmann Warte, ich hol euch mal her Wasser ist gifft Aus dem Weg, Burschen! Aus dem Weg! Warte, 4-2 Was hast du, warte, die 4-2-5? 4-2-5 Und 4-1-4 Heinz, Erhardt, du stehst auch immer im Weg Revive Warte mal Und dann brauche ich noch Smokey 4-1-4 war das? Ja Moment 4-1-4 Revive dich mal Gut, da, danke So, meine lieben Freunde So, meine lieben Freunde Wir fahren wieder Schönen vierten Advent Robert kommst du? Warten Sie, ich habe noch etwas für Sie Sie haben was für mich? Ja, ein Weihnachtsgeschenk Handschein Jetzt sind auf einmal LG Wir sind auch alles heute, oder? Ich wollte jetzt sagen, als nächstes immer so Das ist egal Wir heißen auch immer anders da, also am Anfang habe ich so gestartet mit Heinz Wo kann man noch hinfahren? Zum Kartell rauf Wir wollten doch zum Weihnachtsmarkt Ja, wir fahren zum Kartell Ja, Kartell Kartell gefällt mir Kartell ist gut Dann müssen wir gleich die Toren öffnen Dann Academy Warte, ich gebe mir Kartell Ich wollte gerade sagen, warte, ich gebe mir den Wagen vom Kartell Das war aber die Intention Tore öffnen So, ich habe Kartell Tore öffnen Tore öffnen X2A, den im Funk einzeln an alle Einheiten Wir brauchen Unterstützung am Supreme Court da ist Es sind ganz viele Menschen, die uns überlaufen Aha, wie Supreme Oh, da müssen wir hin, oder? Sehr viele weiße Fahrzeuge Ja, Supreme Court sind ganz viele Menschen, die sie überlaufen Da muss der Weihnachts machen Oh, da ist halt da viele Leute Das ist sicher Wazel mit seinem Firmenausflug Ja Ja, ja Da müssen wir hin Los geht's Der Weihnachtsmann muss dorthin Hat die Pizzerie einen Firmenausflug heute? Ja Ja Ach du Scheiße Ja Die ersten zwei Opfer gab es schon Ich habe es mitgekriegt Eines habe ich mitgekriegt Und der Bank gesprungen Wie offen Deiner Mann Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, und weiter Ja, und weiter Ich kann's nicht weiter, ich hab keine Kinder Sascha Du bist der Pan Ne Das hat nichts mit dem Kinder zu tun, Alter Ja, das hat nichts mit dem Kinder zu tun, Alter Ja, das hat nichts mit dem Kinder zu tun, Alter Ja, das hat nichts mit dem Kinder zu tun, Alter Welche Redi kennt ich auch Ich habe recht recht, was Und speicheln die bissel, was Ja Ja Aua Ja Ja Schöne, angenehme Frauenstimme. Also ich finde das super. Ich hab' den Umwechsel wieder. Sebastian Hofer, danke für den Euro. Danke Sebastian, danke. Hofer, Hofer, Basti. Aber zum Aldi. Sebastian, zum Aldi. Ach ja, der Hofer. Gut, der heißt ja bald Hofer, der Aldi. Also ich finde das super. Wir müssen zu Andrea, die wollte schon streicheln. Ey, wir haben ein Schild dabei. Wir haben da eine Stange, die da quer sitzt. Ich seh' keiner. Jetzt nicht mehr. Meine Augen sehen das nicht. Oh, ich muss mal ein FP aufmachen. Wir könnten noch Geschenke vom Juwelier aus holen. Ui, das wär' natürlich. Ey, da ist echt, da ist der Waisel. Da ist der Waisel, da seh' ich mich. Waisel ist auch Weihnachtsmann, Imposter. Waisel ist ein Imposter, da musst du ja was unternehmen. Gehen wir da jetzt rein, oder? Wir klagen da jetzt ein. Digga. Ich drehe das Weihnachtsmann jetzt am Supreme Court. Wollen Sie mir nachmachen? Ich hör' schon, dass ich Sie rennen. Ja, Sie haben mir schon im Funk gezeigt. Die sind jetzt alle da. Warte, ich geh' jetzt rüber und sag' Ihnen. Wir gehen da jetzt rein, Party machen, gell? Sie gehen nirgends wo rein. Was? Sie gehen nirgends wo rein. Sie haben vorher zwei unserer Kollegen angezündet. Ich geh' nirgends wo rein. Sie gehen nirgends wo rein. Sie gehen nirgends wo rein. Wer nach Rundgrößen? Was? Was? Der schießt auf mich! Anzünden. Agenda. Anzünden. Der Zorn. Schick ihm, schick ihm, schick ihm die Ding. Ja, ich schick ihm die Affen. Sie nehmen die Pfoten hoch. Hände nach oben. Fünfe reichen, oder? Der Zorn des Weihnachtsmannes wird über sie kommen. Mike? Ich hab' grad schon Wildtierangriff. Aber warte. Ich zünde ihn an. Ich nehm' ihn fest! Nee, ich hab's grad angezündet. Hammer? Ja. Boah! 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 Wir haben's umgeballert! Wir haben's umballert! Wieso? Bevor die Hände nach oben! Wieso schießen sie meine Rentiere ab? Bevor die Hände nach oben! Was ist los? Ist ihr Ernst da draußen grade? Das ist ja schon krass. Ja, also positiv. Der Weihnachtsmann ist grad in den Supreme Court rein. Und es gibt wohl eine Schussfreigabe auf ihn bei den ER, wo er die Pfoten angezündet haben soll. Ist das Ihr Ernst? Da hab' ich mal schicken, der nach oben. Ja, doch. Ich die bei Andrea. So, ich hab' den nächsten angezündet. Oh, der hat den Weihnachtsmann gedreht. Das ist ja nicht mehr alle. Das hat uns schon zu müssen. Leider, ja. Sind die alle doof, oder was? Was geht mit dem? Was machen die denn? Was machen die denn? Was machen die? Ich check's grad gar nicht, Alter. Hey, was machen wir? Was ist hier los? Warum machen die so was? Ja, jetzt mal, jetzt mal. Was machen die? Guck mal, du musst halt irgendwie wieder hinkriegen. Was? Ein bisschen was ab, das können wir auf Pizza machen. Was macht ihr? Seid ihr doof? Seid ihr doof? Ja. Steh auf, du schaffst das. Nein. Wir gehen wieder. Wir gehen wieder. Wir sind hier nicht erwünscht. Wir sind hier nicht erwünscht. Wir sind hier nicht erwünscht. Warte, ich trete noch. Du musst nachdrehen. Du musst mal austreten. Warte mal. Ich knall hier auf Rentiere. Oder liegen tolle Hunde? Husch, husch, husch. Was ist denn da passiert? Husch, husch. Ja, das war auch eventuell für so... Platz, Platz. Husch, husch. So. Wenn meinen Tieren was passiert, passiert das was da drin passiert. Ja, das macht mich auch. Weil ich Müllangriff gemacht habe auf Agenda. Achso. Ja. Ja. Ja, die sind jetzt alle drei in Flamme aufgegangen. Ich schicke gar nicht warum die schießen. Aber wie bin ich halt vorgegangen? Ich auch nicht. Husch. Herr Weihnachtsmann, wollten Sie jetzt erzählen was da drin passiert ist? Nein, die... Sie haben auf meine Tiere geschossen. Wir wollten hier drin eine fröhliche Weihnachtsfeier machen. Ich war nicht mehr geschossen. Das war Ihr Kollege. Ja, aber fahren Sie jetzt doch nicht weg. Es liegt hier ein Mord im Raum. Der kam aber nicht von mir. Das ist aber erst mal der Ding. Das muss er erst mal nachweisen. Sie haben meine Tiere ermordet. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich bin hier nicht mehr erwünscht. Es liegt ein Mord. Ich steig da hin und will flüchten. Es liegt ein Mord. Ich steig da hin und will flüchten. Deren Ernst? Wahnsinn, du flüchtest richtig. Ich flüchte jetzt wirklich. Der ist weg. Der Weihnachtsmann ist weggeflogen. Er war sehr schwierig. Was ist hier los? Warum sind die so mad? Was sind die so mad? Keine Ahnung. Ich bin zu ihm hingegangen. Ich gehe da jetzt rein. Eine Weihnachtsfeier machen. Also sie gehen da nicht rein. Dreh mich um und schießt mir ein Head fast weg. Was? Also Smoke und ich haben hingeheilt unseren Kopf. Ja, safe. Digga, was ist das mit denen? Wir haben die Story geredet. Wir haben die Story geredet. Vom Weihnachtsmann. Ich kenne die Loki killt Obama. Okay. Was ist los? Ich kenne die Umgebung ab. Es ist Joe Obama. Wer war denn das? Ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Indem du zubeißt. So gesehen. Wie weiss ich? Wolf, wie du weiss hast. So wie du schlägst? Ja, aber ich bin ja beim Freddy nebeneinander gestanden. Wir waren ja eins und sind weggeschossen. Er wurde tot. Ey, wir sind ja voll weggeschossen worden. Ah ja, wir zum Kartell. Okay, die Polizei. Ah, da hat du Billy Sanchez. Schau. Wir gehen am Hauptplatz. Nee, aber warum sind die so mad? Ich weiß es nicht. Eigentlich war unser Ziel, dass wir niemandem was tun. Wir wollten eigentlich nur herumfahren und Geschenke verteilen. Ja. Alter, das war ein Steck. Das war ein Steck. Das war ein Steck. Nein, ja. Am Schlachthof wollen wir da runter, ey. Die lassen wir einfach in der Ruhe. Besser ist das. Ja. Tag. Schönen vierten Advent. Wollen Sie Geschenke haben? Ja, gerne doch. Wir haben, wir haben... Wir verteilen dieses Jahr Schnee. Oh Gott, Alter. Bitteschön. Was ist denn hier, du? Schau mal, ich zeige Ihnen nochmal, was wirklich auch hier ist. Das sind meine Rentiere. Ja. Da könnt ihr uns ja schauen, ne? Ja. Sehr interessant, also. Bitteschön. Okay. Wir kommen am Hauptmarkt. Auf Platz. Ja, das ist gut. Wir machen die jetzt noch immer Stress, oder was? Ja. Das ganze BD auslöschen, oder was? Ich frage, wo wäre noch einer übernötig? Nee. In Ernst? Ja, das mache ich dann nicht. Aber wie kannst du trafen? Nein. Ich kann immer noch sprinten. Ach, mit Eimer drücken, Schiff. Einmal drücken, Schiff. Einmal drücken, Schiff. Einmal drücken, Schiff. Guten Tag, Herr Sanchez. Guten Tag, jetzt... Der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann. Ich habe ein Geschenk für Sie. Sie war ein treuer, äh, sehr zufriedenstellender Bürger. Dieses Jahr bekommen Sie Schnee. Dafür bekomme ich Schnee, Mann. Sie bekommen auch Schnee. Kommen Sie her. Ja. Sie bekommen Schnee. Sie steckt fest, Jungs. Oh, schönen viertel Trend. Sie steckt fest. Ich kann nicht rückwärts auf. Was haben Sie gesagt? Sind das Ihre Rentiere? Sind das überhaupt Rentiere? Das sind Rentiere, ja? Das sind echte Rentiere. Nein! Nein! Möchtest du mal bitte... Lass mich doch erstmal weg! Ich brauche ein bisschen mit dem Po! Das sind Pferd. Ja, ja, die sind ganz, ganz brauche. Die sind echt gut erzogen. Ja, ja. Die helfen mir gerade, die Hai-Nachten hier wieder zu gestalten. Kann ich so einen mieten? Warte, wir müssen zum Job. Wir müssen weiter zu arbeiten. Woher weißt du, dass ein Weihnachtsmann da ist? Vielleicht haben wir denen schon geholfen. Schauen wir mal. Ich bin der fessere Weihnachtsmann. Ja, das ist ein Mechaniker. Wir fahren ja vor uns schon bei ihm. Ja, ja. Alles gut. Ich glaube, wir haben es ein bisschen eilig. Da geht ein, meine Brüder! Ah! Senta, du weißt schon, dass dein Schlitten da vorne steht. Bei uns ist es auch... Mein Arztmann. Ja. Beiß mich dann mal tot. Wie geht das? Es ist jetzt mal zu dritt. Totkill am besten. Du gehst auf TikTok und hatest mich dort. Da ist es nämlich authentischer. Als in meinem Chat. Oh ja. Aber du hast keinen TikTok, Andi. Du würdest den Hate nie sehen. Ja, deswegen. Ja, ich sag, da schreib da rein. Kein vernünftiger SRP spielen kannst. Aber ich sag, geh mich bitte lieber auf TikTok haten. Weil da sind das... Da kannst du dann... Vielleicht familiäres Klima für dich. Ja. Vielleicht hast du ein bisschen familiäres Klima. Aber nicht in meinem Chat. Digga. Die sind zum Homeland-Fall. Ja. Also ich fühle mich verschwunden. Also ich... Ich denke wir machen schon authentische... Ähm... Alimte Geräusche. Ja. Ja. Wir geben uns geschmiert. Wir waren stets vermied. Wir haben freigesprochene Bilder bereits bei der Situation. Wo findet er das hier? Ich weiß, irgendjemand den Fähler nachmacht. Nömal. Ist es nicht der... Ich stehe ein böses Geister, oder? Ist es nicht das PD-V-Zeug, was wir uns gedreht haben? Es wird wahrscheinlich dasselbe sein, deswegen. Oh. 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 Hey Alex, ich will dich sofort wählen, Alter. Oh. Oh. Egal. Was. Hör an. Put-deil mein душ. Oh. Oh. Als bester Lehrer oder so, genau. Wie mit Dir eins. Oh 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 oh. Wie Yucle. Gott richtige Weihnachtsst Zeitung bei dem schöne Gesang. Haha. Der Blелей hat wirklich ganz nur Kussbörse. When you level 1097. an die hupe bist du hineingang? wo gehe ich? oh ich komme mal zu dir ja das ist das Auto Hallo Tag ich möchte da gar nicht aussteigen ja das ist meine Flotte der Moki liegt wieder flach das Auto geht nicht mehr Was ist das das kann nur Freddy sein so wie es gesagt hat ja er soll jetzt hört ihr auf und haltet abstand zu den weihnachts aber halt auch in der tonart dass der ist frage ist mad auf wen ja ich glaube ihnen macht es ja mehr mit dass sie sich alles auf uns fokussieren als wenn wir sonst wären wir wollten ja keinen stress wo sei ich unser weihnacht unser 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 cola kommt doch nicht rein in das auto ich bin irgendwie plötzlich woanders ja du heißt ja auch anders und noch nicht rein das ding die ganze zeit meine ich wenn das nicht geht muss man den mechaniker ein musste mal jemand ansacken und immer woanders mit hinnehmen jetzt scheint es zu geben das kriegen wir schon eben du bist mein held weihnachtsmann einachtsmann jawohl wir haben es geschafft du grüß nicht nur zum sommer passt viel spaß haben wir noch zum kartell ich will doch immer einsteigen doch war doch nicht so schwer jetzt muss immer beleidigen damit war ich das richtig das ist richtig und richtig und richtig und richtig mit dem zauernminkern sind beim kartell noch leute da ist besprechung es ist sonntag ja das ist perfekt jetzt nicht mehr das ist perfekt dass wir dort kurz vorbeischauen die nehmen das aber eben mit humor das passt schon ich weiß es nicht keine ahnung zum drehbestimmt aber es resultiert also vielleicht ich gehe aufs kartell besuchen und danach gehe ich auch mal ins hp wir schauen dass ich vielleicht ein paar jars heute noch durchkriege in den letzten vier stunden wenn ich eben irgendwas habe aber es ja wenn man sieht man will nur spaß machen das stößt hier nur auf unwohl das ist auch schade wenn das nur in einem blutbad enden muss obwohl wir nichts tun ja gut lasst die leute reden wir sollten eigentlich direkt reinfliegen wir können auch aufmachen wir können auch aufmachen stimmt direkt stilhaft bei der tür reinfahren der weihnachtsmann ist da und dann leuchtet die tür reinlaufen ich habe auch kartell rein hoi echte admins fahren im echten auto zu echten einsätzen auf echten straßen in echten verkehrsregeln vielleicht gehe ich ja mal in vielleicht spiele ich heute feuerwehr oder so willi hätte vielleicht mal wieder fd aus einem bisschen sicher einiges zu tun kannst du noch ein paar cops behandeln die lassen sich noch war ich vorbei entschuldigung äh ich war linken 28 sorry hast du mal echt gehoopt hast du mal dazu so tschö kann wir laufen rein es haut sich eh wieder runter warte ich mal auf einen schönen vierten advent meine freunde kommen auch noch rein hier grüß gott grüß gott meine fette brüder jetzt nicht alle nach der reihe hallo hallo oh mein Gott ist dich gut hat hier gerade eingekifft oder meine wieder zu warte 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 wir müssen wir wollen die auch noch rein oder was ja ja alle meine freunde müssen alle hier rein ja ja die müssen hier rein das sind meine fetten brüder das ist super was machen sie warum machen sie uns gemütliche jungs nicht auf die couch mein gott wir wollen hier weihnachtsgeschenke verteilen das ist der vierte advent und sie waren sehr sehr brave bürger deswegen gibt es dieses jahr schnee wir bekommen alle schnee hier liegen ja du scheiße ja zuvor dann komm ich auf wir holen die guten von oben runter bitte für jeden hier ein bisschen schnee wir können euch auch einen guten preis anbieten wir hier ein bisschen schnee wof fühl dich wir machen sich so bequem gerade warte sag mal hat eigentlich der weihnachtsmann nicht acht brenntiere ja das ist ja der heihnachtsmann dankeschön ich bin der heihnachtsmann sie haben schon ne vor mir ist sich auch einer dabei der eine rote nase hat die haben alle die spaß hier das ist nachdem sie meinen schnee konsumieren haben sie die rote nase dann dürfen sie gerne meinen schlitten da draußen anfühlen ja 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 bitteschön es gibt noch mal auch schnee schnee für alle schnee für alle oh guck mal der kippt einfach wir sind auf die heihnachtsmann ja der eine der eine renntiere haut sich einfach dübel rein das eine renntiere zieht sich erstmal an der bong wo haben wir die eigentlich hingestellt bitteschön hier schnee für alle schnee für alle aus linken 6 so nix gut so meine lieben freunde wir müssen weiter wir dürfen die herren damenschaften hier nicht mehr weiter wartet doch mal kurz der heihnachtsmann da oben ist ja noch ein armer holstuhlfahrer achso ja hier ach bring den mir runter der bekommt auch schnee das eine renntiere ja 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 das schöne vierte advent sie bekommen hier auch schnee danke ich kann nicht mehr aufstehen bitte schön bist du dir sicher sie haben schon gell ja ja so ja hallo 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 was macht sie mit dem messer nix wir wollen nur ein bisschen sie wollen nicht den zorn des weihnachtsmannes weckens dann gehts ihnen wie die wie der polizei die sind alle jetzt angezungen worden so perfekt okay so das finde ich gut wir gehen jetzt wieder meine freunde putzen bist du doch ganz gut oder so ja wieso ja weil ich hab doch fotos davon oh hallo 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 wir müssen jetzt raus schönen abend noch in die besprechung rein so wolfie warte guck mal her ach ich kann dich grad nicht an warte jetzt nee ich kann dich nicht angreifen weil ich ja eben steiget ein meine freunde jetzt doch jetzt ging's du hast mich gerade angreifen ja aber bist du tot? hab noch einen schönen vierten advent einen schönen abend wie es kommt verzögert oder was das stimmt es sind zwei äh du musst zwei mal angreifen nein nein wir wollen keine Geschenke machen keine Geschäfte ich bin drin nach Weihnachten natürlich ich auch nein nein da bin ich auf Urlaub ich arbeite nur an Weihnachten Wolfgang mein Gott Wolfgang mein Gott du musst schon aufsteigen so Rüdiger wir haben's jetzt wieder schauen schau wie ihr zusperren wollt und wir aber schon selbst so jetzt kann ich mich wieder einladen so stell ich mich da rauf Alter jetzt geh ich dann Matters RP fördern Matters RP da musst du aber als Kopf rum das kommt heute schon noch so Alter es war trotzdem das war witzig oh noch ein Foto machen wir machen noch ein Foto hier wenn wir aufstecken können mit Metal warte mal ich geh in die Mitte dass jedes das Gesicht sieht warte mal warte ich posiz warte genau drei Freddy du stehst zu weit vorne ja warte ja so ey Prinzessin lass dich Zeit oh nein was soll ich Metal machen warte nein nein bleibt hier nochmal Metal Leute ja bleibt hier oben geil warte mal ja Perfekte ah Metal ja ja der Headpack bisschen Weihnachtsstimme wo man reinbrachst blutige Supreme Court oh man oh man alter Mike ja bitte danke Link 1697 Academy King 20 war mit der Shelly die Bier des Lamborghinis äh Ritton Hauptland mit 3.30 vom East High wer kommt hat der keinen Sichtkontakt mehr ja das war witzig das war richtig geil aber warum keine Ahnung ich weiß nicht wieso diese so med sind vor allem das sagt der Chief of Police das ist dann aber versteht ich check's nicht Chief of Police macht mit ich brauch jetzt wieder Waffen die hole ich mir jetzt erstmal ah jo genau ich hole mir auch Waffen so 1.07 Lager ich wollt grad sagen haha wir können ja ich kann eine Abstimmung machen aber was wir was wir das nächsten Jar reinhauen halt wirklich 1.07 Lager weil hier gibt's die Waffe die ist sonst die ich sonst nicht bekommen irgendwo und die hatte ich aber vorher ah 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 good job Gisela Gisela rein da in die Abstimmung du sollst das nicht in den Chat schreiben rein in die Abstimmung frag deine Community easy Reaktionssachen sind echt dein Fehler ist aufgetreten aber bis jetzt alle läuft alles oder? ah bis jetzt hallo ohne Probleme ja hallo ich kann die Umfrage nicht starten was soll die Scheiß dein Fehler ist aufgetreten ich hab zum Thema es funktioniert alles da muss die VIP sein einfach VIP sag mal ja der Chat dreht komplett durch halt aber wenn mir die Umfrage nicht geht aber ich würd gern die Umfrage weil da kann nicht jeder 3 mal kriegen fucking warum geht das gerade nicht warum funktioniert ja jetzt geht die Umfrage sehen wir nicht traurigen Augen das wirklich was was du hast fast 4000 Zuschauer ja ach du scheiße wo kommen die denn alle her I don't know das sind alles echte Polizisten die grad nett sind echte Unleerly Fans schauen echte Streams ach du heilige Scheiße Junge kommt sie alle her ja echt mal die wünschen sich dass jetzt das Morris kommt die erst mal reinkommen alles aufräumen richtig zusammen scheißen das ist jetzt 42% Fragerunde wer auch immer dieses Tab habe ich noch nie das kann ich vielleicht am Ende vom Stream nochmal verwenden schau mal was beim Supreme Court jetzt ist hier ist schon alles aufgeräumt fast fast guck dir das aus Wiesel steht hinten was ist mit denen liegen gelassen sie haben auf Rentiere geballert warte warte was sagen sie hm ne ne ich kündige ich kündige ich kündige ich kündige ordentlich beerdigt wer will kündigen Andrea ich kündige hat kein Recht auf Kündige das stimmt allerdings ich denk mal kurz über meine Kündigung nach du kündigst mich ok ich kündig kannst du aber sag mal kannst du aber glauben das um die Ehre sei doch ne wer wer erschießt denn Hunde wer erschießt denn Hunde warum warum sind da überhaupt Hunde nett aber wer erschießt denn Hunde das macht man doch nicht man schießt doch nicht auf Tiere oder scheiß mal auf Menschen aber auf Hunde geht gar nicht ein da kann ich sie ja mit dem schlagen dass die aufhören oder tasern aber ich erschießt die doch nicht grad was soll denn der Rotz Andrea Ur-Mettwelf ich frage den Schuss anzuschießen wo ganz viele andere Menschen stehen die nichts damit zu tun haben alle Termine verschoben das wäre dann wenn die die anderen getroffen hätten ich will darüber gar nicht nachdenken Andrea Enzmet aber warum Hunde ne 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 überdenkt das alles denke denke ich verstehe nicht warum sie Hunde sagt weil Hunde weil Mike hat Bildangriff gemacht es lagen Hunde am im Gang achso Agenda war ja da hier ja ja steht der Affe noch ja vorhin steht hier noch ein Affe an der Wand wo steht ein Affe wo andere noch drinstehen die nichts damit zu tun haben der ist doch erstmal meine ich dass ein Teil wenigstens sagt dass die den Rest irgendwie raus befördern ich will gar nicht ins RP gehen weil sonst kann ich mir das alles anhören ja ich auch 42% sind bei mir für Morris so zu voll na gut hast du noch ein bisschen Zeit musst du ja jetzt nicht alle die restliche Zeit komplett nö ich habe sowieso einen Gedächtnisverlust mit dem Habub würde ich wahrscheinlich reinkommen und einfach Verfolgungsjagden ballern bis sie festgenommen werden ja also ich gehe gleich ins Arbeit RP ja also ich habe hier noch ähm du wolltest Leo Harry erschrecken stimmt das passt gerade noch das ist Leo Harry ist der on ja Leon Wolf Leo Harry ist nicht da Dankeschön Hi Shockwave mit dem Euro Dankeschön Wann haben wir ihn hier noch Marcana Lump mit 599 wer kann einen Satz mit Weihnachtsfest bilden der Elch hält sein die Weihnachtsfest schönen 4. Advent schönen 4. Advent Grüße an Robert die Weihnachtsfest sie sind doch alle nicht ganz sauber Perfekt Andrea war Andrea haben wir vorne mich im Gericht besucht der Streit die war voll lieb jetzt wollten wir auch nochmal nochmal vorbeischauen direkt erschossen worden alle ich bin wirklich nur erschossen habe ich reingegangen ich habe nur gesagt ich gehe da jetzt rein Party machen direkt fast erschossen worden ja das war kündig geworden umgeballert ja oh man ich stand dahinter ich musste meine Blüter fallen sehen eieieiei gibt es noch andere Tiere? ja 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 gibt es gibt es wenigstens irgendwas lustiges raufen war da so passt wir haben die Umfrage beendet 42% waren für Moris ich weiß nicht ich schau mir das mal an gehe ich den Chris ärgern ein bisschen aufmunter ich gehe ihn mit der R1 wieder herumscheuchen dann schreibt er sich wieder fast an so wie letztens also können sie fliegen ja 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 bist du ein richtiges Kotzeppi ich sehe dass du mit dem Chris geflogen bist oder mit dem Hobbs nein mit dem Chris ich bin geflogen er am Beifahrersitz und ich so ja Herr Street wie geht es Ihnen er so ja so also 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 wer von uns ist denn die 383 ich nicht ich nicht ich auch nicht ich bin die 371 keiner von uns ist die 383 na passt Jungs danke fürs dabei sein war mega lustig ich hau mich einmal ins AP ja jo ciao ciao wolf wir müssen mal Radio Not schwitzen auch ja ja ich hab gern ja du schwitzt ja die ganze Zeit aber die Cube Mission alter Digga das war heftig das war geil ja diese ähm Neon Party ja ja richtig die ist wild gibt es aber gibt es viel cooler gibt es ein Mods da gibt es ein Krankenhaus da geht es richtig ab ach du Scheiße da kämpfst du glaub ich 2 oder 3 Stunden lang ach du Kacke der Digga das ist wieder so ein Game was ich immer wieder streamen würde jo aber sag Bescheid na mach ma und die anderen auch ne na gut also ja na passt wir hören uns ne ciao ciao so Freunde an alle die an alle 4000 Leute die da sind habt ihr schon alle einmal auf den Like Button gehauen wenn nein dann machen wir jetzt nochmal einen CJ CJ Rain Digga wenn ich mal denke es sind jetzt 4 Stunden um mir zu streamen die Zeit vergeht wie im Winter wirklich ich bin total also ich muss jetzt mal kurz hier einen Real Talk machen nach dem Ding jetzt wirklich mal schallern ich muss jetzt an der Stelle mal wirklich einen Real Talk machen also mir geht es wirklich sehr sehr gut also ich habe mir wirklich gedacht dass diese dass die Zeit jetzt wirklich hart ist aber es vergeht auch sau schnell es macht urviel Spaß mit den Jungs jetzt gehen wir dann ins RP und es ist wirklich krass also ich habe weder Kopfhöl noch sonst was vielleicht werde ich dann nach 2 Stunden noch einmal kurz das Fenster aufmachen nochmal Frischluft rein trinken habe ich genug dann muss ich eh mal fertig trinken nochmal ach so grüß Gott grüß Gott so dann schieben wir mal ins RP rein Dankeschön lieber Mark Flork mit VIP Dankeschön jetzt muss ich mein Gedächtnis jetzt muss ich wieder umstehen jetzt muss ich mein Gedächtnisverlust spielen achso ich muss mich erst annehmen im Winter im Winter soll ich im Winter High Speed Unit fahren ich riskiere es trotzdem dass ich mich im Winter meine High Speed reinsetze oder soll ich was anderes oder soll ich Offroad fahren I don't know ja ich schau mal wie der Bedarf ist ich hau mich einmal in die High Speed und schau mal wie es überhaupt ist so 1 Lincoln 15 ist 10 8 Servus 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 Captain guten Abend Servus x-ray 26 benötigt einmal eine Abholung am Ocean x-ray 18 kommt zu dir 10 4 mit was fahrt denn überhaupt der Commander fahrt mit dem Strahlen Academy Prüfung ok krass da könnte ich auch einmal kurz da habe ich Bock freie Sondereinheit als Captain One Watson Morris die erste mal dass ich mich selber wo eintrag 0015 19 15 ich nehme 15 die 6 habe ich setz mich in die High Speed alter ach du Kacke wer hat denn hier Krieger 363 hat 10 VIPs gegiftet alter Krieger macht alle einen dicken Herzring und einen DVD die VIP bekommen und bedankt euch bitte beim lieben Krieg beim lieben Krieger herzlichen Dank da draußen brennt es da draus oder was Dankeschön mein Bein ach so der Hydran ich schau ich fahr mal an die Academy mit der High Speed Uniter mit der High Speed Uniter du drehst richtig durch schau mal gleich mal an die Academy Herr Commander sind sie an der Academy negativ ich bin gerade draußen auf Streife ja ah 10 vor wollen sie eventuell Adam fahren ich habe momentan noch einen Rookie dabei der hat aber in einer Stunde eine Ausbildung danach können wir gerne uns mal zusammenfinden ja kein Problem 10 vor gut dann durchforste ich einmal da bissl warte mal ich stelle mich mal hier am Straßenrand ich will einmal schauen wie es ist mit der High Speed Unit da gerade durch den erstmal einen warmen Café das Ding ist ich ähm ich werde mir jetzt einmal ah eine Kleidung werde ich mir jetzt mal holen eine Kleidung werde ich mir jetzt mal holen weil kurzärmelig kritischer Hase äh x-ray 8 für fürchte David der Kurt ja kurze Frage ihr habt noch 3 Durangos bei den Mechanikern 2 davon das sind die Art Witz und einer ist äh wie bitte ich komme nicht alle 3 jetzt holen head for Adam 6 mit einem 1086 bei Postleitzahl 3206 mit einem VW Kennzeichen N R D Leerzeichen 5 3 6 so dann fahre ich kurz ah jetzt gehe ich mich mal umziehen jetzt ein Kleidungsladen der High Speed Unit draußen sind Cooler LKW äh Richtung Mission Road so warte mal Cooler LKW sind jetzt am Mission Road vorbei und jetzt wieder Richtung Hauptplatz hier ist schon wieder Stress hier ist schon wieder Stress jetzt nur Schaden ach du Kacke die sind schon ein bisschen schnell oder? 120 so ähm wo ist denn die Jacke das ist die LAPD Jacke da ah ja also Fire Department ah shit die sollte ich anziehen best of both words ah da das könnte das müsste sie sein was steht denn da nur das ist Sergeant ach du scheiße Sergeant was steht da ich seh es nicht ich seh es nicht Police Officer Sergeant warte wie viel Abzeichen hat denn warte mal LAPD Captain ich muss kurz schauen wie viel Abzeichen der Captain hat LAPD Captain da habe ich die Rangsein was hat denn ein Captain für ein Abzeichen lass mich mal schauen dass die richtige Jacke nämlich nehmen Officer Detective alles da gibt es gar keinen Captain das sind alles noch Detectives ok blöd gelaufen würde ich einmal sagen suche ich die nächste Jacke nicht ach stimmt ich muss nervig hör auf Captain hat zwei Striche so wie oben stehe was ist das das Angeles Police Department das schaut ja auch gut aus ich nehme die kette ich nehme die Kette oder tei ich nehme die andere das halt nichts wie kann ich denn sogenannte weil die schon verletzungen Die Lederjacke, Alter. Geil. County Officer. Oder, wenn ich Glück habe, ist ihm vielleicht im CR der Räume geschaut. M6 von 1086, ähm, nähe rotem Parkhaus, ein schwarzer Mercedes mit dem Kennzeichen Santana for me. Äh, Satan for me. Höchst dran, EGX, Ryan hat 3rd, Wort 18. 6,6 sind halt. Aktiv. Und wisst ihr aktuell jemanden? Das ist eine County-Jacke. Ich glaube wir haben einen im Oceans noch, Moment kurz. Einen ist noch am Oceans. Das ist nämlich mein schwarzes... EGX-26 Funkcheck. Das ist nämlich mein schwarzes SWAT-Outfit. Dann sind wir, ähm, ja, voll 5er. Das ist vielleicht eine Polizeijacke. SWAT. Ah, das ist SWAT. Es müsste X-21 auch im Oceans sein. X-21 ist... So weit. Die nehm ich. For real, Alter. Ich brauche kein Abzeichen, aber die sieht so gut aus. Die passt so. Die nehm ich. Muss ich nur die Uhr wegtun und kann ich auch die Weste anlassen. For real, oder? Chat. Die sieht doch gut aus. Dann muss ich nur die... Dann muss ich nur die Ding noch wegtun. Mal schauen mal hier dann... Arme schauen mal nicht durch. Handschuhe muss ich nur noch nehmen. Aber die Jacke sieht doch gut aus. So, weil die Abzeichen und so, das brauche ich nicht. Da habe ich hier die Weste. Ähm. L-M6 für Edward 18. Aber die Jacke sieht... Die schaut vom Fit auch gut aus. Also, passt farblich perfekt. Lass mich nur noch Handschuhe schauen. Ähm. Also, mit den Armen bin ich mehr als zufrieden. That's for real. X-ray 16, informativ für dich. Hier liegt ein bewusstloser Marshal. Ja, ja. X-ray 16 ist gleich da. Scheint auch zu passen. So, das schaut stabil aus, finde ich. Jetzt muss ich nur noch die Uhr wegtun. Solche Haube aufziehen. Warte, ich schaue mal, ob es vielleicht irgendwo eine schicke Haube gibt. Eine Haube? Okay, die ist fein. Die ist geil. Eine Haube würde ich jetzt aber nicht. Eine Weihnachtsmütze, oder? Eine Haube lasse ich nicht. Eine Haube brauche ich nicht. Okay. Ähm. Das... Die Uhr muss ich noch wegmachen. Adam 6... Ähm. Kennedy 6... Aber ich weiß nicht. Die Mütze fühle ich gar nicht. Die lasse ich weg. Ich muss nur noch zum Juwelier. Mir dort kurz die Uhr wegpacken. Und dann gehe ich mein Outfit speichern. Gehe ich mir das... Und dann haue ich mich einfach... Polatruck. Psy und Cola. Psy und Cola. Eine Kappe, nee, brauche ich auch nicht. Ehrlich gesagt, brauche ich nicht. Das sieht so viel besser aus. Ehrlich gesagt, brauche ich nicht. Ja. Wo soll der Bewusstsein zu klicken? Was ist denn? Wir haben den schon am Film. Das ist das Santa. Entfernt. Soll ich noch dazu kommen? Das Santa? Was für Santa? So, das so gefällt mir das. Okay, die Uhr. Packen wir weg. Oh, nee, ich habe zu wenig Geld, ne? Oh, nein. Was ist denn da? Ich brauche einen Geldautomat. Wo ist der nächste Geldautomat? Die haben Supreme Court einen? Ja, weil die Mechaniker haben einen. 19 Davids benötigt Abholung beim Ausschuss. 50 Davids würde ich gleich abholen. Ich glaube, das ist der nächste Fallung schon los, oder? Ist schon irgendwer am Supreme Court? Auch den Banker Badbruch. Ja, ich sehe keinen hier. Zu den Korb. Was zahlen? 10k? The Street? Ich danke dir. Grüß euch. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Dienst. Abend. Du wirst gleich jetzt. Du wartest nur noch auf dein Auto, ne? Ja, richtig. Alter, der Drifter raus, der wäre perfekt gewesen. Stimmt, den Holster. Den Holster hole ich noch. Ist ja vollkommen reich. Ich muss nur noch kurz zum Jubeln, zum Klamottenladen. Kann ich hier gleich herumlaufen. Puh. Ich mache jetzt dann Weihnachtsmarktpatrouille. Dann speichere ich mir das Outfit gleich. Das sieht kacke aus, wenn ich... Das sieht kacke aus, wenn ich... Informativen und Dispatch von Andrea steht. Letzte Fahne habe ich gesagt. Check. Ich stelle mich da ganz wild her. Dann speichere ich mit den Lachs. Grüße, Herr Kollege. Guten Tag. 4017, grauer Mercedes, grauer 1G. Kalt draußen, was? Jupp. Äh, Sartan... Winter festmachen. Ja. X4-6, Sinten-7. Passt. Hammer. Sandro, seit 8 Stunden läuft's perfekt. Perfekt. Alles... Alles ist perfekt. Patrick, wie nennt man den Lehrling vom Frauenarzt? Lippenstift. Und beim Zoll, Filzstift. Ach du Scheiße. Der Lippenstift. Oh. EG-007. Vater flüchtet. Vater flüchtet. Werden wieder wicken, seine Chance. Kohler LKW. Kohler LKW. Die wollen respawning. Wichten Kohler LKW. Wartens, Herr Kollege, bin gleich weg. Kommst du hin? Ich probier's. Anzieh's durch, hast nicht mehr lange. Jaja, ich muss ja in 11 Stunden 59 streamen, weil 12 Stunden bricht da ab. Das heißt, ich muss eine Viertelstunde vorher oder halbe Stunde vorher oder so gehen wir Gitarre spielen oder so. LKW sind jetzt auf Höhe, State Prison, Fahrtrichtung November, Tandy Shorts. So, das wird Spaß. 1550 ist Morris. Jetzt kommt Schnee Morris. Ich hab mich nicht ausgerüstet. Ja, weg durch den Sengeschort, ab. Hi, wo ist mein Gebiet? Ja, vielleicht können wir den irgendwie trennen voneinander. Ist das eine LKW-Kette? Wir fahren Richtung State Trip. Ich kann den Weg stellen, vor dem. Wo seid ihr aktuell? Wir fahren Richtung State Trip. Wir sind gerade auf dem Weg. Das ist ein falsches Link Trip. Der eine hat nur seinen Anhänger verloren. Ah, da hinten fahren sie. Hat Lof gezündet? Sind alle beim State Trip? Ach. Da liegt ein Anhänger quer. Da ist einer. Wir halten uns einmal im Hintergrund. Wieso sollte ich meine Weste ändern? Passt du. Die Fahrzeuge kreisen jetzt um das State Trip in den äußeren Ring. Wir gehen immer noch nicht. Tandro, bringst du mir Pizza vorbei? Das wäre mega. Du kannst die Uhr beim F1-Menü ausziehen, gell? Ja, weil dann wird sie, glaube ich, nicht mitgesaved. Das meinte ich. Dankeschön für einen Euro. Aha. Ja, ziehen weiter rum. Fahren wir jetzt gleich wieder vorne raus. Fahren wir bei uns, glaube ich, raus. Ja. Yes. Lade. Ja, die fahren wieder raus. Stehenbleiben. Oh, die haben sich gerade verunfallt, fast. Können wir nur... Ich probiere mal vorfahren, eventuell. Ich weiß, Nagelbänder legen. Ich muss mir sagen, ob die abbiegen vorher irgendwo. Ich bin froh, du bist, ja? Am Fasten, da müssen wir abbrechen. Helga, ich bin schnell weg. Ich bin der City, bitte zu unterstützen. Danke. Fahren die weiter rein Richtung Sandy dort? Aktuell fahren wir weiter Harmony, ja. Ja, Harmony, ja. Aktuell eine große Lücke. Ich habe das Bike Street's gigt. Siegen links ab. Fahren dort offroad. Bisschen in den... Auf über Wege. Ja, fahren in den ehemaligen SR7-Watt. Ja. Habe ich eine Panzerung mit? Easy GG, oder? Ich freue mich gar nicht aus. Aber die fahren den Berg gerade da hoch. Ich habe einen. Ich habe eine größere Mücke geschaffen. Heißt du, wenn du ganz schnell genug bist, dann kriegen wir vielleicht Nagelbatter so... Ja, ich muss... Ich muss vorbeiziehen. Warte mal. Ne, ich meine bei den hinteren Beinen. Ja, na, so schnell bin ich nicht. Okay. Warte, ich... Schau mal, dass ich irgendwie vorbeikomme. Es ist so dunkel und neblig. Ich habe mich jetzt einmal zwischen 1 und 2 reindrückt. Ich bin jetzt vorm obersten. Ja, die machen langsamer. Muss mal schauen, wo die abbiegen. Die fahren weiter Richtung Kartell. Warte, da probiere ich jetzt aufholen. Dort probiere ich jetzt irgendwie mit Nagelbatter zu kriegen. Check. Ich fahre mal ganz nach vorne. Falls die abbiegen, haben wir halt recht. Wiegen die ab oder fahren die die Straße weiter? Weiter, fahren weiter. Eine haben sie verloren. Ich habe mitten in die Straße, wirklich mitten rein, Nagelbänder gelegt. Schau mal weiter in der Ecke. Weiter, weiter, weiter. Hat ausgelöst, hat ausgelöst bei einem. Der erste hat, der erste hat. Die anderen sind ausgeglichen. Keine Person mehr im LKW-Bone. Boah, also... Wo sind die hin? Ja, der eine ist von der Fahrbahn abgekommen. Ja, das war nicht so. Wieviel waren bei euch so schnell? 234 glaube ich 2 erlaubten? 80 Ja ok Hier ist ein weiterer Egel Da ist keiner mehr drin Kann doch nicht sein Bei uns war auch auf einmal keiner mehr drin Ja ich hab hier noch einen LKW Ich kann wieder dazu Er ist auch noch offen Ja wir gucken mal eine Anreizverhandlung bei dem ersten LKW Ja Sind beim 2020 noch weitere Flüchtlinge oder was? 0 noch ein LKW Ja 10V ich komm dort unterstützen Ich schau dass ich dort unterstütze und die Nagelbänder wieder vorne hinkrieg Jo Sorry So schauen wir mal dass die Polatrucks stoppen West Highway Richtung Palito West Highway Richtung Palito West Highway Richtung Palito war gerade Kopfloser bist du dumm behindert Ah ich hab Sichtkontakt Ich probier wieder vorziehen und Nagelbänder legen mit der High Speed Achtung ich zieh links vorbei Okay Ja 10V Fährt aufs Academy Gelände Ah ja Fährt aufs Academy Gelände Okay Hat einen Kollegen gerannt Warn Ich glaube ich könnte das Z treffen Ja sicherstellen und abschleppen lassen. Schauen ob sie irgendwelche DNA-Sprungen oder so findet. Ich will es nicht heller machen, weil dann ist die Grafikmod für den Arsch. Das ist ja so der Vibe. Informativ, die Kennzeichnungen von den LKWs sind nicht registriert und wir können ein wenig machen, wo sie abschleppen können. Es ist unfair, Nagelbände auf die Straße zu legen. Noch Kollegen beim LKW vor Ort, das ist Info Zero. Ich lasse das jetzt einmal so im Raum stehen, dass das unfair ist. Ich bin mit dem LKW mit dem LKW. Ich leere mal keinem LKW mit dem LKW. Ich bin mit dem LKW mit dem LKW. Morris hatte keinen Gedächtnisverlust, er hat noch immer einen. Er hat noch einen. Aber Morris hat keinen richtigen Gedächtnisverlust, sondern er hat eine Verletzung und eine Teil-Amnesie. Sprich, je länger die Genesung vorangeht und er in psychologischer Behandlung ist, desto besser. Und desto mehr erinnert er sich auch dran. Also das ist nicht so wie beim Konter, dass es nicht Notale-Amnesie ist. Die von ihm ist ja freiwillig für das RP gespielt. Ah, Linkstik zur Nachfrage. Die Anhänger sind worden auch sichergestellt? War da Cola drin? War da Cola drin? Ach, Herr Kollege. Ja, ist das Maria, das war knapp. Alles gut bei dir? Ja, ja, sicher. Bei mir hatte ich einen wissen Kopfschmerzen, tut mir leid. Ach so, aber kein Problem. Na gut. Ciao. Welche Grafik macht er? Also, großteils ist Visual V, bloß ein paar Dinge. Also, großteils Visual V und ein paar Elemente von Natural Vision. Das ist eigentlich die Mixtur. Ah ja, und Make Visuals is great again, aber das ist so minimal. Das ist ein spezielles Wetter-Setting. Matario. Matario kenne ich ja noch nicht. Hallo, Cap. Hallo, Cap. Jetzt hätte ich Antworten müssen. Hallo. So. Gehe ich wieder auf meine Streife. Das war auf jeden Fall mega witzig. Das war richtig lustig gerade. So eine feine Highspeed-Verfolgung wäre witzig im Schnee irgendwie. Das hätte irgendwie was. Das wäre jetzt wirklich witzig einmal. Schöne Highspeed-Verfolgung im Schnee bis zum bitteren Ende. Handel, welchen PC hast du? Ach, ich habe es vorher gesagt, mein PC ist fünf Jahre alt. Also, ich habe eine 1080 Ti, 16GB, einen Intel, sage ich, einen AMD Ryzen 2700X, glaube ich, habe ich. Auch nicht mehr der neueste. 500 Watt, 600 Watt Netzteil. Zwei SSD ist eine HDD. Ja. Von dem her, jetzt nicht das, sagen wir mal so, nicht das, wo man sich denkt, yo, NASA PC. Wir sind schon seit acht Stunden und 24 Minuten am Streamen. Das ist krass, ne? Wenn ich mal denke, nach halben Stunden sind es einfach nur mehr drei Stunden. Und das ist ja nicht einmal das, was... Das Ding ist eigentlich, ähm... Das Ding ist, eigentlich habe ich heute noch sau viel vor, aber das geht sich... Das geht sich eh nicht mehr aus. Der Weihnachtsmann aktiv. Was ist denn mit dem Weihnachtsmann? Ich guck dich schon seit zwölf Uhr mit meiner Familie. Voll geil. Also wirklich ehrenhaft an die Leute, die jetzt hier zwölf Stunden dabei sind. Also wirklich größten, größten Respekten, ehrenhaft die Leute, die jetzt die vollen zwölf Stunden dabei sind. Wie gesagt, ich will jetzt noch... Guten Abend. Ich will jetzt noch ein bisschen zocken. Dann will ich noch Gitarre spielen, das habe ich euch ja versprochen. Ich will euch ja meine neue Gitarre vorstellen. Und... Und ich wollte dann ja noch, wir müssen ja ein bisschen früher ab, dass wir wirklich pünktig um... ...nach elf Stunden, neunundfünfzig oder zwei, drei Minuten vorher abbrechen, damit der Stream nicht abbricht. Weil YouTube macht ab zwölf Stunden Cup da ab und ich wollte keinen zwei Stunden... also keinen Zweiteiler haben. 10-4. Road to 5 Likes, Alter, dass das einmal in meinem Leben möglich ist. Hätte ich mir niemals gedacht. Ich fahr jetzt noch auf den Weihnachtsmarkt. 15 David nach Reifenpattu wieder, 10-8. Und Face Reveal. Da kannst du lang warten. Da kannst du lang warten, mein Freund. Hahaha. Das Stream geht elf Stunden, fünfundfünfzig oder? Ah, ich glaube elf neunundneunzig oder so. Also elf neun... elf neunundfünfzig. Was meinte ich? Fugcheck. Check, check, check. Check, check. Check, check. X-2. Ah, oha. FD am Weihnachtsmarkt, haben die Weihnachtsfeier? 10-11, 10-76, müssen wir auch. Ah, ist das... wirklich das FD, haben die Weihnachtsfeier? Cool, ja, schau die machen sich's da gemütlich. Ich stell mich da gleich. Booty ist auch da. Servus du. Servus. Erst Booty hast du ready or not? Ich hab nur Schneewelle dabei. Ja, ich bin's gewohnt. Ich bin's gewohnt langer. Oh Mann. Ich hab... Alter. Gut, ich fahr mal ins Krankenhaus. Haben sie sich wehgetan? Ja, hab ich. Wir haben glaube auch einen Rettungswagen hier. Ich glaub wir haben hier drei. Ja, wir haben drei. Ja, da geht's so. Die West ist eigentlich brand sicher, aber es hat ein bisschen zu toll gebrannt. Ja gut, die West ist auch schon brand, aber meine Haut nicht. Warte mal kurz. Ich mach schon, du kannst wieder runter. Schönen Feuer. Oh, kurz abkühlen. Oh, du bist gut. Ja, jetzt noch. Booty. Booty. Gut. Du könntest ja ja mal. Gut, komm. Hat die eindeutig schönere Ambulanz von den dreien. Das war jetzt auch ein Spiel noch. Viel zu schnelles Fahrzeug, East Highway. Christa, der Boss. Dankeschön für einen Euro. Bin seit zwölf Uhr dabei. Irina. Kannst du dich mal hier mit ran setzen? Dann schau ich mal kurz drüber. Machst du die Tür drauf? Ja, ja. Das kann mein Kollege machen. Kein Sechkontakt mehr. Ja, ich hätte jetzt dann Bock auf ne geile Verfolgen. Und bis jetzt ruhigen Dienst gehabt. Ja, da fahren's ein paar wahnsinnige Cola-Trucks herum. Ja, und entscheidet auch Weihnachtsmann, die Warscholz anzünden. Und Officer. Oh wei, oh wei. Haben heute schon drei Hilfe gebracht. Oh wei, oh wei. So, ich helfe mal eben bei der Weste, dass wir die mal ziehen. Was soll denn nicht ausziehen? Die Weste. Die Weste hat Gott sei Dank nix abbekommen. Ich hoffe nicht, dass ich auch mal vorsichtig den Pullover, beziehungsweise den Hoodie aus. Ja, wenn ich festgebe das. Wann mal, ich probier mal. Oh, ist das kalt. Ja, alles. Oh, ist das kalt. Ja, der Kollege legt da mal ne wärmende Decke um sie drum. Boah, ist das kalt. Ja. Also unser Kollege hat letztens mal geschaut, minus 10 Grad. Boah, so viele, boah. Aber irgendwie ist es grad angenehm. Kann ich mir gut vorstellen, nachdem er in Flammen stand. Ich hab mir nur bei den Händen ein bisschen. Genau, ja. Kurz an. Ja, es schaut nach ersten Grad aus. Ist jetzt nur ein bisschen leicht angeschwollen. Ja, ich bin ein sturer Mensch. Ich muss immer die Erfahrungen selber machen, bevor ich auf jeden Fall... kenne ich ja. Ich hatte die Erfahrung mit nem Wasserkocher gemacht. Oh Gott. Mhm. Ja, da laufen ja einige in der Stadt davon rum. Ja, da hat's mir letztens ein mit ner Weihnachtsfeier. Oh, nicht die. Doch, die. Larissa Brown sagt ihr noch bestimmt was. Sagt mir nix, nein. Nicht? Okay. Bin ich überrascht ehrlich gesagt. Also so lang wie ihre Patientenakte ist. Na, kenne ich nicht, Larissa Brown. Auf jeden Fall, die ist Königin der Wasserkocher. Oha. Die hat zur Weihnachtsfeier zehn Minuten am Stück gelacht. Ohne, dass wir irgendwas gesagt haben. Ich dachte schon, die hat zehn Minuten am Stück gekocht. Auch. Also es klang so wie kochen. Okay. Tja. Muss wohl eine fröhliche Dame sein. Ja. So. Ja, mach ich da mal so eine grobe Salbe drauf. Ja, herzlichen Dank. Das hilft dann auch noch ein bisschen. Vielleicht zieh da nicht wieder die Handschuhe rüber. Haben sie vielleicht da Ersatzbar für mich? Äh. Handschuhe müsste ich bei unseren technischen Fahrzeugen schauen, ob da Ersatzhandschuhe sind. Wir haben halt noch medizinische Handschuhe mit dabei. Ich muss schauen, ob ich im Auto welche habe. Ja. Da müssen sie jetzt nicht ins Krankenhaus. Wenn das da trotzdem irgendwie irgendwie schlimmer werden sollte mit den Schmerzen her oder einfach irgendwie ein Taubheitsgefühl einfach ins Krankenhaus kommen oder uns ein Disperschreiben. Oder auf den Weihnachtsmarkt nochmal kommen. Oder einfach nochmal auf den Weihnachtsmarkt kommen. Genau. Ich fühle mich nur noch nicht ganz gut. Weiß nicht. Ja. Ja. Ja, es kann sein durch durch den Schock, dass da ein bisschen die, ich sag mal Adrenalin-Vorräte ein bisschen aufgebraucht worden. Da gebe ich ihnen einmal eine Tablette. So. Bitteschön. Können sie einmal direkt einnehmen. Dann soll sich auch der Adrenalinspiegel wieder ein bisschen senken. Ich weiß nicht. Irgendwie fühle ich mich nur immer nicht ganz wohl. Ja. Achso. Ja. Sie müssen die Tablette noch nehmen. Die ich ihnen gerade gegeben habe. Die hilft ein bisschen das Adrenalin zu senken. So. Ich bin auch seit 12 Uhr dabei. Aktiver Support. Danke Lara. Dann könntest du dich auch so weit wieder anziehen. Boah. Jetzt bin ich durchgefroren, Alter. Ich glaube wir haben sie ja hoffentlich eine Sitzheizung bzw. Heizung generell. Neue Handschuhe schon. Jaha. Danke. Was bin ich ihnen schuldig? Ach nichts. Weihnachtliche Güter. Sag mal so. Danke. Danke schön. Ja. Danke auch. Schönen guten Dienst noch. Danke. Ich war gerade in ärztlicher Behandlung. Wo ist der Flüchtige? Da fällt sich nicht ab. Wo war der letzte? Saat? Das sind die Packbots. 10-4. Fürchte damit geht auch für heute hier 7. Ich wünsche euch einen angenehmen Ruhigen. Wir passen so weit auf. Feierabend. Schöne Feierabend. Heien Feierabend. Das Stream wird nur 11.55 Uhr sein. Du kannst ja 12 Stunden Stream eingehen in Youtube bei jedem Stream. Ah. So mit 12 Stunden. Ja gut. Dann müssen wir schauen dass man auch auf deine Seite ist. um nach 11 Stunden 50 aufhören, weil ich will den Stream wirklich vorher noch beenden. So. Ich war gerade in ärztlicher Behandlung bei der Verfolgungsjagd. Die wäre ich jetzt gerne gefahren mit dem GT 63. Hat sich ja urspaß gemacht. Hört sich irgendwie so an, wie wenn ich da hinten Musik laufen würde. Hört sich da Mucke? Warte mal. Ich bin schon so paranoid. Das hat sich angehört. Hintergrund wie Musik. Oh Gott. Aber schreibt es mal rein, wie euch das Stream bis jetzt gefallen hat. Ob ihr diese 8,5 Stunden bis jetzt schon sehr genossen habt. Schreibt es mal rein. Vergessen ein Radar machen. Im Moment brauche ich es gerade nicht. Das mache ich dann, wenn ich blitzen tue. Im Moment. Aber da ein Kino, ja. 11 Stunden 55. Ja, da müssen wir schauen, dass wir ein paar Minuten vorher zum Ende kommen. sind die Parkwards war der letzte Sichtkontakt. Ja, ich stelle mich jetzt einmal auf den Highway. Geh mal blitzen. Ready or not musst öfters machen. Alter, das Game war richtig Hammer. Das Game hat mir so gefallen. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Wirklich. For real. Ich war da komplett drin. Ich war da so drin in der Materie. Ach du Scheiße. Aber wirklich, bei Ready or not war ich so drin. Alter. Ich will aber nur nach vorne blitzen. Oder Herr Kollege? Lucky 19 für King 16. Front. Closing. 210 haben wir hier. Melde dich ja safe, Wolf. Ich bin safe. 1 Lincoln 15 mit einem 1086. Kennzeichen DIN. Nummer 1. NR1. Kennzeichen. DIN. Der Motor bitte mal ausstellen, der Herr. Einmal den Motor ausstellen. Ah ja, sorry. Kein Problem. Schönen guten Abend. Bitte mal Führerschein und die Papiere, bitte. Jo, Sekündchen. Bitte sehr. Jason McLaren. Ja, ich, der Fahrzeugführer sitzt, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, ich sitze hinten. Falls der Führer, falls... Ja, dann bräuchte ich bitte vom Herrn Dean. Dann bräuchte ich von Ihnen bitte den Führerschein noch kurz. Dankeschön, Harper. Gut, ich kann jetzt wieder... Klingst wieder zurück. So. Warum ich Sie angehalten habe, Grund der Anhaltung war die überhöhte Geschwindigkeit, und zwar 210 auf meiner Messung. Das ist natürlich eindeutig zu schnell, ne? Ja. Das ist schön cool. Ja. Also, deswegen kriegen Sie von mir Bußgeld 3.000 Dollar. Ja, klar. Easy. Ich bin Ihnen eigentlich nicht kalt, weil Ihre Haare sehen sehr, sehr luftdurchlässig aus. Immer, wenn ich in Kontrolle bin. Gut. Perfekt. Dann fahren Sie weiter, aber langsamer, gell? 130. Schönen Abend. Gleichfalls. Wieder schon. Was war da mit dem Weiß? Ja, ich muss jetzt... Der Morris hat Straha-Ausfall, ja. Safe. Ich muss schauen, ob da gerade eine Verfolgungsrecht ist mit dem Weißen P1 oder so. Wo soll denn der Kollege denn angehalten haben? Da war doch ein weißer P1, war da... Wo sind die hin? Es kam auch kein Funkspruch, ne? Aber auch immer, wenn ich in Kontrolle bin, ne? Wenn ich in Kontrolle bin, kommen Sie herum und fahren vorbei. Jedes Mal, leider. Hätte wahrscheinlich eine potenziell geile Verfolgungsrecht werden können. Genau. 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 Schönen P1, Matze, zu kotzen. Ja, entweder es war ein 675 McLaren oder ein G1. Ja, da sind Sie wieder, die mit dem Fußlieben. Feuerbellen, Fireball. Ich bin ein Wizard. Ich bin ein 675 Informativen, äh, ein P1 ist sauer. Fireball. Haha. Ich bin ein F1, Matze, ich bin ein F1. Du bist gar kein rubbellos Fan. Ehrlich gesagt, nö. Ich habe mich da nie irgendwie drum gekümmert. Ich bin schon überfordert, dass ich meine Ausrüstung hole zum Dienstbeginn. Vielleicht mal den Office anrufen, wenn es dir gelingt. Mag ich. 7676, Police Academy. Front, closing. 7676, ich habe mich verpackt. Bitte nicht anhalten, Digga. Fahr weiter. Nein, der hält an. Von Linken 15 mit einer Verkehrsanhaltung bei 703 mit dem Kennzeichen Boom Boom. Zur Information her, hatte ich eben schon mit 154. Ich wollte ihn anhalten, wenn er nur leider veranfällt. Ich habe keinen Draht. Guten Abend, Herr Herr. Guten Abend. Bitte einmal die Fensterscheibe unterlassen, auch wenn es kalt ist. Ja. Na ja, wir haben jetzt ja für die Umwelt, ne. Ja, genau. Brauche ich da mal bitte Führerschein und die zulässigen Barbiere, bitte. Natürlich. Sekunde, hier haben wir jetzt einen Führerschein. Dankeschön. So. Philipp Matiszewski, schaust du mal, ob das Kennzeichen auf ihm zugelassen ist, bitte? Perfekt. Pass auf, sie kriegen den Führerschein wieder zurück. 137. Habe ich sie geblitzt, gell? Ähm, sie sind bei einem Kollegen vorhin schon durchs Radar gefahren, bei 154. Okay. Mhm. Ich werde jetzt mal bei einer Strafe das Auge zudrücken, aber die andere stelle ich ihnen aus, gell? Ja, okay. Nicht klar. Machen sie das nicht. 116 mit 1086, äh, Rote, Toyota Supra, ja, mit dem Kennzeichen, Nauten, äh, 5, ähm, Benis Garage. Das bitte zu bezahlen und dann... ...nur freilich bezahlen. ...und dann fahren sie bitte langsamer und dann passt das. ...nur lau. Schönen Abend noch. Jo, dann gleichfalls. Tschau. Hat jetzt noch ein Auto gehandelt. Mein Glückwunsch. Glückwunsch. Was ist gerade im Funk gefallen? Ich habe es gerade nicht gehört. Niemand. Wirklich niemand, Morris. Bitte fahr weiter. Ja, ist das halt wirklich so? Ich will eine geile, fette Verfolgungsjagd machen. Danach kann ich getrost schlafen gehen. Vielleicht glaube ich noch irgendwo hinauf. Sonst muss ich selber eine Höhe machen, Alter. Ja. Das muss ich selber eine Wache. Ich bin 11 Meter zurück. Ich bin 11 Meter zurück. Da hinten kommt ein Raser. Da kommt ein Raser. Da kommt ein Raser. Da kommt ein Raser. Ich brauche da mal bitte Führerschein und die Papiere bitte. Jawoll, Herr Cäsar, Fahrzeug ist auf Sie angemeldet und versichert, habe ich schon gesehen. Blitzt habe ich Sie mit 205, Herr Cäsar. Ja, nicht gut. Wie viel sind hier? 130. Das heißt, wir sind 75 zu schnell. Du kriegst ja von mir ein Bußgeld und ich möchte sie in geraumer Zeit jetzt nicht noch einmal mit dem Tempo da sehen. Ja, okay. So, bitteschön. Dankeschön. Gut, dann dürfen Sie weiterfahren und wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, gell? Einen schönen 4. Advent. Wiederschauen. Tschüss. Herz und Haltung beendet. Offroad. Wiederschauen. Wiederschauen. Wie wird man überhaupt? Edward? Ich müsste eigentlich auch. Ich müsste eigentlich auch. Ja. 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 Verstehung. Ja. 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 aber ich werde jetzt noch schauen ich mache jetzt noch ich warte jetzt noch 10 Minuten oder so 10 Minuten, Viertelstund und wenn da nichts passiert werde ich den Jar wechseln weil ich will noch andere Jars heute auch spielen SWAT Prüfung bestehen Highspeed bestehen und noch was ja gut ich meine SWAT Prüfung also beim Survival Test habe ich SWAT will ich ja nichts sagen aber beim beim Survival habe ich SWAT besiegt Highspeed Training würde ich wahrscheinlich durchfallen Hubschrauber Training wahrscheinlich Flugtraining würde ich auch nicht bestehen 100% also das SWAT Training würde ich schaffen aber Highspeed und Fliegen glaube ich nicht dass ich das schaffen würde also ich glaube ich würde da durchfallen aber nicht nur irgendwie sondern mit einem Bombenflag so Blade Reader habe ich nicht an der kotzt mich an ich hasse den Blade Reader hasse ihn I hate it Irgendwie hätte ich gerade Bock warte mal stimmt Wasser oh meine Wasserflasche dann habe ich meine zwei Liter heute ich hätte auch mal wieder Bock mit Willi mal ein bisschen in Feuerwehrdienst zu gehen da hinten haben wir einen Raser Urus aber ich hätte mal wieder mal richtig Bock Feuerwehrdienst vielleicht so eine Stunde zu machen oder so und danach will ich mit Habub vielleicht einfach raus gar nicht irgendwie 1 zu 7 sondern einfach nur sondern einfach nur sondern einfach eine Verfolgung bis er umfällt bis er gecatcht wird das wäre ja völlig neu machen Sie bitte den Motor aus BYE402 ja weil es mir noch nie passiert der Motor ist aus Führerschein und Papiere bitte ja einen Augenblick einmal den Führerschein ach nee das ist meine Aussage Entschuldigung einmal den Führerschein bitte schön Daniel Möller Dankeschön ich prüfe das kurz ja das ist ja ganz genau 130 voran so Herr Möller ich das wäre jetzt das erste Mal ok passt der Führerschein kriegen Sie zurück geblitzt habe ich Sie mit 149 ja ich habe Tempomator von 149 ja ja bis jetzt bin ich noch nie angehalten worden deswegen das das halb habe ich gedacht wie schnell darf man da fahren 130 richtig 19 drüber ja ab und zu fahren alle war ein bisschen schneller ich werde Ihnen noch Bußgeld ausstellen und dürfen Sie da weiterfahren ja in Ordnung kein Problem dann direkt mal hier den Tempomaten den Bohrcomputer umstellen 2000 Dollar Bußgeld haben wir so passt den restlichen Kram die Rechnung und dann dürfen Sie das bezahlen bezahle ich habe ich direkt bezahlt danke schön Herr Möller da wünsche ich Ihnen einen schönen vierten Advent und einen schönen Abend noch Ihnen auch fahren Sie weiter Wiederschauen danke tschüss verkehrst du eine Haltung beendet verkehrst du eine Haltung beendet ich muss gerade kalkulieren sagen wir mal ich fahre jetzt noch mit Chris eine halbe Stunde dann ist es 21.30 das heißt ich habe dann noch zwei Stunden das heißt ich habe dann noch zwei Stunden Zeit circa ja was oder soll ich das oder soll ich die anderen Chars noch ne wisst ihr was ich werde ich werde die anderen Chars spielen ich weiß jetzt nur nicht ob ich mit Habub jetzt die Verfolgungsjagden schallern soll wobei gescheiter wäre es glaube ich mit Habub dass ich jetzt Verfolgungsjagden schallern gehe oder ne jetzt noch jetzt ist noch mit FD glaube ich besser was los ich überlege gerade ob als nächstes FD gescheiter wäre oder Verfolgungsjagden schallern aber man muss denken irgendwann werden sie mich hoffentlich catchen also ich denke wenn ich es vier, fünfmal abhänge dann gebe ich selber auf aber wenn sie mich nicht gleich kriegen dann habe ich eben noch die ganze Brezelei und so aber ich stelle es halt nicht aufs Dach kacke und Gitarre will ich ja auch noch spielen am Ende und das sollte ich eigentlich um elf machen das sollte ich um elf starten mit der Gitarre ich mache mal wieder eine Umfrage eine Umfrage keine Fragerunde Umfrage nächstes ein Strich Habub ich weiß jetzt schon dass die meisten sich für Habub entscheiden werden aber ich mache die Umfrage trotzdem zwölf Stunden streamen und am Ende noch Stress haben ja es ist gerade wirklich Stress weil ich kann mir die Zeit jetzt wird es knapp es ist knapp jetzt sind es noch mehr drei Stunden und ich habe ich habe noch ein bisschen was vor also es sind ja eigentlich keine drei Stunden mehr fürs 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 RP habe ich eigentlich so gesehen nur zweieinhalb Zeit 68% sind für Habub es war klar es war so klar das Ding ist halt der will ich ja eh nur eigentlich Deppert Verfolgungsaktenschall an also in dem her so Herr Commander Street ja da ähm jetzt sind wir nicht böse wir werden das auf nächstes Mal verschieben weil ich werde jetzt dann außer Dienst gehen ich habe heute noch ein bisschen Stress ein bisschen noch viel zu tun wir machen das beim nächsten Mal okay ja sehr gerne alles gut kein Problem sonst geht es dir gut ja äh mir geht es immer besser also perfekt das machen wir gerne ich fühle mich immer mehr wieder rein so muss es sein ja gut na dann sehen wir uns beim nächsten Mal genau so machen wir es gut ciao von Lincoln 15 geht 107 schönen Abend euch schönen Tag für den Feierabend wir gehen rein mit Habupa die Abstimmung ergeben zwischen 1300 Leuten das heißt wir gehen jetzt Verfolgungsjagten schallern das kann lustig werden mal gespannt wie lange ich sie überhaupt durch halt entweder es wird so enden in einem depperten Unfall wird es enden entweder so es ich werde gecatcht mir geht der Tank aus weil der Fahrer hinter mir einfach gut ist was ich ja nicht schlecht finde und ähm was noch ein anderes Case ist dass ich halt so oft dass ich sage okay ich will fünfmal entkommen und wenn ich es fünfmal abkränkt habe dann lasse ich es gut sein ich wollte Adam machen aber die Zeit die Zeit Freunde die Zeit weil wenn was schief geht dann bin ich länger im RP weil dann habe ich ja noch Unfall RP und alles und ich will ja nachher noch mit dem Opi auch vielleicht noch in FD Dienst gehen geschweige dessen die sind noch da das ist die Voraussetzung sonst ähm sonst werde ich mit Connor noch Gedächtnisverlust spielen ja und Gitarra spielen will ich noch oder wenn halt vielleicht in einer Stunde FD schon komplett weg ist äh ja dann vielleicht noch ein anderes Game Juwe davor nee ich brauche kein Juwe ich brauche kein Juwe ich will einfach nur Verfolgungsjagden ballern weil sonst kriege ich den sonst kriege ich den Raub reingedrückt aber ich will ja nur das das Flüchten haben ich will ja nicht den ganzen Scheiß ich will ja eigentlich nur flüchten ich will einfach nur Verfolgungsjagden fahren ich brauche keine Juwe wenn es einen Tankstellenraub geben würde den würde ich machen ja aber Juwe nee rein für eine Vitrine und jeden ärgern nee echt nicht das Outfit ist doch perfekt oder mit dem Outfit flüchte ich einfach das ist perfekt dann knalle ich mir die Gegend die ach nee ich sag jetzt nicht das ist in der Versicherung Alter wie komme ich jetzt wieder an die Versicherung ist der offen vielleicht da drin vielleicht ein Auto offen muss an die Versicherung ah die lasse ich immer mit welchen Dingen könnte ich runterfahren Rennmaschine maybe die ist mir nämlich nicht schade war wahrscheinlich sehr risky mit der im Winter also schwarzes Bild habt nichts verpasst ich habe nur auspackt alles gut so alles gut beruhigt euch alles gut ganz sicher denken was denn das für ein Kack Spaß na gut dann probieren wir mal unser Glück vor allem ich weiß halt auch nicht wie man wie man wie sich fährt und alles also von dem her ich weiß nur dass man schnell reindreht und so aber ich werde trotzdem mein Bestes geben mit der Maschine ist zart fahren holy holy fuhre ihr Leute ihr müsst verstehen ich stream seit 9 Stunden und 3 Minuten dass ich mal einen Fehler mache das ist menschlich dass ich oder ein zweimal vergesse den Bildschirm nicht nicht muten in dem her seid nicht so seid jetzt so gar stig oder ist mit euch schritten fahren genau mit den schritten abhauen mit dem man so mir liegt mir liegt aber auch noch was anderes am herzen und zwar lasst bitte auch einmal blaue herzchen da für meine lieben schlümpfe für meine mods die hier auch schon seit 9 stunden non-stop betonung auf non-stop diesen stream hier moderieren und ich habe heute schon gesehen dass der ein oder andere also der großteil von euch ist ja brav oder war schon der ein oder andere ja nicht korrekte dude hier im stream und einfach mal eine herzrunde bitte und ein dankeschön an meine mods blaues herzchen rein dass sie sich da die zeit nehmen am 4. advent am sonntag b ja hier den chat clean halten dass ihr und ich eine gute experience hier habt und dass alles glatt läuft also ich sag halt so ich stream hier und ich hab spaß ne aber dass der stream so glatt läuft und hier alles die wahre arbeit oh mein gott er kommt da ich bin nicht da 800 die information kann ich nicht verwenden ich bin ja nicht hier ähm i'm not there aber sie sind der wahre grund ähm dass dieser stream hier möglich ist und läuft hinten also lass da einfach mal ganz viel liebe da muss man ja mal so sagen ne weil moderieren ist echt das ist nicht einfach und das ist ein harter ein harter aufgäbchen sag ich mal nicht ohne wirklich nicht ohne so dass ich das hier auch noch einmal hier loswerden kann da ist ja meine Maschine irgendwo da aber dann flüchte ich mit dem so wen haben wir der Terran ein schöner Buur hoffe bis hier läuft alles gut und geht glatt bis zum Ende und selbst wenn es jetzt schmeißen würde wäre ich nicht enttäuscht weil ich einfach schon seit neun Stunden einen geilen Stream hatte jetzt habe ich wieder nicht genug Geld ich kriege das kotzen kein Bankomat irgendwo ich brauche 5k ich kriege das kotzen auf das habe ich wieder nicht geachtet dass ich wieder keine Kohle habe Glocken sind das wichtigste hallo Glocken sind das wichtigste jetzt schreibt es nicht rein Funk ich will heute ich will mit 1 zu 7 jetzt so in der Hinsicht heute gar nicht erst Ding ich will einfach nur meine Verfolgungsjagden ballern und Spaß haben ich will da gar nicht so großartig heute deswegen bleibe ich gleich außer Funk das ist ein Bankomat ich glaube im Bekleidungsgeschäft oder die müssten Bankomat haben oder das ist genau der das ist der kleine Laden der genau der kleine der den nicht hat ewige suche nach dem Bankomaten bis der hat nicht nach hinten geblitzt so da vorne ist ja auch die haben hat da ich schau zu der Tankstelle da die haben sicher einen die haben 100% einen dankeschön für für 20 euro mein bester dankeschön so auszahlen mit 15k ja herkonda ist nicht da liebes amr herkonda ist nicht da ich hatte doch nicht für heute einen termin oder hatte ich nicht ich habe nicht mal noch eine nummer oder irgendwas aber das würde ich wissen wenn ich irgendwo nicht irgendwo einen termin hätte aber ich habe keinen termin wieso mich das amr jetzt holt keine ahnung aber außerdem ich bin ja mit einem anderen charter das heißt ich darf selbst wenn ich jetzt wüsste okay herkonda und ich würde jetzt den char wechseln dürfte es ja nicht verwenden das wäre ich oder das wäre char übergreifend also wäre auch nicht legit woher so viel geld ja das ist noch vom admin stream das muss ich noch vernichten ich hatte davor glaube ich 400k oder so das muss ich noch vernichten das kann ich eh machen im Anschluss würde eh nie über die stränge schlagen also von dem her das war das war mal in dem einen homeland stream wo ich dann die ganzen gebühren aber eigentlich regulär habe ich keine ahnung 400k oder so gehabt oh mein auto geld muss ich halt einfach noch vernichten sonst fahre ich jetzt noch kurz zu den bankomaten problem nervt mich nämlich selber wenn ich eigentlich mehr geld habe als ich will das hat sich falsch an mehr geld haben als man eigentlich will und da mache ich aber mal sowieso ein extra streams oder das will ich einfach eine storyline auf mit dem gedächtnis verlust das will ich nicht da heute noch rein zwingen na gut brauche ich jetzt noch kurz ein bankomaten schauen wie fährt denn die kurven rein ja gut mit dem kann ich arbeiten das passt schon das reicht hat das laser tag eigentlich einen bankomaten laser tag einen bankomaten glaube nicht ne wieso pinkt mich das AMR die ganze zeit hat eigentlich einen klamotten laden ich weiß es nicht ich glaube auch nicht ich fahr wieder zu der tanke oder rechnung geben da auch so auf den keks alter weil mich hasst es wenn die unbezahlt sind die kann ich nicht zahlen ist das rein da wie viel haben 5,8 mio das heißt ich nehme in meinem 5 millionen und 400.000 geld vernichtet so einfach geht's tanken gehe ich noch die zwei tröpfchen sind immer relevant dann bei verfolgungsjagden machen wir voll die bude vielleicht sollte ich vorher noch mal tanken aufs klo gehen ich glaube das mache ich irgendwie merke ich gerade wieder wieder wenn ich auf leeren magen trinke dann kann ich den ganzen tag pissen gleich wieder da chat ich wieder hier da 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 das ich bei der gerade bei dem Ich muss auch wieder ein Kaugummi rein. So, warte mal, muss ich jetzt die Cam... Einen kurz streamt, meinte letztens, dass sich die Black Series am besten fährt. Hm. Warum fährt dann nicht jeder Black Series, weißt du genau? Geschmackssache, die meisten fahren P1 und andere Sachen. Ja, von dem her. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwen finden. Vielleicht machen wir noch Essen und so full. Mit Habu war ich ja schon am Weihnachtsmarkt. Perfekt. Hat jetzt aber die Experience im Schnee nicht so dolle, aber ja. Guck mal an. Verdammt jetzt grad ne R1. Ich zieh mal am Highway hoch. Ist das nicht Pop-Baiting? Ne, warum? Wenn ich viel zu schnell, wenn ich einfach rasen will, der mich jetzt blitzt mit 311 kmh und ich dann einfach nicht anhalten will. Ah, das ist doch kein Cop-Baiting. Cop-Baiting ist, wenn ich zu einem Cop hinfahre, ihn anmaul und sag, ey du Piss-Quinn, fahr mir jetzt nach oder so. Aber wenn ich hier herumglühe wie so ein Idiot, kann ich das machen. Und mein Problem. Oh. Ist doch keiner hinter mir im Moment. Aua. No. NOS wäre stabil also um ehrlich zu sein NOS ist wirklich für sorry dass ich es sage aber NOS ist für Muschis das ist sowas Oberbauer dass also mit NOS wegkommen ist wirklich also vor allem wenn du so ein Hypercar hast und NOS verwendest das ist halt so easy das ist wirklich für Muschis it's no shit also ich würde mich eher stellen als dass ich mit NOS irgendwo mit nem Hypercar das reinbrieche for real das ist einfach nur los da hab ich schon ein Verfolgungspartner aber du machst es damit sie mich verfolgen nö ich machs weil ich Spaß handel ich sag ja ich provoziere ja keinen ich fahre immer nur deppert in der gehen das brauchen wir nicht diskutieren aber dann ist es ja rein theoretisch auch copbaiting wenn man bei mir in der Verkehrskontrolle mit 300 vorbeiglüht ist ja genauso also um dem her Diskussion beendet ich muss mich sowieso einmal dran gewöhnen Digga in der Mitte Alter ich muss vielleicht noch Streamer Mode reinmachen kann ich die Musik jetzt hören oder nicht mehr keine Musik mehr Fensterscheibe ist direkt schon wieder im Fensterscheibe ist schon wieder direkt im Arsch dröhnen die Kacke also es ist für mich eher copbaiting wenn ich zum Juve gehe und eine Vitrine aufmache und wegfahre und warte auf die Cops fahre ich lieber deppert in der Straße rum da ist ein Renner da haben wir noch 3 Bruder ich denke was für ein scheiß Assi mit seinem 1.7 Ding ah die Blitzerrechnungen die werden mich am Ende des Tages werden die mich noch killen Alter sag ich so sag ich so wie gut sag ich so Sand warum ich so oft tanken gehe und damit ich einen vollen tank habe wenn ich länger in der verfolgungsjagd stecke und hänge dann ist immer gut wenn ich einen maximalen tank habe ich habe sogar eine highspeed unit hinter mir ich habe keine ahnung wo ich die gerade aufgabelt habe das ist so Ich habe noch nicht mehr geholfen. Als Gopra, dann geben wir mal Gas, oder? Gleich was du kann. Auf ne Fähre geile Verfolgungssack dahinten. Im Schnee ist halt so wild fahren, ne? Ja. Ja, komm schon. Ja, komm schon. Das heißt, wir werden einmal ein bisschen Gas geben. So Jungs, jetzt geben wir Gas. 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 Da ist rum, der Nebel. Juhu! Jetzt ist die A1 auch schon hinten am Arsch. Oh, ich habe die A1 hinten am Arsch. Gar kein Bock auf die A1. Ich glaube, die Autos habe ich alle abgehängt. Ich brauche mal eine Tanke. Ich meine, aber ich habe noch einen Hubschrauber hinten. Ja, ich habe die A1 hinten dran. Ich habe anche einen Hubschrauber. Und ich habe auch einen Hubschrauber. Das größte Problem ist die A1. Die ist richtig schnell jetzt. Die kommt mir easy hinterher. Die ist richtig schnell. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für real. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich selber betitle mich nicht als kranker Fahrer, aber ich... Ich fahre stabil seit heute. Die R1 hat ein Software-Update bekommen, jo. Aber eigentlich eher das Konter gegen den... Gegen den Schmutzhädiger, gegen den Volatis. Weiter geht's. Mathe-Pitte dienen aus dem Leben, Alter. Ich glaube, da ist jemand verunfallt. Ich nehme einen Kanister, nehme ich noch mit. Kanister backe ich mir noch ein. Ich nehme noch Miete auf die Reise. Ach komm, jetzt zeigt er mir... Ich kriege jetzt kein Kanister von dir, Tankstelle. Verarschen. Die Tankstelle hat mir kein Kanister aus dem Blühstück. weiter geht's. Ah. Ich hab schon wieder Gesellschaft, Freunde. Ey, warum hat denn die Tankstelle gerade herumgespackt, Alter? Ich kriege mich gerade übel aus. Okay, da haben wir den nächsten. Das heißt, wir haben schon zwei Officer ausgeschalten, oder? Ich schätze, zwei Officer haben wir ausgeschalten. Und wieder zurück, Freunde. Ich hab die Air One wieder hinten dran, ne? Aber die kann ich mir so viel Tank haben. Ist da vorne wieder ein Unfall passiert? Tschüss, Herr Officer. Kommt voraus. Ich will eigentlich nur die Air One ärgern. Ich will eigentlich nur die Air One ärgern. Das ist ein Taurus, den ich da hinten dran hab. Ich glaub, da hinten ist auch eine Unterführung. Ich glaub, da hinten ist auch eine Unterführung. Ich glaub ich in die Richtung fahr, hab ich auch eine Unterführung. die Air One hoch über mir. Gehen wir mal wieder, oder? Wo fahren wir denn hin? Wo fahren wir denn hin? Wo fahren wir denn hin? Also, ich verunfalle öfters mit... Oh, jetzt hab ich die High Speed Unit hinten dran. Da ist ein Ford Mustang. Jetzt hab ich eine Air One, eine High Speed Unit. Alter, ich bin gespannt, ob ich die alle weg krieg, ne? Ja. For real jetzt. Also, Air One plus High Speed Unit wird ne miese Kombi. Ich muss jetzt richtig schwitzen. For real, chat, jetzt muss ich schwitzen. Ich muss jetzt mal die Air One verlieren. Ich muss jetzt mal die Air One verlieren. Das wird jetzt für wilde Kombi, Alter. Wenn sie zumachen wollten, na? Wollt mal zumachen. Maximo, da? Alter, da hat er gerade Sandro 100 Euro gedonnert. Okay, die R1 haben wir nicht, sind wir nicht losfahren. Das heißt aber, dass das PD richtig zu kämpfen hat mit mir, wenn die mit der R1 mich verfolgen. Eigentlich ist es ja nicht für Verfolgungsjagden gedacht. Ich nehme es mal als Kompliment. So, jetzt gehen wir schwitzen, Jungs. Ich werde die scheiß R1, wäre ich nicht los. Entweder ich gehe jetzt so schnell fahren oder ich gehe jetzt wieder irgendwo Deppertunnel fahren. Das war jetzt ein dummer Scheißfehler. Ich frage mich nur, wieviel Tank die R1 hat. Okay, ich gehe Highway fahren. Die Einblende kommt leider nicht. Ich gehe auch. Ich nehme das über am Tag. Und das ist weg, ich gehe hier. Und das ist weg. Ich gehe hier raus. Abgehängt! Abgehängt! Mach jetzt nicht den Motor an, passt. Okay, warum kommt die Einblende gerade nicht von Sandro, das ärgert mich. Un regalo per te, was, per te, la, tua principessa per Natale. Hab euch lieb. Ich muss ja mal rein, ich muss ja mal schon Google übersetzen, warte mal. Warte mal, italienisch, deutsch, Übersetzer, ein Geschenk für Sie und Ihre Prinzessin zu Weihnachten. Kuss, Sandro, Kuss und ganz, ganz, ganz viele liebe Grüße, Dankeschön, Dankeschön, lieber Sandro, da werden sich wie wie mein Schatz und ich freuen. Auf jeden Fall. Dankeschön. Ich baue jetzt wirklich eine Tanke, verzeihe mir, falls die Einblende nicht kommt, die funktioniert normal. Ach du Kacke. Okay, Sandro hat bei meiner Freundin auch gerade noch was überwiesen. Also er hat gerade insgesamt hier 200 Euro, ich sag jetzt bewusst uns hier, donated. Sorry, dass ich gerade so leise rede. Ich muss mich gerade echt konzentrieren, damit ich das PD höre. Alter, macht einen riesen Herzregen bitte für Sandro rein. Der hat hier gerade insgesamt hier on-stream und off-stream 200 Euro donated. Herzlichen, herzlichen Dank. Machst einen riesen Herzregen bitte. Alter, 100 Euro mir und 100 Euro ihr her. Herzlichen, herzlichen Dank. Schatz, mit dem gehen wir gut essen. Und ja, Chat, ich bin mit dir zusammen. Ja, bin ich. Sie ist meine Freundin. Also Finger weg. Ah stimmt, da könnte ich jetzt schauen. Da könnte ich jetzt schauen, ob ich einen Kanister finde. Aber ich weiß nur nicht, warum die Scheiß-Einblende gerade nicht geht. Ja, keine Ahnung. Wird schon noch gehen irgendwann. Was für Leak, Freunde. So, es wäre jetzt eigentlich perfekt. Ich denke, es wäre jetzt mal perfekt. Das waren jetzt zwei aufregende Verfolgungsjagden. Das ist jetzt eigentlich perfekt. Oh ne, ich habe schon wieder wen hinter mir. Ich wollte gerade sagen, es wäre gerade perfekt eigentlich abzubrechen. Aber ich habe gerade doch noch die Kacke hinter mir. Ja, dann bringen wir es hinter uns, mein Freund. Dann bringen wir es hinter uns, mein Freund. Ich konnte gar nicht mehr, dann bin ich nicht. Du kannst gar nicht mehr auf den anderen Kacke schauen. Und du kannst gar nicht mehr, dann können wir es überstehen. Und du kannst gar nicht mehr, wenn du vielleicht erst mal bist. Also, ich habe das letzte Dacia-Einblende. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, ich habe sie abgehängt. Wo wäre das sicherste Ort zum Unterbrauchen? Ich glaube, ich habe sie abgehängt. Ich habe sie abgehängt wieder. Wenn nicht, scheiße, dann muss ich wieder weitermachen. Da vorne ist ein Officer. Dann gehe ich jetzt gezielt aus dem Weg. Ich will jetzt eigentlich keinen Stress mehr haben. Ich will jetzt einfach nur mehr einparken. Oder Autohaus runter. Aber es ist eigentlich das sicherste, das wir dazu brauchen. Dumm wie es klingt. Oder schaut. Ich glaube, ich habe sie hinter mir. Ich glaube, ich glaube, ich habe sie abgehängt. Ich glaube, ich habe sie abgehängt. Ich glaube, ich habe sie abgehängt. ich wollte gerade sagen warum kommen jetzt die leute um es ist doch schon länger öffentlich passt verfolgungsjagden sind wir durch ich werde noch mein auto als gestohlen melden beim lpd und dann war es das fünf alle freunde wir haben 50 likes geschafft auf den stream 50 likes da geht noch mal ein cj raus holy macaroni alter aber ich muss es dann jetzt gestohlen werden muss ich gar nicht ey alter wie geil passt dann werde ich char switchen so jetzt gehe ich noch auf dem willi oder so mit vollbaut jetzt irgendwie noch auf dem willi wobei ich habe jetzt gar nicht geschaut ob das fd noch da ist na thank you for the sunshine und so höre ich nur über die kopfhörer die ist tot leise einzige was man hört sind die seiten wenn ich sie rein strumme bevor ich jetzt wieder wieder reinschreibe black screen ich mache schon wieder bild wenn willi da ist ist das fd da ich gehe mal rein als willi ich hoffe dass die noch da sind kann ich direkt da schon nachschauen afd ist noch da ja perfekt alles easy gott was mache ich am hausdach mit dem willi himmels willen ich bin nicht der klein der tabara ich möchte mich mal im dienst bevor sie aufgehen welcher funk was war schnell für ein funk für das fd 5 lasst mich schauen lasst mich schauen auf rlo und kanäle hauptfunk amr auf sieben oder also auf neun oder acht ich gehe mal auf acht also ich bin noch off duty ein snowboard irgendein scheiß da jungen telefonnummer glaube ich auch nicht na 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 ist der franz vielleicht da franzi worauf freut ihr euch mehr weihnachten oder silvester bei mir ehrlich gesagt silvester wie lange wir schon zusammen sind bald ein jahr tatsächlich schon bald ein jahr franzi ist auch nicht da also im moment also anfang nächsten jahres ist es schon ein jahr krass wie die zeit vergeht ja aber aber ich würde sagen ich freut mich aber ich würde sagen ich freut mich ich finde weihnachten wunderschön aber ich freue mich auf silvester mehr hat spezielle gründe also vom festlichen her silvester mag ich nicht ich kläre euch auf so wenn es jetzt kein persönliche notet würde ich mich auf weihnachten mehr freuen ähm ähm ah der g-stil doch mehr gar so gesehen würde ich mich auf weihnachten mehr freuen definitiv aber dadurch dass ich mein mein schatz in silvester wieder sehe freue ich mich auf silvester mehr auch von dem her ja der willi rennt alter muss wieder streamer mode rein machen aber feuerwerk bin ich kein fan von muss ich jetzt ehrlich ich schieße selber nicht und mich interessiert das auch eher ein weniger also das ganze feuerwerk und so und ich feier silvestert auch nicht großartig das war ich nie aber ja ich freue mich einfach nur auf den neujahrstag so wie es ist aber so von der festivität her freue ich mich mehr auf weihnachten weil weihnachten bedeutet mir einfach viel mehr aber dieses jahr ist silvester ganz besonders so voller kanüle ausrüstung das fd ist leer die sind wahrscheinlich auf einsätzen fd 50s 10 8 wo seid ihr denn alle ja der wolfgang ist zum beispiel beim ocean zubereitschaft und das fd 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 Wie viele getan? Ich habe vier. Vier getan habe ich und... Ja, drei davon... Ja, vier habe ich. Drei davon... Hey, da welche einen Tee hast du geholt? Drei davon sind... Ich habe die sechs oder sieben Tee und Lack. Die eine ist meine erste Gitarre. Die ist aber günstig und reicht aus, sage ich einmal. Die... Und die anderen drei sind alles professionelle, teure, gute Gitarren. Aber jetzt schon langsam merke ich, wie das Kreuz... Also jetzt nach zehn Stunden Stream merke ich, wie das Kreuz schon langsam anfängt. Also jetzt merke ich, das ist heftig. Frage, soll ich ein paar Taucher erstmal zusammenstellen? Einfach. Ich habe noch zwei Klicks. Was ich da? Gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin schon zu alt dafür. Meist ja eigentlich war ich da beim FDI, ich bin ja beim AWR. Ja, dann musst du es mal, ich gebe da schon Bescheid. Entschuldigung, könnte man ein bisschen Punktdisziplin, das nervt mich echt in meinem Ohr. Direkter Anschluss kriegt er da. Devin, danke für den Euro und Devin nochmal mit 8 Euro, danke schön. Wolfgang, hast du gerade Zeit? Ja. Kommst du einmal runter zum CT, bitte? Positiv. Er zockt das Patch wieder hoch. Ich bin jetzt die Patienten, die Größe übernehme, drehe ich nebenbei. Er ist in der Rettungsstätte drauf, die er hat ausgedrückt. Ich bin tot. Ich bin smertend. Braucht ihr mich hier? Ja, gehe super mit ihm. Super. Wir kriegen jetzt die ganze Zeit bewusst, wo sie hingeschmissen. Wenn du dich so weiter kümmern könntest, wie du kannst, wäre top. Okay. Ja, der nächste. Was ist denn hier passiert? Die sind schnell umgefahren. Okay, okay. Der ist schon erst versorgt. Genau, der ist schon erst versorgt. Die holen jetzt erstmal alle wieder und kriegen so ein Schmerzmedikament. Blutungen eventuell stopfen. Und dann die nächsten. Er hat fanden das an der Stelle. CT belegt. Dankeschön für 9 Euro, lieber Devin. Cap 2 für Ambulance 2. Hört ich. Soll ich auch anfahren oder... Positiv, Sammelstelle. Die wäre genau wo? Dispatch. 807, 7, 2, 5-fach. Ja, Tempo. Ich muss mal durchgucken, welche IT es... Okay. Ich schau, wenn ich den jetzt auch habe, dass ich meine erstmal rausnehme. Dafür wird es übergift bekommen. Okay. So ein Adrenalin. Feuer! Air Rescue 151. JJ, kannst du aktuell vertragen, verklappt tragen, rausholen? Ähm. So. Nicht erschrecken, die Rettung. Ich bin jetzt aktuell kurz nach vier Seiten, Mario. Stand clear. Achtung, Schock! Schock advised. Ich nehme jetzt einmal, wenn die Maske runter ist, besser atme. Stand clear. Push to shock. Ich mach mal aktuell 5. Merk, zappt's ja nicht. LFD! Oh, ups. Oh! Lieutenant 2, FD1. Wie viele Schmerzen habt ihr, oder haben sie irgendwo? Welche hast du jetzt verholt? Linkes Bein komplett. Sind es bisher alle Mäftigte eingeschraubt, ich nehme auch nach und nach die Dispatches raus. Oh, meine Brust! Äh, drei, zwei hast du also jetzt noch eine Stimme. Sie können mich hören. Ja, das hat von meiner Brust schon weh. Ja, das liegt daran, weil wir gerade eine Wiederbelebungsmaßnahme bei Ihnen eingeleitet haben. Welche? Wir haben gerade bei Ihnen CPR gemacht, das drückt ziemlich am Brustkrab. Aber Sie sind wieder bei uns, das ist die Hauptsache. Bleiben Sie am besten ganz ruhig, Sie bekommen jetzt mal Adrenalin intravenös verabreicht. Ich habe auch schon zu und je kenne Sie da bei so einem Schmerzmutter vor Ihnen einen Zugang. 50 Dollar zu. So. Handt ihr einmal Ihre Versicherungsmache für mich. 631. So. Ja, ja, Achtung. Ich kann Ihnen mal aufhelfen auf die Trag. Okay. Auf drei. Eins. Und wieder einer. Ich konnte nicht bremsen. Drei. Da ist mir das Bein weggeknickt. Aber kommen Sie her. Und dann war du gleich. Oh, krass. Super. Ich lege Ihnen da dieses Sackerl damit. Da ist nämlich die Füllung nicht sicher noch. Wenn Sie irgendwas haben, dann schreien Sie. Sobald es wirkt, helfe Ihnen auf die Trag drauf. Soll ich denn nicht? Ich ziehe dann gleich erstmal einen. Alles klar. Ja, es wäre super, Willi. Der sollte gleich wirken. Wenn ich da eine Gitarre spiele, können wir gerne über Gitarre philosophieren, Leute. Können wir uns Zeit nehmen für die Gitarre auch. Dann bringe ich die Trag und muss ein bisschen steckerer. Dann muss ich nicht so weit. Haben die Kollegen vom AMR-Wert bei uns einen Dispatcher rausgenommen? Zehn Stunden live, ja. Aber Arsch und Kreuz. Ah, Digga. Töpkens versuchen. Okay. Machen wir es auf drei. Eins, zwei, zwei, drei. Die Animationen ein. Und vorsichtig rüber. Kein Medi-Kid. Wenn wir ihn ein bisschen weiter hoch sind, kriegen sie so eine Thermodecke drauf. Kollege. Jo. Hast du für mich noch Aufsätze? Also für den Großjoker, diese Klebeplatten? Sind wir ausgegangen. Das ist das KID. Ich war so schnell jetzt im Stressdienst. Ich habe vergessen, neue Leinpacken. Alles gut. Hast du vielleicht noch was in der Ambulanz? Hatte ich schon mal ververrungen. Taube nicht. Kommt die nächste Semblers an? Was klickst du denn? Alles gut. Genau, dann kriegen sie jetzt erst mal so eine... Wieso alle von dir? Kennen Sie ja zwei Geschickte? Ich habe noch vier Kilometer. Alles gleich auf deine Ambulanz, das Buchstück. Das ist die Pizzeria, ja. Ja. Ja, klar. Stand clear. Push to shock. Schock! Ich kann ein bisschen kurz versichern, dass du mal den Namen. Ningen Sie sich am Boden? Hören Sie die Ruhe? Alles wird gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo haben Sie denn Schmerzen? Hören Sie mich? Ja. Okay. Überall. Überall. Was ist denn passiert? Oh, ich glaube, ich bin voll auf den Stein geklatscht. So, ich nehme Ihnen einmal Ihre Kopfbedeckung ab, dass Sie besser Luft kriegen. Nennen Sie mich? Gut. So, ich werde Ihnen ein bisschen den Ärmel aufkrempeln und werde Ihnen einmal Adrenalin intravenös verabreichen. Kann kurz pieksen, aber es ist nicht schlimm, ist nur zu Ihrem Besten. Captain Tuchner, FD-14. Hörtlich. Von Homeland kommt keiner, also ich warte hier schon sehr lange. So. Was soll ich tun? Stehen die mitten auf der Straße, oder? Nee, also es ist auf der Straße, aber nicht mit. So, ich helfe Ihnen einmal auf die Trage, okay? Dann spär es ab und dann im Rollenzen hoch hier. Eins, zwei, drei. Entschuldigung. Tata hat die drei, eins, zwei. Wir bringen sie jetzt mal. So. Ich bin mein Besten, dann immer die Dichter zu. Oh, ich vorkommen. In der Linken liegt noch einer im Kram, da. Boah, das macht man hier in die Dächt. So, hopp. Gut. Hallo. Da liegt jemand im Graben. Ja, da oben, wo der Baum ist, wo die Steine sind. Sehen Sie das? Warte, ich schau mal. Ich möchte jetzt hier im Kopf, dass er sehen wird. Liegt noch einer im Graben? Steine? Stehe ich gerade niemanden? Ich sehe nur einen Schlitten da. Ich sehe hier niemanden. Direkt auf meiner Höhe. Wenn Sie jetzt nach links gucken. Ja. Zwischen dem zweiten Busch links und zwischen dem Baum bei dem Stein. Da liegt einer. Liegt irgendwie niemand. Okay, dann keine Ahnung. Hm. Hier muss jetzt einfach streiten. Dann, Captain, habt ihr die 504 schon? Ich bin am Abkehren. Moment. Haben Sie einmal einen Namen und Versicherungstummer für mich? Ah, ja. Brian Galanes. Aber ich habe kein Ding mehr. 6-0. Brauche ich da Medikid? Was sind die nächste Feuerwehr? LRFD für Medical Director. Da könnte ich den... Da bringe ich ihn am Medikid, ja. Schmerzmittel? Brauchen wir es oder was? Ja. Okay, wenn ich ihn einmal in Zugang kriege, so ein Schmerzmedikament, ja? Willi, brauchst du noch Aufsätze? Ich brauche noch Aufsätze, ja. Okay. Die Patienten, bei welcher kein Name, aber bereits Status Zivilist eingetragen wurde, sind die bereits gebucht. Und wenn der Nuboname ist. Nuboname ist. Er hat den Vor. Ja, und da wo Zivilist ist, das sind die, die wir einfach noch schon weggeholt haben. Eminenz 2, 1097. Spizzeria, einen Ausflug macht. Chaos. Zugang. Sind irgendwelche Unverträglichkeiten bekannt? Stand clear. Push to shock. Schock. Patient wieder bei mir. Hallo. Grüße. Herr Kollege. Da kannst du dir noch bloßen für mich. Mich noch Aufsätze für den BV. Ja. Kommst du mal mit. Kommst du mal mit. Hier bei mir in der Ambulance. Warten, spring jetzt mal die her. Ja, ich muss den Patienten da erst versorgen. Naja, warte, dann gebe ich ihm welche. Längstens mal nebenhin. Schöpft sich Durant? So, ich nehme Ihnen nochmal die Kopfbedeckung auf. Will ich kurz kurz rüber? Ja, danke schön. Überall. Arme, Beine, Brustkopf. Dankeschön. Dankeschön. Das reicht. Jo. Ich werde Ihnen jetzt intravenös, werde ich Ihnen jetzt ein Adrenalin verabreichen. Vielleicht kurz den Ärmel hochkrempeln. Wo haben Sie denn Schmerzen? Boah, mein rechtes Bein. Das Bein. Das tut richtig weh. Das war schon mal 30 Sekunden. Das soll jetzt schon mal besser werden. Und pack ich Sie auch mal hier in so eine Thermodecke ein, dass ich mich nicht auskriege. So. Dankeschön. Achtung, das kann kurz piksen. So, Peter, was? Die zwei, die dann noch liegen. Ja. Dass du die mit denen mal anfängst. So. Okay. Es dauert noch welche. So, ich helfe Ihnen auf die Trage. Eins, zwei, drei. Ja, die sind zu weit. Alle. So. So, ich bring's ein bisschen her, Willi. Schaut da. So, bring mal drauf. So, und hopp. Äh, wir hatten das mit dem Kopf von der Funktion und 4. Die soll wohl an der Sammelstelle schon liegen. Hopp. Liegen. Ja, wir haben ja noch zwei. Ich muss kurz mal. Obwohl, negativ. Die liegt ein bisschen weiter den Berg hoch. Engine Top Harald. Sie müssen sich wie in der Formel 1 drauflegen. Da gibt's ja so schöne Aktionen. Wunderbar. Mach ich sofort. Die 504 fehlt nur noch. Warte mal. Ich denke, der müsste weg, dass ich hier noch animieren kann. Genau, ich tue den mal hier auf der Seite auf die Trage. Achtung, Abstand halten. Versicherungs-ID. Schock advised. Abbreche. Schock. Cardamo. Stand clear. Nicht durchgegangen. Äh, Nummer... Schock. 899. Das ist die Physik. Hören Sie mich. Blödsinn, blödsinn, blödsinn. Äh, 405. Hören Sie mich daher. Ja, ich kann sie hören, ja. Gut, gut, gut. Ich nehme Ihnen einmal Ihre Maske. Aber ich falle, ich falle. Oh Gott. Das ist schon mein Gesicht. Hallo, der Herr. Okay. Ich falle. Ich habe Kopfschmerzen. Achtung, die Zigarette nehme ich Ihnen noch mal raus. Was haben Sie da eingeschmissen? 637, die haben wir auch noch nicht, oder? Was ist die Speizwettel haben? Doch, 637 haben wir schon. Wir haben jetzt auch die 0, äh, 504. Ja, dann haben wir alle. Werden Sie denn noch mal intravenös, werde ich Ihnen Adrenalin verabreichen. Das kann ein bisschen piksen am Unterarm. Aktuell noch nicht da. Oh Gott, es geht. So. Oh, ich bin gefallen. Käpt'n du von FD-14? Ich bin gesprungen. Ihre Beine hat es ein bisschen... Gött. Fuck you, Wesen. Ich werde Ihnen aufhelfen auf die Trage, okay? Es ist immer noch keiner da. Es ist jetzt hergekommen und dementsprechend bin ich jetzt noch 5 bis 10 Minuten gebunden. Fertig machen. Okay. So, dran. So. Danke, Kollege. Ja, bitte, bitte. Passt. Warum müssen die Schmerzen? Oh Gott, die Lieben denn da? Geh mir rechten Bein. So, ich reanimieren. Ja, alles gut. Die Not, die Kollegen müssen ein Stück beiseite gehen. Oha. Alles klar. So, ich helfe Ihnen kurz. Auf 3, 1. Hattie Date. Das Handy legens weg. Ei, ei, Schiff. Ich habe nichts verloren. Oh, boah. So. Oh, wo ist mein Schlitten? Mein Schlitten? Keine Ahnung, wo sie den... Ich glaube, der liegt irgendwo hier im Wald. Ah, verbrennt den Scheißdreck. Wunderbar, danke schön. Holt mal bitte noch eine Frage. Ich mail mich mal beim LAPD mit den zwei letzten Personen, ne? Ja. Ich habe über dieses Bitches gar nicht reingeschüttet. Ja, ich gucke gerade rüber. Alles gut, ich gucke schon. So, Herr McWazel. Fuck you, Wazel. Ich habe Ihnen gerade Ihren Ausweis hier aus Ihrer Hosentasche genommen. Herr McWazel. Oh, was geht, Willi? Oh, fuck you, Wazel. Oh, fuck you, Willi. Oh, wir werden Sie heute wieder zusammenflicken. Oh, kriege ich jetzt ein Holzbein? Siehst du so aus, dann wie eine Krücke. Ah, ich bin eine Krücke. Ich stecke Ihnen mal Ihren Ausweis wieder in die Hose, wo er war, ja? Ja. Oh, bitte schubs mir hier nicht runter. Ne, ne, ja. Sehr gut, war das große Beläse. Dann gehst du ein zweites Mal Schlitten fahren. Oh, ich gehe nie wieder Schlitten fahren. Junge, ich bin gegen Bau und Knall. Alles klar, vielen Dank. Dann gute Besserung. Tschö. Wo bringen wir die hin? Richtung Ocean. Soll ich schon mal jemanden... Bitte mal alle flüstern, danke. Ähm, okay. Auswertbar, oder? Ja, wir machen nochmal kurz einen Check, wie wer so stark verletzt ist und dann bringen wir die, die am stärksten verletzt sind, als erstes weg. Super, ich warte dann auf dein Kommando, ja? Jupp. Mach das nicht. So nach dem FD-Stream, ich würde sagen, so gegen Viertel, Viertel zwölf, werde ich dann die Gitarre holen und da werden wir dann noch die restliche Zeit jammern. Das Ding ist, ähm, ich habe mir zum Weihnachten selber eine neue Gitarre gekauft und die will ich euch ja zeigen, das habe ich euch ja gesagt, weil die anderen kennt sie ja, aber diese neue, die ich über alles feiere und liebe, die will ich euch dann zeigen. Ihr dürft es denn sagen, ob sie gut klingt oder nicht. Ich kann euch dann ein bisschen auch zeigen, können wir über Gitarren nerden, ist mir egal, aber ich kann euch dann auch zeigen, so ein bisschen Sound einstellen, Plug-in, whatever, wenn euch das interessiert. Ich will ein bisschen Morphium. Das knallt so schön. Morphium? Das müssen wir mal abklären. Muss ich mal anfangen. Konda geht sich heute nicht mehr aus. Das klingt dumm, aber Konda geht sich heute nicht mehr aus. Man muss bedenken, ich muss den Stream um drei Viertel muss ich den beenden, weil ich will nicht, dass er abbricht. Das heißt, ich muss um 11.55 irgendwas, also 11.50 Stunden dann so und den muss ich dann beenden. Aber 15.55 bricht er ab. Das will ich nicht. Also ja, es wird ein 11. 11.75 Stunden Stream. Aber es ist einfach nicht. Ich will dich doch, wenn Sie es mir nachgehen. Am FFD? Ich rück mich jetzt noch nicht hoch. Okay. Alter, das Kreuz. Jetzt ist es dann schon wild. Am R für FD. Am R. Freunde, tut es mir leid, ich muss kurz aufständiger. Ja. Oh. Also bis vor zwei Stunden oder bis vor einer Stunde ging es gerade. Ich habe kein aber jetzt verstrecken. Ja. Okay, also du musst noch fünf Stunden durchgehend am PC sitzen. Ja. Uiuiuiuiuiuiui. Alles klar. Perfekt. Der Stream bricht nicht ab, aber es wird einfach nicht mehr verfügbar sein im Nachhinein. Ja, noch besser, oder? Noch besser. Oh, ich muss was trinken. War so nicht geplant. Marc? Oh, ich fahr nicht wieder schnitten. Okay. Äh, die VKUs. Hast du die angeboten? Okay. Okay. Okay, dann schau doch mal durch. Ich schau mal, ob wir sitzen, je nachdem, wenn wir eventuell im Bus sind. Ja. Deswegen Chat, dass das nicht passiert, wenn wir ihn einfach so planen und einteilen, dass ich kurz davor aufhöre, dass der Stream ohne Unterbrechung nachgeschaut werden kann. So, der Tiger bewegt sich nicht, das liegt daran, weil ich gerade im Zimmer herumgehangen bin, weil nach 10,5 Stunden schon mein Kreuzabellahmen bei Anspruch ist. Ich wurde nur zugedröhnt. Das Zeug knallt echt böser, wird so am Arm kuschelig. Ich kann dir noch sagen, wir haben noch welche Dinger, die beamen, die sind nochmal wirklich weg. Ich glaube, ich brauche das. Morgen auf Arbeit, ich werde so K.O. sein. Man muss ja morgen wieder um halb 8 aufstehen, arbeiten, ab 12 Stunden streamen. Das war ein einmaliges Erlebnis, Freunde. Ist jetzt mir dann sicher auch nicht böse, wenn ich danach mal ein paar Tage vielleicht mit Pause nehme. Vielleicht so ein, zwei, drei Tage. Entschuldigung. Mal schauen. Das war wirklich heftig. Ich bin der Waisel, hallo. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Ich habe Morphium bekommen. Wären die Schmerzen schon besser? Ja. Okay. Es kickt gleich rein. Oder kickt jetzt schon rein. Gehen wir nochmal eine Runde Schlitten fahren. Wäre, glaube ich, keine gute Idee. Ja, Bibi. Aber macht High sicher doppelt so viel Spaß. Ich wollte sagen, heute, glaube ich, keine gute Idee mehr. Ich glaube, heute fährt keiner von euch mehr Schlitten. Ich habe eine Idee. Wir stellen sie mit der Trage oben rauf und schieben sie runter. Ist fast wie Schlittenfahren. Ja. Das habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Es gibt immer ein erstes Mal. Und alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Hat zwei, genau. Und mein Leben kommt mir kürzer vor als die Beine von einem Dackel. Geil. Jörg. Hast du gerade Luft, dich mit einem Mechanikern auseinanderzusetzen? Dackel? Mit einer Löwenmähne. Ja. Der aussieht wie ein Rottweiler. Perfekt. Angeschaft gewollt. Zumal. ...Sans. Barb wollte gerade anrufen. Da ist keine hingegangen. Mhm. Einfach. Okay. Danke. Hallo! VKU mit Überschlag, Walmart brennend Büsche, Walmart APD Heli, Sammelsteller, Überschlag. Kennst du Bruce Springsteen? Ja klar, alte Legende, Musikerlegende. Was für Tofu-Steak? Er sagt, er wurde nicht angerufen. Die Dispatch wurde uns gut gerannt. Fahrt da einer hin? Ist besonders eklig. Willi, bist du Veganer? Was? Bist du Veganer? Was ist Veganer? Na gut, dann nicht, nein. Was ist dieser Veganer? Kann man das essen? Ist das eine Form von Essen? Dann isst du den Tieren dein Essen weg. Nein, den Tieren ihr Essen. Macht doch gar keinen Sinn. Nein, eben. Warum sollte man seinem Essen das Essen wegessen? Kannst du mit dem Panzer verkämmen machen? Wir haben sieben Stück liegend. Ja. Ja. Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Genau. Habt ihr eine Landezone dort? Will ich nachher noch Traubenzucker-Lutscher, wenn ich geh? Ich glaub, Krizel doch auch noch. Ihnen ist alles in Ordnung. Mein Bein tut weh. Aber sonst ja. Okay, ja, das wird im Krankenhaus behandelt. Ihnen geht's gut? Ja, den Umständen entsprechend. Umständen entsprechend. Gut. Bei Ihnen an. Hier ist kalt. Halt, warten Sie mal. Ich geb Ihnen ne Decke. Ich hab heute den Weihnachtsmann getroffen, Mann. Du musst aufpassen, Chris. Der ist fast ein bisschen Schneegeschirr. Ja, ich kann nix dafür. Bei euch alles gut soweit, ja? Ich glaub, ich muss das noch mal sagen, dass ich versuche... Ich leg Ihnen noch nochmal so eine Goldfoliendecke drüber. Gut. Ah. Vielen Dank. Ja, na? Wie sieht's bei Ihnen aus? Ist soweit, alles okay. Aber mir wird troffs der Decke langsam ein bisschen kalt. Ja, die Welt geht los. Schon besser, danke. Danke. Ja, wir sehen aus wie du. Ja, mein Bein tut weh. Ich hab Angst, dass Jungen das spürzt. Bring mir dich zum Lachen, was du willst. Super, Dankeschön. So. Ich glaub, ich hab einen Affen gesehen. Ich glaub, die schmerzen mir dann knallen anders an. Ja. Ich glaub, die schmerzen mir dann knallen anders an. Nee, Bruder, da liegt der. Bringt mich doch nicht zu. So, ich hab's jetzt mit der Goldfolie eingebaut. Wie geht's Ihnen an? Wie geht's Ihnen an? Wie geht's Ihnen an? Wie geht's Ihnen an? Ja, du bist Gold natürlich. Oh, Goldfolie. Schmerzmittel wirklich. Okay, gut. Bei Ihnen alles in Ordnung? Dann will ich einen Diamant holen. Ja, ja, ja. Sie konnten schon ihr Handy bedienen. So schlecht kann es Ihnen ja nicht gehen. Ja, bestens. Weiß ich. Captain 251? Ja. Heißt er das? Ey, Billy. Was ist los? Geben wir nachher Katzenstreicheln. Nee, keine Ahnung. Ich war eigentlich die ganze Zeit hier bei dem Katzenstreicheln. Kürtig. Mh. Wo willst du denn Katzenstreicheln? Ja, mach ruhig. Im Katzencafé, Mann. Laufen so kleine Tiger rum. Schöne Tiere. Und ein kleiner Jaguar ist auch dabei. Aber der ist grün. Schau, dass du mal gesund wirst. Der Herr... Ich muss gucken, dass ich nüchtern wäre, Mann. Sie sind das, okay. Dann nehme ich Sie nämlich einmal mit. Ich bringe Sie dann schon mal ins Ocean. Ich würde sie einmal an einer Tage festmachen. Genau. So, Billy. Rest versorgt, oder? Ich bin noch mal alle durchgegangen. Und passt soweit. Zwei waren kalt. Die haben noch eine Goldfolie bekommen. Mhm. Okay. Wunderbar. So, gut. Genau. Ihr bleibt hier bei denen, falls wir noch was brauchen. Und mit dem Hades machen wir dann einen Panelverkehr. Fliegen hin und her dann. Bei den Witterungsverhältnissen ist es wahrscheinlich besser zu fliegen, wie jetzt hier mit der Ambulance rum zu fliegen. Ja, deswegen. Wir machen das jetzt mit drei Hades. Machen wir jetzt einen Panelverkehr. Okay, wir fliegen jetzt alle mit Hubschrauber weg. Genau. Wir sind jetzt nach und nach. Bringen wir die jetzt mit Hades in ins Ocean. Ja, was bist denn du für eine Süße? So. Hier ist eine Katze. Äh. Das kannst du. Du. Was kommt nicht starten? Ja, Mutzi Katze. Süß. Ach du Mutzi Katze. Da kommt ein Hubschrauber. Ja, dann bleib du auch hier. Ja. 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 Oh. Gott, was ich da hab? Was ist denn mit der Katze? Dann wird sie streicheeln. Beide suüss du bist doch mal. Ich bin ein poppelig. Die ist schon ein bisschen dick. Gut genähert, ja. Hallo? So, ich leg sie wieder hin. Ja woh, ist ja auch hinterher ne? Ah. Okay. ist was zu essen brauchen sie irgendwas alles gut so gleiche frage bei ihnen soweit alles okay so weit alles okay das ist gut wenn was ist einfach laut schreien schauen wir wie die leuchten in der nacht noch mal rot ich glaube die beiden roten sind jetzt eben gerade in der rescue schon mit ich weiß jetzt selber nicht ich habe jetzt keine organisation gemacht müssen wir mal kurz mal nachfragen wer die herren sind die hier noch liegen wo liegt denn der herr rick neben mir jawohl ja dann nehme ich sie gleich charmant so jetzt jawohl jawohl und schön dunkel jetzt wieder probieren wir die bei ihnen soweit alles gut ja soweit okay wenn was ist einfach live fp danke für fünf uhr kommt noch irgendwann ein 24 stunden streamen kannst du in findle grüßen danke 24 stunden stream ausgeschlossen also gut macht es also ich zwölf stunden ist schon extrem hart also ich merke es jetzt gerade extrem im rücken also ich habe gerade gedacht hey wo ist denn der andere heli der jetzt gerade aber der stand da unten scheinbar nicht dass ich ein schlechtes kreuz habe das mit dem bolster ist viel besser ja das ist viel besser nicht dass ich ein schlechtes kreuz aber wenn man zwölf stunden sitz durchgehend fast das ist schon hart das war ja jetzt natürlich eine aktion hier gerade noch eine v u gehabt und dann ein dispatch nach mal nur weil sie hupen hat ja er hat sich willi natürlich auch gleich das richtige ausgesucht natürlich wenn dann richtig gut dass man da war geholfen ja war echt gut bergübe fd 50 für die tante wirst du einmal mit zu dem v u zur nachforderung ich bin mit einer ambulance da ja ich komme ja das ist der ganz letzte dispatch den wir drin haben mit der 952 im ende der dispatch mit der 952 richtig genau der ist noch auf dem berg jj kriegst du die ein bisschen weg von da dass sie diese diese nicht auf dem berg diesen auf dem weg medical director setz im lande ihren vorgang 10 vor bin um weg da keine scheinwerfer vorne dank dich doch auf du bärtsch danke nächstes mal mehrere kleinere pause machen ja es würde ja im summe wird es ja trotzdem drauf ich habe pausen gemacht ich bin ja ab und zu mal aufgestanden so aber bin ja eigentlich alle drei viertel stunden bin ich aufs klo gegangen aber ihr müsst verstehen das ist auch meine erste zwölf stunden live stream aber es geht schon jetzt mit dem polster wo ich hinten so bittl stütze ab im rücken geht's wieder mit dem blaulicht wird es immer schlechter sehe ich immer weniger ein paar mal ohne blaulicht mario leo harry heißt im easy admin mein na also mein name mein navi namens tomtom die wie seit 14 monaten und ich bin stolz auf dich mit der vip nachricht auf ja im chat dankeschön mein schatz ich bin genauso stolz auf dich dass du auch die ganze zwölf stunden hier bei mir bist das ist nämlich genauso das ist nämlich genauso hart wenn nicht härter zwölf stunden auf dem chat zu schauen schon zwölf stunden zu zocken bist die beste und ich liebe dich wenn man ganz viele hier schießt man ganz viele hier schießt ich finde es super ich finde es super prank master kannst du mich und meinen besten freund leon grüßen ganz viele grüße an prank master und leon ach du scheiße wie viele dispatches kommen da rein wie stressig fd einfach ist ich muss da jetzt einmal heile ankommen ich muss da jetzt einmal heile ankommen ich muss da jetzt einmal heile ankommen ich komme ganz viele herzen in den chat ich hoffe mich jetzt hat er jetzt überschlagen aber gut abgeschätzt will ich sehe schon fast nichts ich bin alt alles gut ist was passiert alles gut hast rechtzeitig gebremst soll ich die bewusstlose person links für den bergen holen die liegt da auch schon jetzt an 15 minuten ja hol wenn du landen kannst für dich zur information wir haben hier die frau bailey meyer schmerzen also die haben beide die sind von der clip wird da gestürzt samt fahrzeug hat schmerzen überall 4 bis 5 und hat ein stiff neck 2 dran möchte schmerzmittel haben ok genau und auf der anderen seite haben wir noch den herrn ingo ramirez ebenfalls nach 100 meter klippe rechten daumen schmerzen 2 kopf mit schmerzen 0,5 und rechter arm schmerzen 2 ebenfalls ist der neck dran ok soll ich es ins ocean bringen äh ja gut wäre ganz gut dann einfach nur ich glaube ich nur einen auf einmal oder also einer müsste einsteigen bei mir genau ja so heran und die damer nix essen nix trinken das wissen sie oder so ok alles klar so sie setzen sich daneben dahin ja ja so habe ich nochmal runter von der terriere letztbewusstlos personenobservatorium ist auch gut so dann bringe ich sie schnell und sicher dorthin schmerzen danke kollegen wir sehen uns ja gute fahrt so achtung die fahrt kann ein bisschen halb drückter raus werden ja ja alles gut dann flugs auf ja nichts essen nix trinken knickern achtung kollegen ich zwinge mich da durch dann bin ich schnell am west railway passt das so oder soll ich noch ein Stück bei sein fangen vom arm her bitte checken ob die patienten als eingegangen im krankenhaus schon eingetragen sind als zu bild ist oder so sagt es mir bescheid ja ja das mache ich schon aber es ist hier etwas gerade stürmisch dunkel und es ist ziemlich holprig da habt euch nicht die beste stelle ausgesucht uns flattern gerade dispatch über das patch über das patch es ist gott verrückt wir sind so viele aber allein schon wenn ich jetzt schon sehe dass schon wieder zehn leute und julia oben stehen weiß ich schon wieder geht nicht in die hose aber ich sehe nichts weil ich sehe nichts die ente oder aber ich war trotzdem ist so schnell wie geht ich bin spaß in der letzte an der letzte des patch könnte zu deinem zu deiner bewusstlosen passen Tut mir leid, ich rufe mal zurück. Geht ziemlich gut noch gut. Jetzt sehe ich wieder ein bisschen was. Mag bitte achte auf deinen Schritt dazu. Ja. Ich muss gleich hier die wechseln. Engine-Chomp transferin, China... äh, 10... ...Pfeifen, wo ist er man? Äh, selber Dispatches durch, guck mich, hab wir den im Blick. Geht's ja an, VKU. Ich muss gucken. Alter, ich fahr da gerade wie so eine gesenkte Sau, als ob es um Leben um den Tod geht. Kein VQ offen, letzter Dispatch dürfte, äh vorletzte, dürfte bewusst bloß auf der Strasse sein. Medical Director mit 2x1045 bei der Yellow Tag 1076 Oceans. Hast du glaubens jetzt ein Ja so positiv. Ich nehm mal die Dispatches mit Brand am Walmart raus, bis auf 1. Trotz des... Entschuldigung, ich bin sportlicher Fahrer. Äh, ich merk's. Ich will euch durch das Heile und sichern bringen. Medical Director hat einen Patienten verloren. Perfekt. Und wie viele hast du noch? Zu. Stand by. Zwei. Alles klar, was hast du da? Zwei Verletzte. Zwei Verletzte. Du musst uns die Ehrenleine in den Raum reinmachen. Mach ich. Danke, mein Junter. Okay. Zwei Verletzte. So. Das ist der Ulfgang Petri. Ok Alles Philipp, unterlegst du mir den einen da hin und den anderen hier? Ok So, die Dame Ja Ich glaube hier hin, oder? Sieg, genau Sieg gehen da rüber und gegenüber Genau und Sieg lasse ich da raus Ja Holgern Äh für dich informativ von den Mechanikern Der Dispatch mit dem rauchenden Helikopter kann nach außen Der Ausführer der Helikopter hat den Rauch der Helikopter muss für den Mechanikern aufs Dach gestellt Jawohl Passt Wolfgang, einfach Dann wird immer gut So, dann mach ich immer eine Seite dran, ne? Zwei Drei Informativ für alle Mechaniker nehmen keine Dispatches mehr an Den vor Ich hab die zwei jetzt im Ocean abgelegt vom Dispatches Jan, du brauchst nicht wieder herkommen Sammelstelle ist leer Ja, dann kann man schon meinen verlorenen Patienten kartenkonten Den von Hier ist die 176 Ocean, hier Lutzig Warte, ich hab schon wieder das Gefühl, dass mir die Krücke fast allein 10 Meter auseinanderbricht Komm, 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 komm Influence 2 1076 So Das Ocean mit 1045 Yellow Tack Ähm, Bewusstlose 331, war da jetzt schon jemand? Ist es die für Nähe Observatorium? Keine Ahnung, auf jeden Fall hier an unserer Stelle, wo wir sind, da geht der Dispatch sofort wieder raus, also das muss der Berg sein, wo wir Katze. Also 331 ist nicht eingetragen. Ja, 331, äh, erster Dispatch war vor 22 Minuten. Marze, schön, dass du da warst, lass es dir gut gehen. Bist du aktuell? Ähm, wir sind so nah, dass der Dispatch sofort wieder weggeht, wie wir platzieren wollen. Oder GPS-Koordinator. Halt Nummer 141. FD-50 ist wieder frei, wo wird Unterstützung benötigt? Marc, warst du nicht da auf dem Berg? Luis, danke für 5 Euro. Warst du nicht auf dem Berg, wenn du musst los? Das, genau, war ich. Die vermisste Person war das auch, also das können wir auch ausnehmen. Dispatch noch rausnehmen. Luis, danke für 5 Euro. Macht immer wieder Spaß, dir zuzuschauen. Dankeschön, mein Lieber. Gut. Die 331 ist erledigt. Die 331 ist erledigt, oder? Positive. Wir haben noch einen Dispatch, von wegen LAPD-VU, wo ihr nicht reagiert habt. Kann sein, ja. Eine bewusstlose Person wird gerade ins Außen getragen. Ich denke, wir haben einen Dispatch schon. Was ist denn mit der 639? Schau mal, der wird, glaube ich, gerade reingetragen, die 639. Ich habe nicht vor und drüber gehabert. Sonst haben wir noch die 639 offen und noch einen Überschlag vom PD. Ja. Nimm ich den Überschlag. Genau, dann kannst du schon mal zum Überschlag belieben. JJ, du bist ja auch frei als Engine, ne? Äh, ja, aber aus Palito. Medical Director mit der Frage, ist der Überschlag die 5571 unten raus? Ja, für den 571, da fährt das FG jetzt gerade an, ja. Ja, dann kommen wir. Ja, dann kommen wir. JJ, du bist ja da, dass wir kommen. Super. Was, dann fahren wir da auch noch hin. Aber das fühlt sich halt wirklich so an, wie wenn die Engine gleich zusammenbricht, ohne Spaß. Wo ist denn das? Am Flughafen unten, oder was? Oder wie ich fahre? Ah, ich muss ehrlich sagen, ne? Mit diese... Äh, informativ, dass der Dispatch ist in Code Malik. Okay. Ah! Code Malik. Welches Handy ich hab? Ich hab'n... Ähm... Ich hab'n iPhone hab' ich. Wo ist denn da jetzt hin? Da hinten hin. Oh Gott, du läufst aber auch nicht mehr ganz rund, ne? Grüß Gott. Ach, guten Abend, guten Abend. Danke, dass Sie da sind. Was ist denn passiert? Ach, sehen Sie da hinten den kleinen Erdhügel? Ja. Den habe ich vorhin im Dunkeln nicht gesehen und dann hat mich da komplett übergehauen. Ich bin dreimal übers Dach gegangen und dann auf den Reifen wieder zum Stehen gekommen. Ohwei, ohwei. Okay, okay. So können Sie... Wie geht's Ihnen an? Ja, ich bin halt irgendwie dreimal mit dem Kopf gegen den Dachhimmel geschlagen und habe ganz Kopfschmerzen. Okay. Können Sie die Zündung erreichen? Ja, ja, ja. Ich habe den Motor laufen lassen wegen der Heizung. Soll ich den ausmachen? Ja, bitte machen Sie den aus, weil wir wissen nicht, wie der Zustand des Fahrzeuges ist. Nein, nein, natürlich, natürlich. Mir war nur so kalt mit dem kaputten Fenster. Nein, ich reiche Ihnen an der Decke durch. Moment. Der Aspital nie. Der Code Malik. Deswegen Code Malik. Fenstertüren, alle Türen öffnen. Ich küre mich um die bewusstlose Vorne-Motion. 5M ist wieder down, ist kein Problem. Wenn es jetzt krachen sollte, passt das eh perfekt und dann gehe ich Gitarre spielen. Und alles gut, Matze. Danke für die Info. So. Ich reiche die Decke durch. Ah, ja. Vielen, vielen Dank. Viel, viel besser. Gut. Und jetzt werde ich Ihnen nochmal... Ich werde Ihnen jetzt einmal einen Stiffneck anlegen, gell? Wahrscheinlich klemmt die Türe und alles, ne? Ja, das ist glaube ich gut. Ja, ich habe es noch nicht probiert, weil ich dachte nicht, dass ich mir dann noch verletze an den Glas splittern. Ja, na, sie machen gar nichts. Ähm. Gut, ich lege Ihnen nochmal einen Stiffneck an. So. Achtung. Ich greife hinter mir. Jawoll. Aber angenehm den Kopf nicht mehr selber halten zu müssen. Gute Nacht an alle, die jetzt schon abschalten. So. Achtung. Das kann ein bisschen drücken. So. Jock. Ist es zu fest oder kriegst du noch los? Nein, nein. Das geht, das geht. Ich kann auch gut atmen. Gut. Wenn es zu fest ist oder so, dann kann ich es auch locker. Was ist lieb, danke schön. So. Okay. Okay. Das heißt, ich muss jetzt noch auf den Kollegen von der Engine warten. Zwecks den Aufbrechen von der Tür. Erst versorgt. Das ist kein Problem. Bevor sie sich da auch verletzen, ich habe sie erwarten. Na, kein Problem. Informativ, der Herr Spitalny ist erst versorgt am Flughafen, wartet noch auf die Engine für die Türe zum Aufbrechen. Er ist gleich da. Engine ist gleich da. Das ist gut. Aber ich muss mal ans Telefon gehen, nicht dass das AMR ist, den habe ich auch noch ein Dispatch geschrieben. Ich lasse die jetzt auch noch kommen. Es ist schon abgesprochen, normal. Ah, okay. Ja, ja, ja. FD ist da. 12 Stunden sind krass schnell vergangen. Ja, voll. Voll. Ciao. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, dass es im Endeffekt war. Aber ich bin jetzt am Ende, ich bin so erleichtert. A, dass es einmal funktioniert hat. B, dass es halt so viel Spaß gemacht hat. Und C, dass es wirklich voll komfortabel war. Engine hat Platz 3, 1087. Air Rescue 2, 1076 Ocean mit einem 1045. Die 55 Likes können wir noch schaffen, Freunde, heute. Servus. Hallo. So, ich habe ihm schon Deckel reingelegt und stiff neck und angelegt. Er wäre soweit ready und stabil, dass ihr das Fahrzeug aufknackt. Alles klar. Na, Malik, hast du dich auch mal wieder auf die Straße getraut? Ja, ich bin immer auf der Straße, aber ich baue weniger Unfälle als früher. Jochen der Rochen. Jochen der Rochen. Jochen der Rochen, danke für 25 Euro. Mit Überweisungskosten. Ich habe die Uni abgeschlossen. Herbert, 55. Hausmeister. Haha, Alter. Ja, du, aber die ganzen Neuen nicht. Aber dieser blöde, weiße, nicht geräumte Erdhügel, der hat mich zerrissen. Mhm. Also, ich darf an den Code Malik erinnern, ich sage nur, U-Bahn-Schacht, wo du auf dem Dach lagst. Ja, ach, das war doch nur harmlos, frag mal Franz, wo wir mit der Tatra den Berg runter gesegelt sind. Ja, mein Candidate holte ich dann gleich mal aus. Alles klar. Wann hat der von dir gelernt? Ausnahmsweise hat er mal was gelernt, ja. Ja, ob der von dir gelernt hat, meine ich. Achso, von vielen, ja. Ja, wenn er von dir gelernt hat, kann der das? Ja, das kann er auch so oder so. Ja, wir haben ja nicht um 20 Ausbilder, die sowas ausbilden. Die Decke wurde ja schon ausgelegt. Jetzt nimm doch mal ein Kompliment an. Herviske 2 möchte landen, möglichst, dass einer den Heli einpackt. Ich komm kurz raus. Die Frage ist vorne. Okay, danke schön. Wir sind vor Unfall und eingeklemmt. Perfekt. Auf, hör auf. Und über das, oder so. John, bitte vorne in deine, kannst du noch warten. Vor mir nicht ins Verständnis. Ja, aber... Code Malik. Das ist so ein Code. Er heißt Malik Spital, nicht Malik. Achso, stimmt doch, da war ja was. Und... Code Malik ist quasi so ein Unfallcode, wenn es halt jemand wieder aufs Dach legt. Und bei ihm, wenn es ihn halt überschlägt. Wenn es ihn halt überschlägt. Wenn es ihn halt überschlägt, dann sagen wir halt Code Malik. Wir machen nochmal, wir machen nochmal eine Like Nuke rein für die 55 Likes. Sammelt es euch alle nochmal für die 55. Das ist richtig. What the fuck's name are you doing? Oh! 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 Okay, wir haben die gewinnen alle 500 mehr. Ok, mein eigenes Ziel ist noch mal die 38. Die letzte Stunde ist angebrochen, die letzte Stunde, wobei diese Stunde ja nicht einmal ganz ist, weil wir gesagt haben, ich muss in drei Viertel... Beine sind soweit frei. Ich kann sie zumindest bewegen. Dann sind sie wahrscheinlich frei, ja. Gut. Ich kann ja nicht nach unten gucken, aber... Ja, das ist gut, wir sehen ja. Können sie es selbstständig noch abmachen oder soll ich da denn abschneiden? Also ich probier mal, ja? Ja. Ja. Jawoll. Ah, ist ab. Erst weg. Wieso kann ich die Trage nicht mehr bewegen? Das ist schön, die 16er Charter kommt, Mensch. Das ist sogar extra der Allrad-Charter. Den habe ich mir heute gekauft. Mhm. Also, immer wenn du dir ein neues Fahrzeug holst erstmal... Kann ich die Trage nicht entfernen, Herrgott im Himmel? Ne, eigentlich nicht. Scheiß Trage. Eigentlich. Trage! Er hat auf seine Stelle so plötzlich übernommen. Ja. Hobsi. Trage! Also, was Hobsi schon alles geschafft hat. Respekt. Scheiß Trage bin ich. Ich bin bei der Trage. Bitte. Bitte. Ja. Gut. Ich habe die... schonmal... Ich habe die, trag... Die Tür gerade ins Auto. Ich hab die Tür gerade ins Auto reingedrückt. voll reingeschaltet auch 3 1 2 3 auf jeden fall was ich sagen wollte bei mir kommt eventuell demnächst etwas höherer sehr gut hast du dir auf jeden fall verdient ja danke dann darf ich endlich noch an den helm tragen super wenn ich dir auf jeden fall danke ist auch schon wieder an neun monate jetzt dass ich beim fd bin wem von euch schuldig geld das macht der kollege dann gleich mit ihr alles gut ok ok soll ich ihn schon mal ins ost springen ja 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 kann sich rüberbringen das lieb danke für eure hilfe jungs ja gerne das ist unser job nix essen nix essen nix trinken ein handy auf gar keinen fall mein handy ist auf flugmodus ich bin jetzt mal ausnahmsweise nicht erreichbar herr lieber ansel gute nacht schlaf schön und danke für den großartigen dankeschön danke auch an die offen der offen die mika panik wenn ich ein bisschen flotter fahr ja alles gut alles gut ich vertraue ihnen da voll und ganz das nicht zum ersten mal ja ich glaube sie machen das schon länger sind sie schon immer feuerwehrmann am er 24 sofort in die einger salle ich war auch mal mechaniker aber sonst schon eigentlich feuerwehrmann ja sehen sie mit so viel lebenserfahrung kann doch nichts schiefgehen ja aber die sicht und die knochen werden älter ja also aber dann ist das doch gut wenn sie eine etwas ruhigere position haben und nicht mehr die schweren geräte schleppen müssen oder die schleppe ich noch immer respekt auf jeden fall gut festhalten auf jeden fall die leute haben kein respekt mehr wenn sie ihnen zu schlimm wird oder so dann alles gut das wird alles nicht schlimmer und nicht besser gerade alles nicht besser Wir haben es geschafft. Mit ihnen habe ich da auch nie dran gezweifelt. Oh, hier ist ja einiges los. Da ist die Hölle los zur Zeit. Ich brauche das für zuhause. Das ist so gut. Die 10 Euro dafür, dass Vivi durchgehakt hat. Ich gehe schlafen, muss in 3,5 Stunden raus. Gute Nacht. Ja, danke schön. Danke schön, Kuss. Damit... Gut. Aua. Hoppla. Hallo. Ich habe hier ein Herrenspital nie. Ein Herrenspital nie? Ach du Scheiße. Ach, ich komme so lange, ich bin schon länger her. Das ist richtig. Ja, kannst du ihn erstmal auf dem Bett hier legen. Okay. Also ich finde das super. Herr Spital, hier haben Sie ein Bett. Das ist lieb, danke schön. Ich helfe mir nochmal rüber. Wie heißen Sie eigentlich? Wurst. Ich liebe halt Wurst. Ah, Herr Wurst. Haben Sie vielen Dank, Herr Wurst. Kein Problem. Ich schulde Ihnen noch Geld. Na ja, das... Ähm... Das machen wir schon noch. So... Ich mache das eigentlich ja ehrenamtlich. Dann packen Sie es als Spende für den Candidate. Ähm... Auf was für einer Preisgrundlage berechnen wir das? Ähm... Wenn du bei uns guckst... MFDCAT... MFDCAT haben wir eine Rechnungsliste. Ja! Genau, MFDCAT hat mal eine Rechnungsliste. Dort... sind die Preise vorne zu sehen. Für dich jetzt im Kurzdurchlauf. Pro... Also pro Fahrzeug berechnen wir 2.000 Dollar. Ja! Und pro Einsatzkraft 1.000 Dollar. Alles klar, dann habe ich mal 5.000 Dollar. Herr Spital... Nee, das... Dann stelle ich Ihnen die Rechnung aus. Packen Sie doch noch ein bisschen was drauf für Ihren Azubi. Da bestehe ich drauf. So... Ihnen die Rechnung ausgestellt? Dankeschön! Bitteschön! So, dann wünsche ich Ihnen gute Besserung. Danke, danke! Und Ihnen einen angenehmen Dienst noch. Gut! Dankeschön! Gute Besserung! Tschüss! Grüß Gott! Grüß Gott! Ja, warten wir mal hier. Gute Besserung! Einen Türen! herhäähn FD-50 hat Handspitalen abgeliefert und wäre wieder frei. Ja, wir haben nach dem letzten offenen Verruf. Ja, Tempo. Ambulance 2 für FD-1. Ja, ich höre dich. Bist du frei gerade? Äh, gerade nicht. Ich hatte hier, ähm, ja, 10.30 im Oceans. Oh, ne. Ich muss die Trage wegmachen, ja, die Scheiße. Warte mal. Mit der Trage komme ich nicht zum Schmeissen. So. Irgendwer frei vom FD-50. Letzter Einsatz. Danach gibt's Gitarrenstunde. Bedanken bin ich auch nicht gekommen. So, RNDM-Guide. Dankeschön für 1,56 Euro. Dankeschön. Wir haben Dennis Sojalhammer hier mit. Hallo, lieber Ann, danke für den lieben Stream. Äh, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Schönen Abend noch. Danke dir. Danke dir. Danke an alle, die jetzt schon mal, danke an alle, die jetzt so krass kostenlos, so wie kostenpflichtig supportet haben. Danke an alle, die die ganzen zwölf Stunden dabei waren. Danke für alle, die einfach geliked haben, abonniert haben. Ja, die einfach dafür gesorgt haben, dass wir alle eine geile Zeit miteinander haben. Alles okay? Jan, vergiss nicht, du hast noch ein E-D-O umstehen, ne? Ah, ja, ja, ich... Hallo. Hallo. So, ne, du könntest dich nur nicht... nur nochmal dran erinnern. Und nur meine und schub mal nachher neu an. Für dich, äh, beide... ...personen haben die von den Polizisten stiff neck angelegt bekommen. Okay, perfekt. Dann muss ich das nicht mehr machen. Ja. Dann müsst ihr sie nur mehr bergen. Ich nehm sie da in der TV und fahr sie ins Ausstoß. Ja, ja. Warte, lass es einfach reichen machen. Lass es mir nach dem Stream. Du hast, by the way, auf deinem Discord die 9k geknackt. Oha! 9000 Mitglieder auf meinem Discord, Freunde. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Äh, Victor 17 ist höhere Military Base. Ich glaube, ich bin schneller geworden. So, die Dame. Ich werde bei Ihnen einmal ne Decker drüberlegen. Hm. Wir haben zwei Backrettungen, manche hier. Oh, Victor 17, ja. Einmal Kopfhörer anziehen. Ich bin auf drei Kilometer anpacken. Okay. Willi, willst du es grad auch bei der... bei dem Fahrer machen? Oh Gott. Die Sachen liegen dafür auf dem Dach. Mit der Decke. So. Danke, Leute, auch für... für 9k auf Discord, eh. Ich habe euch den Meilenstein erreicht, eh. Was? Sei kacke. Und... Ich hole dann euch beide einmal raus. Oder... Tun... Die Türen mal auf. So. So, Decke drüber. Kopfhörer auf. Zack. Boah, jetzt bin ich aber auch schon müde, ne? Jetzt werde ich da nur mal meine Gitarre holen und einfach den Abend ausjammern, Alter. Ja, das wird witzig. Das wird lustig. Da brauche ich mich schon drauf. Müssen wir dann sagen, wie die Gitarre klingt. Und... Weil er eben eingeliefert wurde, aber hoch schaubar. Ja, ja, wo würde ich richtig bekommen, dann nur dieser, äh, unkaputtbare Holzpfeiler am Weg. Ich zitiere ein Zitat von davor, das Auto fährt sich gut im Schnee. Ja, ich bin auch nur ein Mensch, ich mach auch Fehler. Bekannte letzte Worte! Okay, alles klar. Du darfst. Ich zähle die Kopfhörer auf, genau. So. Mir kosten Döner auch 4,50 oder so, auch um den Dreh. Also auch jetzt nicht 6 Euro oder so. Oder 4,20. Machen wir so oder so. Zwischen 4 und 5 Euro kostet Döner, sagen wir so. Die beiden haben Kopfhörer auf. Ja. Fange ich jetzt mal an. Türe ab. Perfekt. Wie viele Zuschauer sind wir überhaupt gerade noch? Normalerweise schaue ich nie nach, aber im Moment interessiert es mich gerade. Alter, wir sind noch immer, Leute, ihr seid verrückt. Wir sind noch immer am Sonntag um 23.15 Uhr noch über 2000 Zuschauer. Abulett zu 10.5. Und zweite Tür. Wir haben noch einen Dispatch mit. L.A.P. 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 L.A.P.D. So, beide Personen sind neu. So, dann... ...due ich einmal die Kopfhörer wieder abziehen. Nehme ich auch einfach hier beim Fahrer die Kopfhörer beiseite. Und einmal die Decke. Und hier auch. Dann lege ich die Decke mal hier auf die scharfen Kanten. So. Gut. Alles klar. Ihre Beine sind die frei oder klemmt die fest? Äh... Die sollten frei sein. Okay. Dann schaue ich mir das mal an. Perfekt! Ja. Es schaut zu weit frei aus. Ihren Gurt bekommen sie den ab oder klemmt er fest? Äh... Der klemmt. Der klemmt. Okay. Alles klar. Dann hole ich einmal eben Gurt schnell im Wasser. Wie ist es bei der Dame? Bein Freiheit? Bein Freiheit ist da. Und... Was ist mit dem Gurt? Ich... Ne, der klemmt. Okay. So. Dann schneide ich... Du musst einmal weiter öffnen. Bei der Klemmt. Alles klar. Dann schneide ich einmal vorsichtig hier schonmal den Schultergurt durch. So. Und dann einmal den Beckengurt. So. Alles klar. Gut. Es hört dich mehr auf. Ja. Können die Cops wieder kein Auto fahren? Ähm... Ne. Aber die meisten können keinen Schlitten immer am Schildesunter fahren. Was wollen wir mit der Captain entscheiden? Oh. Ich glaube ich weiß wer es ist. Äh... Äh... Tu deinen Geschick. Die sind schon vor uns. Alles gut. Achso. Okay. Ja. Dann schneide ich auch hier einmal den Schulter kurz weit durch. Ambulance 2 bricht Anfahrt ab. Äh... Anfahrt über... Danke. Danke. Ich mach schon mal hier rein mit... JJ der Volker. Who ist denn noch offen? Das sind wir gerade. Ähm... Mit der Nr. 618. Ja. Da ist es Engine Tatra und Ambulance One. Alles klar. Also ich bin Ambulance One sogar. Wusste ich nicht. Achso ich dachte du wolltest schon raus. Ähm... Ne ich wollte warten bis es hieß wer zuerst von den beiden raus soll auf die Trage und wer... Ja. Erstmal Fahrer. Erstmal Fahrer. Alles klar. So. Ich... Nimm mir mal den Kopf. Kollege nimmst du die Füße? Ja. So. So. Dann tun wir es nochmal schonend raus. Und 55 likes Freunde ist das verrückt. Dankeschön. Ja. Auf 3. 1, 2, 3. Und dann mal auf die Trage. So. Perfekt. Ach du. So. Ich muss jetzt doch die ganzen Türen hier aufmachen. Warte aber ziemlich gut zugeschaltet das Auto. Also muss man ja lassen. Ehhhhh. 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 Das Auto gut zugerichtet. Achso. Oder meine Frage. Ist das Auto bei Ihnen hinten auch so 5 bis 10 cm höher wie vorne? Schau ich gleich. Ja. Kein Handy, kein Essen, kein nächstes wissen Sie wahrscheinlich. Jawohl. 3, 1, 2, 3, 8. Hält mir nichts auf mit Höhe aber es ist gerade sehr dunkel. Let's do mit einer Anfrage. Welche Dispatches müssen noch abgearbeitet werden? Nur noch mehr Grettung. Da kannst du die Dame dann auch einmal zum Kollegen rüberschieben. Na ja, 10-4, dann würde ich schon mal zurück Richtung Wache fahren. Packst du es mir in die, in die Ambulance, weil dann weich sind's Oceans. Jaja, genau. Weil danach gehe ich dann außer Dienst. Ja, wir ja auch. Genau. Dann helfen wir Ihnen einmal vorsichtig von der Tal und dann einmal hinten sitzend rein. So. Word. Ich fahr mal Jungs. Jo, gute Fahrt. Gute Nacht. Oh ja, gute Nacht auch noch. Feierabend. So. Nix essen, nix trinken, gah? Jawohl. Jawohl. Alles klar machen wir. Alles klar machen wir. Ich könnte mir euer Vertrauen. Okay, das ist dunkel. Mal wieder. Achso. Engin Tatra 1 würde sich mal zum Band vergeben, warten dann auf Anweisung. Nein, nein, ich hätte dich gerne als Elite-Setzung. Stand for, nach Palito, oder Machihoff nach Palito, wir sind direkt da. Stand for, Engin Tatra 1 responding. Turn 36 in die Mitte. Die Lieferhatsche wieder. Du kannst mitkommen, du kannst mit angucken, helfen bei der Steilung 9. Stand for, warte bei PlayStation 1. Willkommen. Sind da? Mach dir die Bergrettung jetzt noch nicht, oder? Ja, wir machen die noch. Als Vorschlag wäre, aber hier wir machen Bertha-Modus in Palito. Ja, gerne. Bester Margrit. Moment. Moment. Da, müssen wir nochmal kurz, kurz mit der Hand, kommen wir zu mal raus. Soll ich an der Wache eine Engine besetzen und kurz den Brand anfahren dann? Kommen wir zu mal kurz mittig draußen. Ja, bis jetzt eine Engine, fahr schon mal hin, aber warte, müssen wir es mal ausmachen, sonst kommst du das nächste. Ja, so weit hin vor. So. Legen sie sich da mal ins Bett. Hin und rein. Und wie ist denn das so ein Drücken auf der Brust? Zu. Ich danke ihn. Gerne. Hallo. Hallo. Hallo, MP. Engine Tata hat noch 1,2 Klicks nach Palito Wache. Mit dem Feuerskipp und Tenate is spawning. Hast du von den beiden? Such dir eine aus, ich nehme anderen. So. Ich nehme mir 657. Jetzt auch noch auf hier, Betty. Alles klar. Jetzt ist unser Bett, oder? So. Da liegt hier keiner, gell? Doch, doch, doch. Ich will doch nicht. Da liegt einer, da liegt einer. Okay, okay. Also ich glaube der 657 muss man noch mal sagen, dass das nur einmal auszulösen ist. Wir übergeben dann eh alle an die Pärs darüber, ne? Okay. Ich lege sie hier einmal ins Bett. Und dann muss ich noch einmal eine Rechnung stellen. Gut. Ich wünsch dir einen schönen Feierabend. Ja, die nachher auch. Ja, Willi. Ja, Willi. Ja, ja. Es ist echt schön, du wirst, dass man da jetzt in der Rettung hier mal beim ABR und FD ist. Ja, das gilt mir genauso. Ja, ja. Ich habe nämlich erlesen, dass du da wärst, aber ich habe nie im FD gesehen, so weißt du. Ja, jetzt sieht man sich mal so. Na, das freut mich, dass man hier auch mal gleich, gleichwertige Kollegen hat. Ja, das stimmt, ja. Dann wünsch dir eine schöne Feierabend. Ja, die auch. Pass auf dich auf, mein Guter. Ja, ja. Wiederschauen. Kalt wie Hundeschnauze. Danke für zwei Frauen. Entfernt haben. One ist bereit an der Palito-Wache. Entfernt. Entfernt. Pissgurke. Die Scheißtragen gehen wir so auf den Keks, Alter. Wurscht. Ambulanz 2, 10-7, Engine 1, 10-8. Wurscht. Auf die Trage, Alter, rein ins Kammern. So, passt. Dann fahren wir noch heim. Komm mal ran. Oder was weiß was. Ich geh gleich gleich über den AMR dort starten. Ja, eine Vorderfahrt zu verletzen. Ja. Lasst mal, ähm, Herzen für die liebe Vivi da, dass sie, dass sie sich verdient nach 12 Stunden Arbeit, ja. Wir haben das heute gemeinsam durchgezogen, wir beide. Haben wir. Engine 1 respondet schon mal langsam Richtung Brand-Wallmart. Mein Schatz und ich gegen den Rest der Welt. Wir haben das heute durchgezogen, Schatz. Mark, welchen nimmst du? Ich bin stolz auf dich und stolz auf uns. Ich liebe dich. Danke, dass du da warst. Wir sind gerade bei 6, 5, 7. Ich hab beide Personen bei mir. Alles klar, wir kommen hoch. FD-50s, 10-7. Schönen Abend euch. Schönen Abend, Willi. Tschüss. Nach Feierabend, ja. Passt auf euch auf. So, Freunde. Ich geh jetzt meine Gitarre holen. Ich geh jetzt meine Gitarre holen. So. Oh Mann, Alter. Wee. So, ich muss uns jetzt nochmal kurz hier. Ich geh jetzt die Gitarre holen. Oh Mann, Alter. Wee. So, ich muss uns jetzt nochmal kurz hier... Oh Mann, Alter. Wee. Wee. Ich hoffe, dass ich wieder joinen kann. Stimmt, da war ja was, dass 5M down ist, ne? Ah stimmt, das brauche ich ja gar nicht. Ich brauche ja gar keinen Hintergrund. Ja, 5M ist wieder down. Passt. Ich gehe kurz die Gitarre holen. Bis gleich. 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 Ihr werdet das wahrscheinlich schon hören. Kann ich das größer machen? Groß kann ich es machen. Fast. Warm, warm. Ich kann ja nur wahrscheinlich halt großteils nicht halt nur Ding. Ich muss jetzt noch mal kurz stimmen. Dass sich das an eurem Ende nicht schräg anhört. So. Ich zeige euch das mal, wie das bei mir, wie das auf meinem Ende aussieht. Ich zeige euch das mal kurz. So sieht das bei mir aus, auf meinem Ende. Ich muss mal schauen, ob ich mit dem Sound, so wie er ist, zufrieden bin. Ein bisschen lauter kann es sein. Irgendwas passt mit dem Sound noch nicht. Warte mal, ich probiere mal ein Preset. Ich brauche ein bisschen mehr High. Ja, ich bin ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Neues geht, habe ich nicht gewählt. Ich tue noch gerade Soundchapen, Freunde. Wenn es zu laut ist... Warte mal. Okay, ist der Pegel... Was für Aua, meine Ohren, mach leiser. Digga, dreh du leiser. Das ist ein bisschen zu laut, glaube ich, noch der Pegel, gell? So, ich glaube, ich lasse es so, weil so passt es mir auch. So, jetzt könnt ihr mir gerne Liederwünsche rein donnern. Geh wie zu mir, haha. Ich muss ja nicht dabei reden. Ich muss ja nicht dabei reden. Ja, das ist scheißegal. Aber so würde ich den Sound jetzt einstellen. Wie wirkt sich das aus, wenn ich... Ja, das ist mir zu nasal. Das klingt nicht... Thunderstrucker leckt mich doch am Arsch. Und die Uhrzeit... Bäh. Sonne. Ah, da... Der 500 Euro Sound. Monique und Gruphys. 3. Jayli Katzen. 2. Detach. 2. 7. 8. 7. ja ein bisschen mehr ein lauter ich stehe, warte mal ein bisschen zu viel Lowend so gefällt es mir gut ein bisschen mehr Overdrive, du Sau ein bisschen aggressiver kann es noch sein Dividend was sehe ich denn hier, Hell's Best Buy, oh Gott so viele Vorschläge, so viele Vorschläge, so viele Vorschläge hier, was ist denn da los? Nothing else matters, da hole ich einen Alex, Alter Reise, Reise andere Stimmung, aber das Riff grundsätzlich falsche Stimmung nur Last Resort habe ich noch nie geübt in meinem Leben, sorry, sorry Max, habe ich noch nie geübt, noch nie geübt, auf gute Freunde, keine Ahnung, ohne Spaß das Lied auf gute Freunde habe ich noch nie in meinem Leben gehört, stellt mich jetzt an die Wand, ne, ich glaube, sind das die toten Hosen oder so, ich, oder böse Onkels sind's, sorry Leute, ich, ich habe das noch nie in meinem Leben gehört, ist nicht so meine Band, Ah, adieu 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 Armee der Triesten Armee der Triesten Armee der Triesten Schau auf die Zeit Schau auf die Zeit Es ist alles gut Es ist alles gut Der Landwirt Ich war die kompletten 12 Stunden dabei Danke für den geilen und lustigen Tag Ey, danke für 30 Euro Dankeschön Warte mal, Hellspells Das ging Warte, ich muss die Tone kurz Warte mal, ich brauche weniger Ich brauche weniger Gain Der Zeit ist alles gut Ich bin bei 11 Stunden 42 Ich habe noch 10 Minuten Zeit Also, ja Ich habe noch ein paar Jetzt müsste ich eigentlich Adieu Goodbye Auf Wiedersehen Du riechst so gut Zickzack habe ich schon gespielt Ihr wollt jedes Mal Dass ich fucking Thunderstruck spiele Jedes Mal Und ihr weißt Dass ich komplett rein scheiß Das ist so eine Scheiße Aua Ah Fucking Aua Nein Es ist zu spät dafür Lasst mich Es ist so spät Und das Riff ist schwer Ähm Weidmannsheil Äh Und das ist so spät Einfach Scheibenpolierer Was für Was für Ähm Das ist so spät Das ist so spät Du hast Wünschen sich so viele Ich habe es jetzt nicht in der richtigen Stimmung Ich habe es jetzt nicht in der richtigen Stimmung Ich habe es jetzt nicht in der richtigen Stimmung Ich habe es jetzt nicht in der richtigen Stimmung Ich habe es jetzt nicht in der richtigen Stimmung Ich habe es jetzt nicht in der richtigen Stimmung Ich habe es jetzt nicht in der richtigen Stimmung Ich habe es jetzt nicht in der richtigen Stimmung Ich habe es jetzt nicht in der richtigen Stimmung Ich habe es jetzt in der richtigen Stimmung Ich habe es jetzt in der richtigen Stimmung Untertitelung. BR 2018 Die Dache ist verstimmt. Nimm dich ein, du Sau. Das Stimmgerät stimmt, ich bin nicht genau. Ich freue mich jetzt wieder. Das Stimmgerät stimmt, ich bin nicht genau. Ich muss gleich auf, jetzt ist es knapp mit der Zeit. D&T, okay, weil sich das so viele Wünsche... Ja, stimmt. Das Stimmgerät stimmt, ich bin nicht genau. Das Stimmgerät stimmt, ich bin nicht genau. Das Stimmgerät stimmt. Geil! Das ist geil. Oder noch so einen alten Rammstein. Das ist geil. 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 Das ist geil.